Habt ihr Lust, heute Nacht mal kein Auge zuzukriegen? Dann ist dieses Video genau richtig für euch. Denn ich habe hier 10 unfassbar gruselige Horrorgeschichten des Kanals zusammengeschnitten, damit ihr diese ohne Werbeunterbrechung beim Lernen, Schlafen, Zocken oder wobei auch immer hören könnt. Also, lehnt euch zurück oder macht, worauf ihr gerade Lust habt. Und viel Spaß beim Gruseln. Wie viele Türen hast du heute geöffnet? Was ist mit der letzten Woche, dem letzten Monat oder dem letzten Jahr? Was ist mit deinem gesamten Leben? Die Antwort ist wahrscheinlich, dass du viele Türen geöffnet hast. Doch wenn du dies gerade liest, hast du wahrscheinlich nicht genug davon öffnen müssen. Also schätze dich glücklich. Oder zumindest mit mehr Glück gesegnet als ich. Mein Leidensweg begann vor etwa 5 Monaten. Es war ein ganz normaler Tag. Aufwachen, zur Arbeit gehen, sich zu Tode langweilen. Nur, dass es eine Nacht war. Ich hatte Nachtschichten in einem kleinen Pfandleihaus und die Nacht verging wie im Flug. Normalerweise ist das eine gute Nachricht. Denn so konnte ich mit meinem Handy im Internet surfen. Aber da ich vergessen hatte, über Nacht mein Handy zu laden und mir das Ganze erst auf der Arbeit aufgefallen war, machte mir der Akku meines Smartphones einen Strich durch die Rechnung. Und so saß ich da eben und langweilte mich etwa 10 Stunden lang zu Tode. Aber die Nacht ging irgendwann vorbei. Als der Morgen anbrach, kam mein Kollege herein und ich ging. Auf dem Weg zum Auto hielt ich an einem örtlichen Markt an und nahm ein paar Sandwiches und eine Wasserflasche mit. Ich war zu faul, mir etwas zu essen zu machen. Als ich nach Hause kam, dachte ich mir also, dass ich einfach nur die Sandwiches essen würde und mich dann schlafen lege. Die Fahrt zu meiner Wohnung dauerte nur 10 Minuten. Und sie verging wie im Flug, da ich mich nicht auf etwas konzentrieren konnte. Die Langeweile hatte mich so sehr gelangweilt, dass ich es kaum erwarten konnte, nach Hause zu kommen und mein Handy anzuschließen, um etwas YouTube-Videos zu schauen. Ich fuhr in meiner Einfahrt, ging zum Eingang und tastete nach meinem Schlüssel. Als ich den Bund endlich gefunden hatte, öffnete ich die Tür und trat ein, ohne auf meine Umgebung zu achten. Wäre ich etwas weniger nachlässig gewesen, hätte ich vor dem Eintreten hineingeschaut. Und hätte ich das getan, wäre mein Leben heute ganz anders verlaufen. Aber ich tat es nicht. Die Tür fiel hinter mir zu und ich bachte mich auf dem Weg durch den Flur in die Küche. Ich durchsuchte auch meinen Rucksack nach einem der Sandwiches. Ich bemerkte schließlich, dass etwas nicht stimmte, als ich die Stelle erreichte, an der der Tisch hätte stehen sollen. Aber obwohl der Tisch hätte da sein müssen, stieß ich nicht dagegen. Hier sollte ein Stuhl stehen, damit ich mich hinsetzen und mein Essen essen konnte. Aber da war kein Stuhl. Verzweifelt blickte ich auf und stellte fest, dass der Tisch ganz verschwunden war. Ebenso wie alle Möbel in meiner Küche. Die Schubladen, der Kühlschrank, sogar die verdammte Spüle war weg. Keine Spur von ihnen mehr vorhanden. Ich war, gelinde gesagt, verblüfft. War jemand eingebrochen und hat alles gestohlen, während ich weg war? Aber warum und wie? Bei näherer Betrachtung wurde mir jedoch klar, dass es keine Diebe gewesen sein konnten. Denn sogar der Abfluss der Spüle war verschwunden und durch eine glatte Wand ersetzt worden. Niemand hätte das in etwa zehn Stunden, in denen ich auf der Arbeit war, tun können. Und selbst wenn, konnte ich mir keinen Grund dafür vorstellen. Als ich aufblickte, sah ich, dass auch die Glühbirne verschwunden war. An diesem Punkt fing ich an, heftig auszuflippen. Denn von der Stelle, an der sie vorher war, ging immer noch Licht aus. Ich schnappte mir meinen Rucksack, rannte zurück zur Haustür und öffnete sie hastig. Die Straße, von der ich eben gekommen war, war verschwunden. Stattdessen war dort nur ein weiterer leerer Raum. Ich stieß einen Schrei der Überraschung aus, gemischt mit Angst, als ich in der Tür erstarrte. Was zum Teufel war hier los? Ich erinnerte mich an mein Handy, holte es heraus und betete, dass es noch eine Batterie hatte. Aber ich hatte kein Glück. Das Ding war tot. Ich brauchte ein paar Minuten, um mich zu beruhigen und zu überlegen, was genau ich jetzt tun sollte. Nach einer Weile beruhigte sich mein Atem und ich fühlte mich sicher genug, dass ich keine Panikattacke bekommen würde. Also schloss ich die Augen und öffnete die Tür erneut. Immer noch ein Zimmer, nicht die Straße. Verdammt. Ich erkundete den Rest des Hauses, in der Hoffnung etwas zu finden, das mir helfen würde, zu verstehen, was hier passiert ist. Aber in jedem Zimmer war es dasselbe. Alle Möbel waren verschwunden. Die Wände waren auf untypische Weise glatt und strukturlos. Und die Glühbirnen waren nirgends zu sehen, obwohl es genug Licht gab. Ich hatte gehofft, dass ich im Wohnzimmer noch mein Festnetztelefon finden würde, aber ich glaube, du kannst dir denken, wie gut dieser Plan funktioniert hatte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich zusammengerollt auf dem Boden meines Wohnzimmers verbracht habe, nur um zu weinen. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, die Haustür zu öffnen und zu schließen, in der Hoffnung, sie würde mir endlich die Straße zeigen. Auf jeden Fall waren es viele Stunden, bis ich schließlich irgendwann aufgab und beschloss, einen Vertrauensvorschuss zu geben. Ich betrat den Raum, zu dem meine eigene Eingangstür führte, schloss sie hinter mir und öffnete die Tür erneut. Nun war auch mein Flur verschwunden, und an seiner Stelle befand sich ein kleiner Raum mit einer einzigen Tür auf der anderen Seite. Wenn jemand bei mir gewesen wäre, hätte er mir genau sagen können, in welchem Moment meine Seele mit einem Knall zerbrach. Aber es war niemand da. Ich war ganz allein und verloren in einem Zwielicht aus leeren Räumen. Ich setzte mich hin, zog meinen Rucksack auf den Schoß und nahm einen Schluck Wasser. Ich fühlte mich noch nicht hungrig, also beschloss ich, die Sandwiches nicht anzurühren. Da ich nur zwei davon hatte und ein Liter Wasser, musste ich durchhalten. Mein Verstand schaltete sofort auf Überlebensmodus, und ich wusste nicht, wie lange ich hier sein würde oder wie ich hier wieder herauskommen könnte. Schließlich beschloss ich, ein Nickerchen zu machen, denn ich war noch müde von der Nachtschicht, die ich gerade hinter mir hatte. Ich beschloss, dass ich eine bessere Chance haben würde, etwas herauszufinden, wenn ich ausgeruht war. Der Schlaf kam schnell, aber er war unruhig und so fade wie das Zimmer, in dem ich lag. Ich träumte überhaupt nicht, und ich wachte ständig mit einem Gefühl der Paranoia auf, als ob mich jemand oder etwas beobachtete. Als das Ganze zum fünften Mal passiert war, sprang ich auf. Der Raum, in dem ich mich befand, war jetzt dunkel. Ich konnte nicht einmal meine Hand vor meinem Gesicht sehen. Nachdem ich fertig war, dachte ich, ich sei gestorben und befinde mich jetzt vielleicht in einer Art Hölle oder Vorhölle. Aber ich ging langsam umher und fand die Wände des Raumes immer noch an den Stellen, die ich erwartet hatte. In meinem Kopf machte es Klick. Es muss Nacht gewesen sein. Dieser Ort, wo auch immer oder was auch immer er war, hielt sich an meine eigene Zeit da draußen. Ich kauerte mich in eine Ecke und wartete darauf, dass es wieder hell wurde. Das dauerte ein paar Stunden, aber da es nichts gab, was meine Aufmerksamkeit auf sich zog und meine Sinne erregte, kam es mir wie eine kleine Ewigkeit vor. An diesem Ort gab es nur mich, die Dunkelheit, die Geräusche meines gelegentlichen Atems und den Puls meines Herzens, der in meinen Ohren pochte. Ich dachte, ich würde verrückt werden, jeden Moment anfangen zu halluzinieren, aber dann bemerkte ich einen kleinen Lichtschimmer, der direkt von der Decke ausging. Die Morgendämmerung brach an. Das Licht wurde langsam immer intensiver, wie bei einem Sonnenaufgang, aber ich wartete nicht länger. In dem Moment, in dem ich auch nur vage Umrisse erkennen konnte, stand ich auf und machte mich auf den Weg. Trotz der schlechten Qualität meines Schlafes fühlte ich mich ausgeruht und erfrischt. Und so begann ich mit meinen eigenen Erkundungen. Eine Tür nach der anderen, ein Raum nach dem anderen, alles, was ich fand, war das Gleiche. Die Wände hatten unterschiedliche Farben und die Form der Räume variierten je nach ihrem Zweck. Ein kleiner Schrank, eine Garage, ein Badezimmer, ab und zu ein Flur. Aber ansonsten waren sie alle gleich. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte ich das Gefühl, in einem Videospiel gefangen zu sein und einen Bereich zu betreten, den ich nicht hätte betreten sollen. Ein Gebäude, das die Entwickler nicht mit Inhalt gefüllt hatten, weil niemand jemals hineingehen dürfte. Aber das war die Realität. Irgendwann kam mir eine Idee. Ich entdeckte immer wieder Fenster, die, obwohl sie nichts auf der anderen Seite zeigten und bündig mit den Wänden abschlossen, vielleicht irgendwo hinführten. Also warf ich meine Wasserflasche gegen eines von ihnen, in der Hoffnung, es würde zertrümmern. Aber die Wasserflasche prallte einfach nur ab und rollte mir vor die Füße. Die nächsten Tage verbrachte ich damit, von Zimmer zu Zimmer zu gehen und nur nachts anzuhalten, wenn ich nichts mehr sehen konnte. Aber ich machte ein paar interessante Entdeckungen, wenn man das so nennen will, darüber, wie dieser Ort und mein Körper jetzt funktionierten. Wenn man eine Tür schloss, wurde der Raum auf der anderen Seite zufällig ausgewählt, sodass man im Kreis gehen konnte, ohne denselben Raum zweimal zu betreten. Sobald man eine Tür nicht mehr im Blickfeld hatte, selbst wenn man sie offen gelassen hatte, schloss sie sich danach von selbst. Das hatte ich herausgefunden, nachdem ich auf die glorreiche Idee gekommen war, keine Türen hinter mir mehr zu schließen, in der Hoffnung, dass ich so herausfinden würde, wie groß der Ort war. Ich brauchte an diesem Ort auch keinen Schlaf mehr, oder zumindest nicht so oft wie sonst. Obwohl schon ein paar Tage vergangen waren, fühlte ich mich nicht müde und schlief nur in der ersten Nacht, die ich dort verbrachte. Das gleiche gilt für Essen und Wasser. Ich hatte weder Hunger noch Durst, obwohl ich noch beide Sandwiches dabei hatte und in der Wasserflasche fehlten nur ein paar Schlucke, die ich am ersten Tag nahm. Das war entweder ein Fluch oder ein Segen, je nachdem, wie man es nennen wollte. Es würde mir auf jeden Fall mehr Zeit verschaffen, meinen Ausweg zu finden, aber es hätte auch das Potenzial, mein Leiden immens zu verlängern, wenn ich es nicht täte. Ich beschloss es vorerst als Segen zu betrachten und weiterzumachen. Raum für Raum, Tag für Tag und... Ich glaube, ich habe in dieser Zeit mehr Türen geöffnet, als ich es sonst in meinem ganzen Leben getan hatte. Aber nach etwa einer Woche fand ich endlich etwas, das nicht nur eine fade Wand gewesen ist. Auch wenn ich mir wünschte, ich hätte es nicht getan. Das Erste, was mir auffiel, als ich einen anderen Raum betrat, war der entsetzliche Geruch. Er war so abgestanden und faulig, dass mir übel wurde und meine Augen drehen mussten. Langsam sah ich auf und entdeckte rote Spuren auf dem Boden. Sie hatten ein strahlenförmiges Muster, das zu einer gemeinsamen Quelle zurückführte und sahen aus, als wären sie von einem bestimmten Punkt herausgeflossen. Als meine Augen ihn langsam und unsicher folgten, blieb mein Blick an etwas in der Ecke hängen. Es war eine trockene Schale, die mit dem Rücken an der Wand lag und die Hände neben dem Körper hatte. Die Spuren führten zu den Handgelenken und ich konnte Knochen unter der mumifizierten Haut erkennen. An der Wand hinter ihr waren Worte in der gleichen roten Farbe, wie die Spuren auf dem Boden verstreut. Ich wich langsam zurück, als mich die Erkenntnis wie ein Lastwagen traf. Diese Person, wer auch immer sie sein mochte, war irgendwann einmal wie ich gewesen. Jemand, der hier festsaß, der es nicht mehr aushielt und beschloss, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Das war ihr einziger Ausweg, die einzige Erlösung und ich fürchtete jeden Tag mehr, dass dies vielleicht auch irgendwann meine einzige Option sein würde. Stundenlang kämpfte ich gegen den Drang an, den Raum zu verlassen und die Tür hinter mir zu schließen. Die Realität dessen, was mir bevorstand, drang immer tiefer in meine Seele ein und brachte Verzweiflung und ein Gefühl der völligen Hilflosigkeit mit sich. Viele Ohrfeigen später gelang es mir endlich, mich davon loszureißen und mich der Leiche zu ernähren, um sie genauer zu untersuchen. Ich dachte, dass sie vielleicht irgendetwas Nützliches bei sich tragen könnte. Aber was genau das wäre, wusste ich nicht. Sicherlich kein Essen oder Wasser, sonst hätten sie sich nicht das Leben genommen. Und ganz sicher keine Karte, die nach draußen führte, sonst hätte ich sie hier nicht so gefunden. Ich bastelte mir aus meinem T-Shirt eine Maske, um Mund und Nase zu bedecken und ging langsam zu der Leiche hinüber. Die Worte dahinter wurden sichtbar, als ich näher kam und ich konnte sie lesen, als ich ein paar Schritte entfernt war. Es waren ein paar Sätze. Hüte dich vor der Dunkelheit. Folge nicht den Fußspuren. Die Augen. Oh Gott. Die Augen. Mach, dass es aufhört. Ich umschreibe ein wenig, was da genau stand, aber das war die Quintessenz. Kurze Sätze mit einem bedrohlichen Gefühl. Sie taten ihr Übriges, um mir das Gefühl zu geben, in Angst und Schrecken zu ertrinken. Ich versuchte, sie zusammenzusetzen und ihnen eine Bedeutung zu entlocken, aber ich konnte es nicht. Welche Augen, welche Fußstapfen. Ich war jetzt seit über einer Woche hier, aber außer den Geräuschen, die ich selbst machte, hatte ich absolut nichts gehört. Ich machte mir trotzdem in die Hose vor Angst, als ich das las. Ich kniete mich neben die Leiche und begann, an ihrer Kleidung zu ziehen, um nach Taschen zu suchen. Sie war ziemlich unscheinbar gekleidet, Jeans und ein T-Shirt, also würde ich nicht viel finden. In einer der vorderen Taschen der Jeans kam ein Handy ohne Akku zum Vorschein und in der hinteren Tasche fand ich eine Brieftasche. Darin befand sich ein wenig Bargeld, ein paar Scheine und Münzen, aber ich beschloss es nicht einmal zu zählen, geschweige denn mitzunehmen. Aber ich fand einen Ausweis und einen Führerschein, die ich mitnahm. Ich dachte mir, wenn ich jemals hier wieder rauskommen würde, es ist das Mindeste, dass ich sie abliefere und ihre Angehörigen über das Schicksal informiere. Sein Name war Brandon, ein durchschnittlich aussehender 25-jähriger Mann mit schmutzig-blondem Haar und strahlend blauen Augen. Er hatte sein Schicksal nicht verdient und ich auch nicht. Ich fand nichts weiter über ihn heraus, also beschloss ich weiterzuziehen. An Ort und Stelle zu bleiben würde mir nichts nützen und nachdem ich Brandons Leiche gefunden hatte, verspürte ich ein neues Gefühl der Dringlichkeit, das mich antrieb. Die nächsten Tage verliefen nach demselben Muster wie zuvor, wobei ich nur bei Einbruch der Nacht anhielt. Zuvor hatte ich mich so lange bewegt, wie ich sehen konnte, aber nach Brandons Warnung, mich vor der Dunkelheit zu hüten, hielt ich einfach an, sobald das Licht zu schwinden begann. Es juckte mich in den Fingern, mich zu bewegen, mein Geist zu beschäftigen, damit er nicht über mir zusammenbricht. Aber ich hatte Angst. Ich brauchte keine Monster zu sehen nach allem, was ich durchgemacht hatte. Als die zweite Woche kam und verging, war ich mir sicher, dass ich nun Dutzende von Meilen zurückgelegt hatte. Und das mehr oder weniger in gerader Linie. In der Zwischenzeit war ich richtig hungrig geworden, also aß ich eines der Sandwiches und behielt das andere, bis ich buchstäblich am Verhungern war. Ich hatte auch nur noch eine halbe Flasche Wasser, aber wenn mein Körper so weitermachte, hätten diese mageren Vorräte noch bestimmt für ein oder zwei Monate gereicht. Es sei denn, ich hätte sie gefunden. Als ich einen weiteren Raum betrat, sah ich jemanden, der in der Ecke kauerte. In der Annahme, es sei eine weitere Leiche, näherte ich mich ihr langsam und war mit den Nerven am Ende. Sie sah verschrumpelt und unterernährt aus, aber ich konnte nicht sagen, ob sie schon lange tot war. Die Verwesung wirkte sich wahrscheinlich genauso aus wie mein Hunger und Durst, weshalb mein Sandwich zwar schal wurde, aber definitiv noch genießbar war. Doch dann öffnete sie ihre Augen, sah mich an und begann zu schreien. Ich hielt mir die Ohren zu, um sie vor dem lauten Kreischen zu schützen und es kostete mich alles, was ich in mir hatte, um nicht aus der Tür zu flüchten. Sie schrie gut 30 Sekunden lang, bevor sie aufhörte, nach Luft schnappte, aber ich konnte sehen, dass sie bereit war, weiterzumachen. Hör auf damit, brüllte ich sie an. Ich werde dir nicht wehtun. Sie öffnete beide Augen und sie waren weit vor Überraschung. Ein Ausdruck des Unglaubens und dann der Erleichterung überzog ihre Züge. Und sie kauerte sich noch enger zusammen. Hilf mir, bitte, oh Gott, wenn du ein echter Mensch bist, hilf mir. Ich eilte zu ihr hinüber und kniete mich nieder. Sie sah schlimm aus, aber zu wissen, dass sie in ihrem Zustand noch am Leben war, machte es noch viel schlimmer. Ihr Gesicht war abgemagert, ihre Haut spannte sich über den Knochen. Ihre Kleidung sah ein paar Nummern zu groß aus und hing lose an ihrem Körper. Ihr Haar war zerzaust, schmutzig und büschelweise abgefallen, sodass ihre nackte Kopfhaut zum Vorschein kam. Was ist mit dir passiert? fragte ich, obwohl ich die Antwort wahrscheinlich schon kannte. Hast du etwas Essen oder etwas Wasser? fragte sie. Ich überlegte einen Moment lang, ob ich lügen und ihr Nein sagen sollte, aber damit hätte ich nicht leben können. Wie lange ich auch immer noch zu leben hatte. Ich öffnete meinen Rucksack und bot ihr das Sandwich an. Sie verschlang es in wenigen Sekunden und leckte dann die Plastikfolie ab. Vielen Dank, sagte sie, als sie fertig war. Ich habe seit Monaten nichts mehr gegessen. Ich gab ihr auch die Wasserflasche und sagte ihr, sie solle alles langsam trinken. Ich war kein Experte für Unterernährung und Hunger, aber ich wusste, dass es keine gute Idee ist, den Magen plötzlich vollzustopfen, wenn er lange Zeit leer gewesen ist. Natürlich hörte sie nicht auf mich und trank das Wasser in mehreren Schlucken. Ich konnte es ihr nicht verübeln, denn ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie es ist, monatelang nichts zu essen oder zu trinken. Wir standen eine Weile schweigend da, während ich ihr erlaubte, ihre Fassung wiederzuerlangen. Schließlich öffnete sie den Mund und begann zu sprechen. Und bis heute bereue ich ihre Worte. Hast du es schon gesehen? fragte sie. Was gesehen? fragte ich zurück. Du bist also nicht durch die Dunkelheit gereist, fuhr sie fort. Nein, bin ich nicht, antwortete ich ihr. Ich kann nicht sehen, also bleibe ich, wenn es Nacht wird, an Ort und Stelle. Gut, sagte sie. Du hast mir aber nicht geantwortet. Was ist geschehen? Ich versuchte, mehr aus ihr herauszubekommen, aber meine Versuche waren erfolglos. Sie wich meinen Fragen nicht aus, sondern wies sie rundheraus zurück und sagte mir, es sei nur zu meinem Besten. Als sie sah, dass ich nicht nachgab, sagte sie mir schließlich etwas. Hör zu, es ist wirklich besser, wenn du nichts weißt. Glaube mir, reiß einfach nicht durch die Dunkelheit, dann bist du sicher. Okay, sagte ich und akzeptierte die Niederlage. Der Schrecken in ihrer Stimme war nicht zu verbergen. Er lag auf jedem Wort, das sie sprach, und so belästigte ich sie nicht weiter. Dennoch kamen mir ihre Fragen und kryptischen Worte unheimlich bekannt vor. Brandons mit Blut geschriebenen Worte kamen mir wieder in den Sinn. Hüte dich vor der Dunkelheit. Als der Tag verging und die Nacht hereinbrach, blieb ich an ihrer Seite, obwohl es mich juckte, mich wieder auf den Weg zu machen. Seit über zwei Wochen hatte ich keinen anderen Menschen mehr gesehen oder mit irgendjemandem gesprochen, und obwohl ich dachte, ich würde es nie vermissen, änderte sich das. Ich sehnte mich nach Gesprächen, nach Interaktionen und vor allem nach Informationen. Ihr Name war Vanessa. Sie war 25 Jahre alt und wohnte ein paar Städte weiter als ich. Eines Tages, drei Monate bevor ich sie fand, ging sie in ihrer eigenen Wohnung auf die Toilette. Da sie mit ihrem Telefon beschäftigt war, schaute sie nicht in den Raum, den sie betrat. Erst als die Tür hinter ihr geschlossen wurde und sie von der Außenwelt abgeschimpft war, bemerkte sie, dass etwas nicht stimmte. Doch da war es schon zu spät. Und seitdem ist sie hier gefangen. Ihre Geschichte jagte mir ein Schauer über den Rücken, denn sie war meiner sehr ähnlich. In einem Moment der Ablenkung ging sie durch eine Tür, die sie schon unzählige Male zuvor geöffnet hatte, nur um dann hierher zu gelangen. Die Zahnräder in meinem Kopf begannen sich zu drehen, als ich anfing, über das Wie und Warum zu theoretisieren. Ich wusste, dass diese Räume Kopien von echten Räumen waren. Das war mir vom ersten Tag an klar, als ich mein eigenes Haus betrat und dachte, jemand hätte alle Möbel gestohlen. Und ich wusste, dass sie beim Schließen der Türen zufällig angeordnet waren. Aber wo war dieser Ort? Außerhalb unserer Realität? Haben wir ihn betreten, weil wir nicht aufgepasst haben? Oder war es so etwas wie die Quantenmechanik, bei der der Inhalt des Raumes erst bei der Beobachtung entschieden wurde? Das wusste ich nicht. Es könnte eines davon gewesen sein, eine Kombination davon oder etwas ganz anderes. Jedenfalls schlief Vanessa ein, nachdem wir uns noch etwas unterhalten hatten. Sie war offensichtlich schwach, also habe ich sie nicht geweckt. Ich stand an ihrer Seite, als das Licht langsam dämmerte und hoffte, dass sie am nächsten Tag wieder genug Kraft haben würde, um zu gehen. Ich selbst konnte nicht schlafen. Seit ich hier angekommen war, schlief ich nur ein einziges Mal in der ersten Nacht. Die anderen Nächte verbrachte ich wach und dachte über meine missliche Lage und mein bisheriges Leben nach. Heute Nacht war ich froh, jemanden neben mir zu haben, auch wenn ich nur ihren gleichmäßigen Atem hören konnte. Ich war nicht mehr allein und das war das Einzige, was erstmal zählte. Nach etwa der Hälfte der Nacht stand ich auf und lief ein wenig im Zimmer umher, um mir einfach mal die Beine zu vertreten. Das tat ich jede Nacht, damit meine Muskeln nicht steif wurden, aber ich verließ nie das Zimmer, in dem ich mich befand. Irgendwann blieb ich stehen, nachdem ich vielleicht zehn Minuten im Kreis gelaufen war. Ich lauschte nach Vanessa, um sie neben mir zurückzukehren und es dauerte nicht lange, bis ich ihren Atem wieder wahrnahm. Doch bevor ich auch nur einen Schritt auf sie zugehen konnte, hörte ich Schritte. Ich stand so still wie möglich, lauschte und hoffte, dass mein Verstand mir nur einen Streich spielte. Aber es war nicht so. Obwohl sie schwach waren und sich anhörten, als kämen sie von weit her, konnte ich jeden Schritt deutlich erkennen. Sie waren langsam, mit ein paar Sekunden Abstand, aber sie folgten einem gleichmäßigen Rhythmus. Ich drehte mich in die Richtung, aus der sie zu kommen schien und machte selbst ein paar Schritte nach vorne. Langsam und darauf bedacht, kein Geräusch zu machen, schob ich mich vorwärts, bis meine ausgestreckte Hand auf das Holz der Tür traf. Ich lehnte mich dagegen, presste mein Ohr an das Holz, um die Schritte deutlicher zu hören. Ich hoffte, es würde eine andere Person sein. Ich hoffte, Vanessa und ich würden einen anderen Begleiter bekommen, der uns helfen würde. Aber je mehr ich lauschte, desto mehr schwand diese Hoffnung, bis sie schließlich ganz zerbrach. Die Schritte waren zu schwer für einen normalen Menschen, zu langatmig und außerdem war der Raum, aus dem sie zu kommen schien, noch nicht festgelegt. Im Grunde hätte ich sie gar nicht hören dürfen. In dem Moment, als mir das klar wurde, ergaben Brandons Warnung und Vanessas Fragen plötzlich einen Sinn. Ein tiefes Gefühl des Grauens und der Angst überkam mich und ich machte mich auf den Weg zu Vanessa, ohne auch nur einen Atemzug zu tun. Die Nacht verging, ein Herzschlag nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen. Denn sie verschwanden nicht, bis das Licht vollständig zurückkehrte. An diesem Punkt weckte ich Vanessa auf. Sie kam langsam zur Besinnung und bemerkte die Veränderung in meinem Verhalten. Hast du es gesehen? War das Erste, was sie mich fragte. Nein, antwortete ich. Hast du dann die Schritte gehört? Sie fuhr mit ihrer Befragung fort. Ja, gab ich zu, aber ich bin ihnen nicht gefolgt. Dann sollten wir in Sicherheit sein, sagte sie nach einer gemissen Pause. Vanessa versuchte von selbst aufzustehen, aber sie konnte nicht. Sie war immer noch zu schwach und wir bezweifelten beide, dass ein Sandwich und ein bisschen Wasser daran etwas ändern würden. Ich half ihr auf die Beine und legte einen ihrer Arme über meine Schulter, um sie quasi mitzuschleifen. Das musst du nicht, sagte sie, als wir zur Tür gingen, die den Schritten gegenüber lag, die ich in der Nacht gehört hatte. Ich gehe nicht allein, unterbrach ich sie. Wenn ich noch eine Nacht alleine wach bleibe, drehe ich wahrscheinlich komplett durch. Sie sagte nichts weiter, da sie in den letzten Monaten alleine war, verstand sie wahrscheinlich mich. Wir verbrachten den Tag damit, in einer geraden Linie von Tür zu Tür zu gehen, in der Hoffnung, dass eine von ihnen uns nach draußen führen könnte. Das war natürlich nicht der Fall und bei Einbruch der Dunkelheit hielten wir wieder einmal an. Ich setzte Vanessa in eine Ecke und legte mich neben sie. Sie hob ihr rechtes Hosenbein an, um ihr Erschienbein freizulegen und ich sah, dass es voller gerader Schnitte in verschiedenen Stadien der Heilung war. Ich wusste nicht, was ich von ihnen halten sollte, aber sie sahen verdächtig nach Strichmännchen aus. Mit dem Nagel ihres Daumes schnitt sie eine weitere Linie in die Haut. Sie zuckte ein wenig zusammen, gab aber kein Laut von sich. Als sie meine Verwirrung sah, begann sie zu erklären. Ich zähle die Tage, die ich hier bin, sagte sie. Auf deiner Haut? fragte ich entnervt. Ich habe nichts anderes. Wir unterhielten uns noch ein wenig, hauptsächlich über unser Leben. Sie hatte die Highschool abgeschlossen, aber keine weiterführende Ausbildung gemacht. So arbeitete sie in einem Restaurant als Kellnerin, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dort lernte sie den Mann kennen, der bald ihr Freund und dann ihr Verlobter werden sollte. Er war der Sohn des Besitzers, aber nach dem, was Vanessa mir erzählte, arbeitete er mit ihnen zusammen, wo immer er gebraucht wurde. Um ehrlich zu sein, erklang wie ein toller Typ. Jedenfalls waren die beide vor einem Jahr in eine eigene Wohnung gezogen und sie waren überglücklich miteinander. Vanessa sagte, sie könne sich schon den Rest ihres Lebens mit ihm vorstellen. Bis nun ja, ihr das passierte. Ich erzählte ihr, dass ich mich in einer ähnlichen Situation wie sie befand, mit einem miesen Job, um über die Runden zu kommen. Nur hatte ich Jahre meines Lebens damit verschwendet, aufs College zu gehen und einen Abschluss zu machen, der mich nirgendwo hinführte. Ich lebe immer noch bei meinen Eltern in unserem kleinen Vorstadthaus und hoffte, jemanden zu finden, mit dem ich meine Tage teilen und vielleicht eine Familie gründen könnte. Du kannst dir denken, wie gut das gelaufen ist, sagte ich und versuchte es als Scherz auszugeben. Vanessa kicherte, aber ich merkte, dass sie meinen Scherz nicht wirklich geschmeckt hatte. Ich kann es ihr nicht verübeln, aber ich fand schon immer, dass Humor schlimme Situationen für mich abmilderte. Wir unterhielten uns weiter, bis die Lichter fast ganz verschwunden waren und wir hätten es auch danach noch getan, wahrscheinlich die ganze Nacht hindurch, aber etwas, das wir hörten, hielt uns auf. Die Fußspuren, die verdammten Schritte, sie kehrten zurück, als die letzten Strahlen verschwunden waren, anscheinend näher als in der letzten Nacht. Wir hielten den Atem an und lauschten erwartungsvoll, was schon Stunden her sein musste. Wir kauerten uns näher zusammen und drückten uns aneinander, um ein flüchtiges Gefühl der Sicherheit zu haben. Die Nacht verging schließlich und wir waren beide noch am Leben. Zu Tode erschrocken, aber immerhin am Leben. Wir verbrachten noch etwa zwei Monate auf unserer Reise, verbrachten die Tage mit Smalltalk und die Nächte mit der Angst um unser Leben. In manchen Nächten kamen die Schritte näher, aber wenn wir uns ruhig verhielten, kamen sie nicht auf uns zu. Wir wurden beide von Tag zu Tag schwächer, verkümmerten vor Hunger und Durst, aber Vanessa ging es viel schlechter als mir. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand so abgemagert und trotzdem noch am Leben sein kann und ich glaube, nur ihr Wille zu überleben und die Sache durchzustehen hielt sie zu diesem Zeitpunkt. Wir waren ein paar Tage lang kaum vorangekommen und ich glaube, wir wussten beide, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte, aber ich weigerte mich, dies anzuerkennen. Als wir eines Abends Feierabend machten, war sie zu schwach, um mit mir zu sprechen. Sie schlief sofort ein, was mich beunruhigte, da ich nicht ein einziges Mal schlafen musste, seitdem ich sie kennengelernt hatte. Als es endlich Morgen wurde und sie aufwachte, war sie ungewohnt schweigsam. Ich wartete eine halbe Stunde, bis sie vollständig aufgewacht war, bevor ich vorschlug, dass wir uns wieder auf den Weg machen sollten. Aber sie hielt mich davon ab. Lass mich einfach allein, sagte sie mit schwacher, trauriger Stimme. Wir wissen beide, dass mir nicht mehr viel bleibt und ich halte dich nur auf. Nein, protestierte ich. Das ist kein Film, du bringst kein heroisches Opfer für mich. Sie widersprach mir nicht. Vielleicht war sie zu schwach dazu, vielleicht war es ihr aber auch einfach egal, weil sie wusste, dass wir beide hier so oder so unser Ende finden würden. Gut, akzeptierte sie nach einer Weile meine Entscheidung. Aber lass mich dir wenigstens die Wahrheit sagen. Gott weiß, wie viel ich noch habe und das könnte meine letzte Chance sein. Ich wollte sie unterbrechen, ihr widersprechen, ihr versichern, dass wir es irgendwann schaffen würden. Aber ich hörte ihr einfach zu. Ich war neugierig, aber ich wollte nicht riskieren, mich allein an diesen Ort zu wagen, ohne genau zu wissen, was auf mich zukommt. Irgendetwas ist hier bei uns drin, sagte sie nach einer langen Pause. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es macht Jagd auf uns. Wenn man sich in der Nacht bewegt, wird es auf einen aufmerksam, glaube ich. Dann fängt es an, die Räume auf der Suche nach euch zu umkreisen und macht diese Schritte, die wir gehört haben. Wenn wir Geräusche machen oder den Schritten folgen, kann es uns finden. Hat begann nicht, aber die Worte blieben ihr im Hals stecken. Hast du es gesehen? Ja, gab sie mit einer überraschenden Gelassenheit zu. Als ich das erste Mal hier war, ich bin ein paar Tage lang umhergelaufen, sogar durch die Dunkelheit. Eines Nachts bin ich dagegen gestoßen, aber ich konnte es nicht richtig sehen. Ich bin weggerannt wie der Teufel und habe es wohl verloren. Wie hat es ausgesehen? Fragte ich, obwohl ich sicher war, dass ich es bereuen würde, das herauszufinden. Groß, hager, spindeldürre Gliedmaßen, sagte Vanessa und hielt einen Moment lang inne. Ihr Blick verlor sich im leeren Raum und ein paar Herzschläge lang war ich mir sicher, dass sie auf geistiger Ebene nicht mehr bei mir war. Und diese Augen, fügte sie schließlich hinzu, rot und leuchtend und Tränen bildeten sich um ihre Augen und flossen über ihre Wangen, aber ihr Gesichtsausdruck änderte sich nicht, um das wiederzuspiegeln. Eindringlich? Fragte ich. Sie nickte mit dem Kopf. Okay, sagte ich, das reicht jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch mehr hören will und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir nicht gut tut, wenn du versuchst, dich daran zu erinnern. Sie nickte wieder verlegen mit dem Kopf und so schlossen wir das Thema einfach ab. Wir setzten uns in einem eisigen Tempo in Bewegung, mit Pausen alle zwei Stunden oder so, damit sie zu Atem kommen konnte. Meistens schwiegen wir uns an und wechselten kaum ein paar Worte miteinander, aber ich schätzte einfach ihre Anwesenheit. Ich glaube, es verging noch eine Woche oder so und Vanessa wurde von Tag zu Tag schwächer. Es dauerte nicht lange, bis sie nicht mehr gehen konnte und sie bestand immer wieder darauf, dass ich sie entweder verließ oder ihr ein Ende setzte. Aber ich tat beides nicht. Ich konnte beides nicht tun. Zumindest nicht in der Zwischenzeit. Solange es mir möglich war, trug ich sie auf meinem Rücken herum und genau das tat ich auch. Und obwohl sie zu diesem Zeitpunkt schon mehr Knochen als Fleisch war, fühlte sie sich immer noch sehr schwer an. Ein deutliches Zeichen meiner eigenen Degradierung. Wir reisten immer weniger, fingen jeden Tag später an und hörten früher auf. Vanessa zählte die Tage auf ihrer Haut, bis sie keinen Platz mehr auf ihren Beinen hatte und auf ihre Unterarme ausweichen musste. Eines Abends zählten wir aus Langeweile die Markierung und fanden heraus, dass sie seit etwas mehr als sechs Monaten hier drin war. Wenn ich so weitermache, sagte sie nach einer Weile, habe ich vielleicht noch einen Monat übrig. Sie erwähnte das Thema nicht mehr, aber ich erkannte an ihrem Blick, dass sie Angst hatte. Trotz ihrer unmenschlichen Entschlossenheit fürchtete sie, was ein weiterer Monat in ihrem Zustand bedeuten würde. So viel Schmerz, so viel Leid und obwohl sie es nie aussprach, wusste ich, dass sie wütend auf mich war, weil ich mich weigerte, es für sie zu beenden. In dieser Nacht schlief ich zum ersten Mal und ich kann nicht beschreiben, wie gut sich das anfühlte. Der Hölle, in der ich mich befand, auch nur für ein paar Stunden zu entfliehen, war ein Segen, aber leider konnte ich mich nicht allzu lang daran erfreuen. All der Stress, all die Angst, all die Sorgen, die sich in mir aufgestaut hatten, verwandelten sich in Albträume und ruinierten meine Ruhe. Ich träumte von Vanessas Tod, von mir, wie ich über ihren leblosen Körper weinte und mein Entschluss weiterzumachen war gebrochen. Doch dann öffnete ich die Augen und streckte einen skelettartigen Arm nach mir aus. Ich versuchte zu schreien und vor ihr zurückzuweichen, aber du weißt ja, wie gut das in Träumen funktioniert. Ich war wie gelähmt, die Schreie blieben mir in der Kehle stecken und sie warf mich mühelos zu Boden. Warum hast du mich nicht umgebracht? fragte sie, kletterte über mich und schlang ihre Finger über meine Kehle. Ich konnte nicht antworten und ich konnte mich auch kaum wehren. Ich strampelte unter ihr herum und versuchte immer wieder zu schreien, aber es gelang mir einfach nicht. Der Kampf dauerte jedoch nicht lange. Zum Glück weckte mich die echte Vanessa, aber ich stieße einen einzigen lauten Schrei aus, als ich zu mir kam und die Kontrolle über meinen Körper wiedererlangte. Es ist alles in Ordnung. Es ist okay. Du bist okay, flüsterte sie und hielt mir den Mund zu. Die Stille, die uns umhüllte, war so eindringlich, dass ich das Klopfen meines eigenen Herzens in meinen Ohren hören konnte. Ich schwieg, als der Schock des Albtraums verblasste und Vanessa tat dasselbe, ohne einen einzigen Laut von sich zu geben. Ich konnte nicht einmal ihren Atem hören. Als sich meine Sinne wieder einstellten, hörte ich etwas Schwaches und Entferntes. Schritte irgendwo in der Ferne und das Quietschen von Türen, die sich öffneten und schlossen. Sie kamen immer näher und ich wusste, dass die Kreatur mein Schrei gehört hatte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es uns erreichen würde. Wir müssen uns beeilen, flüsterte ich Vanessa zu. Man wird uns hier finden. Wir können ihm nicht entkommen, sagte Vanessa. Und es wird uns hören, es wird die Türen hören. Die Schritte kamen noch näher, sodass ich sie unterscheiden konnte. Die Kreatur war bestenfalls ein paar Räume entfernt. Wir haben keine Wahl, sagte ich und stand auf. Lass uns gehen, wir werden uns schon etwas einfallen lassen. Ich wartete nicht auf eine Antwort von Vanessa. Die Schritte waren vielleicht zwei Räume entfernt. Wir hatten keine Zeit mehr zu streiten. Ich nahm ihre Hände, zog sie auf die Füße, setzte sie auf meinen Rücken und ging los. Ich versuchte, mich so leise wie möglich zu bewegen. Aber sobald ich die erste Tür öffnete, beschleunigten sich die Schritte hinter uns. Die Tür zu unserem Zimmer öffnete sich gerade, als wir sie verließen und ich hörte einen unfassbar schrecklichen Schrei hinter mir. Das war alles, was ich brauchte, um mich davon zu überzeugen, alle Vorsicht über Bord zu werfen. Ich beschleunigte meine Schritte, nicht ganz rennend, aber so schnell wie möglich. Ich lief wahllos, öffnete und schloss alle Türen in meinem Kielwasser, aber die Kreatur war uns auf der Spur. Ich hatte nicht die Kraft, noch schneller zu gehen und es abzuhängen. Bald hat es uns eingeholt. Ich drehte meinen Kopf rechtzeitig um, um einen Blick auf es zu erhaschen. Beim Anblick seiner glühenden, bösartigen Augen überkam mich das Gefühl von Grauen und ich wäre beinahe gestolpert. Aber ich ging weiter und wie durch ein Wunder war ich ihm noch eine Weile voraus. Lass mich, drängte Vanessa. Ich bin sowieso verloren. Ich verschaffe dir Zeit, um zu entkommen. Nie im Leben, schrie ich sie an. Das kommt nicht in Frage. Der nächste Raum war eine Treppe, ohne dass ein anderer Weg in Sicht war. Ich konnte gerade noch eine Tür erkennen und da der Weg, von dem ich kam, durch die Kreatur versperrt war, begann ich mit dem Aufstieg. Ich glaube, ich habe keine fünf Stufen geschafft, bevor ich stolperte und gezwungen war, auf allen Vieren weiterzugehen. Vanessa hielt sich kaum noch an mir fest und ich spürte, wie sich ihr Griff um meine Kehle lockerte. Ob sie absichtlich losgelassen hat oder nicht, werde ich nie erfahren. Da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall konnte sie nicht von meinem Rücken fallen. Die Kreatur holte uns ein, sprang die Treppe hinauf wie ein wild gewordenes Tier und legte ihre schwierigen Hände um meine Knöchel. Ich versuchte, das Wesen wegzutreten, um weiterzugehen, aber mit einer einzigen Bewegung schleuderte es mich durch die Luft und wieder die Treppe hinunter. Ich landete auf dem Rücken und mir blieb die Luft weg und ich hörte Vanessa irgendwo rechts von mir auf dem Boden krachen. Durch die Sterne in meinem Blickfeld konnte ich ihre Gestalt in der trüben Dunkelheit vage ausmachen. Und sie war völlig still. Vanessa, schrie ich und kroch auf sie zu. Geh einfach, sie schrie zurück, so laut sie eben noch konnte. Geh, ihre Worte wurden von der Kreatur unterbrochen, als sie auf uns zustürzte. Das Wesen erhob sie vom Boden, so schnell, dass sein Spindeldürrer Körper nur noch ein Schatten und Bewegungswirrwarr gewesen ist. Ich hörte einen lauten Aufprall, als es Vanessa gegen die Wand drückte. Und ich hörte, wie sie gurgelte, als sie versuchte zu schreien. Unsere Augen trafen sich ein letztes Mal und hinter ihrem Blick sah ich eine erschreckende Ruhe, eine Akzeptanz ihres Schicksals, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Sie sagte ein letztes Mal, los, und ihre Augen verließen die meinen, um die der Kreatur zu treffen. Ich wollte das nicht. Mein Herz schrieb mir zu, zu bleiben, zu helfen, zu kämpfen, aber mein müder, unterernährter Körper wehrte sich dagegen und ich drehte mich um und humpelte auf allen Vieren davon. Als ich die Tür erreichte und den Raum verließ, hörte ich das ekelerregende Geräusch von zerfetzendem Fleisch und Knochen, während die Kreatur ein zufriedenes Quieken von sich gab. Es hatte gewonnen. Es hatte seine Beute. Ich ging so schnell ich konnte, schloss alle Türen hinter mir und hoffte, dass die Räume neu gemischt wurden und ich in Sicherheit wäre. Mehr als einmal war ich versucht anzuhalten oder umzudrehen, denn was sollte das bringen? Aber ich ging weiter, bis meine Lungen brannten und meine Fußsohlen sich wundern fühlten. Der menschliche Überlebenswille ist einfach ein Wahnsinnsding. Nach Vanessas Tod habe ich keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist. Tage, Wochen, ein Monat, selbst wenn ich noch so langsam war, holten mich Hunger und Dehydrierung schließlich ein und ich begann bald dem Zustand zu ähneln, in dem ich Vanessa in den letzten Tagen vorgefunden hatte. Mein Bewusstsein wurde immer schwächer und ich verbrachte jeden Tag mehr Zeit mit Schlafen, bis ich mir ein Zimmer nahm und beschloss, einfach aufzugeben. Mich selbst sterben zu lassen und den Albtraum zu beenden. Aber dazu ist es natürlich nicht gekommen. Sonst wäre ich jetzt nicht hier und sonst würde ich dir meine Geschichte nicht erzählen. Eines Abends, als das Licht in dem Raum fast auf null gedimmt war, öffnete sich eine der Türen. Zwei Gestalten traten ein und leuchteten mir mit ihren Taschenlampen ins Gesicht. Ich öffnete langsam meine verkrusteten Augen und versuchte zu sprechen, aber alles, was aus meinem Mund kam, war nur ein kehliges Röcheln. Verdammte scheiße Kumpel, sagte eine der Gestalten mit einem dicken Akzent. Er ist noch am Leben. Holt ihn raus. Hinter den beiden tauchten weitere Personen auf, die Schrotflinten und Feuerwehrexte dabei hatten. Zwei von ihnen packten mich an den Füßen und Armen und zogen mich hoch und trugen mich weiter. Unterwegs wurde ich ohnmächtig, aber ich war lange genug bei Bewusstsein, um zu bemerken, dass sie alle Türen hinter sich offen gelassen hatten. Außerdem spannten sie ein dickes Stahlseil, das verhinderte, dass sich die Türen schlossen und schlurften. Ich schaffte es vier Monate nach meinem Eintritt aus den Hinterzimmern heraus und wachte in einer kleinen Stadt im Norden Alaskas auf. Da ich aus West Virginia stammte, war ich ein ganzes Stück von zu Hause entfernt. Der örtliche Arzt behandelte mich trotz aller Widrigkeiten und seine Idee, mich noch einen weiteren Tag in den Hinterzimmern zu behalten, während er mir Flüssigkeit und Glucose verabreichte, war ziemlich clever. Er befürchtete, dass mein Körper sofort kollabieren und sterben würde, wenn er mich wieder nach draußen in die reale Welt gebracht hätte. Ich lernte meine Retter nicht kennen. Als ich nach ein paar Tagen ununterbrochenen Schlafs aufwachte, waren sie schon weg. Ein Paar von Monsterjägern namens Damien, der Brite, und sein Lehrling namens Miles. Das ist alles, was ich aus den Einheimischen herausbekommen konnte. Es dauerte nicht lange, bis die Männer in Schwarz auftauchten und sie erfanden eine Geschichte, dass ich aus unbekannten Gründen von Menschenhändlern entführt worden war. Als wir uns einig waren, setzten sie sich mit meiner Familie in Verbindung, um mir mitzuteilen, dass ich am Leben sei. Es wurde ein Transport für meine Rückkehr nach Hause organisiert und ich schaffte es ohne Zwischenfälle. Aber mein Leben ist seitdem nicht mehr dasselbe. Zunächst entfernte ich alle unnötigen Türen in meiner Wohnung und ersetzte den Rest durch Glastüren, damit ich immer sehen konnte, was ich auf der anderen Seite befand. Leider war ich nicht in der Lage, das Schicksal von Brandon und Vanessa mit ihren Familien zu teilen. Und das nicht, weil ich es nicht versucht hätte. Glaubt mir, ich habe alles versucht. Aber seit dem Tag, an dem ich zu Hause ankam, haben mich die Männer in Schwarz unter Beobachtung gesetzt. Wie lange sie das tun werden, weiß ich nicht. Ich bin nicht einmal sicher, für wen sie arbeiten, abgesehen von der nebulösen Vorstellung, dass sie zu irgendeiner Abteilung der Regierung gehören. Wie auch immer, das ist alles, was ich habe. Ich wünschte, ich hätte eine bessere Auflösung, ein Happy End. Aber das habe ich nicht. Ich bin eine vernarbte und traumatisierte Hülle der Person, die ich einmal war. Und keine noch so große Menge an Therapie und Medikamenten kann mich heilen. Ich werde für immer paranoid sein, wenn ich Türen öffne. Ich werde nie wieder in meinem Leben einen Raum betreten, ohne vorher zu prüfen, was auf der anderen Seite auf mich wartet. Ich werde nicht. Und ich werde nicht. Es war nicht. Im Gegensatz zu dem, was manche sagen, ist es eigentlich gar nicht so schlimm, in diesem Bereich hier zu arbeiten. Sicher, einige der älteren Menschen können manchmal schwierig sein, aber wie in jedem anderen Beruf gibt es auch hier Momente, in denen es einen den Magen umdreht. Aber die meisten von ihnen sind wirklich lieb, man braucht nur etwas Mitgefühl und Geduld, um zu ihnen durchzudringen. Also, ja, ich liebe diesen Job hier, meistens zumindest. Ich würde ihn auch nicht aufgeben, wenn ich es verhindern könnte. Das Einzige, was ich daran aber nicht mag, sind die gelegentlichen Geständnisse einiger Patienten. Es heißt angeblich, dass die Menschen spüren, wenn ihr Ende naht, und nach ein paar Jahren in diesem Job glaube ich das inzwischen auch. Einige von ihnen haben niemanden mehr in ihrem Leben, keine Familie oder Freunde, und so waschen sie ihre schmutzige Wäsche sozusagen vor uns Krankenschwestern und Pflegern rein. Meistens ist es ziemlich harmloses Zeug, das gestanden wird. Der alte Gregory zum Beispiel hat seine Frau in den 30er Jahren betrogen. Larry stand früher auf Hardcore BDSM. Lisa hat ihre eigene Firma eine Zeit lang bestohlen. Dies sind Dinge, die man nicht unbedingt erwarten würde, die einen aber im Nachhinein auch nicht wirklich überraschen. Ein anderes Mal grenzten die Geständnisse allerdings an starke Beunruhigung. Jenkins hat mir so zum Beispiel erzählt, wie er sich früher einmal in einer Bar geprügelt hat und danach weggelaufen ist. Er sagte mir auch, dass er bis heute sich nicht sicher ist, ob der andere, mit dem er sich geschlagen hat, überhaupt überlebte. Sascha, eine liebe ältere Dame, trieb auf eigene Faust früher ab, ohne ihrem damaligen Freund zu sagen, dass sie überhaupt schwanger war. Chiara ließ ihre Familie im Stich, lief nachts weg, um einfach irgendwo anders ein neues Leben zu beginnen. Und der Anblick der Vermisstenanzeigen fraß sie innerlich auf. Solche Dinge gehen mir unter die Haut, aber ich kann zumindest verstehen, woher sie kommen. Ich kann mit ihnen mitfühlen, auch wenn ich ihre Handlungen nicht gut heiße. Aber dann gibt es da noch die Ungeheuer. Diejenigen, die wirklich grausame Taten begangen haben und deren Geständnisse mich nachts wach halten. Julia, die süßeste alte Dame, die man sich vorstellen kann, hat ihren eigenen Mann mit Gas angezündet, damit er seine Lebensversicherung auszahlen muss. Freddy half im Vietnamkrieg, ein ganzes Dorf niederzubrennen und sonnte sich in den Flammen und Schreien der Sterbenden. Sally tat ihrem eigenen Kind in der Kindheit schreckliche Dinge an, was zu einer Vielzahl von Entwicklungsproblemen führte. Allerdings war ich selbst nicht bei all diesen Geständnissen dabei gewesen. Manche habe ich nur von Kollegen gehört. Wir Krankenschwestern und Pfleger neigen dazu zu teilen, so mobil es auch klingen mag. Urteil ruhig über uns, aber wir haben nicht darum gebeten, dass diese Last auf unsere Schultern gelegt wird und wir suchen einfach nur Erleichterung, wo immer wir sie finden können. Meistens ist es nur ein unschuldiges Geschwätz, wie das, was Gas gemacht hat, als er jung war. Ein anderes Mal gibt es Tränen und stummes Weinen im Pausenraum, eiskalte Minen und eine bedrückende Atmosphäre, die keinen Hauch von Leichtigkeit zulässt. Aber so ist das Leben in diesem Bereich nun mal. Die meisten von uns haben gelernt, damit zu leben und diejenigen, die es nicht konnten, sind weggegangen. Ich selbst gehöre zum ersten Lager und ich glaube nicht, dass die letzte Nacht meine Meinung ändern wird. Wie auch immer, ich greife mir selbst vorweg. Man braucht eine gewisse Art an Kontext, um sich einen Reim darauf machen zu können. Es hat alles mit Parker angefangen, also sollte ich damit auch anfangen. Er ist ein … sehr verbitterter alter Mann, da gibt es nichts zu beschönigen. Eine harte Nuss, Wut und Hass auf alles und jeden, die ständig unter der Oberfläche brodeln. Er gehört zu der Sorte Mensch, die erst zufrieden ist, wenn deine Parade bis auf die Knochen durchnässt ist. Er war damals schon hier gewesen, bevor ich eingestellt wurde. Und die anderen Krankenschwestern haben mich vom ersten Tag an vor ihm gewarnt. Gott helfe dir, wenn du mit ihm zu tun hast. Er kann deine ganze Woche ruinieren, wenn er dir den Mund aufmacht, sagte mir einer. Ich habe sie damals nicht ernst genommen, weil ich dachte, es könnte nicht so schlimm sein. Und, Spoiler-Alarm, es war schlimm, aber nicht so, wie man es erwarten würde. Er wurde nicht körperlich gewalttätig wie eine der anderen Älteren. Er warf nicht mit irgendwelchen Fäkalien oder so nach uns, er warf nur mit Worten. Aber er verstand es, sie zu treffen, und zwar extrem tief. Unser erstes Zusammentreffen fand statt, als ich nach ihm sehen musste, um sicherzustellen, dass er seine Medizin nahm. Es war ein schöner Abend und ich fand den alten Parker in seinem Zimmer, wo er sich in seinem Sessel regelte. Er blickte zu den Fenstern mit dem Rücken zur Tür und machte sich nicht die Mühe, sich umzudrehen, um mich anzusehen, als ich eintrat. Guten Abend, Mr. Parker, begrüßte ich ihn freundlich. Hey, Frischfleisch, spuckte er eine mit Bosheit gespickte Antwort aus. Ich biss die Zähne zusammen und versuchte, so höflich zu klingen, wie ich konnte. Mein Name ist Jessica, aber… Frischfleisch, unterbrach er mich. Du wirst keinen Monat überleben, also werde ich mir nicht die Mühe machen, deinen Namen zu lernen. Also, warum bist du hier, Frischfleisch? Ich sagte ihm warum, und er zeigte auf die leere Pillenflasche auf dem Nachttisch neben ihm. Dann starrte er wieder ohne ein weiteres Wort aus dem Fenster auf den Sonnenuntergang, und ich verabschiedete mich. So vergingen die ersten drei Wochen. Ich ging in sein Zimmer, um dies oder jenes zu erledigen, er machte ein paar abfällige Bemerkungen, um mich zu beleidigen, und ich hielt den Mund. Es war klar, dass er niemanden um sich haben wollte, und schon gar nicht mich. Aber ich war nie ein Drückeberger, und ich hatte nicht vor, vor einem alten Furz mit einem Rachefeldzug gegen das Glück selbst in die Knie zu gehen. Er saß wieder in seinem Sessel, wo er die meisten seiner Abende und Nächte verbrachte. Tagsüber war er draußen oder im Gemeinschaftsraum und terrorisierte jeden, dem er begegnete. Aber sobald die Dämmerung einsetzte, zog er sich in sein Zimmer zurück und schaute aus dem Fenster, bis er in seinem Sessel einschlief. Ich ignorierte seine Bemerkungen und näherte mich dem Bett mit einem frischen Satz Laken und Kopfkissenbezügen. Ist was? Hast du deine Zunge verschluckt? Hast du vergessen, wie Wörter funktionieren? Er bedrängte mich weiter. Ich zog das alte Laken aus und warf es auf den Boden, obwohl es gar nicht so schmutzig war. Das wäre keine große Überraschung. Ehrlich gesagt, das Einzige, was mich überrascht, ist, dass du überhaupt noch sprechen gelernt hast. Ich empfehle nicht, das zu tun, was ich getan habe, so zu reagieren, wie ich es getan habe. An diesem Punkt hätte ich das Handtuch werfen und weggehen sollen, aber das habe ich nicht getan. Und nach zwei Wochen täglicher Beschimpfung dieser Art bin ich ausgerastet. Ich warf die frischen Laken wahllos auf das Bett und stampfte zu seinem Sessel hinüber. Hör mal zu, du verschrumpelter Sack, fuhr ich ihn an. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber diese Art von Behandlung brauche ich in meinem Leben nicht. Es wundert mich nicht, dass deine Familie dich verlassen hat. Mit so einer Einstellung hätte ich dich auch bei der ersten Gelegenheit in ein Pflegeheim gesteckt. Ich habe ihm eine Beleidigung nach der anderen entgegengeschleudert und tief in mir gegraben, um die bösartigste Seite von mir hervorzuholen. Ich rechnete fest, damit das Parker auf mich losgehen würde, aber stattdessen stand er nur da und ließ sich alles gefallen. Mit jedem bunten Wort, das meinen Mund verließ, zogen sich seine Lippenwinkel ein wenig weiter nach oben und verzogen sich zu einem zufriedenen Grinsen. Ich hörte erst auf, als mir die Luft ausging, und er wartete einen Moment, um sicher zu gehen, dass ich fertig war. »Wie war noch mal dein Name?« fragte er mich. »Jessica.« »Jessica«, wiederholte er und ließ sich jeden einzelnen Buchstaben auf der Zunge zergehen. »Ich sag dir was. Ich mag dich.« Und das war's. Er starrte wieder aus dem Fenster und ich konnte in Ruhe meiner Arbeit nachgehen. Eine Zeit lang bereute ich den Ausbruch, befürchtete, dass er mir irgendwie in den Hintern beißen und ich gefeuert werden würde. Aber Parker erzählte es niemandem. Es war irgendwie zu unserem kleinen Geheimnis geworden. Von da an grinste er jeden Tag, wenn er mich sah. Er war immer noch frech zu mir, aber es war anders. Es war fröhlicher. Er wollte mich nicht beleidigen und verjagen, sondern mich nur necken. Aber ich konnte mit ihm arbeiten, ohne danach in Tränen auszubrechen, also nahm ich meinen Sieg mit. Nach einer Weile fing ich an, ihn auch zu necken. Er nannte mich seine Beleidigung des Tages. Ich nannte ihn meine. Wir lachten darüber und machten weiter. Was ich damit sagen will, ist, dass wir eine seltsame Bindung zueinander entwickelten und ich begann Spaß daran zu haben. Ich fing an, mich darauf zu freuen. Wir sprachen über nichts anderes. Ich wusste nichts über ihn und er wusste nichts über mich. Aber das machte in meinen Augen den Reiz aus. Das Leben ging weiter und ehe ich mich versah, arbeitete ich schon seit Jahren dort. Gerüchte über Parker gab es zuhauf. Jeder hatte seine Theorien und Überzeugung, aber ich konnte keine davon bestätigen oder dementieren. Der Mann war für mich immer noch so rätselhaft wie am ersten Tag. Und dann, eines Tages, vor etwa einem Monat, begannen sich die Dinge zu ändern. Er gab weniger Kommentare ab. Er verbrachte immer mehr Zeit in seinem Zimmer und zog sich von allen zurück. Parker war für sein Alter schon immer sehr selbstständig gewesen, aber er brauchte immer öfter Hilfe und ich konnte sehen, dass es ihn irgendwie innerlich fertig machte. Es machte mir nichts aus, dafür wurde ich ja bezahlt, aber genau dieser Mann hatte seinen Stolz. Er weigerte sich, einen Arzt aufzusuchen und sich behandeln zu lassen und so rechneten wir alle damit, dass er bald den Löffel abgeben würde. Eine Aussicht, die die meisten in diesem Pflegeheim glücklich machte, aber ich für meinen Teil fürchtete sie. Trotzdem wusste ich es besser, als zu versuchen, mit ihm darüber zu sprechen. Eines Abends, bevor ich nach Hause ging, sah ich noch einmal nach ihm. Parker saß an seinem üblichen Platz im Sessel, die Vorhänge zur Seite gezogen und das Fenster weit geöffnet. Die Sonne war bereits unter dem Horizont verschwunden und färbte ihn rot, während die Nacht hereinkam. Er nahm meine Anwesenheit nicht zur Kenntnis, bis ich neben ihm stehen blieb. »Hey, Jessica«, grüßte er, seine Stimme war ein leises Grollen. Beinahe hätte ich ihm ein »Hey«-Furzbein zugerufen, aber der Klang meines Namens und die Art, wie er ihn sagte, ließ mich innehalten. Zum ersten Mal in den vielen Jahren, die ich ihn kannte, klang er ausnahmsweise ernst. In meinem Magen bildete sich eine Grube des Grauens. »Alles in Ordnung, Mr. Parker?« Seine Lippen kräuselten sich an den Ecken und zogen sein hageres Gesicht zu einem Lächeln. Ein trockenes, raues Kichern verließ seine Kehle, aber er ließ meine Frage noch einen langen Moment in der Luft hängen. »Gehst du nach Hause?«, fragte er mich. »Ja, hatte ich vor.« »Kannst du noch ein bisschen bleiben?« »Natürlich.« Ich wusste, was das bedeutete. Parker spürte, dass seine Zeit gekommen war, und er wollte jemanden an seiner Seite haben. Ich beugte mich vor, um seine Hand in meine zu nehmen, aber ein Typ wie er wird bis zum Ende so bleiben, wie er nun mal ist. Er schlug meine Hand weg, und so standen wir im peinlichen Schweigen da und sahen zu, wie sich draußen die Nacht senkte. »Du bist das, was für mich einer Freundin am nächsten kommt, Jessica«, sagte er aus heiterem Himmel. »Das, was für mich einer Familie am nächsten kommt.« Er kicherte wieder, aber es klang traurig. »Gott, ich bin so erbärmlich.« Ich legte ihm die Hand auf die Schulter und dieses Mal schlug er sie nicht weg. Ich wusste nicht genau, was ich sagen sollte, Parker war nicht der Typ für rührselige Reden, also sagte ich schließlich einfach nur die Wahrheit. So unverblümt sie auch war, ich dachte, er würde meine ehrliche Meinung zu schätzen wissen. »Es ist deine Schuld, dass du ein mürrischer alter Knacker bist. Du hättest hier viele Freunde haben können, also warum das Ganze?« »Hast du heute Abend schon etwas vor?«, fragte er, und ich nickte mit einem Nein. »Dann kann ich deine Frage mit einer Geschichte beantworten?« »Sicher«, er rutschte auf dem Sessel hin und her, während er nach den richtigen Worten suchte. »Ich hatte das schon bei anderen gesehen. Sie denken, sie sind bereit, sich zu öffnen, bis die Zeit kommt, es tatsächlich zu tun.« Mit einem Seufzer fand er sich mit der Situation ab und begann zu sprechen. Parker wurde in einer Kleinstadt in den 1940er Jahren geboren, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Er hatte einen älteren Bruder und einen Vater, an den er sich nicht einmal mehr erinnern konnte. Der erste starb an einer Krankheit, als er noch ein Kind war, und der zweite wurde eingezogen und starb in Übersee. So blieb seine Mutter mit ihm alleine, aber sie waren nicht die einzigen, die in der Stadt ums Überleben kämpften. Das taten fast alle anderen auch. Das Leben damals war hart, vor allem für abgelegene Gemeinden wie die ihrer. »Aber ich hatte eine recht anständige Kindheit«, versicherte Parker. »Meine Mutter tat ihr Bestes, schuftete bis zum Umfallen und hungerte die meisten Nächte, nur um sicherzustellen, dass ich es nicht tat.« Er machte eine kurze Pause und riss seinen Blick vom Fenster los, um mit mir Augenkontakt aufzunehmen. Ich merkte, dass er sich unwohl fühlte, denn das Nachdenken über die Vergangenheit bereitete ihm großen Kummer. Doch nach einem langen Moment wandte er den Blick von mir ab, blickte er zurück in die dunkle Welt draußen und sprach weiter. Trotz der Bemühungen seiner Mutter war seine Kindheit nur von kurzer Dauer. Parker musste schnell erwachsen werden, zuverlässig werden, im Haushalt helfen und Arbeit finden. Damals war das nicht ungewöhnlich. Kinder im Alter von acht oder neun Jahren arbeiteten Schulter an Schulter mit den Erwachsenen. Wir hatten keine große Wahl. Dinge wie eine Ausbildung zu machen oder zu warten, bis man erwachsen ist, waren damals kaum mehr als Wunschträume. Aber zum Glück war Parker für sein Alter schon groß. Mit nur zehn Jahren war er größer und stärker als seine 15-jährigen Freunde. Er war in der Lage, die körperliche Arbeit zu bewältigen und die Tatsache, dass sie ein zweites Paar Hände zur Verfügung hatten, einen zweiten Ernährer, wirkte Wunder in ihrem Haushalt. Ich erinnere mich noch daran, wie ich meinen allerersten Lohn bekam, sagte er mit einem traurigen Lächeln. Eine kleine Summe. Aber ich war stolz. Mutter wollte, dass ich es für mich selbst ausgebe, um mir etwas Schönes zu kaufen, aber das tat ich nicht. Ich kaufte ihr einen Sack Mehl, um daraus Brot zu backen, und ich benutzte den Stoff, um ein paar neue Shorts zu fertigen. Es tut mir so leid, sagte ich leicht stotternd. Ja, mir auch. Aber die Zeit ging weiter. Parker arbeitete über die Jahre hinweg weiter und lebte einen Tag nach dem anderen. Der Ärger war nie weit weg, aber er stellte sich ihm. Die Erwachsenen versuchten immer wieder, ihm um seine Arbeit zu bringen, und andere Kinder versuchten regelmäßig, ihn um seinen mageren Verdienst zu betrügen. Das erste Mal, als das passierte, kam ich mit einer gebrochenen Nase und einer aufgeplatzten Lippe nach Hause, sagte er bitter. Fünf von ihnen fielen über mich her. Es war damals eine Welt, in der jeder jeden verprügeln konnte. Als er etwa 13 war und seine Mutter einen neuen Mann mit nach Hause brachte, hoffte Parker auf eine Veränderung. Eine Chance für ihn, einen Vater zu haben, ein Vorbild, jemanden, der ihn beibringt, selbst ein Mann zu sein. Er dachte, das Leben würde von nun an einfacher werden. Wie falsch ich doch lag, sagte er mir. Dieser Mann war ein Alkoholiker und tat Parker schreckliche Dinge an. Das mussten Parker und seine Mutter leider früh genug herausfinden. Sie früher als er, aber er erkannte die Zeichen. Obwohl er noch arbeitete und seinen Verdienst nach Hause brachte, war das Essen plötzlich knapp geworden. Seine Mutter hatte immer blaue Flecken, die sie zu verbergen versuchte, und sein Stiefvater war ständig betrunken. Als ich nach Hause kam und wieder von den älteren Kindern verprügelt wurde, war ich ausnahmsweise hoffnungsvoll. Ich dachte, er würde rausgehen und etwas dagegen tun. Und hat er es nicht getan? Fragte ich zögernd. Parker schnaubte nur. Er hat mich auch noch verprügelt, weil ich ein Weichei war, wie er selbst sagte. Das passiert besser nicht noch einmal, hörst du? Er hat das gesagt, wenn ich das nächste Mal mit leeren Händen nach Hause komme, dass er mir dann die Hölle heiß machen wird. Warum bist du nicht weggelaufen? Oder hast damals die Behörden eingeschaltet? Abgehauen? Wohin denn? Parker antwortete. Und die Behörden haben sich einen Dreck darum geschert. Er ertrug diese schrecklichen Dinge weiter, einfach seiner Mutter zuliebe. Er konnte sie nicht allein mit seinem Stiefvater lassen. Aber das Ganze eskalierte allmählich. Schon bald nahm sein Stiefvater Parkers Geld an sich. Und dann tat er seiner Mutter schlimme Dinge an. Es dauerte nicht lange, bis er regelmäßig seine Hand gegen mich erhob, sagte Parker. Aber so war meine Mutter wenigstens in Sicherheit. Also habe ich es ertragen. In den Nächten, in denen ich verprügelt wurde, war sie in Sicherheit. Und diese Nächte wurden im Laufe der Zeit immer häufiger. Zuerst fügte er Parker Schmerzen zu, weil er einsprang und den Platz seiner Mutter einnahm. Dann wurden ihm Schmerzen zugefügt, weil er nicht genug Geld nach Hause gebracht hatte. Und dann irgendwann ohne jeglichen Grund. Irgendwann konnte ich es nicht mehr ertragen. Ich bin ausgerastet, gab Parker zu. Die anderen Kinder haben mir wieder mein Geld gestohlen. Und ich hatte Angst, an diesem Abend nach Hause zu gehen. Ich hatte Angst davor, was er mit mir machen würde. Also bin ich in den Wald gelaufen und habe einen Platz zum Schlafen gesucht. Und stattdessen fand ich diesen alten Brunnen. Alter Brunnen? fragte ich, da ich mir nicht sicher war, was das mit dem bisherigen Verlauf zu tun hatte. Alter Brunnen, bestätigte Parker. Du weißt schon, ein Loch im Boden, aus dem die Leute Trinkwasser holen. Ja, ich. Ich weiß, was ein Brunnen ist. Auf jeden Fall fand er diesen alten Brunnen. Ein baufälliges Ding, das schon lange nicht mehr benutzt wurde und sehr baufällig gewesen ist. Parker fiel fast hinein, als er sich über den Rand beugte, um nach unten zu schauen. Er warf einen Kieselstein hinein, aber er landete nicht. Dann versuchte er hinein zu spucken und schrie in den Schacht hinunter. Es halte lange nach. Viel länger, als es hätte nachhallen sollen. Parker hörte ehrfürchtig zu, wie seine eigene Stimme minutenlang aus dem Brunnen wiederhallte und nicht schwächer wurde. Aber abgesehen von der Ehrfurcht brachte ihn das auf eine Idee. Das hörte sich gar nicht gut an. Ich bin in dieser Nacht nach Hause gekommen, sagte Parker. Ich habe ihn dabei erwischt, wie er meiner Mutter schlimme Dinge antat, weil ich nicht da war. Und er hat mich gejagt, als er mich sah. Parker führte seinen Stiefvater aus der Stadt hinaus in die Wälder, immer weiter weg von der Zivilisation, tiefer und tiefer zwischen die Bäume. Bis er das schwache Echo des Brunnens hörte, der immer noch rief. Ich habe mich in der Nähe versteckt und war leise, sagte er. Ich wartete darauf, dass er den Brunnen fand. Und er fand ihn. Er hörte das Echo meines Schreis und dachte, ich sei beim Versuch, mich zu verstecken, in das verdammte Ding gefallen. Das Arschloch hat darüber gelacht. Sein Stiefvater näherte sich dem Brunnen und lehnte sich über den Rand, immer noch lachend. Hast du deine Lektion gelernt, du verdammtes Kind? Parker armte ihn nach. Er wusste nicht, dass ich sie gelernt habe, aber es war nicht die Lektion, die er mir erteilen wollte. Parker brach aus seinem Versteck hervor, während sein Stiefvater abgelenkt war und rannte auf ihn zu. Es war nur ein einziger Stoß nötig, sagte er grimmig. Ein einziger Stoß und er stürzte über die Kante. Er stürzte mit dem Kopf voran in den Abgrund und schrie den ganzen Weg nach unten. Von diesem Tag an war das Echo seiner Stimme zusammen mit meiner im Brunnen zu hören. Die Behörden taten ein paar Tage lang so, als würden sie nach ihm suchen, aber das interessierte niemanden wirklich. Er war nur ein alkoholkranker Mistkerl, also dachten alle, er hätte seine Strafe bekommen. Dass er irgendwo in einem Graben gestorben oder auf der Suche nach grünen Weiden und anderen Menschen, die er terrorisieren konnte, abgehauen war. Keiner hat uns verdächtig, sagte Parker. Nicht meine Mutter, die zu schwach war, um sich zu wehren, um mich hielten sie nur für ein Kind. In ihren Augen hätte keiner von uns einen erwachsenen Mann wie ihm auch nur irgendetwas antun können. Als er von der Bildfläche verschwunden war, verbesserte sich Parkers Leben etwas. Er verdiente zwar immer noch einen Hungerslohn und die anderen Kinder schikanierten ihn immer noch, aber wenigstens konnte er in seinem eigenen Haus ruhig schlafen. Anfangs ging ich jeden Tag zum Brunnen, dann jeden zweiten Tag und dann höchstens noch einmal in der Woche. Aber die Schreie hörten nie auf, Tag und Nacht. Sie wurden schwächer, kaum noch ein Flüstern im Wind, aber ich konnte sie immer noch hören. Hat dir das keine Angst gemacht? Es hat mir Angst gemacht, gab Parker zu, aber ich habe auch die Möglichkeiten gesehen. Diese Antwort erschreckte mich. Ich überlegte einen Moment lang, ob ich die Nacht beenden, Parkers Geständnis beenden und gehen sollte. Aber ich war auch neugierig auf Gedeih und Verderb. Als nächstes waren die Kinder dran, die mich schikaniert haben, fuhr Parker fort. Ich habe lange gebraucht, um den Mut aufzubringen, es überhaupt in Erwägung zu ziehen. Aber genug ist genug und genug schreckliche Dinge bringen vernünftige Menschen zu unvernünftigen Handlungen. Die Bande war fünf Mitglieder stark. Ihr Anführer 19 Jahre alt und der Jüngste etwa so alt wie Parker. Die anderen lagen alle dazwischen. Parker nannte sie hungernde Straßenkinder, die entweder Waisen waren oder ein ähnliches Schicksal wie er selbst hatten, das sie dazu brachten, wegzulaufen und der Welt zu trotzen. Nur waren sie faul, sagte Parker. Sie haben den einfachen Weg gewählt. Sie haben gestohlen, betrogen und andere Kinder schikaniert. So wie sie es mit mir gemacht haben. Die Gemeinde war nicht glücklich mit ihnen, aber sie hatten es nie auf Erwachsenen abgesehen, also wurden sie irgendwie toleriert. Bis sie Parker zum hundertsten Mal verprügelten und er beschloss, dass er genug hatte. Ich wollte nur ihren Anführer loswerden, sagte er. Ich dachte, ihre kleine Clique würde ohne ihn auseinanderbrechen, aber ich konnte sie nicht trennen. Parker wollte ihn zu einem Zweikampf außerhalb der Stadt herausfordern, aber er kam mit dem Rest seiner Gang und war stinksauer. Man konnte den Blutrausch in seinen Augen aus einer Meile Entfernung sehen. Ich wusste, dass sie mir die Hölle heiß machen würden, wie nie zuvor. Also hatte ich keine Wahl. Sie mussten alle fünf gehen. Parker rannte weg und genau wie sein Stiefvater verfolgten sie ihn in den Wald. Er versteckte sich wieder in der Nähe des Brunnens und als sie näher kamen, um die wiederhallenden Stimmen zu untersuchen, wiederholte Parker seinen früheren Trick. Ich habe den ältesten Jungen zuerst geschubst, sagte er mit eiskalter Stimme. Dann habe ich den zweitältesten ebenfalls geschubst, bevor die anderen etwas merken konnten. Die anderen waren kleiner als ich und ich konnte es mit ihnen aufnehmen. Sie... Sie versuchten zu fliehen. Mit dem Leben, Kleiner. Sie wollten einfach nur davon kommen. Aber ich konnte sie nicht gehen lassen. Parker verfolgte sie und holte den Jüngsten zuerst ein. Er stellte dem Jungen von hinten ein Bein und trat ihm auf das Knie, um es zu brechen. Dann ging er weiter. Den zweiten packte er an den Schultern und schleuderte ihn kopfüber gegen einen Baum, was ihm das Genick brach. Den letzten packte ich und nahm ihn in den Würgegriff. Er strampelte mit den Beinen, krallte sich an meinem Arm fest und versuchte ein paar Mal, mich zu beißen. Als er merkte, dass er sich nicht befreien konnte, fing er an zu flehen, um sein Leben zu betteln. Er sagte mir, dass er kein einziges Wort darüber verlieren würde, was dort passiert ist. So bettelte er den ganzen Weg zum Brunnen, bis seine Beine über dem Rand waren. Der Junge mit dem gebrochenen Genick folgte, und der mit dem gebrochenen Bein schleppte sich noch ein ganzes Stück weiter, als Parker ihn wieder erreichte. Aber er zog es durch, und in dieser Nacht bekam der Brunnen fünf weitere Stimmen. Parker unterbrach seine Erzählung für einen Moment und starrte in die Ferne. Zuerst dachte ich, dass er mir wieder eine Verschnaufpause gönnte, um das Gehör zu verarbeiten, oder dass er nach Worten suchte. Ich schaute ebenfalls nach draußen, und in der Ferne zeichnete sich die Silhouette eines Baumes gegen den sternklaren Nachthimmel ab. Ein nachhallender Schrei folgte. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss mich beeilen, flüsterte Parker. Ich war wie erstarrt an seiner Seite, als er die Geschichte wieder aufnahm. Ich stand unter Schock, hatte Angst und wusste nicht, was mir bevorstand und was ich tun sollte. Ich hatte schon einige Geständnisse miterlebt, aber keines kam auch nur annähernd an das von Parker heran. Er gestand sechs Morde in ebenso vielen Minuten, und ich war sicher, dass er noch ein paar mehrere haben würde, bis er mit mir fertig war. Die Schuld hat mich innerlich aufgefressen, gestand er. Ich ging jeden Tag zum Brunnen und kämpfte gegen den Drang an, selbst hineinzuspringen. Niemand vermisste die Kinder, und niemand in der Gemeinde gab Parker die Schuld. Er war nicht der Einzige, der von ihnen gemobbt wurde, und in gewisser Weise war jeder froh, dass sie endlich weg gewesen sind. Ein Problem weniger in ihrem Leben, und so taten sie gerne so, als ob die fünf irgendwo hinabgehauen wären, um größere Raubüberfälle zu verüben. Ich war deswegen jahrelang deprimiert, aber ich habe mir immer wieder eingeredet, dass ich es tun muss, dass mein Leben jetzt besser sei. Lügen habe ich nur geglaubt, aber sie haben mich am Morgen immer aus dem Bett geholt. Draußen rüttelte ein weiterer Baum näher an uns, aber dieses Mal gab es keinen Schrei. Parker zuckte sichtlich zusammen. Wie auch immer, die Jahre vergingen wie im Flug. Die Leute verließen die Kleinstadt und strümmten auf der Suche nach Arbeit in die großen Städte. Ich war einer von ihnen. Ich fand dieses wunderbare Mädchen und ging mit ihr weg. Sie nahmen auch Parkers Mutter mit, und alle drei fanden Arbeit in der einen oder anderen Fabrik. Und ein paar Jahre lang dachte er, er hätte die Kleinstadt und seine schrecklichen Taten hinter sich gelassen. Bis ich irgendwann anfing, in der Nacht Schreie zu hören. Stimmen, die ich wiedererkannte. Zuerst dachte ich, ich bilde mir das ein. Ich versuchte mir einzureden, dass es nichts weiter ist, als dass ich vor lauter Schuldgefühlen verrückt wurde. Draußen rüttelte sich ein weiterer Baum, gefolgt von einem Heulen. Und lass mich raten, es war alles zu real? Parker nickte mit dem Kopf. Meine Mutter ist eines Abends verschwunden. Und wir haben sie nie gefunden. Die Großstadtpolizei nahm die Sache etwas ernster, aber sie konnte keine Spur finden. Keine Zeugen, keine Verdächtigen. Nichts. Aber Parker wusste genau, wo sie zu finden war. Oder was von ihr übrig war. Nach einer langen Reise zurück in seine Heimatstadt und einer Wanderung durch die Wälder bestätigten sich seine schlimmsten Befürchtungen. Die Stimme seiner Mutter mischte sich in den gequälten Chor des Brunns. Ich, ich brach auf der Stelle zusammen. Ich habe die ganze Nacht allein diesem Wald geweint. Ich hätte, ich hätte es sein sollen. Nicht sie. Er kehrte jedoch nach Hause zurück, wenn auch nur um seiner Freundin und baldigen Ehefrau's Willen. Sie war schwanger und sie würden bald ihr erstes Kind bekommen. Und Parker wollte ein besseres Leben für sie, als er in seiner Kindheit gehabt hatte. Er wollte für seine Kinder da sein, für seine Frau da sein, dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Sie heirateten ohne großes Tamtam, mit wenigen Freunden und noch weniger Familienmitgliedern. Und ein paar Monate später wurde ihr Kind geboren. Sie war das schönste kleine Mädchen der Welt, erklärte Parker mit einem glitzern den Augen. Sie zu halten. Sie weinen zu hören. Das war alles, was ich je wollte. Genug, um alles, was ich getan und durchgemacht hatte, sofort zu rechtfertigen. Draußen wackelte ein weiterer Baum und etwas nahm im Unterholz am Rande des Grundstücks Konturen an. Ich stieß einen Schrei aus und Parker griff nach mir. Er packte meinen Unterarm und hielt mich fest, als ich versuchte, vor ihm zurückzuweichen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, sagte er ruhig. Und keine Sorge, es ist nicht wegen dir hier. Du bist in Sicherheit. Er fuhr mit dem Rest seiner Geschichte fort und ich musste mich verdammt anstrengen, meine Aufmerksamkeit zwischen ihm und was auch immer da draußen war aufzuteilen. Ich habe jeden Moment mit meiner Frau und meiner Tochter genossen. Aber du weißt ja, wie so etwas läuft. Sie wurden innerhalb eines Herzschlags erwachsen. Bevor ich es merkte, sprach sie ihre ersten Worte, machte ihre ersten Schritte. Momente, auf die ich als Vater nicht stolzer sein konnte. Das Ding draußen brüllte, ein gutturales Geräusch, das mir die Knochen zerriss. Ein sterbendes Tier war mein erster Gedanke. Ein Koyote, der ermordet wird, oder ein Fuchs, der läufig wird. Es machte einen Schritt nach vorne, in den schwachen Lichtkreis um das Pflegeheim, und ich sah ein menschliches Gesicht. Dann noch eines und noch eines, qualvoll verrenkt und zu einem riesigen Kopf zusammengefügt. Dann kehrte das Ding noch einmal zurück, sagte Parker und deutete mit der Hand auf die sich nähernde Bestie. Mehr Schreien der Nacht, mehr Kreischen und Heulen. Ich wusste, was es wollte, aber... Aber ich konnte ihm weder mich noch meine Familie überlassen. Ein weiterer Schritt brachte seinen Hals und Oberkörper zum Vorschein. Pulsierende Muskeln, die sich wahllos kreuzten. Haut, die sich straff zog. Dutzende von menschlichen Armen, die an beliebigen Stellen aus ihm herausragten. Seine unzähligen Augen bewegten sich in alle Richtungen. Sie scannten und suchten die Gegend ab. Ich wusste, dass ich etwas tun musste, bevor es zu spät war. Um es entweder loszuwerden oder es zu besänftigen. Und ich... Ich wusste, was es wollte. Und was wollte es? Fragte ich, zitternd vor Angst. Menschen. Körper. Opfer. Antwortete Parker. Mehr von ihnen. Ich habe seinen Appetit geweckt und jetzt war es hungrig. Wenn ich ihm nicht geben würde, was es wollte, würde es sich es selbst holen. Mir meine Welt wegnehmen. Ich wollte es nicht tun. Ich habe bis zum letzten Moment versucht, es mir auszureden. Aber ich stand unter Zeitdruck und machte mir großen Sorgen um meine Familie. Also ging ich zurück in die Stadt. Einen Moment lang wünschte ich mir, meine Augen könnten dasselbe tun wie die der Kreatur. Ich wollte mich umdrehen und Parker ansehen, um sein Gesicht zu sehen, aber ich wagte es nicht, meinen Blick abzuwenden. Jeder einzelne Muskel in meinem Körper war verkrampft und hielt mich an Ort und Stelle fest. Ich war kaum in der Lage zu atmen. Es machte einen weiteren Schritt nach vorne und all diese toten, glänzenden Augen konzentrierten sich. Jeder einzelne von ihnen war auf das Fenster, auf den Raum, auf mich und Parker gerichtet. Ich. Ich habe gerade jemanden entführt, sagte Parker und seine Stimme franzte an den Rändern zu einem Schrei aus. Ein älterer Mann, der ganz alleine lebt. Ich kannte ihn, wusste, dass er seit Jahrzehnten Witwer war und er kannte mich. Er hat sich kaum gewehrt, als ich ihn gefesselt und geknebelt habe. Ich erwartete, dass er auch flehen würde, so wie die Kinder es taten. Ich erwartete, dass er sich wehren würde. Aber das Schweigen von ihm, das war irgendwie schlimmer. Wusste er von dieser Sache? Ich schaffte es, eine Frage herauszupressen. Was? Nein, natürlich nicht, antwortete Parker. Er war einfach alt und gebrechlich und er wusste, dass er nichts tun konnte, um mich aufzuhalten. Vielleicht hat er auch das Leben schon längst aufgegeben. So wie ich es schließlich auch tat. Ich weiß es nicht. Der Rest des Monsters wurde sichtbar, als es sich auf das offene Fenster zubewegte. Und es war so viel mehr, als ich erwartet hatte. So viele Beine, die sich wahllos bewegten und in ungünstigen Winkeln auf den Rasen schlugen, um den Körper mit sich zu ziehen. Es fühlte sich surreal an, als wäre das Fenster eine Leinwand und ich würde nur irgendeinen billigen Horrorfilm mit noch billigeren Spezialeffekten sehen. Nachts schleppte ich den alten Mann aus der Stadt und durch den Wald. Ich brachte ihn zum Brunnen, sprach ein kurzes Gebet für seine Seele und kippte ihn über den Rand. Er ging ohne einen laut zu Boden. Das Monster blieb ein paar Meter vom Fenster entfernt stehen und reckte den Kopf nach vorne. Zu diesem Zeitpunkt war ich so gut wie nutzlos, mehr erzierte als eine aktive Teilnehmerin. Parker ließ mich los und versuchte aufzustehen, was ihm zweimal misslang. Seine alten Knochen waren am Ende ihrer Kräfte, aber er war immer noch entschlossen. Der dritte Versuch brachte ihn auf die Beine, wenn auch etwas wackelig. Danach kehrte ich zu meiner Frau und meiner Tochter zurück. Sagte er und machte einen Schritt zum Fenster. Und für eine Weile war alles in Ordnung. Zu sehen, wie sie lächelte, wie sie heranwuchs, sie an meiner Seite zu haben, das hielt die Schuldgefühle in Schach. Sie war meine Welt und ich war bereit, alles zu tun, damit meine Welt nicht zusammenbrach. Das Ungeheuer gurte. Eines seiner vielen Gesichter bewegte sich über seine Haut und drückte sich gegen die anderen, bis es ganz vorne ankam. Ein breites Lächeln umspielte seine Lippen und ersetzte den gequälten Ausdruck. Als die Schreie das nächste Mal wiederkam, wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich wusste, wie der Rest meines Lebens aussehen würde, welche Sünden ich zu begehen hatte. Alle paar Jahre kehrte ich in diese verfluchte Stadt zurück, entführte mitten in der Nacht jemanden und warf ihn in den Brunnen. Das Lächeln auf dem vordersten Gesicht wurde nur noch breiter, aber der Rest passte nicht dazu. Die anderen Gesichter begannen aggressiv zu flüstern, ihre Stimmen verschmolzen, als sie lauter wurden. Ich habe so lange weitergemacht, bis meine Tochter erwachsen war, bis sie einen Jungen fand, den sie heiraten wollte und wegzog, bis alle diese Stadt hinter sich ließen, um eine leere Hülle zu sein, die der Wald zurückerobern konnte. Ich dachte, meine Tochter sei in Sicherheit und ich könnte mich endlich dem Monster hingeben, dass ich endlich für alle meine Sünden büßen würde. Parker schloss den Spalt zum Fenster und das Monster tat es auch. Er stieß seine vielen Arme in den Raum. Große und kleine Hände griffen nach der Luft, als sie versuchten, um ihn zu reichen. Und was ist mit ihr passiert? fragte ich. Die Frage fühlte sich seltsam an, als sie in meine Kehle hinaufkam und meinen Mund verließ, als ob sie von jemandem geäußert wurde, der eine Million Meilen weit entfernt war, völlig losgelöst von der Situation. Parker streckte einen seiner Arme aus, hielt dann aber inne und drehte sich zu mir um. Was glaubst du, was passiert ist, Jessica? fragte er mit düsterer Stimme. Was glaubst du, was mich für den Rest meines Lebens auf die Flucht getrieben hat? Dass ich es leid war, auf Menschen zuzugehen und Freundschaften zu schließen? Ich hielt die Antwort zurück und sei es nur, weil ich noch eine Frage hatte. Warum erzählst du mir das alles? Parker grinste, dasselbe schelmische, scheißfressende Gesicht, das ich von ihm so gewohnt gewesen bin. Weil ich ein egoistischer alter Bastard bin, sagte er sachlich. Ich wollte, dass wenigstens eine Person davon erfährt und mich vielleicht vermisst. Und das tust du jetzt. Er machte den letzten Schritt, der ihn in die Reichweite des Monsters brachte, und es umklammerte seinen Arm mit hundert Fingern. Die vielen Augen blickten an Parker vorbei, direkt auf mich. Danke, Jessica, sagte Parker mit dem Rücken zu mir. Du kannst jetzt gehen, das wäre das Beste. Ich widersprach ihm nicht, sondern ging langsam zurück, rückwärts zur Tür. Mein Kopf war schwer, der Verstand drehte sich, und meine Beine fühlten sich an wie wackelige Stelzen auf hundert Fuß Länge. Aber ich schaffte es. Ich erreichte die Tür, ging rückwärts auf den Korridor hinaus und schloss sie vorsichtig. Parker beobachtete mich die ganze Zeit. Ein friedliches Lächeln auf den Lippen, bis der Riegel einrastete. Der Rest der Nacht verging wie im Flug. Ich wanderte mit Tränen im Gesicht zum Pausenraum, merkte aber erst, dass ich weinte, als ich mir eine Zigarette anzünden wollte, und eine Träne auf sie fiel. Meine Hände zitterten wie ein Erdbeben und der Rest von mir auch. Ich rauchte etwa die Hälfte der Packung und wartete und betete, dass das Ding wegging, damit ich es auch tun konnte. Ein paar Stunden später fasste ich endlich den Mut, mich aus dem Pflegeheim und zu meinem Auto zu schleichen. Ich fuhr wie benebelt nach Hause, wobei meine Augen bei jeder kleinen Bewegung zuckten, und ich konnte bis zum Morgengrauen kein einziges Auge zutun. Doch als ich zu meiner nächsten Schicht ins Heim zurückkehrte, sah ich aus wie ein Gespenst. Die Polizei war da und verhörte alle über Parkers Verschwinden, und ich log sie an. Ich konnte ihnen unmöglich die Wahrheit sagen, nicht, wenn ich nicht einmal weiß, wo dieser verdammte Brunnen ist. Also ja, ich habe gelogen, so lange, bis sie mich in Ruhe ließen. Ich habe gelogen, bis sie in ihr Auto gegangen sind und wegfuhren. Alle anderen sind furchtbar froh, dass Parker endlich weg ist. Und ich falle unter ihnen auf wie ein Wunderdaum. Während ich in seinem Sessel sitze und dies schreibe, während die Sonne untergeht, wird mir klar, dass er in beiden Fällen recht hatte. Er war ein egoistischer alter Bastard. Und er hat jemanden hinterlassen, der ihn vermisst. Die Schlafenzeit sollte für ein müdes Kind eigentlich ein freudiges Ereignis sein. Für mich aber war sie furchtbar. Während sich manche Kinder darüber beschweren, dass sie ins Bett gebracht werden, bevor sie einen Film gesehen oder ihr Lieblingsvideospiel gespielt haben, war die Nacht für mich als Kind etwas, das ich wirklich fürchtete. Und ich glaube, irgendwo in meinem Hinterkopf tue ich das bis heute noch. Als Naturwissenschaftler kann ich nicht beweisen, dass das, was mir widerfahren ist, objektiv real war. Aber ich kann schwören, dass das, was ich erlebt habe, echter Horror gewesen ist. Eine Angst, die in meinem Leben zum Glück noch nie zuvor da war. Ich werde jetzt, so gut ich es kann, dir erzählen. Mach dann daraus, was du willst. Aber ich bin einfach froh, es mal loszuwerden. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wann es anfing. Aber meine Angst vor dem Einschlafen schien damit zusammenzuhängen, dass ich in ein eigenes Zimmer gezogen bin. Ich war damals acht Jahre alt und hatte bis dahin mit meinem älteren Bruder mir ein Zimmer geteilt. Und das Ganze gefiel mir auch ziemlich gut. Aber wie es sich für einen fünf Jahre älteren Jungen gehört, wünschte sich mein Bruder irgendwann ein eigenes Zimmer. Und so bekam ich das Zimmer im hinteren Teil des Hauses. Es war ein kleines, schmales, aber seltsam längliches Zimmer. Groß genug für ein Bett und ein paar Kommoden, aber nicht sonderlich viel mehr. Ich konnte mich nicht wirklich beschweren, denn selbst in diesem Alter verstand ich, dass wir kein großes Haus hatten und ich hatte keinen wirklichen Grund, enttäuscht zu sein, da meine Familie sowohl liebevoll als auch fürsorglich war. Es war alles eine glückliche Kindheit. Zumindest tagsüber. Ein einsames Fenster gab den Blick auf unseren Garten frei. Das Ganze war nicht außergewöhnlich, aber selbst tagsüber schien das Licht, das in diesen Raum fiel, beinahe zögerlich zu sein. Als mein Bruder dann irgendwann ein neues Bett bekam, bekam ich das Stockbett, das wir uns vorher immer geteilt hatten. Das Stockbett, wo ich immer unten lag und er dann oben drauf. Während ich mich darüber aufregte, allein zu schlafen, freute ich mich natürlich trotzdem auf den Gedanken, in der oberen Koje des Bettes mal schlafen zu können, weil mir das Ganze viel abenteuerlicher vorkam. Ich erinnere mich, dass mich von der ersten Nacht an ein merkwürdiges Gefühl des Unbehagens beschlich. Ein Gefühl, das sich langsam in meinem Hinterkopf festsetzte. Ich lag im oberen Bett und starrte auf meine Actionfiguren und Autos, die auf dem grün-blauen Teppich verstreut lagen. Während sich zwischen den Spielzeugen auf dem Boden imaginäre Kämpfe und Abenteuer abspielten, hatte ich das Gefühl, dass meine Augen langsam in Richtung des unteren Bettes gezogen wurden, als ob sich etwas in meinem Augenwinkel bewegte. Als wäre da etwas gewesen, das nicht gesehen werden wollte. Das Bett unter mir war leer gewesen, tadellos hergerichtet und mit einer dunkelblauen Decke ausgelegt, die zwei eher unscheinbare weiße Kisten teilweise bedeckte. Damals dachte ich mir nichts dabei. Ich war ein Kind und das Geräusch, das vom Fernseher meiner Eltern unter meiner Tür hindurch schlich, gab mir ein warmes Gefühl von Sicherheit und Wohlbefinden. Irgendwann schlief ich dann ein. Wenn man aus dem Tiefschlaf erwacht, weil sich etwas bewegt oder rührt, kann es einige Augenblicke dauern, bis man wirklich begreift, was passiert ist. Der Nebel des Schlafs hängt über den Augen und Ohren, selbst wenn man bei klarem Verstand ist. Irgendetwas bewegte sich. Daran gab es keinen Zweifel. Zuerst war ich mir nicht sicher, was alles war. Alles war dunkel, fast pechschwarz, aber es gab genug Licht, das von draußen hereinkam, um den eng erstickenden Raum zu erahnen, in dem ich mich befand. Zwei Gedanken tauchten fast gleichzeitig in meinem Kopf auf. Der erste war, dass meine Eltern im Bett waren, denn der Rest des Hauses lag sowohl in Dunkelheit als auch in Stille. Der zweite Gedanke bezog sich auf das Geräusch, das ich gehört hatte. Ein Geräusch, das mich offensichtlich weckte. Als die letzten Spinnenleben des Schlafes aus meinem Kopf wichen, nahm das Geräusch eine vertraute Form an. Manchmal können die einfachsten Geräusche die Nerven aufreibendsten sein. Ein kalter Wind, der draußen durch einen Baum pfeift, die Schritte eines Nachbarn, die unangenehm nah sind, oder in diesem Fall das einfache Rascheln vom Bettlaken in der Dunkelheit. Das war es. Bettlaken rascheln im Dunkeln, als ob es sich ein unruhiger Schläfer in der unteren Kurje allzu bequem machen wollte. Ich lag ungläubig da und dachte, dass ich mir das Geräusch vielleicht nur einbilder oder dass vielleicht nur eine Hauskatze einen bequemeren Platz für die Nacht gefunden hat. In diesem Moment bemerkte ich meine Tür, die geschlossen war, als ich eingeschlafen bin. Vielleicht hatte meine Mutter nach mir gesehen und die Katze hatte sich mein Zimmer geschlichen. Ja, das, das muss es gewesen sein. Ich drehte mich mit dem Gesicht zur Wand und schloss die Augen, in der vergeblichen Hoffnung, wieder einschlafen zu können. Als ich mich bewegte, hörte das Rascheln unter mir auf. Ich dachte, ich hätte meine Katze gestört, aber schnell wurde mir klar, dass der Besucher in der unteren Kurje viel weniger banal war, als mein Haustier, das zu schlafen versuchte. Das, was unter mir lag, war viel, viel unheimlicher. Als ob der gestörte Schläfer meine Anwesenheit bemerkt hätte und darüber verärgert wäre, begann er sich heftig zu wälzen und zu drehen, wie ein Kind, das einen Wutanfall in seinem Bett hat. Ich konnte hören, wie sich die Laken mit zunehmender Heftigkeit drehten und wandten. Dann packte mich die Angst, nicht wie das subtile Gefühl des Unbehagens, das ich zuvor erlebt hatte, sondern jetzt stark und erschreckend. Mein Herz raste, während meine Augen in Panik die fast undurchdringliche Dunkelheit absuchten. Ich stieß einen lauten Schrei aus. Wie die meisten kleinen Jungen rief ich instinktiv nach meiner Mutter. Ich hörte, wie sich auf der anderen Seite des Hauses etwas regte, aber als ich gerade aufatmen wollte, weil meine Eltern kamen, um mich zu retten, begannen die Etagenbetten plötzlich heftig zu wackeln, als ob sie von einem Erdbeben erfasst worden wären und schlugen gegen die Wand. Ich hörte, wie das Laken unter mir, wie von Boshaftigkeit gepeinigt hin und her schlugen. Ich wollte nicht in Sicherheit springen, da ich befürchtete, dass das Ding im unteren Bett nach mir greifen oder mich in die Dunkelheit ziehen würde. Also blieb ich dort und umklammerte mit weißen Knöcheln und Fingern meine eigene Decke wie ein schützendes Leichentuch. Das Warten kam mir wie eine Ewigkeit vor. Endlich öffnete sich die Tür und ich lag im Licht, während die untere Koje, in der mein ungebetener Besucher lag, leer und friedlich war. Ich weinte und meine Mutter tröstete mich. Tränen der Angst, gefolgt von Erleichterungen, liefen über mein Gesicht. Doch in all dem Schrecken und der Erleichterung sagte ich ihr nicht, warum ich so aufgeregt war. Ich kann es nicht erklären, aber es war, als würde das, was in der unteren Koje gewesen war, zurückkehren, wenn ich auch nur davon sprach oder eine einzelne Silbe über seine Existenz sagte. Ob das die Wahrheit war, weiß ich nicht, aber als Kind hatte ich das Gefühl, dass diese unsichtbare Bedrohung in der Nähe blieb und mir zuhörte. Meine Mutter legte sich in die leere Koje und versprach, dort bis zum Morgen zu bleiben. Schließlich ließ meine Angst nach, die Müdigkeit trieb mich in den Schlaf, aber ich blieb unruhig und wachte mehrmals kurz auf, weil das Bettlaken unter mir wieder raschelte. Ich erinnere mich, dass ich am nächsten Tag überall hingehen wollte, überall sein wollte, nur nicht in diesem engen, erstickenden Zimmer. Es war ein Samstag und ich spielte draußen ganz glücklich mit meinen Freunden. Obwohl unser Haus nicht groß war, hatten wir das Glück, einen langen, abfallenden Garten hinter dem Haus zu haben. Dort spielten wir oft, denn ein großer Teil des Gartens war überwuchert und wir konnten uns im Gebüsch verstecken, auf die riesige Plantage rennen, die alles überragte und uns leicht in ein großes Abenteuer in einem ungezähmten, exotischen Land hineinversetzen. So lustig das alles auch war, gelegentlich fiel mein Blick auf das kleine Fenster, gewöhnlich, unscheinbar und harmlos. Aber für mich war diese dünne Grenze ein Blick in eine seltsame, kalte Tasche des Schreckens, die üppige, grüne Umgebung unseres Gartens mit den lächelnden Gesichtern meiner Freunde konnte das schleichende Gefühl nicht auslöschen, das mir den Rücken hinaufkroch und mir jedes Haar zu Berge stehen ließ. Das Gefühl, dass etwas in diesem Zimmer war, das mich beim Spielen beobachtete oder auf die Nacht wartete, in der ich wieder allein sein würde. Das Ganze erfüllte mich so sehr mit Hass. Es mag für dich jetzt seltsam klingen, aber als meine Eltern mich für die Nacht zurück in mein Zimmer brachten, sagte ich nichts. Ich habe nicht protestiert, ich habe nicht an meine Entschuldigung vorgebracht, warum ich nicht dort schlafen konnte. Ich ging einfach mürrisch in das Zimmer, kletterte die paar Stufen in die obere Koje und wartete nur. Als Erwachsener würde ich jedem von meinem Erlebnis erzählen, aber selbst in diesem Alter kam ich mir fast albern vor, über etwas zu sprechen, für das ich wirklich keinerlei Beweise hatte. Ich würde jedoch lügen, wenn ich behaupten würde, dass dies mein Hauptgrund war. Ich hatte immer noch das Gefühl, dass dieses Ding wütend werden würde, wenn ich auch nur einmal davon sprechen würde. Es ist schon komisch, wie bestimmte Worte aus dem Gedächtnis verborgen bleiben können, egal wie krass oder offensichtlich sie sind. Ein Wort fiel mir in jener zweiten Nacht ein, als ich allein in der Dunkelheit lag, verängstigt war und eine unangenehme Veränderung in der Atmosphäre wahrnahm. Eine Verdickung der Luft, als ob sie etwas verdrängt hätte. Als ich die ersten beiläufigen Bewegungen des Bettlakens unter mir hörte, das erste ängstliche Ansteigen meines Herzschlags bei der Erkenntnis, dass ich wieder etwas in der unteren Koje befand, drang dieses Wort, ein Wort, das ins Exil geschickt worden war, durch mein Bewusstsein, brach sich von aller Verdrängung los, schnappte nach Luft, schrie, ätzte und ritzte sich in mein Geist. Das Wort, das ich sagte oder dachte, war Geist gewesen. Als mir dieser Gedanke kam, bemerkte ich, dass mein unwillkommener Besucher aufgehört hatte, sich zu bewegen. Die Bettlaken lagen ruhig und schlafend da, aber sie waren durch etwas viel Abscheulicheres ersetzt worden. Ein langsamer, rhythmischer, röchelnder Atem entrang sich dem Ding unter mir. Ich konnte mir vorstellen, wie sich sein Brustkorb mit jedem schmutzigen, keuchenden und verstümmelten Atemzug hob und senkte. Ich erschauderte und hoffte inständig, dass es ohne Vorkommnisse einfach wieder verschwinden würde. Das Haus lag, wie schon in der Nacht zuvor, in einer dicken Decke aus Dunkelheit. Es herrschte Stille, bis auf den perversen Atem meines noch unsichtbaren Schlafkameradens. Ich lag verängstigt da, ich wollte nur, dass dieses Ding, dass es mich einfach in Ruhe ließ. Ich fragte mich, was es von mir wollte. Dann geschah etwas unverkennbar Beängstigendes. Das Ding unter mir fing an sich zu bewegen. Es bewegte sich auf eine andere Weise als zuvor. Als es sich in der unteren Koje herumwarf, wirkte es hemmungslos, ohne Ziel, fast animalisch. Doch diese Bewegungen jetzt waren bewusst, zielgerichtet, mit einem klaren Ziel vor Augen. Denn das Ding, das da in der Dunkelheit lag, das Ding, das scheinbar einen kleinen Jungen terrorisieren wollte, setzte sich ruhig und gelassen auf. Sein schweres Atmen war lauter geworden, denn jetzt trennten nur noch eine Matratze und ein paar fadenscheinige Holzlatten meinen Körper von dem unheimlichen Atem unter mir. Ich lag da und meine Augen füllten sich mit Tränen. Eine Angst, die man mit Worten nicht beschreiben kann, floss durch meine Adern. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich diese Angst noch verstärken könnte, aber ich lag so falsch. Ich stellte mir vor, wie dieses Ding aussehen würde, dass da unten meiner Matratze drauf saß und darauf hoffte, den kleinsten Hinweis darauf zu erhaschen, dass ich wach war. Aus der Vorstellung wurde dann eine beunruhigende Realität. Es begannen die Holzlatten, auf denen meine Matratze lag, zu berühren. Es schien sie vorsichtig zu streicheln, in dem, was auch immer dort war, wie ich es mir vorstellte, mit Fingern und Händen über die Oberfläche des Holzes fuhr. Dann stieß es mit großer Kraft wütend zwischen zwei Latten hindurch in die Matratze hinein. Selbst durch die Polsterung hindurch fühlte ich es und es fühlte sich an, als hätte jemand seine Finger bösartig in meine Seite gesteckt. Ich stieß einen gellenden Schrei aus und das keuchende, zitternde und sich bewegende Ding in der Koje unter mir erwiderte ihn, indem es in die Koje wie in der Nacht zuvor heftig vibrierte. Kleine Farbsplitter puderten von der Wand auf meine Decke, während der Rahmen des Bettes an ihr entlang schrammte hin und her. Wieder wurde ich in Licht getauscht und da stand meine Mutter, liebevoll und fürsorglich wie immer, mit einer tröstenden Umarmung und beruhigenden Worten, die meine Hysterie schließlich besänftigten. Natürlich fragte sie, was los sei, aber ich konnte es ihr nicht sagen. Ich wagte es nicht, ich sagte einfach nur ein einziges Wort immer und immer und immer wieder. Albtraum. Dieses Muster setzte sich über Wochen, wenn nicht sogar Monate fort. Nacht für Nacht wachte ich durch das Rascheln von Laken auf. Jedes Mal schrie ich, um dieser Abscheulichkeit keine Zeit zu geben, an mir herumzustochern oder mich zu ertasten. Bei jedem Schrei bebte das Bett heftig, bis meine Mutter kam, die den Rest der Nacht im unteren Bett verbrachte und scheinbar nichts von der unheimlichen Kraft mitbekam, die ihren Sohn jede Nacht quälte. Im Laufe der Zeit gelang es mir ein paar Mal, eine Krankheit vorzutäuschen und mir andere, weniger wahrheitsgemäße Gründe auszudenken, um im Bett meiner Eltern zu schlafen. Aber meistens war ich in den ersten Stunden jeder Nacht alleine an diesem Ort. Das Zimmer, in dem das Licht von draußen nicht richtig passte. Alleine mit diesem Ding, das unter mir lag. Mit der Zeit kann man sich gegenüber fast allem desensibilisieren. Egal wie schrecklich es ist. Mir war klar geworden, dass dieses Ding mir aus irgendwelchen Gründen auch immer nichts anhaben konnte, wenn meine Mutter dabei war. Ich bin sicher, dass dies auch für meinen Vater gegolten hätte, aber so liebevoll er auch war, es war fast unmöglich, ihn aus dem Schlaf zu wecken. Nach ein paar Monaten hatte ich mich an meinen nächtlichen Besucher gewöhnt. Verwechsel bitte nicht das mit einer unheimlichen Freundschaft. Ich verabscheute, was auch immer dort unter mir lag. Ich fürchtete es immer noch so sehr, da ich seine Begierden und seine Persönlichkeit, wenn man es so nennen konnte, fast spürte, immer wenn es da war. Es war ein Wesen, das von einem perversen und verdrehten Hass erfüllt war und sich dennoch nach mir sehnte. Und ich weiß nicht, warum genau nach mir. Meine größten Ängste wurden im Winter wahr. Die Tage wurden kürzer und die längeren Nächte boten diesem Ungeheuer nur noch mehr Möglichkeiten. Es war eine schwierige Zeit für meine Familie. Meine Großmutter, eine wunderbar freundliche und sanfte Frau, hatte sich seit dem Tod meines Großvaters sehr verschlechtert. Meine Mutter tat ihr Bestes, um sie so lange wie möglich in der Gemeinschaft zu halten. Aber Demenz ist eine grausame und degenerative Krankheit, die einen Menschen Tag für Tag seiner Erinnerung beraubt. Bald erkannte sie keinen von uns mehr und es wurde klar, dass sie von ihrem Haus in ein Pflegeheim verlegt werden musste. Bevor sie verlegt werden konnte, hatte meine Großmutter ein paar besonders schwierige Nächte und meine Mutter beschloss, bei ihr zu bleiben. So sehr ich meine Großmutter auch liebte und nichts als Schmerz über ihre Krankheit empfand, fühle ich mich bis heute immer noch schuldig, dass meine ersten Gedanken nicht ihr galten, sondern dem, was mein nächtlicher Besucher tun könnte, wenn er die Abwesenheit meiner Mutter bemerken würde. Ihre Anwesenheit war das Einzige, von dem ich sicher war, dass es mich vor dem ganzen Schrecken dieses Dings beschützen würde. Ich eilte an diesem Tag von der Schule nach Hause und riss sofort die Bettlaken und die Matratze aus dem unteren Bett, entfernte alle Latten und stellte einen alten Schreibtisch, eine Kommode und einige Stühle, die wir in einem Schrank aufbewahrt hatten, dorthin, wo sich das untere Bett befunden hatte. Ich erzählte meinem Vater, dass ich mir ein Büro einrichten würde, was er bewundernswert fand, aber ich würde verdammt sein, wenn ich diesem Ding auch nur eine weitere Nacht einen Platz zum Schlafen geben würde. Als die Dunkelheit hereinbrach, lag ich da und wusste, dass meine Mutter nicht im Haus war. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Mein einziger Impuls war, in ihr Schmuckkästchen zu schleichen und ein kleines Familienkruzifix zu nehmen, das ich dort schon einmal gesehen hatte. Obwohl meine Familie nicht sehr religiös war, glaubte ich in diesem Alter noch an Gott und hoffte, dass mich dies irgendwie beschützen würde. Obwohl ich ängstlich und besorgt war und das Kruzifix unter meinem Kopfkissen in meiner Hand fest umklammert hielt, schlief ich schließlich ein und hoffte, dass ich am nächsten Morgen ohne Zwischenfälle aufwachen würde. Während ich in meine Träume abdriftete, hatte ich immer noch unfassbare Angst. Leider war diese Nacht die schrecklichste von allen. Ich wachte langsam auf. Das Zimmer war wieder einmal dunkel, als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnten, konnte ich allmählich das Fenster und die Tür erkennen und die Wände, einige Spielsachen auf einem Regal und... Noch heute schaudert es mich, wenn ich daran denke, denn es gab kein Geräusch, kein Rascheln der Laken, überhaupt keine Bewegung. Der Raum fühlte sich leblos an. Leblos, aber nicht leer. Der nächtliche Besucher, dieses unwillkommene, keuchende, hasserfüllte Ding, das mich Nacht für Nacht in Angst und Schrecken versetzt hatte, lag nicht in der unteren Koje, sondern in meinem Bett. Ich öffnete meinen Mund, um zu schreien, aber es kam nichts heraus. Völliger Schrecken hatte meiner Stimme den Ton verschlagen. Ich lag regungslos da. Wenn ich schon nicht schreien konnte, so wollte ich es doch nicht wissen lassen, dass ich wach war. Ich hatte es noch nicht gesehen. Ich konnte es nur fühlen. Es war unter meiner Decke verborgen. Ich konnte seine Umrisse sehen und seine Anwesenheit spüren, aber ich wagte nicht hinzusehen. Sein Gewicht drückte auf mich. Ein Gefühl, das ich nie vergessen werde. Wenn ich sage, dass Stunden vergingen, dann übertreibe ich nicht. Ich lag regungslos in der Dunkelheit und war wie ein verängstigter kleiner Junge. Wäre es in den Sommermonaten gewesen, wäre es schon hell, aber der Winter ist lang und unerbitterlich und ich wusste, dass es noch Stunden bis zum Sonnenaufgang dauern würde. Ein Sonnenaufgang, nachdem ich mich so sehr sehnte. Ich war von Natur aus ein ängstliches Kind, aber ich erreichte einen Punkt, an dem ich nicht mehr warten konnte, an dem ich unter dieser abartigen Abscheulichkeit nicht länger überleben konnte. Die Angst kann einen manchmal zermürben, fadenscheinig werden lassen, eine Hülle aus Nerven, die nur noch die geringste Spur von einem selbst übrig lässt. Ich musste raus aus diesem Bett. Dann erinnerte ich mich, das Kruzifix. Meine Hand lag noch immer unter meinem Kopfkissen, aber sie war leer. Langsam bewegte ich mein Handgelenk, um es zu finden, so gut es ging, um das Geräusch und die Vibration zu minimieren, aber es war einfach nicht dort gewesen. Entweder hatte ich es von der obersten Pritsche gestoßen oder es war aus meiner Hand genommen worden. Ohne das Kruzifix hatte ich jede Hoffnung verloren. Selbst in einem so jungen Alter kann man sich des Todes sehr bewusst sein und große Angst davor verspüren. Ich wusste, dass ich in diesem Bett sterben würde, wenn ich dort liegen bleibe, schlafend, passiv und nichtstuend. Ich musste dieses Zimmer verlassen. Aber wie? Sollte ich aus dem Bett springen und hoffen, dass ich es bis zur Tür schaffe? Was, wenn dieses Ding schneller war als ich? Oder sollte ich mich langsam aus dem oberen Bett schleichen, in der Hoffnung, meinen unheimlichen Bettgenossen nicht zu stören? Als ich feststellte, dass es sich nicht rührte, als ich mich auf der Suche nach meinem Kruzifix bewegte, kamen mir die seltsamsten Gedanken in den Sinn. Es könnte doch sein, wenn dieses Ding, was auch immer es ist, gerade schlafen würde. Seit ich aufgewacht war, hatte es nicht einmal mehr geatmet. Vielleicht ruhte es sich aus und glaubte, dass es mich endlich erwischt hatte, dass ich mich endlich in seiner Gewalt befand, oder vielleicht spielte es auch einfach nur mit mir. Schließlich hatte es genau das unzählige Nächte lang schon zuvor getan, und jetzt, wo ich unter ihm lag, an meiner Matratze gepresst und ohne Mutter, die mich beschützen konnte, hielt es sich vielleicht zurück und genoss seinen Sieg bis zum letzten Moment, wie ein wildes Tier, das seine Beute auskostet. Ich versuchte, so flach wie möglich zu atmen und nahm all meinen Mut zusammen, griff mit meiner rechten Hand langsam nach vorne und begann, die Decke von mir zu schälen. Was ich unter der Decke fand, ließ mir fast das Herz stehen. Ich konnte es nicht sehen, aber als meine Hand die Decke bewegte, stieß sie an etwas. Etwas Glattes und Kaltes. Etwas, das sich unverkennbar wie eine hagere Hand anfühlte. Ich hielt erschrocken den Atem an, denn ich war mir sicher, dass es jetzt wissen musste, dass ich wach war. Aber nichts, es rührte sich nicht, es fühlte sich fast tot an. Nach einigen Augenblicken legte ich meine Hand vorsichtig weiter unten auf die Decke und ertastete einen dünnen, schlecht geformten Unterarm. Mein Vertrauen und meine fast schon verdrehte Neugierde wuchsen, als ich weiter nach unten zu einem unverhältnismäßig großen Bizepsmuskel ging. Der Arm lag ausgestreckt auf meiner Brust und die Hand ruhte auf meiner linken Schulter, als hätte sie mich im Schlaf gepackt. Mir wurde klar, dass ich dieses leichenhafte Anhängsel bewegen musste, wenn ich auch nur hoffte, seinem Griff zu entkommen. Aus irgendeinem Grund ließ mich das Gefühl von zerrissener, zerfetzter Kleidung an der Schulter dieses nächtlichen Eindringlings innehalten. Erneut schwollt die Angst in meinem Magen und in meiner Brust an, als ich meine Hand angewidert von der Berührung des zerzausten, öligen Haars zurückzog. Ich konnte mich nicht dazu durchdringen, sein Gesicht zu berühren, obwohl ich mich bis heute frage, wie es sich wohl angefühlt hätte. Lieber Gott, und dann bewegte es sich. Es bewegte sich. Es war unmerklich, aber sein Griff um meine Schulter und mein Körper wurde stärker. Es kamen keine Tränen, aber Gott, wie gerne hätte ich in diesem Moment geweint. Während sich seine Hand und sein Arm langsam um mich legten, streifte mein rechtes Bein an der kühlen Wand entlang und an der das Bett stand. Von allem, was mir in diesem Zimmer wieder fuhr, war dies das Seltsamste. Ich merkte, dass dieses klammernde, ranzige Ding, das ich daran ergötzte, auf mein Bett zu legen, nicht ganz auf mir lag. Es ragte scheinbar aus der Wand heraus, wie eine Spinne, die aus ihrem Versteck hervortritt. Plötzlich ging sein Griff von einem langsamen Festziehen zu einem plötzlichen Drücken über. Er zerrte und kratzte an meiner Kleidung, als hätte er Angst, dass die Gelegenheit bald vorbei sein würde. Ich kämpfte dagegen an, aber sein ausgemergelter Arm war zu stark für mich. Sein Kopf richtete sich auf und krümmte sich unter der Decke. Jetzt wurde mir klar, wohin er mich bringen wollte. Sein Ziel war es wohl gewesen, mich in die Wand zu holen. Ich kämpfte um mein Leben, ich schrie und plötzlich kehrte meine Stimme zu mir zurück. Ich schrie und schrie, so laut ich konnte, aber es kam niemand. Da begriff ich, warum es so eifrig war, plötzlich zuzuschlagen, warum dieses Ding mich jetzt haben musste. Durch mein Fenster, das Fenster, das so viel Bosheit von außen zu repräsentieren schien, strömte Hoffnung hinein. Die ersten Sonnenstrahlen waren zu sehen. Ich kämpfte weiter, so sehr ich konnte, denn ich wusste, wenn ich nur durchhielt, würde es bald alles vorbei sein. Während ich also um mein Leben kämpfte, bewegte sich der unheimliche Parasit, zog sich langsam an meiner Brust hoch. Sein Kopf lugte nun unter der Decke hervor, keuchend, hustend, röchelnd. Ich erinnere mich nicht mehr an seine Gesichtszüge. Ich erinnere mich nur noch an seinen Atem, der mir ins Gesicht schlug, stinkend und kalt wie Eis. Als die Sonne über den Horizont brach, wurde dieser dunkle Ort, dieser erstickende Raum der Verachtung in Sonnenlicht getaucht. Ich wurde ohnmächtig, als seine dünnen Finger um meinen Hals lagen und das Leben langsam aus mir herausgequetscht wurde. Als ich aufwachte, bot mir mein Vater an, mir ein Frühstück zu machen. Es war ein wunderbarer Anblick. Ich hatte die schrecklichsten Erfahrungen meines Lebens überlebt. Bis dahin und bis jetzt. Ich schob das Bett von der Wand weg und ließ die Möbel zurück, von denen ich geglaubt hatte, dass sie dieses Ding davon abhalten würden, sich ein Bett unter mir zu nehmen. Ich ahnte ja nicht, dass es versuchen würde, meines zu nehmen und mich gleich mit. Wochen vergingen ohne Zwischenfälle. Doch in einer kalten, frostigen Nacht wachte ich auf, weil die Möbel, auf denen die Etagenbetten standen, heftig vibrierten. Ich lag da und war mir sicher, dass ich ein entferntes Keuchen hörte, das tief aus der Wand kam und schließlich in der Ferne wieder verschwand. Ich habe diese Geschichte noch nie jemandem erzählt. Bis heute bricht mir der kalte Schweiß aus, wenn ich in der Nacht das Raschen vom Bettlaken höre oder ein Keuchen, das von einer Erkältung hervorrührt und ich schlafe ganz sicher nicht mit dem Bett an der Wand. Nenn es ruhig Aberglaube, wenn du willst. Aber wie ich schon sagte, kann ich herkömmliche Erklärungen, wie zum Beispiel Schlaflähmung, Halluzinationen oder eine überreizte Fantasie nicht ausschließen. Aber ich kann Folgendes sagen. Im folgenden Jahr bekam ich ein größeres Zimmer auf der anderen Seite des Hauses und meine Eltern nahmen diesen seltsamen, erdrückenden, langgestreckenden Raum als ihr Schlafzimmer. Sie sagten, sie bräuchten kein großes Zimmer, nur eines, das groß genug für ein Bett und ein paar Sachen sei. Sie hielten in diesem Zimmer zehn Tage durch. Am elften Tag zogen wir um. Zweiter Eintrag Nachdem ich meinen Bericht über ein schreckliches Erlebnis geschrieben hatte, das ich als achtjähriges Kind gehabt habe, haben viele von euch mich ermutigt, über die Folgen zu sprechen. Ich habe gezögert, dies zu tun, da ich mich unruhig fühle, seit ich mein Schweigen gebrochen habe. Der Schlaf ist mir in den letzten Nächten nicht sonderlich leicht gefallen. Meine Skepsis ist jedoch ungebrochen und so werde ich von dem berichten, was ich im anderen Zimmer erlebt hatte. Es wird nicht so lang sein, dass ich das Geschehen nur über ein paar Tage hinzog, aber das war für mich mehr als genug. Wenn du dich erinnerst, wurde ich, nachdem dieser unwillkommene nächtliche Besucher mich verlassen hatte, ein Jahr später in ein anderes Zimmer verlegt. Dieses Zimmer war viel größer als das vorherige und hatte eine warme und einladende Atmosphäre. Manche Räume fühlten sich schlecht an, das vorherige Zimmer fühlte sich schmutzig an, aber dieses, in dem ich nun war, nicht. Zum Glück bekam ich ein normales Bett, das vorherige wurde zerlegt und weggeworfen. Ein willkommener Abendblick möchte ich noch einmal hier hinzufügen. Ich liebte mein neues Zimmer, ich freute mich über den Platz für all meine Spielsachen. Ich war froh, dass der Raum groß genug war, um meine Freunde vorbeikommen zu lassen, aber vor allem war ich erleichtert, aus diesem unruhigen, ahnungsvollen Teil des Hauses herauszukommen. In der ersten Nacht schlief ich so fest wie seit langem nicht mehr. Natürlich rückte ich mein Bett trotzdem einige Meter von der Wand weg. Ich erzählte meiner Mutter, dass ich und meine Freunde die Lücke zwischen Bett und Wand gerne als Versteck nutzten, wenn wir spielten. Am nächsten Tag wachte ich auf und fühlte mich erfrischt und entspannt. Als ich so da lag und auf einem kleinen, tragbaren Fernseher einige meiner Lieblingsserien ansah, bemerkte ich etwas Seltsames. Am Fußende meines Bettes stand ein alter, dunkelbrauner Sessel, der schon immer dort gestanden hatte, groß und ausladend. Er war ausgefranst und abgenutzt, da er uns von einem Cousin als Teil einer Garnitur geschenkt worden war, aber er war schon damals oft benutzt worden. Der Stuhl selbst war nicht ungewöhnlich, aber was mich beunruhigte war, dass ich hätte schwören können, dass der Stuhl vor dem Einschlafen dem Bett abgewandt gewesen war. Jetzt, im kalten Licht des Tages, war der Stuhl mir zugewandt. Ich nahm an, dass einer meiner Eltern ihn verschoben hatte, während ich schlief, wahrscheinlich auf der Suche nach etwas, das dort vergessen worden war, bevor wir das Zimmer gewechselt hatten. Die zweite Nacht war nicht so erholsam wie die erste. Es war etwa gegen 23 Uhr und ich konnte den Fernseher meiner Eltern von der anderen Seite des Hauses hören. Das Zimmer lag größtenteils im Dunkeln. Die einzige Beleuchtung war ein orangefarbener Schimmer, der von den Straßenlaternen draußen durch mein Fenster drang. Ich lag zufrieden da, zufrieden, bis ich etwas Leises, aber Unverwechselbares hörte. Zuerst dachte ich, es sei das Geräusch meines eigenen Atems, während ich mich ausruhte. Aber als ich einen Moment innehielt, hörte das leise, fast unhörbare Geräusch des Atmens einer anderen Person im Raum nicht auf. Es ging immer weiter, rhythmisch und ohne Unterbrechung. Ich lag in der Dunkelheit, aber obwohl ich mich noch immer von dem Schrecken erholte, den mir die Erlebnisse in meinem vorherigen Schlafzimmer eingeflößt hatten, hatte ich nicht wirklich Angst. Das Atmen war so fern und anders als das Keuchen, das ich bei der Begegnung mit dem Ding in der Wand gehört hatte. Es war so weit weg, dass ich erstmal ruhig blieb und selbst in diesem frühen Alter glaubte ich, dass es so subtil war, dass es wahrscheinlich nur meine Einbildung gewesen ist, die mir einen Streich spielte. Dennoch ging ich keinerlei Risiko ein. Ich stieg aus dem Bett, ging durch das Zimmer und schaltete sofort das Licht an. Das Geräusch war sofort verschwunden. Ich starrte auf den alten, abgenutzten Sessel am Fußende meines Bettes, der sich in Reichweite meines Schlafplatzes befand und drehte ihn um, sodass er in die andere Richtung zeigte. Ich hatte keinen wirklichen Grund dafür, aber irgendetwas daran, wie er da stand, erfüllte mich mit Furcht. In der dritten Nacht war ich nicht mehr so furchtlos. Wieder wachte ich in der Dunkelheit auf, auf dem Rücken liegend starrte ich an die Decke, die das schwache, orangefarbene Licht der Straße fröhlich aufzusaugen schien. Der Baum vor meinem Fenster wiegte sich in einer ruhigen Brise und warf eine seltsame Ansammlung von unwahrscheinlichen, sich bewegenden Schatten in den Raum. Ich hörte nichts als das lange und ferne Brummen des nächtlichen Stadtverkehrs. Gerade als ich wieder einzuschlafen begann, hörte ich es plötzlich. Ein Knarren am Fußende meines Bettes, als ob sich etwas bewegt oder sein Gewicht auf dem Boden verlagert hätte. Ich hob den Kopf und spähte durch die Dunkelheit, aber ich sah nichts Seltsames. Alles saß noch genauso wie den ganzen Tag über. Nichts war fehl am Platz. Ich ließ meinen Blick durch das Zimmer schweifen. Ein paar Comics auf dem Boden, ein paar Kisten, die noch ausgepackt werden mussten, der Sessel, der noch immer unbewegt vom Fußende meines Bettes abgewandt war. Hier war nichts unheimlich. Ich war jetzt völlig wach, schaute auf meinen Fernseher und überlegte, ob ich mir noch ein bisschen Late-Night-TV gönnen sollte oder nicht. Natürlich musste ich die Lautstärke niedrig halten, denn mein älterer Bruder würde es im Nebenzimmer hören und mich zweifellos auffordern, ihn auszuschalten. Gerade als ich mich im Bett richtig aufsetzte, hörte ich es plötzlich wieder. Ein leises Knarren, begleitet von einem Geräusch. Das Geräusch der kleinsten Bewegung. Ich blickte sofort wieder in den Raum. Die schummrigen, orangefarbenen Schatten, die die Blätter an meinem Fenster warfen, nahmen nun eine bedrohliche Form an. Ich sah immer noch keinen Grund, Angst zu haben. Ich starrte auf den Stuhl am Ende meines Bettes und sah nichts Ungewöhnliches an ihm. Es ist ganz normal, dass der Verstand einen Moment braucht, um das, was er sieht, vollständig zu verarbeiten. Es braucht Zeit, um den ganzen Schrecken dessen, was vor einem liegt, in einem Moment der kalten, bitteren Erkenntnis zusammenzufassen. Ja, ich starrte auf den alten, abgenutzten Sessel im Dunkeln. Aber was ich auch anstarrte, war die Person, die da drinne saß. In dem schwachen Licht konnte ich nur die Umrisse des Hinterkopfes erkennen. Der Rest wurde von der Rückenlehne des Sessels verdeckt. Ich saß regungslos da, starrte, betete und hoffte, dass meine Augen von ihrer Umgebung getäuscht wurden. Das langsame Knarren der Bewegung, als es sich in seinem ramponierten Thron bewegte, ließ mich bis ins Mark erschaudern. Dies war kein bloßer Trick der Dunkelheit. Dann drehte es sich auf seine rechte Seite. Ich wusste, was es tat. Es drehte sich um und sah mich an. Es war schwer zu erkennen, denn selbst in diesem Raum schien es dunkler zu sein, als alles um uns herum. Ich sah, wie eine Ansammlung langer Finger über die Stuhllehne glitt und dann noch eine weitere. Der Raum war still, bis auf das Geräusch dieses Dings, das in seinem Sitz schlurfte und das Klopfen meines rasenden Herzens. Zuerst konnte ich nur die Umrisse seiner Stirn ausmachen, doch dann begann es sich zu erheben und zeigte zwei kleine Lichtpunkte in der dunklen Vertiefung seiner tiefliegenden Augenhöhlen. Es starrte mich an. Ich schrie und innerhalb eines Augenblicks kam mein Bruder und meine Mutter zu mir ins Zimmer, schalteten das Licht an und fragten, ob ich wieder schlecht geträumt hätte. Ich saß sprachlos da, würdigte sie kaum eines Blickes und starrte konzentriert auf den leeren Sessel vor mir. Ich war nur noch ein paar Tage in diesem Zimmer, bevor wir plötzlich umzogen. In den verbleibenden Nächten sah ich nichts mehr bis auf meinen letzten Schlaf in diesem Zimmer, in dem ich durch die warme Luft von etwas erwachte, das mir leicht ins Ohr atmete. Ich sprang aus dem Bett und knipste in dem Moment sofort das Licht an. Der langsame, rhythmische Atmen von etwas Unsichtbarem blieb, lauter als zuvor. Den Rest der Nacht verbrachte ich auf der Couch im Wohnzimmer. Zwei Jahre später schlief ich fest in meinem Bett in unserem neuen Haus. Es hatte keine weiteren Vorfälle gegeben und ich war mir sicher, dass ich das Fremde, das mich geplagt hatte, in diesem kleinen, durchschnittlichen Vorstadthaus hinter mir gelassen hatte. Ein Abschiedsgeschenk wurde mir jedoch hinterlassen. Meine Peiniger und meiner Meinung nach war der Beobachter in diesem Sessel ein anderes Wesen als das Ding in dem langgestreckten Raum, hatten noch eine letzte Überraschung für mich auf Lager. Wie ein Tier, das sein Revier beansprucht, konnte ich mich nicht ganz aus ihrem Griff befreien. Einen letzten erschreckenden Moment lang spürte ich die Anwesenheit dieser Dinger. Ich schlief tief und fest, zwei Jahre nach diesen schrecklichen Erlebnissen. Ich befand mich mitten in einem Albtraum und war plötzlich glücklich, dass ich wach und sicher in meinem Bett lag. Der Raum war dunkler als sonst. Ich atmete erleichtert auf, so wie man es tut, wenn man aus einem Albtraum erwacht. Aber das Zimmer war so dunkel. Ich konnte überhaupt nichts sehen, als hätte etwas das Licht ausgelöscht. Ich kicherte vor mich hin und stellte fest, dass ich mir im Schlaf die Decke über das Gesicht gezogen hatte. Die Baumwolldecke fühlte sich kühl an, aber die Luft war ein wenig zu warm, fast erdrückend. Gerade als ich die Decke wegziehen wollte, um zu lüften, konnte ich es hören. Das letzte Mal, dass ich es hörte. Das rhythmische Atmen des Wächters am Ende meines Bettes. Angst ergriff mich, gefolgt von Wut und Verzweiflung. Warum konnte ich nicht in Ruhe gelassen werden? Dann tat ich etwas höchst Merkwürdiges. Ich beschloss, mit ihm zu sprechen. Vielleicht wollte dieses Ding mir überhaupt nichts tun. Vielleicht war es sich des Schreckens, den es verursacht hatte, nicht bewusst gewesen. Hätte ein kleiner Junge, wie ich es war, nicht vielleicht etwas Gnade verdient? Als das Atmen lauter wurde und näher kam, begann ich zu weinen. Ich konnte seine Anwesenheit auf der anderen Seite der Decke klar spüren. Sein Atem hing über mir wie ein stagnierender Wind. Durch die Tränen hindurch stieß ich drei Worte aus. Worte, die dem Ganzen sicherlich ein Ende setzen würden. Bitte, hör auf! Das Atmen begann sich zu verändern, nachdem ich diese Worte gesagt hatte. Es wurde lebhafter, irgendwie schneller. Ich konnte hören, wie etwas neben mir schlurfte und ganz in der Nähe stand. Dann bewegte sich das Atmen zuerst zurück zum Fußende meines Bettes, dann langsam durch den Raum, durch die Tür in den Flur und dann weg. Halb weinend und halb erfreut lag ich in der stillen Dunkelheit meines Zimmers. Mein Gesicht war noch immer von meiner Decke versteckt. Du magst das Ganze vielleicht jetzt als eine Art Sieg betrachten, aber ich nicht. Wenn diese Dinge real waren, weiß ich jetzt ohne den Schatten eines Zweifels, dass ihre Absichten nicht falsch verstanden wurden. Sie waren verdreht, voller Bosheit. Normalerweise würde ich ein solches Wort nie benutzen, um etwas zu beschreiben, aber es ist so nah am Bösen, wie ich hoffte, dass ich es jemals erreichen werde. Woher ich das weiß? Ich werde es dir gerne sagen. Augenblicke, nachdem das Ding das Haus verlassen zu haben schien, drückte sich etwas gewaltsam auf mich und drückte die Decke mit großer Kraft gegen mein Gesicht. Ich spürte eine große Hand mit langen, dünnen Fingern, die die Decke um mein Schädel herumwickelte und deren Nägel sich wie messerscharfe Grate in mich bohrten. Es gelang mir, in den Spalt zwischen Bett und Wand zu schlüpfen und schnell zu entkommen, indem ich schreiend aus meinem Zimmer kletterte und meine Familie weckte. Das Ding in der Dunkelheit wollte mich ersticken. Es wollte mich zu Tode ersticken. Eintrag 3 Vor ein paar Tagen habe ich ja meine zwei albtraumhaften Berichte aus meiner Kindheit eingereicht. Danach war ich allerdings zum Schweigen gezwungen worden, gepackt von der irrationalen Angst, dass mich diese Dinge auch nach all den Jahren, sollte ich darüber sprechen, wieder aufsuchen und erneut Chaos in meinem Leben anrichten würden. Im Namen der Wissenschaft und der Vernunft stelle ich mich diesen Ängsten und mache mich auf den Weg, um diese quälenden Erinnerungen ein für alle Mal auszulöschen, indem ich sie mit anderen teilte und sie als das entlarvte, was sie meiner Meinung nach waren. Die Wahnvorstellung eines verstörten Kindes. Ich habe mein Leben lang an meiner Skepsis und Rationalität festgehalten und zugelassen, dass sie mich bestimmen. Aber heute Morgen wurde mir nachprüfbar physische Beweise vorgelegt. Beweise für etwas, das ich nicht kenne, das aber nicht ignoriert werden kann. Und es erscheint mir seltsam, dass die letzten Tage, nachdem ich endlich mein Schweigen gebrochen hatte, so sehr von Befürchtungen und Unglücksfällen geprägt waren, dass ich mich nicht mehr auf völlig konventionelle Erklärungen verlassen kann. Nachdem ich von meinen traumatischen Erlebnissen in der Kindheit erzählt hatte, wurde ich von einem überwältigenden Gefühl des Unbehagens geplagt. Anfangs führte ich dies auf die Angst zurück, dass ich beim bloßen Erzählen und Wiedererleben dieser schrecklichen Ereignisse in meinem Kopf erlebt hatte, aber im Laufe der Tage fühlte es sich nach so viel mehr an. Ein Gefühl des drohenden Untergangs verzerrte jeden meiner Gedanken. Ich fand zwar Schlaf, aber keine Ruhe. Jeden Morgen erwachte ich mit angespannten Nerven, als hätte ich eine Ewigkeit nicht geschlafen. In den ersten Nächten geschah nichts Beängstigendes. Kein Besuch, keine unwillkommenen Bettgenossen, keine keuchenden Atemzüge, die aus den Tiefen meines Schlafzimmers drangen. Aber ich hatte trotzdem das entfernte, vertraute Gefühl, nicht alleine zu sein. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich habe nicht gespürt, dass jemand mit mir im Zimmer war. Ich habe jetzt nichts gehört, gerochen oder gefühlt, was auch nur im Entferntesten übernatürlich gewesen wäre. Aber während meiner Tage und Nächte habe ich etwas Subtiles gespürt, fast an der Peripherie meines Bewusstseins. Das Gefühl, dass etwas auf dem Weg ist, dass etwas kommt, wie die ersten stagnierenden Luftstöße aus einem U-Bahn-Tunnel, die die Ankunft einer taumelnden, unaufhaltsamen Monstrosität ankündigen. Überraschend, aber doch erwartet. Mit jedem Tag wuchs mein Unbehagen, das sich wie eine Art Krebsinfektion unter meiner Haut und tief in meinen Geist bohrte. Ich versuchte, meine Aufmerksamkeit auf verschiedene Schreibprojekte zu lenken, in dem vergeblichen Versuch, meinen Geist mit anderen Gedanken zu füllen, die hoffentlich keinen Platz für diese kontaminierten Erinnerungen ließen. Aber diese Gedanken kamen trotzdem zu mir. Meine Angst wurde immer größer, bis ich an nichts anderes mir denken konnte. Ich musste etwas tun. Ich hatte jahrelang Psychologie an der Universität studiert und wusste daher, dass Angst auf das Ergebnis eines Kontrollverlusts ist und dass eine der wirksamsten Methoden, sie zu bekämpfen, darin besteht, sich selbst zu stärken. Und genau das wollte ich tun. Nenn es ruhig tollkühn, aber ich wollte an diesen Ort zurückkehren. An das Haus, in dem diese schrecklichen Ereignisse stattgefunden hatten. Ich wollte mich diesen Erinnerungen stellen und sie als das entlarven, was sie waren. Und zwar purer Unsinn. Es war eine einstündige Fahrt zu meinem alten Zuhause, aber sie war voller Freude. Ich war zuversichtlich, entspannt, glücklich. Ich hatte jetzt die Kontrolle und nichts konnte mich daran hindern zu zeigen, dass der Ort, vor dem ich mich mein ganzes Leben lang gefürchtet hatte, nichts anderes war, als ein durchschnittliches, eintöniges, harmloses, kleines Vorstadthaus. Ich fuhr fröhlich über die Landstraßen und dann über die Autobahn, bis ich schließlich die Stadt erreichte. Allmählich kamen mir die Straßen bekannt vor. Ein Spielplatz mit meiner Lieblingsrutsche, ein Ascheplatz, auf dem wir Fußball spielten, mein Schulhof, auf dem ich Verstecken spielte und Freundschaften, die ich längst aufgegeben, aber nie wirklich vergessen hatte. Meine Gedanken wanderten durch diese Erinnerung, wie ein verlorener Sohn auf dem Weg nach Hause. Sie wanderten so sehr, dass ich, ehe ich mich versah, in die Straßen einburg, in der ich einst gewohnt hatte. Die Straße war lang und verschwand weit in der Ferne, um schließlich dann in einer scharfen und übersichtlichen Kurve zu enden. Es handelte sich um ein sehr altes Viertel, das lange vor dem Aufkommen des Autos geplant und gebaut worden war. Das zeigte sich an der Enge der Straßen, die ein seltsam klaustrophobisches Gefühl vermittelten, so als würden die Häuser auf beiden Seiten in die Höhe ragen und die Passanten beinahe boswillig anstarren. Ich verlangsamte mein Tempo und ließ meinen Blick über jedes Haus schweifen, das sich passierte. Es war ein einheitlicher Ort und jedes Haus sah nicht anders aus, als ich es in Erinnerung hatte. Mein Herz begann plötzlich schneller zu schlagen und ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Da war es. Das Haus Es war später Nachmittag und die Straßen waren ruhig, beinahe einsam. Ich starrte auf diesen kleinen Ort und fragte mich, wie ein so gewöhnliches Haus mir so unfassbar viel Angst einjagen konnte. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, das Haus nur aus der Ferne zu betrachten, um mir zu bestätigen, dass es sich nur um ein materielles Bauwerk handelt, das völlig erklärbar war und nichts Unheimliches an sich hatte. Doch als ich einparkte, holte ich Tiefluft und ehe ich mich versah, war ich aus dem Auto gestiegen und ging auf das alte metallene Tor zu, dessen einst leuchtende Blumenform nun durch die gealterte, abblätternde, tiefgrüne Farbe verdunkelt sind und nichts als Rost darunter zum Vorschein bringen. Ich fuhr mit den Fingern über die unebene Oberseite und stieß es mit einem leisen Schnaufen auf. Als ich den Weg entlang ging, war ich schockiert, wie stillgelegt der Garten war. Ich dachte mir, dass es eine Verschwendung eines guten Rasens war, der von einem dichten Mosaik aus Unkraut und anderen invasiven Arten überwuchert war, aber als ich mich dem Haus näherte, wurde mir klar, warum. Es war unbewohnt. Wieder durchlief mich ein Schauder, aber als meine Angst hochkam, unterdrückte ich sie mit meinem rationalen Mantra. Die einfachste Erklärung ist meistens die richtige. Ich ging davon aus, dass das Haus aufgrund des derzeitigen Wirtschaftsklimas wahrscheinlich schon seit einiger Zeit auf dem Markt war und dass der Eigentümer sich der alten Weisheit, dass das Auge mit ist, nicht allzu sehr bewusst war. Aber als ich mich umsah, konnte ich weder ein zu verkaufen noch ein zu vermieten Schild entdecken. Es schien wirklich so, als sei dieses Haus vergessen worden, verlassen und dem Verfall einfach überlassen gegeben. Die Fenster an der Vorderseite des Hauses waren schmutzig und daher fast unmöglich zu durchschauen. Aber als ich zur Rückseite des Gebäudes ging, konnte ich das Innere besser erkennen. Ich hätte gedacht, dass ein Haus wie dieses leer sein würde. Aber im Gegenteil. Es war vollständig bewohnt. Bewohnt von den Annehmlichkeiten eines modernen Lebens. In der Wohnzimmerecke stand ein Fernseher, auf dem Couchtis lagen Zeitschriften, verschiedene Möbelstücke standen bereit und auf der Fensterbank standen ein paar Kaffeetassen, die noch voll waren und mit großen Schichten an Schimmel bedeckt gewesen sind. Ich hätte gedacht, dass das Haus bewohnt war, wenn nicht eine dicke Staubschicht über einem gelegen hätte, begleitet von gelegentlichen Spinnennetzen. Es schien, als hätten die letzten Bewohner es ziemlich eilig gehabt, das Haus zu verlassen und sie waren scheinbar auch nie mehr zurückgekehrt. Ich kletterte durch ein Meer aus hüfthohem Gras und Büschen und gelangte schließlich zu dem harmlosen kleinen Fenster auf der Rückseite des Hauses. Allein sein Anblick erschreckte mich, aber das war nur eine Erinnerung und nicht das seltsame Gefühl, von innen beobachtet zu werden, wie ich es damals als Kind erlebt hatte. Als ich hineinschaute, kam mir der Raum unheimlich bekannt vor. Ich nehme an, dass man mit einem so kleinen, seltsam engen Raum wenig anfangen kann, aber durch die mit Schmutz bedeckte Scheibe sah der Raum fast genauso aus wie damals, als ich noch darin geschlafen hatte. Ein Bett, ein paar Schubladen und etwas, das wie eine Ansammlung von Spielzeug auf dem Boden aussah. Kurzzeitig überkam mich ein tiefes Gefühl der Wut, aber ich schüttelte schnell wieder ab. Das Zimmer war eindeutig das eines Kindes gewesen, und der Gedanke, dass dieses Ding einem anderen unschuldigen Schaden anzufügen könnte, erfüllte mich mit Verachtung für einen solchen Gedanken, und in mir schwoll der Wunsch an, jedes Kind vor einer solchen Abscheulichkeit zu schützen. Als ich diese Wand genauer betrachtete, an der ein Bett stand, stellte sich mir die Nackenhaare auf. Für einen kurzen Moment, und es war nur ein ganz winziger, glaubte ich zu sehen, wie sich die Decke auf dem Bett bewegte. Mehr noch, durch die Fensterscheibe hätte ich schwören können, dass ich ein keuchendes Schnaufen hörte. Ich schloss meine Augen fest und wiederholte ein weiteres wissenschaftliches Mantra. Die Wissenschaft steht nicht in der Schuld der Fantasie. Als ich die Augen öffnete, sah ich nichts als ein leeres Schlafzimmer. Keine bösen Geister, keine unheimlichen Dinge. Nur ein Zimmer, nicht mehr und auch nicht weniger. Ich atmete erleichtert auf, als ich merkte, dass die Welt zum ersten Mal seit vielen Tagen wieder für mich in Ordnung gewesen ist. Du magst denken, dass es Wunschdenken war, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich mir selbst gezeigt hatte, dass es nichts gab, wovor ich Angst haben musste. Außer meiner überaktiven Fantasie, versteht sich. Es wurde langsam dunkel und ich wollte vor der Nacht noch zu Hause sein. Voller Zuversicht, nachdem ich meine Ängste hinter mir gelassen hatte, musste ich nur noch eine letzte Sache erledigen. Als wir das Haus verlassen hatten, hatten wir es damals eilig gehabt. Als Kind war es verwirrend, ja sogar beängstigend, alles, was ich kannte, zurückzulassen, aber es gab eine Sache, über die ich mich immer gewundert habe. Am Ende des Gartens stand ein Platanenbaum, der noch älter zu sein schien als das Haus. Ich war erstaunt, wie unverändert dieser Baum war. Mittlerweile war ich erwachsen geworden, in neue Gefilde gezogen, aber die alte Platane stand immer noch, weise, warm, fast freundlich in ihrer Erscheinung. Ich glaube, es ist ein Initiationsritus für jedes Kind, einen Ort zu haben, an dem es Dinge verstecken kann. Oft ist es die erste Erfahrung mit der Unabhängigkeit, etwas, das von jeder Autoritätsperson entfernt ist. Bei mir befand sich mein Versteckt auf halber Höhe dieser alten Platane. Ich bin sicher, dass ich wie ein Narr ausgesehen hatte, aber ich kletterte fröhlich und vergnügt auf dem Baum. Die Anordnung der Äste hatte sich zwar an einigen Stellen verändert, aber im Großen und Ganzen waren die glücklichen Erinnerungen an das Spielen zwischen den Ästen der alten Platane und daran, dass ich ein kleines Stückchen Welt für mich alleine hatte, so lebendig, dass es bemerkenswert war, wie viel jedoch unverändert blieb. Auf halber Höhe hielt ich den Atem an und lächelte einfach nur vor mich hin. In der Mitte des Baumstamms befand sich eine Höhle. Ich weiß nicht, ob sie von einem Tier oder vielleicht von einem Sturm oder vor langer Zeit von irgendetwas erschaffen worden war, aber hier bewahrte ich Dinge auf. Wenn ich etwas fand, von dem ich sicher war, dass man es mir wegnehmen würde, weil es zum Beispiel unpassend war, wanderte es sofort in die Höhle. Die Wahrheit ist jedoch, dass die meisten Gegenstände darin nicht sehr interessant gewesen sind. Meist nur Spielzeug und selten exotische Schmuggelware, wie eine Steinschleuder oder ein paar Rauchbomben. Ich hatte keinen Grund, die Spielsachen zu verstecken, aber als ich jung war, fühlte es sich abenteuerlich an, einfach ein Geheimnis zu haben. Die Höhle war dunkel und zur Hälfte mit verrottenden Blättern befüllt, die sich zweifelslos in unzähligen Herbsten dort abgelagert hatten. Dennoch griff ich tief hinein, um zu sehen, was noch davon übrig war. Ich konnte es nicht glauben. Ich hatte ein Spielzeug gefunden, das ich dort versteckt hatte, bevor wir umzogen. Vor all diesen Jahren. Ich konnte das Plastik in meiner Hand spüren. Seine scharfen Kanten waren unverkennbar, aber das Laub und die Dunkelheit der Höhle verdeckten mir die Sicht, als ich mich abmühte, es aus der dicken, feuchten Mischung aus verrotteten Blättern und Regenwasser zu befreien. Es schien zwischen einer Ammensammlung kleiner Zweige gefangen zu sein. Ich war so aufgeregt, weil ich wusste, dass ich bei unserem Umzug eines meiner Lieblingsspielzeuge zurückgelassen hatte. Einen kleinen britischen Soldaten aus Plastik aus dem Ersten Weltkrieg. Es klingt vielleicht nicht nach viel, aber ich war mit den Geschichten meiner Familie über die Abenteuer meines Großvaters in beiden Kriegen aufgewachsen und obwohl er vor meiner Geburt gestorben war, spielte ich oft übertriebene Versionen der Geschichten nach, in denen eben dieser kleine Soldat die Rolle des Heldens spielte. Die Rolle von meinem unerschrockenen Großvater. Damals dachte ich, eine Höhle sei das perfekte Versteck für einen Soldaten. Meine Freude schlug jedoch schnellen Entsetzen um. Mir wurde ganz mulmig zumute, denn als ich den Soldaten herauszog, stellte ich fest, dass es nicht mein Spielzeug war, sondern etwas ganz anderes. Hinten in der Kuhle, inmitten des Schlamms und nun in meiner Hand lagen die skelettierten Überreste eines kleinen Tieres. Die Knochen knirschten in meinem Griff, während die wenigen kleinen Haar- und Fleischreste zwischen meinen Fingern verwesten. Ich verlor fast das Gleichgewicht, als der faulige und starke Geruch des Todes durch meinen feuchten Griff entwich und meine Sinne überflutete. Ich kletterte vorsichtig und niedergeschlagen wieder hinunter. In der Höhle war nichts mehr. Mein Spielzeug war verschwunden, wahrscheinlich von einem anderen Kind in den folgenden Jahren mitgenommen. Was von dem armen Tier übrig blieb, vergrub ich unter loser Erde im Garten. Ich verließ danach diesen Ort sofort. Trotz meiner unglücklichen Begegnungen in der Höhle fühlte ich mich gestärkt. Die Tatsache, dass ich den Mut aufgebracht hatte, diesen Ort wieder aufzusuchen, um zu sehen, wie gewöhnlich er wirklich war, gab mir das Gefühl, meine Fähigkeiten wieder unter Kontrolle zu haben. Ich brauchte zu diesem Zeitpunkt nichts anderes als eine konventionelle Erklärung. Ich verabschiedete mich von dem alten Viertel, von dieser schlechten Erinnerung und machte mich auf den Heimweg. Als ich auf die Autobahn gefahren war, begann etwas aus dem hinteren Teil meines Unterbewusstseins durchzusickern. Zuerst ignorierte ich es und tat es als Einbildung ab, aber als die Sonne ihren letzten Schein abgab und unter dem Horizont tauchte, spürte ich, wie ein Zwang in mir wuchs. Eine Idee, die scheinbar ohne guten Grund geborgen und genährt wurde. Keine rationale Begründung, keine solide, kausale Basis, aber eine, der ich um jeden Preis folgen musste. Ich muss nach Hause. Ich beschleunigte mein Tempo, schob mich sporadisch zwischen die langsameren Autos auf der Autobahn, schaute in den Rückspiegel und behielte im Auge, was mir folgen könnte. Ich musste nach Hause kommen. Wieder fuhr ich schneller, schaute ständig nach hinten, als würde mich ein unsichtbarer Verfolger jagen. 70, 80, 100 Meilen pro Stunde. Ich raste die Straße entlang. Ich piepste, ich schrie, der Schweiß ran mir von der Stirn. Was zur Hölle war nur mit mir los? Bitte, lasst mich einfach nach Hause, war der einzige Gedanke, den ich in diesem Moment spüren konnte. Mit zitternden Knien schaffte ich es schließlich von der Autobahn auf die Landstraßen, die direkt zu meiner Stadt führen würden. Die Straßen waren schmal und schlängelten sich durch die nun düstere und bedrohliche Landschaft. Die Dunkelheit schien die Straße vor mir einzuhöhlen. Ich schaltete mein Fernlicht ein und atmete erleichtert auf. Als ich wieder ein helles, wenn auch künstliches Licht sah, wurden meine Ängste zumindest für einen Moment etwas verdrangen. Die manische Angst, die mich auf der Autobahn gepackt hatte, schien nachgelassen zu haben. Aber ich blickte immer noch öfter, als es nötig war, in den Rückspiegel. Einfach, um mich zu vergewissern, dass mir niemand wirklich folgte. Was für ein lächerlicher Gedanke. Der Gedanke, dass etwas mein Auto verfolgt, mich selbst und andere in Gefahr zu bringen, indem ich auf einer vielbefahrenen Autobahn rase. Es war Wahnsinn, was ich getan habe. Doch ob Wahnsinn oder nicht, ich musste so schnell wie möglich weg. Und obwohl es mir gelungen war, meine Nerven zu sammeln, näherte die Einsamkeit der Straße, auf der ich mich befand, die Sehnsucht nach meiner eigenen Stadt, meiner eigenen Straße und vor allem meinem eigenen Bett. Nervös durchquerte ich die verschlungenen Straßen, die sich wie ein Netz durch die Landschaft zogen und war erleichtert, als ich das erste Mal einen Laternenpfahl sah. Dieser Pfahl zeigte mir die Grenzen meiner Stadt, die Grenzen der Zivilisation. Ich hielt von meinem Haus an, stellte den Motor ab und saß einen Moment lang still da. Ich musste diesen ganzen verdammten Unsinn beenden. Dinge, die aus den Wänden kommen, Wächter, die mich nachts erdrücken wollen, die wie ein Herumtreiber in das Fenster von jemandem schauen, all das war Wahnsinn. Morgen würde ich neu anfangen, nicht mehr über meine Kindheitserlebnisse schreiben, nicht mehr die schrecklichen Nächte durchleben. Ich würde einfach zur Normalität zurückkehren, meiner Arbeit nachgehen, Zeit mit meiner Freundin verbringen und vor allem mein Glauben, mein Glauben und mein Vertrauen in die Wissenschaften, die Vernunft bekräftigen. In dem Moment beugte sich das Ding, das auf meinem Rücksitz saß, vor, packte mich an der Schulter und hauchte mir ein fauligen, ranzigen Atem aus den Tiefen seiner Lunge in den Nacken. Ich stürzte zur Tür, meine Arme fuchtelten herum und suchten nach dem Schloss. Angst ergriff von mir Besitz, schüttelte mich, eine Angst, an die ich mich nur zu gut erinnerte, eine Angst von vor all den Jahren, als ich nachts in diesem widerlichen Raum wach lag. Das Innere des Wagens war viel kälter geworden, aber das war nichts im Vergleich zu den eisigen Fingern, die sich in meine Schulter gebohrt hatten. Ich dachte wirklich, ich würde sterben, dass dieses Ding nach all der Zeit endlich seinen Willen bekommen würde. Der Türgriff knackte in meinem panischen Griff und ich fiel aus dem Fahrersitz auf dem Bürgersteig. Für einen kurzen Moment glaubte ich, etwas auf dem Rücksitz zu erkennen. Die vage Gestalt eines alten Mannes, der jedoch verdreht und verzerrt von einem Ohr zum anderen grinste. Zum Glück war niemand in der Nähe, denn sonst wäre ich wie ein verrückter Narr dagestanden, denn das Auto war natürlich leer gewesen. Ich nahm den Schlüssel aus dem Zündschloss, stieß die Tür mit dem Fuß zu und schloss sie für die Nacht ab. Ich taumelte den Weg hinunter und in mein Haus. Ich werde dich jetzt nicht anlügen, aber ich habe mich letzte Nacht in den Schlaf getrunken. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich sagte, ich hätte Beweise, tatsächlich physische Beweise für etwas Unnatürliches. Du fragst dich vielleicht, was das für ein Beweis ist. Nun, ich könnte sagen, dass es die Spuren auf meiner Schulter waren, die mich vor Angst erschaudern ließen. Oder ich könnte sagen, dass mein Schlafzimmerfenster, das heute Morgen durch etwas, das wie Krallenspuren aussah, aufgehebelt wurde, mir Angst vor heute Nacht oder irgendeinem anderen Tag gemacht hat. Aber nein, nichts davon hat mich so sehr erschreckt wie das, was ich heute beim Aufwachen sah. Manchmal sind die beängstigendsten Botschaften die einfachsten. Denn als ich heute Morgen aufwachte, lag auf meiner Brust ein Spielzeugsoldat. Der Soldat, den ich vor all den Jahren in dieser Höhle versteckt hatte und der mir als Erwachsener in zwei Hälften gebissen, nun zurückgegeben wurde. Vierter Eintrag Die letzte Nacht war die herzzerreißendste und beängstigendste meines Lebens. So sehr, dass ich mich kaum dazu durchringen kann, daran zu denken. Inzwischen werde ich dir berichtet haben, was bei meinem Besuch an dem verfluchten Ort, den ich einst mein Zuhause nannte, geschah. Ein Besuch, der die Rückkehr meiner Kindheitsängste einläutete. Egal. Es ist egal, was mir damals zugestoßen ist. Nichts hätte mich auf die letzte Nacht vorbereiten können. Nachdem ich mit dem Anblick des zerbissenen Zinnsoldatens aufgewacht war, stellte ich fest, dass das Fenster meines Schlafzimmers leicht angelehnt war. Bei näherer Begutachtung sah es ganz so aus, als sei das Fenster von außen aufgehebelt worden. Die Riegel waren zurückgebogen, als wären sie von einer uneingeschränkten, ungebremsten Gewalt verdreht worden. Von außen konnte ich drei Einkerbungen erkennen, wo der ungebetene Einbrecher das Fenster mit einer Art Werkzeug auf unnatürliche Weise aus der Verriegelung gehebelt hatte. Das Merkwürdigste an diesem Einkerbung war aber, dass sie sich wie ein altes, unebenes Rasiermesser über die Außenseite des Fensterraums zu ziehen schien, im Gegensatz zu einem Brecheisen oder einem anderen Werkzeug, das lediglich eine Delle dort hinterlassen hätte, wo es als Keil benutzt worden war, um das Fenster aufzuzwingen. Es war nichts gestohlen worden und ich versuchte, die Abdrücke auf dem Fenster als von Menschenhand gemacht und nicht als klauenartig zu erklären, wie sie ja eindeutig aussahen. Der Spielzeugsoldat kehrte so heftig zu mir zurück, dass ich es mir nicht erklären konnte. Allein der Gedanke an ihn ließ mein Herz sinken. Ich wusste, dass es sich hierbei um eine Botschaft handelte, aber es schien mir eher wie ein verdrehter Scherz zu sein, der die Ankunft des Raubtiers aus meiner Kindheit ankündigte, als etwas, das man rätseln oder deuten konnte. Ich verbrachte den Morgen da mit jedem Raum meines Hauses und dessen Inhalt zu überprüfen. Es fehlte nichts. Ich konnte nur hoffen, dass das Ungeheuer, das in der Nacht zuvor auf dem Rücksitz meines Autos gesessen hatte, mich nur ein letztes Mal erschrecken wollte, um sich dann aus dem Staub zu machen. Vielleicht wäre seine Reichweite so weit von meinem Kinderzimmer entfernt geringer. Es ist für jeden vernünftigen Menschen nur allzu leicht, sich einzureden, dass ein traumatisches Ereignis etwas harmloseres ist, aber in diesem Fall konnte ich das nicht. Das zerbrochene Spielzeug war kein bloßer Scherz, sondern es war ein Versprechen, ein Versprechen, dass es zurückkehren würde. Wofür es zurückkehren würde, wollte ich nicht wissen. Meine Gedanken schweiften natürlich nach innen und zurück zu den schrecklichen Nächten, die ich als Kind erlebt hatte, die Angst vor dem Schlafen gehen, die Sehnsucht nach dem Tag und die Angst vor der Nacht waren alle wieder da. Wie ein alter, unerbitterlicher Feind wuchs meine Angst im Laufe des Tages. Sie schwellte in mir und führte zu merkwürdigen und bedrohlichen Gedanken über die Folgen, wenn ich dieses Ding unwissentlich mit nach Hause gebracht habe. Verstehe mich bitte nicht falsch, meine Angst galt nicht nur meiner eigenen Sicherheit. Als Kind glaubte ich, dass mein nächtlicher Besucher wie besessen war und nur nach mir verlangte. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass meine Lieben in Gefahr waren. Das hatte sich jetzt jedoch geändert. Ich machte mir Sorgen. Diesmal empfand ich nichts als Angst um meine Lieben, denn ich lebe nicht allein. Meine Freundin und ich sind vor über zwei Jahren zusammengezogen. Ich habe inzwischen so viel Schaden angerichtet, dass ich ihren Namen nicht mehr aussprechen möchte und sie nur noch Mary nennen werde. Mary und ich führten ein glückliches Leben und wir waren sogar sehr verliebt. Am kommenden Weihnachtsmorgen wollte ich ihr einen Heiratsantrag machen. Aber dieser schöne Moment wurde mir nun durch diese ranzige Abscheulichkeit bitter genommen. Ich wusste, dass Mary an diesem Abend zu Hause sein würde. Sie arbeitet in der Veranstaltungs- und Werbebranche und ist daher oft tagelang von zu Hause weg, um im Land umherzureisen und verschiedene Konferenzen und Ausstellungen zu koordinieren. Ich beschwere mich nicht darüber, denn sie und ich wissen beide, dass ich ein Einzelgänger bin und dass mir die wenigen Tage der Einsamkeit normalerweise gut tun, weil ich mich dann ungestört in mein Schreiben stürzen und jedes einzelne Wort aufsaugen kann. Trotzdem vermisse ich sie immer und nach den Ereignissen der letzten Woche, als ich diese quälenden Nächte wieder durchlebte und dann zuließ, dass sie zurückkehrten, vermisste ich sie noch viel stärker als jemals zuvor. Sie kam gegen 18 Uhr an und ich begrüßte sie mit einem Lächeln, einer herzlichen Umarmung und einem leidenschaftlichen Kuss. Ich versuchte, meinen beunruhigten Gemütszustand vor ihr zu verbergen, aber Mary kennt mich besser als jeder andere, den ich je getroffen habe und erkundigte sich sofort. Sie sah mich an und sagte, was ist denn los? Ich stolperte und fummelte an meinen Worten herum, als ich ihr erklärte, dass ich eine Geschichte über meine Kindheit geschrieben hatte und dass die Erforschung dieser dunklen und verdrehten Erinnerungen mich verzweifelt gemacht hatten. Mary hat eine unglaublich fürsorgliche Art und sie legte sofort ihren Koffer und ihre Tasche auf den Boden, setzte mich auf unsere Couch und bat mich mit ihrer sanften und freundlichen Art über die ganze Geschichte zu sprechen. Aber das konnte ich nicht. Ich konnte dieses Ding, dieses Ungeheuer, das nun seinen Weg in unser Haus gefunden hatte, nicht erwähnen. Ein unsichtbarer und verdrehter Eindringling, der von meiner idiotischen Neugierde dorthin geführt worden war. Damals dachte ich, sie würde mich für verrückt halten. Aber jetzt wünschte ich, hätte ihr die Wahrheit gesagt. Wenn es etwas gibt, das einer Beziehung mehr schadet als eine Lüge, dann ist es eine Halbwahrheit. Nicht, weil sie trügerisch ist, sondern weil sie eine Verfälschung der Wahrheit ist, pervertiert und missbraucht, um den Bedürfnissen des Entzählers zu entsprechen. Ich erzählte ihr eine Halbwahrheit. Ich erzählte ihr meine Geschichte, die von dem Ding in dem engen Zimmer und dem Wächter am Ende meines Bettes. Aber da hörte die Wahrheit auf und eine Lüge begann. Ich erwähnte absichtlich und hinterlistig, dass es sich natürlich nur um meine kindliche Fantasie handelte und unterließ es über meine Erfahrungen bei der Rückkehr an den Schauplatz jener verwerflichen Verbrechen zu sprechen. Da ich wusste, dass sie den beschädigten Fensterriegel und die Kratzspuren sehen würde, spinnte ich mein Netz und erzählte eine großartige Geschichte über einen Einbrecher, der versucht hatte, in unser Haus einzubrechen und den ich dann verjagen musste. Ich war ein richtiger Held. Ich habe sie angelogen und sie hat mir viel Sympathie und Freundlichkeit für meinen Betrug entgegengebracht. Die Wahrheit war mir damals peinlich. Und ich schäme mich heute für meine Lüge. Wäre ich ehrlich gewesen, hätten wir uns dieser Bedrohung vielleicht gemeinsam stellen können. Aber stattdessen hat dieses Ding meine Unehrlichkeit ausgenutzt und einen Keil zwischen uns getrieben. Die Ereignisse der letzten Nacht entweiten das Wichtigste auf der Welt für mich. Die Nacht kam in ihrer ganzen Düsternis und war unwillkommen. Ich lag in der Dunkelheit und wartete. Mary schlief tief und fest neben mir. Jeder Atemzug war eine beruhigende Erinnerung an ihre Gesellschaft, aber trotz meiner wachsenden Abneigung gegen die Einsamkeit würde ich in dieser Nacht keinen Schlaf finden. Aus Erfahrung wusste ich, dass mein ungebetener Gast sich nur auf subtile Weise zeigte und mit jedem Besuch seinen Griff um mich verstärkte, als ob er Zeit bräuchte, um seine Kraft aufzubauen, wie ein Blutegel, der sich von meiner Angst ernährte und das alles nutzte, um eben den eigenen Durst zu stillen. Meine Nerven hielten mich auf Trab und das wehrte den aufkommenden Ansturm des Schlafs auf bewundernswerte Weise ab. Am Ende siegte jedoch die Biologie und als meine Nachttischuhr auf 4 Uhr morgens zuging, holte mich der Schlaf schließlich ein. Die entspannende Decke des nächtlichen Vergessens, die Ängste wurden weggewaschen, meine Sorgen waren eine ferne Erinnerung. Ich sank tiefer in die weiche Matratze und schließlich in die langersehnte Ruhe. Schlaf, wie tief er auch sein mag, ist selten allumfassend, denn während ich an der Schwelle zum Traum schwebte, begann mich etwas zu beunruhigen, etwas Eindringliches, das aber weit weg war. Langsam öffnete ich meine Augen und ließ sie sich an die Dunkelheit gewöhnen. Mary schlief tief und fest und ich beruhigte mich, indem ich ihren nächtlichen Atem hörte. Auf das Einatmen folgte das Ausatmen, wieder und wieder, rhythmisch, hypnotisch, und ich begann wieder in den Schlaf zu driften. Aber nein, da war es, etwas anderes, deutlich und doch undefinierbar. Es war weit entfernt, aus dem Weg, fast verdeckt und erstickt, als käme es von hinter irgendetwas. Ich spitzte die Ohren und versuchte es zu definieren, aber es war zu leise. Ich blieb noch einige Minuten im Bett liegen, aber mit jeder Sekunde, die verstrich, knirschte dieses fast unhörbare Geräusch in mir, wie Glasscherben auf einem rohen Nerv. Der Schlaf war nun vorbei und mit viel Frustration beschloss ich, widerwillig nach der Quelle des Geräusches zu suchen. Ich setzte mich im Bett auf und lauschte angestrengt. Es war anders als jedes andere Geräusch, das ich je gehört hatte. Leiser. Aber als ich mein Verstand an das Geräusch gewöhnte, begann ich langsam, seine Natur zu verstehen. Es war ganz sicher von etwas verdeckt, aber am ehesten konnte ich es mit einem sich wiederholenden Moment vergleichen. Ich hatte etwas ähnliches gehört, als ich als Kind meine Großmutter in einem Pflegeheim besuchte. Ein Ort, der mich beeindruckt hatte, weil ich die umherirrenden Bewohner sah, die verwirrt und mit gebrochenem Verstand wie verlorene Insassen auf dem Gelände umherirrten und immer wieder von vergangenen Tagen murmelten und unsinnige Sätze und Wörter wiederholten. Das war es, woran es mich erinnerte. Ein ständiger Strom von unverständlichen Worten, die von jemandem ausgesprochen wurden, der sich in einem Zustand der Verwirrung befand. Ich drehte mich um, um nach Mary zu sehen und beobachtete, wie sich ihr Brustkorb mit jedem Atemzug hob und senkte. In der Gewissheit, dass sie ungestört war, verließ ich das Bett. Als ich aufstand, bemerkte ich sofort, dass das Murmeln lauter wurde. Obwohl es dunkel war, hatte ich wie immer ein Licht im Flur brennen lassen, das unter der Tür hindurch schlich und es mir ermöglichte, den Raum schemenhaft, aber sichtbar zu erkennen. Ich schaute mich um, um zu sehen, ob irgendetwas fehl am Platz war, aber der Raum schien wie erwartet. Ich erinnerte mich an die Nacht, als ich als Kind im zweiten Zimmer war und Geräusche hörte, die von einer unsichtbaren, aber allgegenwärtigen Bedrohung ausgingen. Ich machte einen Schritt nach vorn und als ich das tat, wurde das Geräusch wieder lauter. Während ich die Worte immer noch nicht entziffern konnte, konnte ich nun den Charakter der Stimme hören. Die Stimme war alt, vom Alter zerkratzt und hatte einen rauen, gutturalen Unterton. Die Worte wurden in einem rasenden Tempo wiederholt und schienen ängstlich zu sein, aber durch eine unbekannte Barriere gedämpft. Ich hatte Angst, aber ich schöpfte Kraft aus Marys Anwesenheit und mit einem tiefen Atemzug, voller Angst, machte ich einen weiteren langsamen und leisen Schritt nach vorn, meinen nackten Fuß auf den kalten Boden setzend. Wieder wurde die Stimme lauter. Ich war mir nicht sicher, ob ich sie mir nur einbildete, aber ich hätte schwören können, dass sie immer aufgeregter wurde, je näher ich kam. Der nächste Schritt, den ich tat, erschütterte mich bis ins Mark, denn als die murmelnde, verstümmelnde Stimme noch lauter wurde, hörte ich inmitten des verworrenen, kiesigen Klangs ein Wort. Ein Wort, das mir einen eisigen Schauer durch die ganzen Knochen meines Körpers jagte. Ein Wort, von dem man sich einfach fürchten musste. Wer auch immer das sprach, nannte meinen Namen. Lieber Gott, es kannte meinen Namen. Mir war, als ob das Wissen, wer ich war, dieses Ding mit einer unbegrenzten Reichweite ausstattete. Dass ich es vielleicht nie mehr loswerde, dass es mich jeden Moment töten könnte. Plötzlich fiel mir aber etwas auf. Eine Bewegung, begleitet von einem Stoffhetzen. Ich wusste jetzt, woher diese rhythmische, aufgeregte Stimme kam. Ich wusste jetzt, warum sie gedämpft und schwer zu entziffern war. Ich konnte sie jetzt sehen, nur wenige Meter vor mir. Stehend. Stehend hinter den geschlossenen Vorhängen. Draußen nahm der Mond zu und obwohl sein Schimmer den dicken Stoff nicht ganz durchdringen konnte, zeichnete sich das Ding, das zwischen meinem Fenster und den Vorhängen stand, nur schwach ab. Ich kann die Seltsamkeit, die mich in diesem Moment überkam, nicht wiedergeben. Meine Angst und mein Schrecken hatten sich verstärkt, aber mein ungewöhnlicher Zwang, eine unzeitgemäße Zielstrebigkeit überkam mich. Ich musste sehen, was es war. Ich machte einen weiteren zaghaften Schritt auf die Vorhänge zu. Sie schwankten leicht, als ob sie von einer Brise erfasst worden wären, aber ich konnte nicht sagen, ob die Bewegung von mir selbst oder von der Hand dieses Dinges verursacht worden war, das sich hinter dem Tuch verbarg. Ich war jetzt nahe genug, um sein mühsames Atmen zu hören, die Verdrängung der Flüssigkeit im hinteren Teil seiner Kehle, die bei jedem Einatmen entspürbar wurde. Das war es. Ich würde mich dieser Monstrosität aus meiner Vergangenheit stellen, diesem Kinderquäler, diesem Feigling. Als ich meine rechte Hand langsam hob, berührte ich versehentlich den Stoff des Vorhangs und verursachte ein leichtes Kräuseln, das den Vorhang für einen Moment durchtrennte. Ich schnappte nach Luft, denn durch diesen vorübergehenden Schlitz nur für einen Moment sah ich ihn. Mein Gott, wie kann ich beschreiben, was dort stand? Selbst jetzt schließe ich die Augen und wünschte, ich könnte es aus meinem Gedächtnis streichen. Es zitterte und bebte, während es weiter murmelte und irgendeinen unverständlichen Satz wiederholte, der wie eine bizarre Mischung aus mehreren Sprachen klang. Seine abgemagerte Haut spannte sich über einen unnatürlichen Rahmen aus spröden und hervorstehenden Knochen. Wirbel, Rippen und andere innere Organe ragten fast durch seine papierdünne, blasse, mattrosa und fast wie zerquetscht aussehende Schale. So unterernährt es auch aussah. Der Magen war an einigen Stellen aufgebläht und sein knochiges Aussehen minderte nicht das Gefühl, dass es in der Lage war, sich mit roher und perverser Gewalt an jedem seiner Opfer zu vergreifen. Übelkeit schwoll in meinem Magen an. Ein fauliger, widerlicher Geruch erfüllte die Luft und als es in die Dunkelheit mohrte und flüsterte, was ich anhörte wie abgebrochene, zerbrochene Zähne, konnte ich nicht anders als Mitleid mit diesem Unglücklichen zu haben, der in der Nacht zitterte, als sei er Opfer eines langen Hungertodes geworden. Doch schnell kam ich zur Vernunft und erkannte, dass dieses Ding nicht zu bemitleiden, sondern zu fürchten war. Man sollte es nicht verstehen, sondern aussetzen. Es zitterte nicht, weil ihm kalt war, sondern es zitterte vor Erregung, wie ein Drogensüchtiger, der sich auf seine nächste Dosis freut. Ich stand da und betrachtete, was ich soeben zwischen den Vorhängen gesehen hatte und bereitete mich erneut darauf vor, seinen verhüllten, bekleideten Schutz zu entfernen und ihn als das zu enthüllen, was er war. Ein kaltherziger Vandale, ein Herumtreiber der schlimmsten Sorte, ein Perverser, der in seinem eigenen Vergnügen schwelgte. Als ich wieder einmal die Hand hob, um den Vorhang zuzuziehen, erregte etwas meine Aufmerksamkeit. Sein unaufhörlich verwirrtes, kiesiges und unartikuliertes Flüstern quetschte sich durch diesen gebrochenen Mund und sprach die drei schrecklichsten Worte aus, die ich je gehört habe. Sieh hinter dich. Ein kalter Hauch glitt mir in den Nacken. Einen Moment lang erstarrte ich. Aber Liebe ist ein mächtiger Motivator. Wäre ich allein gewesen, hätte mich die Angst gepackt und jede Möglichkeit des Widerstands aus meinem Kopf vertrieben. Aber da Mary im selben Raum wie dieses Ding schlief, war mein einziger Gedanke, jemanden, den ich liebte, vor diesem Schuff zu beschützen. Ich drehte mich langsam um und als ich es tat, hörte ich es keuchen, schnaufen, nach Luft ringen. Nach einer Vierteldrehung konnte ich seinen Atem riechen. Der Gestank des Todes hing in der Luft, pestartig und faulig. Und dann hörte ich eine andere Stimme. Es war nicht das Grauen in der Dunkelheit. Es war Mary. Sie stieß einen Schrei aus, der mich bis ins Mark erschreckte und verzweifelte. Einen Schrei, der mich für den Rest meiner Tage verfolgen wird. Ich drehte mich schnell um und erblickte es, aber es war nicht hinter mir, sondern auf dem Bett. Es krümmte und röchelte, keuchte vor Vergnügen. Sein knöcheliges Rückgrat, gekrümmt von den Qualen unzähliger Jahre, ragte durch ein zerfetztes, zerrissenes Stück Stoff, das lose über seinem Oberkörper hing, in einem vergeblichen Versuch, fast menschlich zu wirken. Aber war es ein Mensch? War es einmal menschlich gewesen? Oder war es etwas so Abscheuliches, so Verabscheuungswürdiges, so zutiefst und leidvoll Verachtendes, dass kein Mann und keine Frau jemals versuchen könnte, es zu quantifizieren oder zu verstehen? Ich stürzte mich darauf, packte, schlug und zehrte mit aller Kraft an dem Ding, dessen lose Haut durch meine Hände glitt. Es quetschte und drückte Marys Gesicht genüsslich in ihr Kissen, während seine anderen Glieder sich bogen und verrenkten, an ihrem Nachthemd zerrten und ihre langen, ausgehungerten Finger mit ihren schmutzigen Liebkosungen über ihren nackten Körper fuhren. Marys Schreie wurden durch das Kissen gedämpft, als ich zu befürchten begann, dass sie ersticken würde. Ich schrie, ich brüllte, ich flehte dieses Ding an, sie in Ruhe zu lassen, mich stattdessen zu nehmen, alles zu tun, was es wollte, aber das diente nur dazu, dass das Ungeheuer zu noch größerer Verderbtheit zu animieren war. Es verletzte sie, schnitt sie auf. Meine schöne Mary. Plötzlich hörte es auf, sie anzugreifen, aber es hielt immer noch einen seiner spröden, schlagsigen und mageren, aber gewichtigen Hände auf Marys Hinterkopf und drückte ihr Gesicht weiter in ihr Kissen. Ich hatte meine Hände um seinen fauligen Hals gelegt und versuchte, so gut es ging, das Biest zu erwürgen, aber meine Bemühungen waren vergeblich. Seine dürre Gestalt täuschte über seine übermächtigen Kräfte hinweg. Ich sah ungläubig zu, wie es begann, mit seiner kadaverartigen Fingerhand durch Marys Haar zu streichen, langsam und beinahe liebevoll. Ich konnte nun das Drehen und Knacken von Knochen hören, das Aufplatzen von Knorpeln und das Reißen von Seen. Gott sei Dank kam das nicht von Mary. Ich befand mich jetzt auf seinem Rücken. Mein Arm lag um seine Kehle und mein Kinn rieb sich an der rauen Haut seiner Schulter. Als ich seine Wirbelsäule in meinen Bauch bohrte, verdrehte er seinen Kopf auf eine völlig unmenschliche Weise. Sein Hals knackte und ächzte unter der Belastung bei jeder arthritischen Bewegung, als sei er durch tausend Jahre Riga Mortis behindert. Jetzt sah dieses Wesen mich an. Ich habe schon oft gehört, dass manche Menschen den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Aber jetzt weiß ich diese Aussage wirklich zu schätzen. Denn ich war seinem schwarzen, eisigen Blick so nahe, dass ich seine Umgebung nicht wahrnehmen konnte. Ich verstärkte meinen Griff. Ich fluchte, ich schrie. Ich hätte ihm die Kehle herausgerissen, wenn ich gekonnt hätte, aber es war alles vergebens. Denn er fuhr weiter mit seinen dünnen Fingern lässig durch Marys Haar und sah mich dabei an. Ich glaube nicht, dass ich mich jemals von dem Geräusch erholen werde, das aus dem herauskam, was ich für eine Annäherung an ein Grinsen hielt. Ein keuchender Seufzer, ein Grunzen, etwas, das einem unheimlichen, jenseitigen Lachen sehr nahe kam. Als sein Gesicht, das meine berührte, starrten seine Augen tief in mich hinein. Nicht einmal mein Spiegelbild wurde erwidert. Zwei Gläser, die in ein Heiligtum der Dunkelheit blickten, ohne Licht, Glück und Liebe. Es starrte mich an, als wollte es mir sagen, als wolle es mir einfach einen Gedanken mitteilen. Und dieser Gedanke war Bosheit. Mit einer ruckartigen, stotternden und heftigen Bewegung riss es eine ganze Handvoll Haare von Marys Kopf und hinterließ eine offene Wunde. Und dann war es verschwunden. Mary schrie nicht. Sie wimmerte nur. Ich schaltete die Nachttischlampe an, aber kein Wort der Fürsorge oder des Mitgefühls konnte sie trösten. Sie weinte unkontrolliert. Das Bett war mit Blut getränkt, das aus den zahlreichen Kratzern auf ihrem Rücken und dem großen Schnitt, an dem einst ein ganzer Teil ihres Haares gelegen hatte, herausgesickert war. Ich umarmte sie und sagte ihr, dass alles gut werden würde. Dann sah sie mich an. Als ich in ihre Tränen überströmten Augen sah, wusste ich sofort, was sie dachte. Sie dachte, ich hätte sie angegriffen, dass ich ihr diese schrecklichen Dinge angetan hätte. Von allen Erfahrungen, die ich gemacht habe, wird der Blick des Verrats, des Ekels und der Verachtung auf Marys Gesicht die schmerzhafteste bleiben. Sie ist fort. Nachdem sie sich gefasst hatte, packte sie ein paar Sachen zusammen und ging. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Ich habe versucht, ihr alles zu erzählen, was passiert ist, aber sie wollte nicht zuhören. Wer würde schon so eine absurde Geschichte glauben? Sie sagte nur, dass sie nicht die Polizei rufen würde. Aber wenn ich jemals versuchen sollte, sie zu kontaktieren, würde sie genau das tun. Für sie war ich der Angreifer und nicht dieses Ding. Als sie ging, drehte sie sich ein letztes Mal zu mir um und brach dann in Tränen aus. Ich weiß jetzt, dass ich sie für immer verloren habe. Die Frau, die ich mehr als alles andere auf der Welt liebte, hält mich für einen gewalttätigen, abscheulichen Menschen. Wenn sie doch nur verstehen könnte, dass das, was das Ding getan hat, dass wer auch immer ihr das angetan hat, nicht menschlich ist. Ob es jemals menschlich war, weiß ich nicht. Aber falls ja, dann hat es diese Natur schon lange aufgegeben. Es war 5 Uhr morgens, als Mary mich verließ. Jetzt ist es 9 Uhr. Ich sitze hier im kalten Tageslicht an meinem Küchentisch und schreibe dies, damit es eine Aufzeichnung dessen gibt, was geschehen ist, damit die Menschen wissen, damit Mary weiß, dass was auch immer geschieht, dass was auch immer von nun an geschieht, es diese verachtenswerte Kreatur aus meiner Kindheit war, aus diesem verfluchten, engen Zimmer vor all den Jahren, die dieses Elend auf mich, auf uns herabregnen ließ. Ich muss mich jetzt von diesem Gefühl verabschieden. Ich könnte hier sitzen und den Verlust meiner Beziehung zu Mary betrauern oder ich könnte mich von der Angst überwältigen lassen und nichts tun. Aber das geht einfach nicht. Draußen hörte ich das Lachen der Kinder meines Nachbarn. In verschiedenen Phasen meines Lebens erinnerte ich mich an dasselbe Gefühl der Freude und des Glücks, das sich einstellt, wenn man mit Freunden spielt, auf einem Baum klettert, die Frau küsst, die man liebt oder wenn man vor dem Schlafengehen einschläft und von dem träumt, was sein könnte, in der Sicherheit eines glücklichen Familienhauses. Es sind Erinnerungen. Nur Erinnerungen. Ich fürchte, ich werde dieses Glück nie wieder erleben. Diese Sache hat mich gebrochen. Aber ich bin entschlossen, was auch immer dieses abscheuliche Wesen vorhat, was auch immer es mit mir vorhat, ich werde nicht zulassen, dass dieses Ding einem anderen Menschen Schaden zufügt oder in das Leben eines anderen Kindes eindringt, wie es dieses Ding vor all den Jahren bei mir gemacht hat. Ich muss euch jetzt verlassen, denn es gibt noch viel zu tun, bevor es dunkel wird, bevor es zurückkehrt. Meine Pläne sind gemacht und mit etwas Glück werden sie gelingen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass wir wieder miteinander sprechen werden, aber ich denke, das ist unwahrscheinlich. Ich hoffe, du verstehst, dass das, was ich tue, getan werden muss. Denn heute Nacht, und das verspreche ich, werde ich es töten. Fünfter Eintrag Während ich dies schreibe, zittere ich. Die Polizei hat mich vor weniger als zwei Stunden freigelassen und ich bin gezwungen, die Ereignisse des vergangenen Tages und der vergangenen Nacht so schnell und so genau wie möglich festzuhalten. In gewisser Weise möchte ich vergessen, aber ich weiß, dass ich das nicht kann. Ich weiß, dass ich das auch nicht darf. Für meine eigene Vernunft muss ich das Geschehene preisgeben. Es ist viel zu wichtig. Sollte ich mich jemals wieder von der mechanischen, rationalen Natur der Welt beeinflussen lassen, sollten mich diese Worte daran erinnern, dass das, was unsichtbar ist, sowohl geheimnisvoll als auch beängstigend sein kann. Nachdem Mary gegangen war, wusste ich, dass ich sie für immer verloren hatte. Aber anstatt in Depressionen und Untätigkeit zu verfallen, wurde ich von einem Ziel, einem Gedanken, einer Idee beflügelt, von der ich wusste, dass ich sie ausführen musste. Ich musste dieses Ding zerstören, denn ich konnte nicht zulassen, dass eines Tages dieses Ding weitere Angehörige oder ein anderes Kind verletzen würde. Ich wusste auch, dass mir der Tod drohte, aber da ich bereits alles verloren hatte, war das ein geringer Preis, den ich zahlen musste. Man sagt, dass Rache ein Gericht ist, das am besten kalt serviert wird, aber da ich mein ganzes Erwachsenenleben darauf gewartet hatte, dieses Ding, seine Erinnerung und den Schatten, den es auf mich geworfen hatte, loszuwerden, ging ich mit einem Lächeln auf den Lippen an den Vorhang heran, dieses Ungeheuer, dieses korrupte und perverse Ding zu töten. In dieser Nacht würde es tot sein. Selbst wenn ich es mit mir in die Hölle schleppen musste. In den nächsten Stunden war ich damit beschäftigt, eine Tasche zu packen und einen Brief an Mary und meine Familie zu schreiben, in dem ich ihnen erklärte, was geschehen war und dass sie keine Schuld trugen. Ich rief meine Mutter und meinen Vater an, dann meinen Bruder, nur um mein letztes Mal ihre Stimmen zu hören, aber ich ließ mir nichts anmerken, dass ich dachte, ich würde vielleicht nie wieder mit ihnen sprechen können. Die Intuition meiner Mutter veranlasste sie zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Ich lächelte und sagte ihr, dass ich sie liebe, bevor ich mich widerwillig verabschiedete. Gegen sieben Uhr machte ich mich auf den Weg zum Auto. Die Sonne war bereits untergegangen und die Straße wirkte unheimlich still, als wäre sie Schauplatz einer unbewachten Beerdigung. Ich setzte mich auf den Fahrersitz, ließ die Tür auf der anderen Seite offen, um auf meinen höchst unwillkommenen Fahrgast zu warten. Um neun Uhr hatte sich nichts Ungewöhnliches ereignet. Der Ort blieb menschenleer und die kalte Nachtluft, die durch die offene Tür strömte, begann zu beißen. Während ich so da saß, ging mir etwas durch den Kopf. Ich grübelte über die Natur dieses leblosen Parasiten nach. Eine Frage erhob sich aus dem Meer der Gedanken, überragte alles andere, unbeweglich und ununterbrochen. Kann man überhaupt etwas töten, das vielleicht schon tot ist? Ich wusste nicht, ob es sich um ein Ding aus dem Grab handelte oder um ein weltfremdes Gespenst, das in gewisser Weise als lebendig betrachtet werden konnte. Aber gerade als ich meinen Plan neu überdachte, war es da. Zuerst war es ganz subtil, aber dann gab es eine kleine, fast unmerkliche Verschiebung in der Federung des Wagens. Unter anderen Umständen hätte ich das auf einen Windstoß zurückgeführt, der am Fahrgestell zog und drückte. Aber ich kannte dieses Gefühl nur zu gut von früher, als ich das Etagenbett leicht bewegte, wenn dieses Ding in das untere Bett kletterte. Ich kannte seine üble Visitenkarte. Die Luft wurde dichter, als wäre sie von einer Leiche in der Nähe verseucht. Es war mit mir im Auto, ungesehen zwar, aber dennoch dort. Als ich die leisesten geflüsterten Atemzüge vom Rücksitz hörte, beugte ich mich vor und schloss seelenruhig die Beifahrertür. Ich drehte den Schlüssel im Zündschloss und als ich von der Straße abfuhr, hätte ich schwören können, dass ich ein leises, aber eindeutig bösartiges Kichern hörte, als würde sich etwas gerade über mich lustig machen. Wusste es, was ich mit ihm vorhatte. Unser Ziel war nicht weit entfernt, aber die Hügel, durch die unsere Landstraße führte, hoben und senkten sich mit schöner Regelmäßigkeit. Eine deutliche Erinnerung an die unheilvolle Einsamkeit der Nacht. Gelegentlich hörte ich auf dem Weg etwas von hinten, aber ich weigerte mich in der Dunkelheit nach dem Ding zu suchen. Geduld. Es würde nicht lange dauern, bis ich ihm begegnen würde. Die Ironie des Schicksals. Ich hatte Angst, dasselbe Ding zu verscheuchen, das mich als Kind erschreckt und gequält hatte. Ich musste unverwüstlich sein und so fuhr ich vorsichtig und ruhig durch die Dunkelheit und in der Hoffnung, dass mein unheimlicher Passagier an der ganzen Sache keinen Verdacht schöpfen würde. Und dann kam ich an. Die Räder des Wagens kämpften und rutschten im Gestrüpp, als ich von der schmalen Landstraße abfuhr. Die Landschaft hatte sich geöffnet und als ich die zerbrochenen und verrottenen Bäume um mich herum betrachtete, hatte ich das Gefühl, dass es passend war, in der kalten Nacht an diesen trostlosen Ort zu kommen, um das Trostloseste zu zerstören. Das Land fand plötzlich ein abruptes Ende. Eine Klippe, die aus einem alten Steinbruch herausgearbeitet wurde und tief in das schwarze Wasser des Sees darunter blickte. Die Klippe war relativ flach und beherbergte einst eine Straße, die vor Jahrzehnten in den See gestürzt war. Die einheimischen Kinder erzählten Geschichten über die rachsüchtigen Geister derjenigen, die bei dem Einsturz ums Leben gekommen waren. Aber das waren ja nur Geschichten. Oder vielleicht waren sie es auch nicht. Früher hätte ich solche Geschichten nicht beachtet. Aber wer würde mir glauben, wenn ich sie jetzt erzählte. Ich stellte den Motor ab und parkte einige Meter vom Klippenrand entfernt. Ich schaltete alle Lichter aus und machte mich auf das gefasst, was kommen würde. Ich saß eine gefühlte Ewigkeit in diesem Auto. Nur das gelegentliche Plätschern des Wagens ging die Klippe unter mir, leistete mir Gesellschaft. Ich wartete. Dieses Ding war schlau, daran gab es keinen Zweifel. Es hatte mit mir gespielt und den Schmerz und die Qualen, die es verursacht hatte, so genossen, wie es nur ein eiskalter Verstand konnte. Deshalb wusste ich, dass es mich verdächtigen oder vielleicht sogar fliehen würde, wenn ich das Auto zu nah an den Rand der Klippe brächte. Ich musste warten, bis es angriff, es fressen lassen, es schwelgen und sich an mir laben lassen. Vielleicht würde es dann nicht bemerken, wie ich das Auto langsam in das dunkle, eisige Wasser unter mir stürzte. Ich wollte dieses Wesen einfach ertränken. Ich hatte die möglichen Folgen in meinem Kopf abgeschätzt und war zu dem Schluss gekommen, dass es einen Moment geben würde. Einen einzigen Moment, in dem ich eine kleine Chance haben würde, aus dem Auto zu entkommen, kurz bevor es die Kante erreichte. Mary und ich gingen gelegentlich dorthin, ein Ort, an dem wir zusammen sein konnten. Weit weg von allem anderen und der sah an einem Sonnentag nicht annähernd so kahl aus wie jetzt. Ich hatte den Ort also im Kopf und kannte ihn gut. Es ging mindestens 30 Meter in die Tiefe und ich wollte weder in dem Auto sitzen, wenn es auf das Wasser aufschlug, noch mit dieser Abscheulichkeit da drin gefangen sein. Ich wartete, dann hörte ich es. Zuerst langsam, dann immer schneller und lauter. Ein rasselnder, keuchender Atem von hinten. Seltsamerweise klang er mühsamer als zuvor. Jeder Atemzug war ein Kampf, gefüllt mit Flüssigkeit, faulig und verwest. Ein Schauer lief mir über den Rücken, ein übler, fauliger Geruch erfüllte die Luft. Das Atmen kam von hinten immer näher. Mein Herz begann zu rasen, schlug hart und schnell, als ich aufblickte und sah, wie die Windschutzscheibe von innen zu vereisen begann. Ich konnte meinen Atem sehen, was ganz natürlich war, aber unnatürlich war, dass der Atem von der anderen Seite über mein Gesicht strich. Ich drehte mich langsam um. Ich wollte weinen, ich wollte weggehen, in die Nacht laufen, aber ich musste bleiben. Ich konnte es nicht entkommen lassen. Es saß auf dem Beifahrersitz. Ich starrte es an und es starrte mich an. Gekrümmt, von Dunkelheit umhüllt, verzerrt, abgemagert, die Hände verkrampft, als kämpfe es gegen die Riga Mortis, bewegte es sich langsam auf mich zu. Ein knochiges Bein knackte und stöhnte, als es über meinen Schoß auf die andere Seite rutschte. Es saß auf mir. Es zog sich dicht an mich heran und durch ein Lichtschimmer des Mondes konnte ich sein Gesicht erkennen. Die Haut hing von seinem zerklüfteten Zügen herab. Die glasigen Augen starrten mich tief an, während sich sein Grinsen auf seinem Gesicht ausbreitete. Natürlich bereit, durch sein halb verrottetes Fleisch, das die verfaulten Muskeln, die abgebrochenen Zähne und die Sehnen seines ranzigen Lächelns darunter freilegte. Als er näher kam, öffnete er sein Maul und enthüllte eine nasse und faulige Zunge, die durch einen Teil seines fehlenden Kiefers zu sehen war. Keuchend und schwer atmend, mit einem fauligen Gestank, der mir in die Augen stach und meinen Mund füllte, reagierte ich. Ich reagierte, als ich mich erbärmlich krümmte und mein Körper versuchte, die giftigen Dämpfe auszustoßen. Und als ich das tat, hielt es einen Moment inne und gackerte dann vor sich hin. Glücklich und zufrieden. Wenn ich in seine eiskalten Augen blickte, wirkte er immer noch wie ein geplagter und zunehmend schwächer werdender alter Mann. Er war immer noch ein unglaublich starkes Wesen, aber es schien, als ob er etwas von seiner Kraft verloren hätte. Vielleicht hatte das Verlassen des langgestreckten Raums ihm irgendwie geschadet. Seine langen, abstehenden Finger streichelten mein Gesicht. Und dann, als Zeichen seiner Absicht, stieß er einen davon tief in meine Schulter. Ich schrie auf, als er sich in mir krümmte und verdrehte und der verrottende Unhold bewegte seinen Finger, um so viel Schaden und Schmerz wie möglich zu verursachen. Währenddessen glitt seine andere Hand an meinem Körper hinunter. Sie berührte mich. Es war an der Zeit. Mit meinem freien Arm schaltete ich die Zündung ein und obwohl meine Schulter immer noch an den Sitz gepresst war, kämpfte ich mich durch den Schmerz, legte den Gang ein und fuhr los, so schnell, wie ich nur konnte. Die Kreatur zappelte und schrie. Sie versuchte, über mich auf den Rücksitz zu klettern, aber ich hielt mich mit aller Kraft fest. Der Gedanke daran, was dieses Wesen Mary angetan hatte, reichte aus, um meine Wut zu steigern. Wir rasten auf den Rand der Klippe zu und ich war verzweifelt einen Blick auf die Fahrertür. Als wir uns dem eisigen Absturz näherten, schrie ich vor Wut über sein eitriges, ranziges Gesicht und stieß es von mir herunter. Es kletterte auf den Rücksitz und kämpfte um sein Leben, während ich um meines kämpfte, indem ich die Autotür entriegelte. Aber es war zu spät. Das Auto stürzte über die Felswand und ehe ich mich versah, schlugen wir auf dem dunklen Wasser auf, das die schwarze, glasartige Oberfläche mit ungeheurer Wucht zersplittern ließ. Ich hätte sterben müssen, aber ein Airbag fing die Wucht des Aufpralls ab, obwohl ich mir den Kopf am Türrahmen aufschürfte. Benommen blickte ich mich um. Das Geräusch, das ich aus diesem Ding hörte, war missgestaltet und doch vertraut. Das Kreischen eines dämonischen Kindes wich bald der Angst und der Wut einer uralten Intelligenz, die wusste, dass sie dem sicheren Tod nahe war. Das Wasser war gefroren und strömte mit solcher Wucht durch die nun verbogene Autotür, das mir der Atem stockte. Ich schnappte nach Luft, genau wie meine unwillige Beute. Es wandte und drehte sich auf der Suche nach einem Ausweg. Als es die offene Tür entdeckte, zog es sich durch das Wasser auf mich zu. Ich ballte meine Faust und schlug sie in das Gesicht des Wesens. Durch die Wucht des Aufpralls lösten sich Teile des verfaulten Fleisches und aus der entstandenen Wunde sickerte eine dunkle, schwarze Flüssigkeit. Wieder versuchte es an mir vorbeizukommen und ich wusste, dass ich mit ihm sterben musste, wenn ich es lange genug in diesem Auto halten wollte, damit es ertrank. Ich fühlte mich wie betäubt, als das gefrorene Wasser über mein Kinn glitt. Mein Herz kämpfte einfach nur gegen die Kälte an. Es wollte überleben und mit einem plötzlichen Stoß war ich untergetaucht und hatte meinen letzten Atemzug gemacht. Ich hielt den Atem an, aber nur, um mich auf einen eisigen Ersteckungstod vorzubereiten. Ich hoffte, dass er nicht schmerzhaft sein würde. Meine Gedanken kehrten zu Mary und meiner Familie zurück. Ein alles verzehrendes Gefühl von Traurigkeit und Verzweiflung überkam mich. Aber als ich mit diesem Ding kämpfte, das versuchte, einfach nur mir vorbeizukommen und durch die Tür zu gelangen und mit seinen Armen um sich schlug, sah ich nach unten und ich sah es. Sein Bein war durch die Wucht des Sturzes zwischen den Armaturenbrett und dem Boden des Autos eingeklemmt und obwohl es sich bewegen konnte, konnte es nicht weg. Ich drehte mich sofort zur Tür. Ich konnte in dem schwarzen Wasser kaum einen Fuß vor mir sehen, aber das Mondlicht reichte aus, um mir den Weg zu leuchten. Gerade als ich die Tür erreichte, packte mich das Ungeheuer und zog mich zu ihm zurück. Es hatte alle Hoffnung aufgegeben, zu entkommen, aber es wollte mich mit ihm ertränken. Wir kämpften eine gefühlte Ewigkeit in diesem kalten, bitteren Grab, während das Auto langsam immer tiefer in die Dunkelheit sank. Ich spürte, wie mein Körper mich anflehte, einen Atemzug zu machen, meinen letzten Atemzug auszuatmen und das gefrorene Wasser in meine Lungen zu lassen. Ich bin froh, dass ich meinen Verstand benutzt habe, um diesem schrecklichen Schicksal zu entkommen. Ich richtete meinen Körper aus und stieß meine Füße mit genügend Kraft gegen das Armaturenbrett, um mich endlich aus seinen glitschigen Umklammerungen zu befreien. An viel mehr erinnere ich mich nicht, außer an den gequälten und hasserfüllten Schrei, dem ein Peiniger ausstieß, als ich ihn zum Sterben auf dem Grund des eisigen Sees zurückließ. Ich fand mich in der Wildnis wieder, kalt, nass, aber lebendig. Die Wunde in meiner Schulter verlangsamte meine Schritte, aber ich hielt die Blutung in Schacht, indem ich mit der anderen Hand darauf Druck ausübte. Ich brauchte zwei Stunden, um nach Hause zu laufen und ich bin erstaunt, dass ich nicht vor Erschöpfung oder Unterkühlung zusammengebrochen bin. Als ich in dem vertrauten Anblick der Straße, in der ich wohnte, erblickte, erfüllte mich ein Gefühl der Errungenschaft, ein Gefühl des Stolzes und des Triumphs. Ich hatte das Ding ein für alle Male besiegt. Das heißt, bis ich in mein Haus ging und eine Spur von großen, nassen Fußabdrücken fand, die von der Haustür bis zu meinem Bett führte. Ungläubigkeit ergriff mich. Die Verzweiflung war so groß und so überwältigend, dass ich sie nicht in Worte fassen kann. Das Wesen lag in meinem Bett und wartete. Ein weißes Lagen verbarg seinen abgemagerten Körper vor den Augen. Der menschliche Verstand ist eine wunderbare Sache. In dem Moment, in dem man glaubt, dass der Körper einen Grad der Erschöpfung erreicht hat, von dem er sich nicht mehr erholen kann, dass die Emotionen so zermürbt sind, dass man das Gefühl hat, nicht mehr weitermachen zu können, entspringt einem müden Geist wie durch Wunder ein Gedanke. Lass ihn ruhen. Für jetzt. Ich schlich leise durch die Dunkelheit und holte meine Brieftasche, die ich auf einem kleinen Couchtisch in der Mitte meines Wohnzimmers liegen gelassen hatte. Ich ließ die Tür unverschlossen und verließ das Haus, um mich um einen neuen Plan zu kümmern und kehrte eine Stunde später zurück. Mit einer kurzen Vorbereitung schlüpfte ich in das Gästezimmer. Dort lag ich in dem unbefleckten Bett und wartete. Ich war mir sicher, dass dies das Endspiel war, dass es nicht mit mir spielen, sondern mich töten würde. Ich wusste nicht, wie es dem wässrigen Grab entkommen war, aber ich würde verdammt sein, wenn es doch einmal entkommen würde. Ich konnte nur hoffen, dass es mich vom anderen Zimmer aus spüren könnte. Ich schloss die Augen und tat so, als ob ich fest schliefe. Die Zeit schritt voran und obwohl ich dagegen ankämpfte, übermannte mich schließlich die Erschöpfung und ließ mich in einen tiefen Schlaf fallen. Ich erwachte mit seinen Händen um meinen Hals. Es hustete und stotterte auf mir. Eine ranzige, schwarze Flüssigkeit tropfte auf mein Gesicht, während sie aus den Wunden in seinem Gesicht sickerte. Ich rang nach Luft und hoffte, dass ich die Kräft hätte, mich aus seinem Griff irgendwie zu befreien. Aber das Wesen war zu stark und meine Hände konnten ihn nicht mit Überzeugung festhalten, da er von seinem Sturz in den See triefend nass zu sein schien. Es mag in diesem Moment nicht rational erscheinen, aber als meine Sicht langsam schwächer wurde und das letzte Licht des Bewusstseins in mir erlosch, tat ich etwas, was so viele Tiere in ihren letzten Momenten tun. Ich stellte mich tot. Ich lag regungslos da und hielt den Atem an. Dann schüttelte es mich heftig am Hals und ließ mich los. Ich wartete auf meinen Moment, meine letzte Chance, dieses Ding zu vernichten. Seine schwerfällige Atmung entspannte sich leicht und es schien mich fast neugierig anzustarren. Ich wartete noch immer auf eine Gewichtsverlagerung, die es mir ermöglicht hätte, es auf den Boden zu werfen. Es beugte sich dicht zu mir herunter und zog eine breite, bröckelnde Grimasse. Es sammelte seinen fauligen Speichel in seinem Maul und in dem, was von seinen Wangen übrig geblieben war und zeigte dann seine völlige Verachtung für die Lebenden und die Toten. Es spuckte seine eiternde Flüssigkeit auf mein Gesicht, wobei die Reste durch ein Loch in seinem Kiefer auf mich herabtropften. Ich wollte schreien, irgendetwas tun, um diesen abscheulichen Fleck auf meiner Haut zu entfernen. Aber ich wagte nicht, mich zu bewegen. Die Zeit war noch nicht reif. Es beugte sich näher heran, stieß und kratzte an der Wunde in meiner Schulter und der Schmerz schoss durch meinen Körper. Trotz all meines Widerstands blieb ich unbeweglich. Dann schob es langsam und geduldig zwei seiner langen, ausgefahrenen Finger in meinen Mund. Der Geschmack war überwältigend, ranzig, faul, tot. Das arthritische Knacken seiner Fingerknöchel erschütterte meine Entschlossenheit. Als es sich genüsslich aufbäumte, drückte es seine Finger plötzlich tief in meine Kehle. Ich wirkte. Eine instinktive Reaktion. Anstatt schockiert zu sein, ertönte ein verstümmeltes Lachen durch seine abgebrochenen Zähne, als er seine Finger noch tiefer in meinen Mund schob. Ich spürte, wie sein kaltes, hartes Fleisch an der Innenseite meiner Kehle kratzte und flehte ohne Worte, dass es aufhören möge. In unseren dunkelsten Momenten finden wir manchmal unsere wahre Stärke. Ich rollte mich auf die Seite, nutzte sein Gewicht gegen mich und schaffte es schließlich, mich zu befreien. Ich fiel auf den Boden. Sein langer Griff griff nach meinen Füßen. Ich strampelte und schrie und war endlich frei. Es starrte mich an, aber nur einen Moment lang. Es richtete sich auf dem Bett auf. Seine spröden Knochen knackten unter seiner eigenen Kraft und es war nun groß und hager und bereit, sich auf mich zu stürzen. Seit ich ein Kind war, war ich ein Opfer gewesen. Es hatte mich terrorisiert. Es hatte Mary angegriffen. Es hatte mein Leben zerstört. Das würde ich nicht länger hinnehmen. Manchmal ist die gefährlichste Beute diejenige, die einen übertrumpfen kann, die einen in einem falschen Gefühl der Dominanz oder Überlegenheit wiegt, die jede Angst von einem mit einem Gefühl der Wut und des Verrats besiegt hat. Er war in meine Falle getappt. Eine Falle, die von Logik, Vernunft und einem Verständnis der Welt mit den Augen eines wissenschaftlichen Verstandes erdacht wurde. Feuer reinigt alles. Als es stöhnte, kreischte, knackte und sich verrenkte und sich zum Angriff bereit machte, zog ich mit einer schnellen Bewegung eine Decke vom Boden und enthüllte einen mit Benzin gefüllten Eimer, den ich in dieser kurzen Zeit der Vorbereitung gekauft hatte. Ich warf ihn so fest ich konnte und die Flüssigkeit spritzte über das ganze Grauen und das Bett. Es grinste mich an, spottete über meine Existenz, machte sich über meine Schmerzen und die Qualen, die es verursacht hatte, lustig. Ich holte ein Feuerzeug aus meiner Tasche, zündete es an und warf es auf dieses elende Ding. Es krümmte sich und schrie im Todeskampf. Teile seines Fleisches zerfielen und verbrannten vor meinen Augen zu einem Nichts. Es tat mir fast leid, aber ich dachte mir, lass es brennen. Das Feuer geriet außer Kontrolle. Zum Glück hörte ein Nachbar die Schreie und sah den Rauch und rief die Feuerwehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich entkommen bin. Ich verbrachte mehrere Stunden im Krankenhaus, wo ich wegen einer leichten Rauchvergiftung und schmerzhaften Verbrennung an den Händen behandelt wurde. Es tut immer noch weh, während ich schreibe, aber wie bei vielen oberflächlichen Wunden werden sie heilen. Vielleicht werden ein paar Narben zurückbleiben, aber damit kann ich leben. Die Polizei hat mich kurz darauf verhaftet, weil sie mich für einen Mörder hält. Sie vermuten, dass ich bei dem Brand jemanden getötet habe und finden es sehr verdächtig, dass ich eine tiefe Wunde in der Schulter oder einen Kratzer am ganzen Körper habe. Man hat mir gesagt, ich solle mich nicht zu weit entfernen, falls sie mir noch weitere Fragen stellen wollen, aber sie können ruhig fragen. Ich bezweifle, dass sie meine Antworten überhaupt glauben werden. Sie haben keine Überreste gefunden, auch keine Hinweise darauf, dass jemand anderes dort war, außer einem seltsamen Umriss einer Figur, der tief in das Bett und die Wand geätzt worden war. Es sah so aus, als ob das, was auch immer dort gewesen war, einen Fluchtversuch unternommen hätte. Aber ich glaube nicht, dass es das geschafft hatte. Eine Last ist nun von meinen Schultern genommen worden. Eine Last, die, wie ich jetzt weiß, schon immer da war, seit ich ein Kind gewesen bin. Ich glaube, dass diese Sache sogar aus der Ferne einen Einfluss auf mich hatte. Und jetzt, da sie weg ist, fühle ich mich endlich wieder ganz. Ich bin am Boden zerstört, dass ich Mary verloren habe. Und mein Haus kann abgeschrieben werden, da ich wahrscheinlich der Brandstiftung angeklagt werde, nachdem sie herausgefunden haben, dass ich das Feuer gelegt habe. Was bedeutet, dass ich mich von jedem Versicherungsanspruch verabschieden kann. Meine Hände schmerzen ebenso wie meine Schultern. Aber mein Geist tut es nicht. Ich schreibe dies von einem Hotelzimmer aus. Es ist klein und unscheinbar, aber es wird meinem Zweck dienen. Heute Nacht will ich schlafen und träumen, wie ich es als Kind getan habe, bevor dieser Schufte in mein Leben eindrang. Ich glaube, dass es meine Vernunft war, die mich gerettet hat. Mein logisches Denken, dass es mir ermöglichte, ein solches Übel zu verrichten. Aber ich werde nie der Schlussfolgerung entkommen, dass das Leben jenseits des Schleiers dort draußen in der Dunkelheit viel mehr zu bieten hat. Es ist eine Welt, die ich gesehen habe und in die ich nicht zurückkehren möchte. Aber heute Nacht werde ich mich ausruhen und morgen werde ich mein Leben in der Gewissheit neu aufbauen, dass mein unwillkommener Gast für immer fort ist. Ich kann es fühlen. Ich weiß es. Es wird einige Zeit dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. und vielleicht wird mir mein Verstand noch den ein oder anderen Streich spielen, denn es ist schwer, die Paranoia eines ganzen Lebens aufzugeben. Ich muss lernen, meine Sicherheit wieder zu akzeptieren. Ich weigere mich, für den Rest meiner Tage über die Schulter zu schauen, aber ich werde immer vorsichtig sein. So wie heute Morgen im Krankenhaus, als ich auf einem Bett in einer ruhigen Station lag und ich glaubte, das Bett für einen kurzen Moment wackelnd zu spüren. Aber ich weiß, dass es nur meine Einbildung war. Ich bin froh, dass ich meine Erfahrungen aufgeschrieben habe. Es hat mir viel über mich selbst verraten und vor allem sollte sich jemand jemals, Gott bewahre es, in einer ähnlichen Situation befinden, dann weiß diese Person vielleicht mit Hilfe meiner Texte, was zu tun ist. Aber jetzt ist Schlafenszeit und ich muss mich ausruhen, denn ich habe noch nie so eine Müdigkeit erlebt wie diese. Gute Nacht und schlaf gut. Gute Nacht und schlaf gut. Gute Nacht und schlaf gut. Wenn Sie die meisten Menschen eines bestimmten Alters fragen, wer war der erste Brite im Weltraum, werden Sie ihnen sagen, dass es Helen Charmin im Jahr 1991 war. Wenn Sie dann fragen, wer war der erste Brite, der auch auf dem Mond gelandet ist, werden Sie euch immer die falsche Antwort geben. Es sei denn, Sie würden sagen, dass kein Brite jemals den Mond betreten hat. Nun, das hier ist jetzt die offizielle Wahrheit. Was man ihnen nämlich nicht sagen wird, ist, dass es kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 eine streng geheime Mondmission gab. Während die Mehrheit der Weltbevölkerung glaubte, dass die Sowjets keine Verbindung zu Westeuropa hatten, war es doch viel zivilisierter als all das. Ja, der Kalte Krieg hatte uns auf offiziellere Ebene zu Feinden gemacht, aber auf persönlicher Ebene waren wir kaum Feinde gewesen. Schließlich waren die Russen und wir Briten nur 50 Jahre zuvor von Hitler angegriffen worden, so dass die Flamme der Freundschaft noch immer zu entfachen war. Ich kann Ihnen nicht alles verraten, was ich darüber weiß. Schließlich unterliegt das meiste noch bis 2040 dem Official Secrets Act, der dann höchstwahrscheinlich um weitere 50 Jahre verlängert wird. Ich habe auch keine Beweise. Die wenigen Dokumente, die mir zugewiesen wurden, wurden beschlagnahmt und ich war Zeuge, wie sie in einem Ofen unter Whitehall vernichtet wurden. Ich kann Ihnen aber eine Sache sagen. Wann das Ganze war und von wo aus es gestartet wurde. Es war Mitte Juni 1989, als ich zum ersten Mal ausgewählt wurde, wenn man es denn so nennen kann. Ich kann mich nicht mehr an das genaue Datum erinnern, aber ich weiß noch, dass ich damals einfach mitgemacht habe. Die beiden Männer, die unangemeldet in mein Arbeitszimmer kamen, sagten mir auf die verbal eindringlichste Art und Weise, die man sich vorstellen kann, dass ich gebraucht wurde. Zuerst habe ich ihnen nicht geglaubt. Ich dachte, es sei nur ein weiterer Scherz der Universität, aber ich wollte sehen, wie weit sie gehen würden. Sie begleiteten mich zu ihrem Auto, das sie direkt vor dem Eingang des Hauptgebäudes geparkt hatten. Ich habe nicht darauf geachtet, was es war, aber nach der Form und der tiefschwarzen Farbe zu urteilen, war es wahrscheinlich ein Jaguar XJ12. Die ganze Fahrt übersaß ich schweigend auf dem Rücksitz, bis auf ein paar Mal, als der Mann auf dem Beifahrersitz ein Anruf über das CB-Funkgerät, das im Armaturenbrett eingebaut war, entgegennahm. Meine Gedanken änderten sich, als ich mich nur eine Stunde später an einem Tisch in einem kleinen, fensterlosen Raum irgendwo in Westminster wiederfand. Ganz alleine. Das Fehlen von Fenstern wurde sicherlich durch die Qualität des Teppichs kompensiert, so viel weiß ich noch. Ohne Vorwarnung öffnete sich die Tür und etwa ein Dutzend Leute kamen herein. Sie waren alle im mittleren Alters oder älter, einige waren Russen, ihren Akzent nach zu urteilen und alle umklammerten Ordner, die mit Dokumenten überfüllt waren, während sie sich sehr aggressiv miteinander unterhielten. Sie beachteten mich nicht, zumindest nicht sofort. Vieles von dem, was gesagt wurde, ging über meinen Verstand. Für mich war das alles politisches Geschwätz. Sie benutzten Begriffe, die mir nicht geläufig waren, zumindest nicht in dem Zusammenhang, in dem sie sie benutzten. Ich erinnere mich an einen bestimmten Satz, den einer der älteren Männer mit einem starken russischen Akzent sagte. Das letzte Mal, dass ein Mensch den Mond betreten hat, war am 14. Dezember 1972. Das ist fast 20 Jahre her. Wir müssen wissen, ob sie noch da oben sind. Ich war verwirrt, als ich diesen Satz hörte. Jeder weiß, dass alle drei Besatzungsmitglieder von Apollo 17 sicher nach Hause zurückgekehrt sind. Daran gab es überhaupt keinen Zweifel. Es herrschte eine kurze Stille, während die anderen sich gegenseitig ansahen, in der Hoffnung, dass jemand etwas sagen würde, um das Schweigen zu brechen. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe, aber meine Naivität hatte mich übermannt. Entschuldigung? Ich dachte, alle drei Besatzungsmitglieder der Apollo 17 sind zur Erde zurückgekehrt. Alle starrten mich an, als hätte ich gerade etwas absolut Ekelhaftes und Verstörendes gesagt. Der ältere Mann starrte mich an, bevor er meine Frage beantwortete. Glauben Sie, wir haben Angst davor, dass Menschen auf dem Mond sind? Ich kam mir albern vor. Meine Gedanken schwirrten zwischen vielen verschiedenen Ideen hin und her, aber er hatte recht. Es war über 20 Jahre her. Wären Sie zurückgeblieben, wären Ihnen innerhalb weniger Tage der Sauerstoff und die Vorräte ausgegangen und Sie wären bald daraufhin umgekommen. Das war kein guter Anfang für mich in dieser Truppe. Er beugte sich vor und sprach mich mit gesenkter Stimme direkt an. Sie haben, noch werden Sie jemals, irgendeine Vorstellung davon haben, was wir wissen, was dort oben war. Ich sagte nichts, als ich das hörte. Zum Teil, um mich nicht lächerlich zu machen, aber auch, weil die Atmosphäre im Raum so unfassbar angespannt war. Er reichte mir einige zusammengeheftete Seiten aus seinem Ordner. Ich nehme an, Sie wurden nicht über dieses Treffen informiert, Genosse. Ich wollte ihn wegen der Verwendung des Begriffs Genosse korrigieren, aber ich beschloss, stattdessen einfach das Dokument zu lesen. Ich erinnere mich nicht mehr Wort für Wort an den Inhalt, aber auf der Vorderseite prangte Classified, Level 7, sonst nichts. Ich schlug die Seite um und sah eine Reihe von Schwarz-Weiß Fotos. Die Bilder waren nicht nur verstörend, sondern auch erschreckend. Das erste war ein Landschaftsbild, aufgenommen von der Mondoberfläche, aber mit einer Art von Struktur in der Ferne. Das zweite Bild zeigte eine Mondlandefähre, die jedoch aussah, als sei sie von oben bis unten aufgeschnitten worden. Keine gezackten Kanten oder herumliegende Trümmer einfach in zwei perfekte Hälften geschnitten. Ich erinnere mich nur an ein paar kyrillische Schriftzeichen auf der Seite, die übrig blieben. Das dritte Bild war aber das Beunruhigendste. Es war ein sehr einfacher Raumanzug, der auf der Mondoberfläche lag, mit den verstümmelten, eisigen Überresten seines Trägers, die um den zerbrochenen Visor herum verstreut waren. Es sah fast so aus, als wäre hier mit sehr hoher Geschwindigkeit er durch das Visier aus seinem Anzug gerissen worden. Das vierte Bild zeigte mehrere andere Raumanzüge, die auf der Oberfläche lagen, vielleicht 75 Meter von der Kamera entfernt. Mit diesem Anblick hatte ich nicht gerechnet. Ich wollte nach draußen gehen und kotzen, aber ich hielt mich zurück, zumindest bis die Sitzung vorbei war. Russische Mondlandung, Oktober 1968, sagte er, während ich auf die schrecklichen Bilder starrte. Diese Amerikaner dachten, sie würden zuerst auf dem Mond sein. Sie dachten, die russische Technologie sei minderwertig. Sie lagen falsch. Einer der britischen Männer, die am anderen Ende des Tisches saßen, drückte seine Zigarette auf dem Tisch aus. Um Himmels Willen, Kraftzow, hören Sie auf mit der kommunistischen Propaganda und kommen Sie endlich zur Sache. Der ältere Mann, den ich jetzt als Kraftzow kenne, zögerte nicht, seine Geschichte abzuspecken. Ok, wir sind also 1968 auf dem Mond gelandet, nur etwa 6 Kilometer von der Stelle entfernt, wo Apollo 17 1972 gelandet ist, aber nicht in der Nähe der anderen amerikanischen Mondlandung. Wir wissen, dass sie sicher gelandet sind, aber der Funkkontakt wurde etwa 5 Stunden nach der Landung unterbrochen. Wir nahmen an, dass es ein mechanisches Versagen der Plutonium-Brennstoffzelle war. Sie konnten weder abheben, noch mit uns kommunizieren. Das war für Russland ein Sieg und ein Verlust zugleich. Es handelte sich um eine geheime Mission, so dass alle Beteiligten danach ganz normal weitermachten. Der Tod war für sie nichts Neues, egal wie oft sie ihn sahen. Ich begann, die Punkte in meinem Kopf zu verbinden, aber ich blieb auf das fixiert, was Kraftzow sagt. Die Amerikaner landeten ihre bemannte Mondlandefähre im Juli 1969, dann vier weitere und die letzte im Dezember 72. Und am 22. Dezember 1972 wurde es uns mitgezeilt. Kraftzow blickte zu einem der anderen Männer hinüber, die alle bis jetzt geschwiegen hatten. Er sprach mit einem texanischen Akzent, aber mit einer sehr tiefen und autoritären Stimme. Ja, sobald wir sicher waren, haben wir den Kreml sofort informiert. Er hielt inne und blätterte in seinen eigenen Notizen. Es gab eine Entdeckung durch die Besatzung von Apollo 17, einer unbekannten Mondlandefähre. Wir nahmen an, dass es russisch war und einige Minuten nach Erhalt der Bilder bestätigten sie, dass das entdeckte Raumschiff russisch gewesen ist. Erzählen Sie ihm, was die Mannschaft gefunden hat, Genosse, sagte Kraftzow zu dem Amerikaner. Nun, wir waren uns zu diesem Zeitpunkt nicht ganz sicher, aber die Trümmer, die um das Modul herumlagen, waren tatsächlich menschliche Überreste. Nicht nur das, sie waren auch bis zur Unkenntlichkeit enthauptet worden. Nun, kurz nach ihrer grausigen Entdeckung verkündeten die drei Besatzungsmitglieder von Apollo 17 einstimmig, dass sie sofort zur Erde zurückkehren wollten. Wir sagten ihnen, dass es unmöglich sei, das Servicemodul, das den Mond umkreiste, befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der falschen Flugbahn und so hatten sie keine andere Wahl, als im Modul zu bleiben, bis es Zeit für die Rückkehr war. Sie sagten uns, dass sie vom Modul aus die Zahlen draußen sehen konnten. Sie stöberten in der Ausrüstung, die sie draußen gelassen hatten. Ich meine, diese Leute waren etwa 20 Fuß von diesen Dingern entfernt und hatten nur die Mondlandefähre als Schutz. Diese Module sind so konstruiert, dass sie dem Vakuum des Weltraums und den Kräften des Staates standhalten. Sie sind einfach nicht dafür ausgelegt, physischen Angriffen standzuhalten. Ich war so schockiert, dass ich ihn einfach fragte, ohne darüber nachzudenken, was ich sagen wollte. Wenn das alles passiert ist, warum sah die Apollo 17 Besatzung dann so normal aus, als sie von allen Leuten wieder willkommen gehießen wurde? Er lächelte fast, als er das sagte, was jetzt kam. Natürlich sahen sie glücklich aus. Sie lächelten und winkten alle zu. Die Männer, die jeder an dem Tag sah, waren noch nie in der Nähe eines Raumschiffs gewesen, geschweige denn auf dem Mond. Ich war verwirrt, aber er fuhr fort, bevor ich die Chance hatte, etwas zu sagen. Diese Männer waren nicht in der Lage, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, als sie zurückkam. Also dachten wir, wir besorgen uns ein paar Schauspieler, die ihre gesamte PR und ihren prominenten Status übernehmen, bis es ihnen besser gehen würde. Leider ging es ihnen nie besser. Ich meine, körperlich ging es ihnen gut, aber geistig vergiss es. Ihr Verstand war weg. Die Hälfte der Zeit mussten sie betäubt werden, nur damit sie sich hinsetzen und essen konnten. Sie hörten nicht auf davon zu reden, dass sie überall diese Figuren sahen. Und als einer von ihnen uns schließlich von den Dingern erzählte, nun, es war nicht schön. Er sagte, sie seien wie ein undurchsichtiger Schatten, aber mit einer bedrohlichen Aura, mit einem bedrohlichen Blick. Er sagte, dass einer von ihnen ihn direkt ansah, als er aus der Mondlandefähre schaute. Ich glaube, er meinte, er würde angestarrt werden, aber nach dem, was er sehen konnte, hatte das Ding, was er draußen auf dem Mond erblickte, keine Augen. Er sagte, sie starrten direkt in die Seele hinein, plünderten alle Gedanken und projizierten Angst und Schrecken in deinen Geist. Wir wissen noch nicht viel von dem, was da oben passiert ist. Alles, was wir haben, sind die Bilder und nicht viel mehr. Ich blätterte in dem Dokument, das sich in den Händen hielt. Die Ränder waren jetzt feucht vom Schweiß meiner Hände. Das nächste Bild zeigte einen Blick auf eine dieser Figuren. Sie war abscheulich. Es war nicht mehr als ein sehr dunkler Schatten, aber mit einem sehr ausgeprägten Umriss und Gliedmaßen, wenn man sie denn so nennen kann. Aus dem Winkel, aus dem das Foto aufgenommen wurde, ist es schwer zu sagen, aber ich schätze, dass diese Figur etwa neun oder zehn Fuß hoch gewesen ist. Und was habe ich mit all dem zu tun? fragte ich. Einer der anderen Männer antwortete schnell. Als Professor für Psychologie müssen wir sicher sein, dass sie in der Lage sind, die Besatzung der nächsten Mission zu heilen, falls sie in irgendeiner Art und Weise betroffen sein sollte. Ich war schockiert. Ich wusste immer noch nicht, was das jetzt mit mir zu tun hatte. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie das Bedürfnis haben, mich in diese Sache mit hineinzuziehen. Ein paar der Männer sahen mich an, bevor Kravsthoff es einfach aussprach. Wir haben unsere Gründe, sie auszuwählen. Wir haben ihre Akte eingehend studiert und sind überzeugt, dass sie alle notwendigen Kriterien für diese Aufgabe erfüllen. Ich stand wütend auf. Das ist doch lächerlich. Wollen sie sagen, dass ich, nur weil ich 18 Monate lang in einer Irrenanstalt gearbeitet habe, plötzlich qualifiziert bin, ihre Mannschaft zu heilen? Nachdem diese Leute Dinge gesehen haben, die die menschliche Vorstellungskraft übersteigen? Und das in einem Abstand von drei Metern, während sie eine Viertelmillion Meilen von einer anderen lebenden Seele entfernt ist? Sie haben offensichtlich keine Ahnung, wie Psychologie funktioniert, oder? Warum, um alles in der Welt sollten sie jemanden dorthin zurückschicken wollen? Die letzte Besatzung von 72 hat es kaum Leben zurückgeschafft, wenn man es als Leben bezeichnen kann, mit 39 Jahren mit dem Löffel gefüttert zu werden. Kravsthoff war nicht gerade erfreut, aber ich weigerte mich damit weiterzumachen. Okay, ich sage Ihnen was. Nehmen Sie diese Dokumente, lesen Sie sie sorgfältig durch und wenn Sie Ihre Meinung ändern, lassen Sie es uns wissen. Mein Entschluss stand bereits fest. Ich wollte diesen Auftrag nicht annehmen, aber ich nahm die Unterlagen trotzdem mit, um eine weitere Konfrontation mit Kravsthoff oder den anderen zu vermeiden. Anschließend wurde ich von den beiden Anzugträgern, die mich den ganzen Weg nach London gebracht hatten, zurück zu meiner Universität gefahren. Ich gebe zu, dass ich darüber nachgedacht habe, nachdem ich Zeit hatte, es zu begreifen, aber ich beschloss, dass es nichts für mich war, aus erster Hand Berichte über böse, gottlose Gestalten von intelligenten Männern zu hören, deren Verstand von einer jenseitigen Macht auseinandergerissen worden war. Ich erinnere mich aber noch an die Details des Staates und die Anzahl der Besatzungsmitglieder. Der Start erfolgte am 22. Dezember 1990 vom Startplatz Okhotsk in Russland. Es gab drei Besatzungsmitglieder, einen Briten und zwei Russen. Ich kann mich aber nicht mehr an ihren Namen wirklich erinnern. Ich dachte nicht weiter darüber nach und legte die Dokumente in einen Ordner in meinem Arbeitszimmer ab. Im Januar 1991, ein oder zwei Tage, nachdem wir aus den Weihnachtsferien zurückgekehrt waren, erhielt ich plötzlich einen Telefonanruf. Ich sollte am nächsten Tag abgeholt werden und die Unterlagen mitbringen, die ich etwa sieben Monate zuvor erhalten hatte. Ich erinnerte sie daran, dass ich mit dieser Sache nichts zu tun haben wollte. Sie verstanden und respektierten meine Wünsche. Sie erklärten sich damit einverstanden, dass ich kein psychologisches Experiment durchführen musste, aber ich sollte trotzdem morgen bei ihnen erscheinen. Wie geplant wurde ich von denselben beiden Schlägern abgeholt, die mich beim letzten Mal abgesetzt hatten. Beide waren immer noch so gesprächig wie beim letzten Mal. Ich hatte meine Aktentasche mit den geforderten Unterlagen dabei. Als ich in Whitehall ankam, wurde ich nicht in den kleinen Raum ohne Fenster gebracht, stattdessen wurde ich nach unten in den Keller geleitet. Kraftzorf und ein paar andere waren bereits dort. Es ist schön, sie wiederzusehen, Genosse, in gewisser Weise. Ich war verwirrt über seine Zweideutigkeit. Was meinte er nur mit in gewisser Weise? Ja, mir wurde gesagt, dass ich keine psychologischen Behandlungen durchführen muss. Warum bin ich also jetzt wieder hier? Er hielt für einen Moment inne, bevor er vom Boden aufblickte. Die Mission, die wir durchgeführt hatten, war ein Fehlschlag. Ich überlegte, was ich sagen sollte. Energie oder Kommunikationsprobleme, antwortete ich zaghaft. Kraftzorf seufzte. Weder noch. Leider. Die Ausrüstung war in Ordnung, bis wir auf dem Videomonitor gesehen haben, was mit ihm passiert ist. Mir wurde eiskalt vor Angst vor dem, was er mir gleich sagen würde. Die Figuren. Sie waren nicht nur noch da, sie haben auf sie gewartet. Sobald sie mit ihrer Fähre gelandet waren, hatten sie kaum Zeit, den Navigationscomputer auszuschalten, bevor das ganze Ding auseinander gerissen wurde. Ich versuchte einen Moment lang logisch zu denken. Wir sprachen hier über Zahlen. Was, wenn es ein mechanisches Versagen gab? Was, wenn? Kraftzorf unterbrach mich sofort. Es gab keinen Fehler. Ich werde Ihnen sagen, woher ich das weiß. Diese Figuren sind nur das Fußvolk. Wir sind vor dem Mond gewarnt worden. Zweimal. Es gibt keine weiteren Warnungen. Wenn wir zurückkehren, werden sie es als einen kriegerischen Akt einstufen und ich meine nicht einen mit Waffen und Bomben. Das wird ein Krieg gegen die Psyche des menschlichen Geistes sein. Niemand kann sich vorstellen, wie das ist. Mir fiel nichts ein, was ich hätte sagen können in diesem Moment. Das Modul landete am Weihnachtstag 1990 um 3.45 Uhr auf der Mondoberfläche. Um 3.47 Uhr wurde die Besatzung über Videolink gesehen, wie sie in ihrer Mondlandefähre enthauptet wurde. Um 3.48 Uhr druckten alle Hochgeschwindigkeitszeilendrucker in der Missionskontrolle in Ochotzk immer wieder denselben Text, in dem wir gewarnt wurden, uns vom Mond fernzuhalten. Mit ausführlichen Hinweisen auf die Folgen, wenn wir diese Warnung nicht beherzigen sollten. Ich war in diesem Moment sowohl wütend als auch ängstlich. Ich war wütend darüber, warum sie drei unschuldige Männer in den unvermeidlichen Tod schickten, eine Viertelmillion Meilen entfernt, um von diesen Figuren einfach zerrissen zu werden. Aber ich hatte auch Angst vor dem, was wir alle erleiden würden, wenn in der Zukunft eine weitere Mondlandung stattfinden würde. Und was machen wir jetzt? fragte ich Kraftsauf. Haben sie die Dokumente? Kraftsauf stand mit ausgestreckter Hand da. Ich nahm sie aus meiner Aktentasche und reichte sie ihm. Keine Kopien? Sie haben sie nicht vervielfältigt? Ich schüttelte den Kopf und bedauerte, dies nicht schon früher getan zu haben. Er ging den Korridor entlang zu einem kleinen Raum, in dem sich eine Metallrutsche befand. Er hob den Metalldeckel an und ein orangefarbener Lichtschein erfüllte den Raum, zusammen mit einer Welle heißer Luft. Er rollte die Dokumente locker zusammen und warf sie in den Schacht, der zum Ofen führte, bevor er danach den Deckel wieder schnell zuschlug. Das war die letzte Spur. Solange sie keine Duplikate gemacht haben, hat diese Mission offiziell nie stattgefunden. Er ging sofort zurück in den Korridor. Ich folgte ihm und schloss die Tür zum Heizungsraum hinter uns. Du kannst deinen Weg nach Hause selbst finden, Genosse. Er streckte die Hand aus, um mir die Hand zu schütteln. Nach dem, was ich gehört und getan hatte, schüttelte ich seine Hand instinktiv, ohne nachzudenken. Glaube bitte nicht, dass sich unsere Wege nie wieder kreuzen werden, Genosse. Vielleicht brauchen wir sie eines Tages wieder. Aber beim nächsten Mal wäre ihre Hilfe unabdingbar, sagte er, als er sich umdrehte und wegging. Ich weiß nicht, wem ich diese Geschichte erzählen soll. Niemand wird sie mir glauben. Ich würde es selbst nicht glauben, wenn es mir und meiner Familie nicht passiert wäre. Aber ich denke, ich sollte sie trotzdem erzählen. Als Warnung, nur für den Fall, dass ich verhindern kann, dass diese Tragödie auch andere trifft. Verzeih mir, wenn ich zu förmlich bin. Ich bin ein alter Mann und nicht an die Art und Weise gewöhnt, wie die Menschen heutzutage kommunizieren. Insbesondere online. Ich bin nicht viel in den sozialen Medien unterwegs. Es war ein Freund von mir, der mir empfahl, meine Geschichte hier auf dieser Website zu erzählen. Er meinte, dies wäre der Ort, wo Leute meiner Geschichte glauben würden. Ich weiß nicht, ob er damit meint, dass die Leute hier besonders leichtgläubig sind oder dass sie aufgeschlossen sind. Aber ich nehme einfach mal Letzteres an. Also, ihr guten, aufgeschlossenen Leute, lasst mich euch erzählen, was meiner Urenkelin passiert ist. Es begann vor drei Wochen. Wir haben eine Gewohnheit, die kleine Silja und ich. Wir hatten zusammen eine Gewohnheit. Im Sommer wohnt sie bei ihren Großeltern, die ganz in der Nähe wohnen. Und so kommt sie nachmittags immer auf Milch und Kekse vorbei, während ich Tee trinke. Und sie erzählt mir dann einfach Geschichten über ihren Tag. Die meisten dieser Geschichten handeln von ihren Stofftieren. Sie ist oder war ein sehr fantasievolles Kind. Natürlich handeln viele ihrer Geschichten von den Figuren auf ihrem iPad. Sie spielt ein Spiel mit irgendwelchen Tiermenschen, die alle in einer kleinen Stadt leben und Dinge tun wie Einkaufen gehen und Gärten anlegen. Sie ist sehr aufmerksam in ihrem Videospielgarten und weigert sich mit mir die echten Gärten mit den Erdbeeren zu pflegen, die ich immer für sie anbaue. Es ist eine Schande, wie süchtig die Kinder heutzutage sind. Sie hat versucht, mir das Spiel beizubringen, aber ich kann den Reiz einfach nicht verstehen. Jedenfalls erzählte sie mir eines Tages eine Geschichte über einige Figuren, entweder aus dem Spiel oder aus ihrer Fantasie. Und während sie mir eben über diese Figuren erzählte, fragte sie mich plötzlich, ob ich den gesichtslosen Mann schon einmal getroffen hätte. Die Frage kam aus dem Nichts. Ich nahm an, es sei eine Figur aus ihrem Spiel und sagte nur, er klingt ziemlich unheimlich. Und sie antwortete, er ist unheimlich. Ich wünschte, er würde verschwinden. Ich fragte sie nach diesem gesichtslosen Mann, aber sie schien nicht über ihn sprechen zu wollen. Das nächste Mal kam mir wieder zur Sprache, als wir ein Eis essen gingen. Als wir in der Schlange standen, starrte sie plötzlich ganz angeschränkt auf einen großen Mann im Anzug, der vor einem nahegelegenen Geschäft stand. Ich fragte sie, was los sei, und dann drehte sich der Mann um und zog sich seine Sonnenbrille über die Augen. Und als er das tat, entspannte sich ihre Haltung. Sie sagte beunruhigt, Ich dachte, er könnte der gesichtslose Mann sein. Er scheint ein Gesicht zu haben, sagte ich ihr, um sie zu beruhigen. Ja, sagte sie erleichtert. Er ist nicht der gesichtslose Mann. Nun, ich fragte sie nach diesem gesichtslosen Mann. Ich fragte, wer er ist, wann sie ihn sieht, und sie sagte, sie sehen meistens in der Nähe des Parks oder manchmal auch vor dem Fenster. Ich fragte sie, wie sein Gesicht denn aussah, und sie warf mir nur einen irritierten Blick zu, als hätte ich genau in diesem Moment die dümmste Frage gestellt, die man sich nur vorstellen kann. Sie sagte einfach nur, er hat kein Gesicht, deswegen ist er der gesichtslose Mann. Und was hat er dann anstelle eines Gesichts, fragte ich sie. Ist sein Kopf ein Kürbis wie ein Sleepy Hollow? In was, fragte sie, und ich kam mir in diesem Moment ziemlich alt und unnahbar vor. Ich fing an zu erzählen, aber dann wurde sie ungeduldig und sah auf ihrem kleinen Gerät nach und sagte, oh, der Kürbis hat ein Gesicht, Opa Wörn. Der gesichtslose Mann hat kein Gesicht, weder ein Kürbis noch sonst etwas. Er muss doch irgendetwas haben, sagte ich und versuchte es mir vorzustellen. Ist es nur Haut ohne Gesichtszüge? Nein, sie wurde ziemlich sauer. Das wäre ja fast wie eine Puppe, der man das Gesicht abgezogen hat oder so. Er ist der gesichtslose Mann, weil er kein Gesicht hat. Und wo sollte dann sein Gesicht sein? Sie gab ein frustriertes Geräusch in ihrer Kehle von sich. Ach, vielleicht solltest du ihn selbst fragen. Warum sprichst du nicht mit ihm? Also gut, wo finde ich ihn? Er steht hinter dir. Als sie das sagte, fuhr mir ein Schauer über den Rücken. Ich drehte mich langsam um und sah mich um. Aber es war niemand da. Absolut niemand. Und die kleine Celia war wieder in ihr Spiel vertieft. Sie sagte einfach nur, ich solle sie nicht stören. Das tat sie manchmal. Nun ja, ich beschloss, dass dieser gesichtslose Mann höchstwahrscheinlich einfach nur eine Einbildung war. Wie so viele ihrer erfundenen tierischen Freunde oder ihre Freunde aus dem Videospiel, die in den vier Wochen des Sommers, in denen sie mit uns alten Leuten zusammen war, zu ihren imaginären Begleitern an jedem Tag wurden. Ich hätte mich in diesem Moment, wo ich das annahm, nicht mehr tödlich und tragisch irren können. Celia schlief nicht gut. Ihre Großeltern waren besorgt. Sie schienen ängstlich zu sein, sagten sie. Und sie wollte nie nach draußen gehen oder irgendetwas anderes tun, als auf ihrem iPad zu spielen. Sie nahm es ihr auch weg und sie bekamen dann einen schrecklichen Wutanfall. Als sie sie für den Nachmittag zu mir schickten, stürmte sie hinein, knallte die Tür zu, setzte sich wortlos hin und begann sich mit den Keksen vollzustopfen, die ich für sie vorbereitet hatte. Was ist denn los? fragte ich. Oma und Opa haben mir mein iPad weggenommen und jetzt lässt er mich nicht mehr in Ruhe, sagte sie. Wer lässt dich nicht in Ruhe? Der gesichtslose Mann. Ich setzte mich ihr gegenüber und plötzlich kam mir der Gedanke, dass dieser gesichtslose Mann eine Erfindung von ihr sein könnte, um ihren Willen durchzusetzen. So ähnlich wie, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Sie gab ihm die Schuld an allem, um ihre Großeltern zu überzeugen, ihm mehr Bildschirmzeit zu geben oder so. Ich fragte sie, warum lässt er dich nicht ohne das iPad in Ruhe? Sie seufzte frustriert. Wenn ich am iPad sitze, macht er sich nicht die Mühe, mit mir zu reden, weil ich beschäftigt bin. Er mag es nicht, unhöflich zu sein und zu stören. Aber wenn ich nicht am iPad sitze, wenn ich alleine bin und draußen spazieren gehe oder lese oder irgendetwas anderes mache, dann kommt er zu mir und dann versucht er mich zum Reden zu bringen. Er schiebte vehement den Kopf, saß da und zerbrach ihren Keks in Krümel und sagte schließlich, er sagt, er wählt die Leute aus, wenn sie geboren werden. Ich kann ihn also nicht sehen. Das schien ihr ein bequemer Buhmann zu sein, den sie für all ihre Übel verantwortlich machen konnte. Aber sie sagte, du kannst ihn sehen. Er ist auf meinen Fotos, nicht auf den Nahaufnahmen, aber die von der Menge. Er ist auf allen zu sehen. Und obwohl dies sicherlich ein Märchen war, jagte mir ihre Aussage einen merkwürdigen Schauer über den Rücken. Ich begann mich ziemlich beunruhigt zu fühlen. Also bat ich sie, mir die Fotos zu zeigen. Sie sagte, ich solle Facebook öffnen. Das ist eine App, die ich tatsächlich besitze und ich rief mein Konto auf meinem Handy auf und freute mich, in ihre kleine Ecke der sozialen Medien aufgenommen zu werden. Bis sie mich abwimmelte, indem sie mir sagte, dass sie nicht einmal Facebook habe, dass ich mir das Konto ihrer Mutter ansehen müsse, weil ich weder Snapchat noch Insta oder TikTok besitze, wo ich ihren Account finden könnte. Außerdem konnte ich auf dem kleinen Handy-Display keine Details sehen. Also musste sie mir helfen, mein Passwort zu finden und mich bei meinem Computer anzumelden. Sie zeigte mir einige Bilder aus verschiedenen Alben, die ihre Eltern und Großeltern aufgenommen hatten. Die meisten dieser Bilder waren Nahaufnahmen von ihr und ihrer Familie. Aber es gab auch eine größere Aufnahme von einem Park, dem Park hier ganz in der Nähe, um genau zu sein. Und sie zeigte mit dem Finger auf einem Mann im Hintergrund, der mit dem Rücken zu uns auf einer Bank saß. Sein Gesicht war auf diesem Bild natürlich nicht zu sehen. Ich sah nur, dass er einen Anzug trug. Das nächste Foto, das sie fand, zeigte alle Urenkel in einem Wasserpack, anlässlich des Geburtstags ihrer Cousine. Sie war auf einer Rutsche und im Hintergrund am Getränke stand, mit dem Rücken zur Kamera, stand erneut ein Mann im Anzug. Gleiche Größe, gleiche Haarfarbe und Frisur, gleicher Anzug. Ein altmodischer Anzug mit Nadelstreifen. Seltsam, dass er noch nie jemandem aufgefallen war. Sie zeigte mir ein weiteres Bild von Six Flags, einem Freizeitpark. Sie spielte dort Karnevalsspiele und hinter ihr bei einem der anderen Spiele, wo sie mit Bällen versuchte, beschwerte Krüge umzuwerfen, stand der Mann im Anzug erneut. Er stand wie immer mit dem Rücken zur Kamera. Sein Gesicht war nicht zu sehen gewesen. Ich war nicht überzeugt, dass er tatsächlich gesichtslos war, sondern nur, dass sie ihn nie gesehen hatte, außer wenn er ihr den Rücken zugewandt hatte. Aber die Tatsache, dass diese Person, wer auch immer er war, auf jedem einzelnen Foto war, dass auf jedem Foto derselbe Mann zu sein schien, war natürlich auch für mich beunruhigend. Ich fragte mich, wer er war und was er in der Nähe von ihr zu suchen hatte. Hast du es Mama und Papa erzählt? Fragte ich sie. Sie schüttelte schnell den Kopf. Sie sagen, dass ich ihn mir ausdenke. Sie glauben nicht, dass es derselbe Mann ist. Für mich sieht es aus wie derselbe Mann. Ich runzelte die Stirn. Wie oft siehst du ihn? Sie schwieg lange. Dann flüsterte sie schließlich. Ich sehe ihn jeden Tag. Jeden Einzelnen. Jeden Tag? Rief ich aus. Wo? Wo siehst du diesen Mann? Er schaut aus dem Fenster. Ich drehte mich um und schaute über meine Schulter. Ich schaute zu dem Fenster im Raum, aber ich konnte niemanden sehen. Es stand dort niemand. Aber ich schwöre, für einen kurzen Moment glaubte ich, eine Bewegung zu sehen. Für einen ganz kurzen Moment glaubte ich, das Aufblitzen einer Gestalt zu sehen, die dann sofort wieder weg war. Ich weiß nicht, ob das, was ich gesehen habe, tatsächlich stimmt oder ob ich es mir eingebildet hatte. Aber irgendwie bekam ich ein ungutes Gefühl. Ich habe natürlich mit meinen Kindern geredet und mit meinen Enkelkindern, aber keiner von ihnen hat viel von dem, was ich zu sagen hatte, sehr ernst genommen. Sie schienen einfach nur zu denken, dass ich langsam senil werde. Celia sagte mir, dass ihrer Meinung nach der gesichtslose Mann nur von sehr jungen oder sehr alten Menschen gesehen werden kann. Und dass er, wenn er sich anschickt, dich zu holen, ziemlich hartnäckig wird und ständig versucht, irgendwie mit dir zu reden. Sie sagte, wenn ich versuchen wolle, für sie mit ihm zu sprechen, dann solle ich ihn in Überlegungen suchen. Und das habe ich getan. Ich habe die Fenster und Spiegel beobachtet. Ich habe die Bewegung in den Pfützen auf der Straße nach dem Regen beobachtet. Und erst kürzlich, letzte Woche, als Celia zu Besuch kam, habe ich ihn gesehen. Ich erhaschte einen flüchtigen Blick in den Löffel, der zwischen uns auf dem Tisch lag. Zuerst habe ich ihm nicht einmal sein Spiegelbild wahrgenommen. Ich wusste nicht einmal, dass er es wirklich war, bis er sich leicht bewegte und ich hinschaute und erkannte, dass da eine Gestalt war. Ich blickte auf und er war verschwunden. Und als ich wieder auf das Spiegelbild schaute, war er nicht mehr dort gewesen. Es war wirklich nur ein unfassbar flüchtiger Moment, so schnell aufgetaucht, wie er wieder verschwunden war. Aber ich konnte ihn sehen. Und danach konnte ich ihn immer und immer besser sehen. Er tauchte nur noch auf, wenn meine Urenkelin damals zu Besuch war. Ich ging mit ihr spazieren, weil es so einfacher war, ihn zu erwischen. Und ich hatte das Gefühl, dass mir die Zeit davon lief. Celia war jetzt ständig gereizt. Sie sprach kaum noch mit mir. Ihre Eltern hatten mir gesagt, dass sie nach ihrem einmonatigen Aufenthalt bei ihren Großeltern und mir vorzeitig nach Hause kommen müsste. Ich hoffte, dass dies bedeutete, dass der gesichtslose Mann sie in Ruhe lassen würde. Aber ich wusste es einfach nicht. Und so wollte ich mich unbedingt mit ihm treffen, bevor sie abreist. Ich wollte mit diesem Mann, wer oder was er auch immer gewesen ist, unbedingt einmal sprechen. Und vor drei Tagen war es endlich soweit. Sie wartete in der Schlange für ein Eis und ich schaute in eine Pfütze und sah sein Spiegelbild, das neben mir stand. Ich schaute hastig auf und da war er. Leibhaftig stand er vor mir. Er beobachtete sie, den Kopf so gedreht, dass ich sein Gesicht nicht sehen konnte, nur seinen Nadelstreifenanzug, die polierten Schuhe und das glänzend geölte Haar. Oh, sagte ich, Sie sind es. Wollen Sie mein Gesicht sehen? fragte er. Seine Stimme war kräftig, erstaunlich klar und sogar relativ angenehm. Er hatte überhaupt nichts Gespenstisches oder Ungewöhnliches an sich. Er musste ein ganz normaler Mann gewesen sein. Ein ganz normaler Mann, der aber meiner Urenkele nachstellte. Ich schnaubte ihn an und trat näher, denn ich mag zwar ein sehr alter Mann sein, aber ich war einmal bei der Marine gewesen und ich wusste noch, wie man einen Schlag ausführt oder einsteckt, wenn es sein musste. Und außerdem machte ich mir keine Sorgen darüber, was mir passieren könnte. Also packte ich ihn an der Schulter. Also hören Sie mir mal zu, begann ich. Aber als ich ihn zu mir drehte, war kein Gesicht zu sehen, nur sein Hinterkopf. Egal aus welcher Richtung ich ihn mir ansah, ich blickte stets nur auf seinen Hinterkopf. Plötzlich wurde mir schwindelig, denn jetzt sah ich ihn von vorne, mit Revers, weißem Hemd und Krawatte und über der Krawatte seinen Nacken und der geölte Glanz seines Haares. Er war wie eine Eule, die ihren Kopf ganz herumgedreht hatte. Nur sein Kopf bewegte sich nicht. Ich keuchte und schritt um ihn herum, aber egal, wo ich hintrat, ich sah nur seinen Hinterkopf. Er gluckste. Willst du mein Gesicht sehen? fragte er in einer höheren Tonlage. Nein, nein, sagte ich. Er lachte. Meine Beine knickten ein und ich glaubte, ich würde in diesem Moment ohnmächtig werden. Als ich wieder zu mir kam, war Silja neben mir. Die Angestellten der Eisdiele auch. Ein Krankenwagen stand ebenfalls dort. Meine Kinder, ihre Großeltern, sie trafen kurz darauf ein. Alle machten sich so große Sorgen um mich, aber meine größte Sorge, als die Sanitäter mich untersuchten, war, dass ich ihn jetzt in der Menge inmitten der Kunden sehen konnte. Er stand einfach da, direkt vor einer Ladentür. Sein Kopf war wie immer von mir abgewandt, auch wenn sein Oberkörper jetzt leicht zu mir gerichtet war. So als würde er mich beobachten, obwohl ich seine Augen nicht sehen konnte. Siljas Blick folgte dem meinen und sie griff meine Hand und drückte sie fest. Was hast du ihm gesagt? fragte sie. Ich habe ihm Nein gesagt, antwortete ich ihr. Siljas Großeltern setzten sich gleich am nächsten Tag in ein Flugzeug zurück nach Vermont. Ihre Eltern holten sie ab. Sie war sehr froh, wieder mit ihnen vereint zu sein und teilte mir per Messenger mit, dass sie froh sei, wieder zu Hause zu sein und sich nun besser fühlte. Ihre Nachrichten waren eine ganze Zeit lang positiv. Aber dann, heute Morgen, schickte sie mir eine Nachricht, die sehr verzweifelt war. Die Nachricht war nicht mehr sehr kohärent. Sie sagte immer wieder, sie habe einen Fehler gemacht. Ich fragte sie, was sie meinte und sie erzählte mir, dass der gesichtslose Mann sie beim ersten Mal fragte, ob sie sein Gesicht sehen wollte. Und damals hatte sie gesagt, sicher, ich denke schon. Und er kicherte und sagte ihr, bald. Es war immer die gleiche Frage und sie hatte gelernt, dass der schnellste und einfachste Weg ihn wegzuschicken, darin bestand, zu sagen, sicher, ich denke schon. Und er würde immer kichern und bald sagen. Und immer, wenn er bald gesagt hatte, ging er einfach. Aber gestern hat er ihr offenbar was anderes gesagt. Als er gestern wiederkam und sie fragte, willst du mein Gesicht sehen? Sagte sie erneut, sicher, ich denke schon. Und er antwortete, morgen. Und jetzt würde er kommen, sagte sie. Er kam und ihr Vater war bei der Arbeit und ihre Mutter war schnell einkaufen gegangen. Und sie dachte, sie wäre mit ihrem iPad sicher. Aber es war nicht genug. Sie spielte Spiele, aber es war einfach nicht genug, um ihn fernzuhalten. Er war da gewesen, bei ihr. Ruf mich an per Videocall, sagte ich ihr. Und das tat sie auch. Aber ich konnte kaum einen Blick auf japanisches, tränenüberströmtes Gesicht erhaschen, bevor der Anruf abbrach. Ich beeilte mich, meine Schwiegerenkelin anzurufen. Ich rief meinen Enkelsohn an. Ich teilte ihnen mit, dass es sich um einen Notfall handele und sie sofort nach Hause kommen müssten, weil Celia sagte, dass es ein Eindringling gäbe. Ich sagte extra nicht, dass es der gesichtslose Mann war, denn dann hätten sie mir wahrhaft nicht geglaubt. Dann wartete ich mit angehaltenem Atem. Wie hilflos ich mich fühlte. All diese tausende von Kilometern entfernt. Aber was konnte ich denn tun? Ich konnte nur abwarten, dass alles in Ordnung ist. Dass ich eine Antwort bekam, dass es ihr gut geht. Während ich auf eine Antwort wartete, schickte mir Celia eine Nachricht. Und mein Herz sank. Mein Herz sank, weil ich wusste, dass meine Urenkelin verschwunden war. Dass man weder im Haus noch sonst wo eine Spur von ihr finden würde. Später fragte ich meine Enkelkinder, ob sie die Überlegung überprüft hätten. Aber sie dachten, ich würde wieder nur Unsinn reden. Sie verstanden nicht, was ich sagen wollte. Warum sollten sie auch einem dummen, wahnhaften alten Mann, der neulich beim Eisessen in Ohnacht viel etwas glauben. Aber ich weiß, wo sie ist. Und ich weiß, wer sie entführt hat. Und obwohl ich nicht weiß, ob ich sie jemals retten kann, werde ich hingehen und mein Bestes tun. Ich bin alt und es spielt keine Rolle, ob ich sterbe. Kurz nachdem der Videoanruf unterbrochen wurde, schickte Celia mir Folgendes. Es war eine Sprachnachricht, in der sie nur fragte, Großvater Wern, möchtest du mein Gesicht sehen? Diese Geschichte hier ist lang, also entschuldige ich mich dafür. Ich musste diese Geschichte noch nie so detailliert erzählen, dass ich sie wirklich ganz erklären konnte. Aber sie ist wahr und sie passierte, als ich etwa sechs Jahre alt gewesen bin. Wenn man in einem ruhigen Raum sein Ohr gegen ein Kissen drückt, kann man seinen Herzschlag hören. Als Kind hörten sich die gedämpften rhythmischen Schläge wie leise Schritte auf einem Teppichboden an. Und so hörte ich als Kind fast jede Nacht, gerade als ich einschlafen wollte, diese Schritte. Und jedes Mal wurde ich vor Schreck wieder aus dem Schlaf gerissen. Während meiner gesamten Kindheit lebte ich mit meiner Mutter in einem recht netten Viertel, das sich in einer Übergangsphase befand. Nach und nach zogen Menschen mit geringen finanziellen Mitteln ein und meine Mutter und ich waren zwei von diesen Menschen. Wir wohnten in einem Haus, wie man es in zwei Teilen auf der Autobahn sieht, aber meine Mutter hat sich gut darum gekümmert. In der Nachbarschaft gab es viele Wälder, in denen ich tagsüber spielte und sie erkundete. Aber nachts, wie das bei Kindern oft der Fall ist, wirkten sie eher unheimlich auf mich. Dies und die Tatsache, dass ich unter unserem Haus ein ziemlich großer Kriechkeller befand, ließ mich an imaginäre Monster und unausweichliche Szenarien denken, die meine Gedanken verschlangen, wenn ich von den Schritten geweckt wurde. Ich erzählte meiner Mutter von den Schritten und sie sagte, dass ich mir das nur einbilde. Ich blieb so hartnäckig, dass sie mir einmal das Wasser aus einer Bratenspritze in die Ohren spritzte, nur um mich zu beschwichtigen, weil ich dachte, das würde helfen. Das tat es natürlich nicht. Trotz all des Gruselns und der Schritte war das einzig Seltsame, was je passierte, dass ich ab und zu in der unteren Koje aufwachte, obwohl ich mir absolut sicher war, dass ich im oberen Bett eingeschlafen war. Aber das war nicht wirklich seltsam, da ich manchmal nachts aufstand, um zu pinkeln oder etwas zu trinken zu holen und mich daran erinnern konnte, dass ich dann einfach wieder in die untere Koje geklettert bin, um einzuschlafen. Ihr müsst wissen, ich bin ein Einzelkind, also war das ziemlich egal, in welchem der beiden Betten ich schlief. Das passierte ein- oder zweimal in der Woche. Aber das Aufwachen in der unteren Koje war nicht allzu beängstigend. Aber eines Nachts wachte ich nicht in der unteren Koje auf. Ich hatte die Schritte gehört, war aber zu weit weg, um von ihnen geweckt zu werden. Und als ich aufwachte, lag es nicht am Geräusch der Schritte oder an einem Albtraum, sondern daran, dass mir kalt war. Wirklich kalt. Als ich meine Augen öffnete, sah ich Sterne. Ich war im Wald. Ich setzte mich sofort auf und versuchte herauszufinden, was los war. Ich dachte, ich würde vielleicht träumen, aber das schien nicht richtig zu sein. Genauso wenig wie die Tatsache, dass ich im Wald an sich gewesen bin. Direkt vor mir lag ein aufgeblasener Poolschwimmer, einer von denen, die die Form eines Highs haben. Das verstärkte das surreale Gefühl nur noch, aber nach einer Weile schien es, als würde ich einfach nicht mehr aufmachen, weil ich auch nicht schlief. Ich stand auf, um mich zu orientieren, aber ich erkannte diesen Wald nicht. Ich spielte ständig in den Wäldern bei meinem Haus und ich kannte sie daher sehr gut. Aber wenn dies nicht derselbe Wald war, wie konnte ich dann herauskommen? Ich machte einen Schritt und spürte einen stechenden Schmerz in meinem Fuß, der mich dorthin zurückwarf, wo ich eben noch gelegen hatte. Ich war auf einen Dorn getreten. Im Licht des Mondes konnte ich sehen, dass diese Dornen überall waren. Ich schaute auf meinen anderen Fuß, aber der war in Ordnung und der Rest von mir auch. Ich hatte keinen weiteren Kratzer und ich war nicht einmal besonders schmutzig. Ich weiß noch, dass ich ein wenig weinte und danach wieder aufstand. Ich wusste nicht, in welche Richtung ich gehen sollte. Also suchte ich einfach eine Richtung aus. Ich widerstand dem Drang zu rufen, denn ich war mir nicht sicher, ob ich von wem oder was auch immer da draußen gefunden werden wollte. Es kam mir vor, als würde ich stundenlang laufen. Ich versuchte, in einer geraden Linie zu gehen und den Kurs zu korrigieren, wenn ich Umwege machen musste, aber ich war ein Kind und hatte Angst. Es gab kein Heulen oder Schreien und nur einmal hörte ich ein Geräusch, das mir Angst machte. Es hörte sich an wie ein weinendes Baby. Heute denke ich, dass es vielleicht nur eine Katze war, aber als ich dieses Geräusch hörte, geriet ich in Panik. Ich rannte in verschiedene Richtungen, um große Buschdäckigten und umgestürzten Bäumen auszuweichen. Und ich habe genau darauf geachtet, wo ich hintrat, denn meine Füße waren zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich kaputt. Ich achtete zu sehr darauf, wo ich hintrat und nicht genug darauf, wohin diese Schritte führten. Denn nicht lange, nachdem ich den Schrei gehört hatte, sah ich etwas, das mich mit einer Art von Verzweiflung erfüllte, die ich seither nie wieder erlebt hatte. Es war der Poolschwimmer gewesen. Ich war nur drei Meter von der Stelle entfernt, an der ich aufgewacht war. Das war keine Magie oder übernatürliche Raumverbiegung. Ich war einfach nur verloren, hatte mich verlaufen. Bis zu diesem Moment dachte ich mehr darüber nach, wie ich aus diesem Wald herauskam, als darüber, wie ich hineingekommen war. Aber als ich wieder am Anfang stand, schwammen meine Gedanken. Ich war mir nicht einmal sicher, dass dies mein Wald war. Ich hatte nur gehofft, dass er es war. War ich in einem riesigen Kreis um die Stelle herumgelaufen oder war ich einfach umgedreht worden und hatte mich einfach so auf den Rückweg gemacht? Wie sollte ich aus diesem Wald wieder rauskommen? Damals dachte ich, der Nordstern sei nur der hellste Stern und so suchte ich den hellsten und folgte ihm. Irgendwann wurde mir alles vertrauter und als ich den Graben sah, einen Drecksgraben, in dem meine Freunde und ich Dreckklumpenkriege führten, wusste ich, dass ich es endlich geschafft hatte. Zu diesem Zeitpunkt ging ich wirklich langsam, weil meine Füße so wehtaten, aber ich war so unfassbar froh, so froh, nah an meinem Zuhause zu sein, dass ich in ein leichtes Jogging überging. Als ich das Dach meines Hauses über einem niedrig gelegenen Nachbarhaus sah, schlurzte ich leicht und lief schneller. Ich wollte einfach nur zu Hause sein. Ich hatte schon beschlossen, dass ich nichts sagen wollte, weil ich keine Ahnung hatte, was ich sagen könnte. Ich würde irgendwie zurück ins Haus kommen, aufräumen und dann ins Bett gehen. Mein Herz sank, als ich um die Ecke bog und mein Haus in Sichtweite kam. Jedes Licht im Haus war an. Ich wusste, dass meine Mutter wach war und ich wusste, dass ich erklären musste oder versuchen musste zu erklären, wo genau ich hingegangen war, wo ich gewesen bin und ich wusste nicht einmal, wie ich anfangen sollte. Mein Lauf wurde immer mehr zum Jogging und dann zum Gehen. Ich sah ihre Silhouette durch die Jalousien und obwohl ich mir Sorgen machte, wie ich ihr alles erklären sollte, war mir das zu diesem Zeitpunkt relativ egal gewesen. Ich ging die paar Stufen zur Veranda hinauf, legte meine Hand auf den Türknauf und drehte mich um. Kurz bevor ich sie aufstieß, umschlagen mich zwei Arme und zogen mich zurück. Ich schrie so laut, wie ich konnte, Mama, hilf mir bitte, Mama! Das Gefühl der Sicherheit, so nah zu sein und dann physisch aus ihr herausgerissen zu werden, erfüllte mich mit einer Art Angst, die selbst nach all den Jahren immer noch unbeschreiblich für mich ist. Die Tür, aus der ich herausgerissen worden war, öffnete sich und ein Blitz der Hoffnung schoss durch mein Herz. Aber es war nicht meine Mutter. Es war ein Mann und er war riesig. Ich wirbelte herum, trat gegen den Schienbein der Person, die mich festhielt, während ich gleichzeitig versuchte, von der Person wegzukommen, die gerade aus meinem Haus gegangen war. Ich hatte Angst, aber ich war auch wütend. Ich schrie erneut, lass mich gehen, wo ist sie? Wo ist meine Mutter? Was hast du mit ihr gemacht? Als meine Kehle vom Schreien brannte und ich einen weiteren Atemzug einholte, wurde mir ein leises Geräusch bewusst, das schon länger vorhanden war, als ich es überhaupt wahrgenommen hatte. Schatz, bitte beruhige dich, ich hab dich. Es klang wie meine Mutter. Die Arme lockerten sich und setzten mich ab und als der Mann, der auf mich zukam, mit seinem Kopf das Veranda-Licht ausblendete, bemerkte ich auch endlich seine Kleidung. Er war ein Polizist. Ich drehte mich zu der Stimme hinter mir um und sah, dass es tatsächlich meine Mutter gewesen ist, die mich festhielt. Alles war in Ordnung. Ich begann zu weinen und wir gingen zu dritt ins Haus. Ich bin so froh, dass du zu Hause bist, Süßer. Ich hatte schon Angst, ich würde dich nie wiedersehen. Zu diesem Zeitpunkt weinte sie auch schon. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich wollte einfach nur nach Hause kommen. Es tut mir so leid. Ist schon gut. Tu das nur nie wieder. Ich weiß nicht, ob ich oder meine Schienbeine das aushalten würden. Ein kleines Lachen brach durch mein Schlurzen und ich lächelte ein wenig. Es tut mir leid, dass ich dich getreten habe. Aber warum musstest du mich so anfassen? Ich hatte nur Angst, dass du wieder wegläufst. Ich war verwirrt gewesen. Was meinst du? Wir haben deinen Zettel auf deinem Kopfkissen gefunden, sagte sie und zeigte auf das Stück Papier, das der Polizist über den Tisch schob. Ich hob den Zettel auf und las ihn mir durch. Es war ein Wecklaufbrief. Darin stand, dass ich unglücklich war und weder sie noch einen meiner Freunde je wiedersehen wollte. Der Polizist wechselte auf der Veranda ein paar Worte mit meiner Mutter, während ich auf den Brief starrte. Ich konnte mich nicht daran erinnern, einen Brief geschrieben zu haben. Ich erinnerte mich an nichts von alledem. Aber selbst wenn ich manchmal nachts auf die Toilette ging und mich nicht daran erinnerte oder selbst wenn ich allein in den Wald gegangen sein könnte, selbst wenn all das wahr sein könnte, wusste ich zu diesem Zeitpunkt nur eines. So schreibt man meinen Namen nicht. Ich habe diesen Brief nicht geschrieben. Vor ein paar Tagen habe ich eine Geschichte namens Footsteps gelesen und veröffentlicht. Es gab eine Reihe von Fragen, die mich neugierig auf bestimmte Details meiner Kindheit machten und so sprach ich mit meiner Mutter. Verärgert über meine Fragen sagte sie, warum erzählst du ihnen nicht einfach von den verdammten Luftballons, wenn sie so interessiert sind? In dem Moment, als sie das sagte, erinnerte ich mich an so vieles aus meiner Kindheit, das ich vergessen hatte. Als ich fünf Jahre alt war, ging ich in eine Grundschule, die, soweit ich weiß, sehr viel Wert auf das Lernen durch Aktivität legte. Sie war Teil eines neuen Programms, das den Kindern ermöglichen sollte, sich in ihrem eigenen Tempo zu entwickeln. Und um dies zu fördern, ermutigte die Schule die Lehrer, sich wirklich originelle Unterrichtspläne auszudenken. Jeder Lehrer hatte die Möglichkeit, seine eigenen Themen zu entwickeln, die sich über die gesamte Klassenstufe erstrecken. Und alle Lektionen, Mathematik, Lesen und so weiter, wurden im Sinne dieses Themas gestaltet. Diese Themen wurden als Gruppen bezeichnet. Es gab eine Gruppe Weltraum, eine Gruppe Meer, eine Gruppe Erde und die Gruppe, in der ich war. Gemeinschaft. Im Kindergarten lernt man in diesem Land nicht viel, außer wie man sich in die Schule zubindet und wie man teilt, also ist das meiste davon nicht wirklich sehr einprägsam. Ich erinnere mich nur an zwei Dinge sehr genau. Ich konnte meinen Namen am besten richtig schreiben und an das Ballonprojekt, das eigentlich das Markenzeichen der Gemeinschaftsgruppe war, da es eine ziemlich clevere Methode gewesen ist, um zu zeigen, wie eine Gemeinschaft auf einer sehr grundlegenden Ebene funktioniert. Ihr habt wahrscheinlich schon von dieser Aktion gehört. An einem Freitag, ich erinnere mich, dass es ein Freitag war, weil ich mich auf das Projekt freute und es das Ende der Woche war, zu Beginn des Jahres kamen wir morgens ins Klassenzimmer und sahen, dass an jedem unserer Tische ein vollständig aufgeblasener Luftballon mit einer Schnur befestigt war. Auf jedem unserer Tische lagen ein Marker, ein Stift, ein Blatt Papier und ein Umschlag. Die Aufgabe bestand darin, eine Notiz auf das Papier zu schreiben, sie in den Umschlag zu legen, ihn an den Luftballon zu heften und auf dem wir ein Bild malen konnten, wenn wir wollten. Die meisten Kinder fingen an, sich um die Ballons zu streiten, weil sie verschiedene Farben wollten, aber ich begann mit meinem Zettel, über den ich mir viele Gedanken gemacht hatte. Alle Zettel mussten einer lockeren Struktur folgen, aber innerhalb dieser Grenzen durften wir kreativ sein, so viel wir wollten. Mein Zettel sah ungefähr so aus. Hallo, du hast meinen Luftballon gefunden. Mein Name ist, und dann kam mein Name, und ich besuche diese Grundschule. Du kannst den Ballon behalten, aber ich hoffe, du schreibst mir zurück. Ich mag Mighty Max, Entdeckung, Festungen bauen, schwimmen und meine Freunde. Was magst du? Schreib mir bald zurück. Hier ist ein Dollar für die Post. Auf den Dollar habe ich quer über die Vorderseite für Briefmarken geschrieben, was meine Mutter für unnötig hielt, aber ich fand es genial, also habe ich es gemacht. Die Lehrerin machte von jedem von uns ein Polaroid mit unseren Luftballons und ließ uns diese zusammen mit unserem Brief in den Umschlag stecken. Außerdem lag ein weiterer Brief bei, in dem vermutlich die Art des Projekts erklärt wurde und in dem man sich herzlich für die Teilnahme an dem Projekt bedankte, indem man zurückschrieb und Fotos von seiner Stadt oder seinem Viertel schickte. Das war die ganze Idee, ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen, ohne die Schule verlassen zu müssen und einen sicheren Kontakt zu anderen Menschen herzustellen. Es schien einfach nur eine lustige Idee zu sein. In den nächsten Wochen trudelten die Briefe ein. Jedes Mal, wenn ein Brief eintraf, pinnte die Lehrerin das Bild an eine große Wandkarte, die wir vorher aufgestellt hatten und die zeigte, woher der Brief denn kam und wie weit unser jeweiliger Ballon gereist war. Das war eine wirklich schlaue Idee, denn wir freuten uns darauf, in die Schule zu kommen, um zu sehen, ob wir unseren Brief bekommen hatten. Während des gesamten Jahres hatten wir einen Tag pro Woche, an dem wir unseren Brieffreund oder den Brieffreund eines anderen Schülers zurückschreiben konnten, falls unser Brief noch nicht angekommen war. Meiner war einer der Letzten, der ankam. Als ich ins Klassenzimmer reinging, schaute ich auf meinen Schreibtisch und sah wieder einmal keinen Brief, der auf mich wartete. Aber als ich mich setzte, kam die Lehrerin auf mich zu und reichte mir ein Umschlag. Ich musste so aufgeregt ausgesehen haben, dass ich ihn direkt öffnen wollte und sie legte ihre Hand auf meine, um mich aufzuhalten und sagte, bitte sei nicht verärgert. Ich verstand nicht, was sie damit meinte. Warum sollte ich mich aufregen oder verärgert sein, wo doch endlich der Brief angekommen war, auf den ich all die Zeit jetzt schon so lange gewartet habe. Zuerst war ich erstaunt, dass sie überhaupt wusste, was in dem Umschlag war. Aber jetzt weiß ich, dass die Lehrer den Inhalt natürlich geprüft hatten, um sicherzugehen, dass nichts Obszönes drin war. Aber trotzdem, wie konnte ich enttäuscht sein? Als ich den Umschlag öffnete, verstand ich. Es war kein Brief drin. Das Einzige, was ich in dem Umschlag befand, war ein Polaroid. Aber das konnte ich nicht wirklich erkennen, was es war. Es sah einfach nur kaputt aus. Vielleicht zeigte es ein Stück Wüste, Sand, aber ich konnte es nicht richtig beurteilen. Es war einfach zu unscharf, um es zu entziffern. Es schien, als wäre die Kamera während der Aufnahme bewegt worden. Es gab außerdem keinen Absender, so dass ich nicht einmal zurückschreiben konnte, selbst wenn ich es gewollt hätte. Ich war niedergeschlagen. Das Schuljahr ging weiter und die Briefe kamen für fast alle anderen Schüler nicht mehr. Schließlich kann man einen Briefwechsel mit einem Kindergartenkind nur eine gewisse Zeit lang aufrechthalten. Alle, auch ich, hatten das Interesse an den Briefen fast völlig verloren. Und dann plötzlich, aus dem Nichts, bekam ich einen weiteren Umschlag. Meine Begeisterung war neu entfacht und ich freute mich, dass ich immer noch einen Brief bekam, obwohl die meisten anderen Brieffreunde ihr Engagement aufgegeben hatten. Es machte Sinn, dass ich eine weitere Sendung erhielt. In der ersten war immerhin nur ein unscharfes Bild enthalten gewesen, also sollte dies wohl eine Wiedergutmachung sein. Aber wieder war kein Brief dabei, nur ein weiteres Bild. Dieses war besser zu erkennen, aber ich verstand es immer noch nicht. Das Foto war weit nach oben geneigt, um die obere Ecke eines Gebäudes zu erfassen. Und der Rest des Bildes war durch einen Linsenreflex von der Sonne verzerrt worden. Da die Ballons nicht sehr weit geflogen sind und alle am selben Tag gestartet wurden, wurde die Tafel etwas unübersichtlich, sodass die Schüler, die noch Briefe austauschten, die Fotos mit nach Hause nehmen konnten. Mein bester Freund Josh hatte am Ende des Jahres die zweitmeisten Bilder mit nach Hause bekommen. Sein Brieffreund war sehr kooperativ und schickte ihm Bilder aus der ganzen Nachbarstadt. Josh nahm, glaube ich, vier Bilder oder so mit nach Hause. Ich habe fast 50 mit nach Hause genommen. Die Umschläge wurden alle von der Lehrerin geöffnet, aber nach einer Weile sah ich mir die Bilder gar nicht mehr an. Ich bewahrte sie jedoch in einer meiner Schubladen auf, in der sich meine Sammlung von Stein, Baseballkarten, Comic-Karten und kleine Miniatur-Baseball-Schlaghelme befanden, die ich nach T-Ball-Spielen aus einem Automaten bei Winn-Dixie geholt hatte. Als das Schuljahr vorbei war, wandte sich meine Aufmerksamkeit anderen Dingen zu. Meine Mutter hatte mir in diesem Jahr zu Weihnachten eine kleine Eismaschine geschenkt und Josh hatte sie sehr begehrt. So sehr, dass seine Eltern ihn zu seinem Geburtstag, der gegen Ende des Schuljahres war, eine etwas schönere kauften. In jenem Sommer hatten wir die Idee, einen Eisstand aufzubauen, um Geld zu verdienen. Wir dachten, wir würden ein Vermögen machen, wenn wir Eis für einen Dollar verkaufen. Josh wohnte in einem anderen Viertel, aber wir beschlossen schließlich, dass mein Viertel besser wäre, weil es dort viele Leute gab, die ihren Rasen pflegten. Die Gärten in meinem Viertel waren etwas größer als die in den anderen Vierteln. Wir haben das fünf Wochenende hintereinander durchgezogen, bis meine Mutter uns sagte, dass wir aufhören sollten und ich hatte erst kürzlich verstanden, warum sie das sagte. Am fünften Wochenende haben Josh und ich unser Geld gezählt. Da wir beide einen Automaten hatten, hatte jeder von uns einen eigenen Geldstapel, den wir zu einem Stapel dann zusammenlegten und dann gleichmäßig aufteilten. Wir hatten an diesem Tag insgesamt 16 Dollar verdient und als Josh mir meinen fünften Dollar auszahlte, überkam ich ein Gefühl tiefer Überraschung. Auf dem Dollar, den wir bekommen hatten, stand groß drauf geschrieben für Briefmarken. Josh bemerkte meinen Schock und fragte, ob ich mich vielleicht verzählt habe. Ich erzählte ihm von dem Dollar und er sagte, oh, das ist doch cool, Mann. Als ich darüber nachdachte, konnte ich ihm damals nur zustimmen. Die Vorstellung, dass der Dollar direkt zu mir zurückkam, nachdem er so viele Hände gewechselt hatte, machte mich sprachlos. Ich eilte ins Haus, um es meiner Mutter zu erzählen, aber meine Aufregung und die Tatsache, dass sie durch einen Telefonanruf abgelenkt war, machte meine Geschichte unverständlich. Und sie antwortete nur, oh, wow, wie klasse. Frustriert rannte ich wieder nach draußen und sagte Josh, dass ich mir etwas zeigen müsse. Zurück in meinem Zimmer eröffnete ich die Schublade, nahm den Stapel Umschläge heraus und zeigte ihm einige der Bilder, die ich nach Hause genommen hatte. Ich fing mit dem ersten Bild an und wir gingen ungefähr zehn durch, bevor Josh das Interesse verlor und mich fragte, ob ich im Graben spielen wollte. Es war kurz bevor seine Mutter ihn abholte und wir taten das dann auch. Wir lieferten uns eine Zeit lang unseren typischen Schmutzkrieg, der jedoch mehrmals durch das Rascheln in den Wäldern um uns herum unterbrochen wurde. Es gab Waschbären und streunende Katzen, die dort lebten. Aber dieses Geräusch war etwas zu laut und wir tauschten unsere Vermutungen darüber aus, was es war, um uns gegenseitig zu erschrecken. Meine letzte Vermutung war gewesen, dass es eine Mumie sein könnte. Aber am Ende bestand Josh darauf, dass es ein Roboter war, wegen der Geräusche, die wir gehört hatten. Bevor wir gingen, wurde er ein wenig ernst. Samuel plötzlich direkt in die Augen und sagte, Du hast es gehört, nicht wahr? Es klang wie ein Roboter. Du hast es auch gehört, oder? Ich hatte es gehört. Und da es sich mechanisch anhörte, stimmte ich zu, dass es wahrscheinlich ein Roboter war. Erst jetzt verstehe ich, was wir wirklich gehört hatten. Als wir zurückkamen, wartete Joshs Mutter zusammen mit meiner Mutter am Küchentisch auf ihn. Josh hatte seiner Mutter von dem Roboter erzählt. Unsere Mütter haben gelacht und Josh ist nach Hause gegangen. Meine Mutter und ich haben zu Abend gegessen und dann bin ich ins Bett gegangen. Ich blieb allerdings nicht lange im Bett, bevor ich herauskroch und beschloss, dass ich mir aufgrund der Ereignisse des Tages die Umschläge noch einmal ansehen würde, da mir die ganze Angelegenheit jetzt viel interessanter erschien. Ich nahm den ersten Umschlag, legte ihn auf den Boden und legte das verschwommene Wüstenpolaroid-Bild drauf. Ich legte den zweiten Umschlag direkt daneben und platzierte das seltsam schräge Polaroid einer Gebäudeecke darauf und tat dies mit jedem Bild, bis sie ein Raster bildeten, das etwa 5x10 groß war. Man hatte mir immer beigebracht, vorsichtig mit Dingen umzugehen, die ich sammelte, auch wenn ich nicht sicher war, dass sie wertvoll waren. Ich bemerkte, dass die Bilder allmählich besser entzifferbar wurden. Da war ein Baum mit einem Vogel drauf, ein Schild mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung, eine Stromleitung, eine Gruppe von Menschen, die in ein Gebäude gehen. Und dann sah ich etwas, das mich so sehr verwirrte, dass ich mich jetzt, während ich dies schreibe, noch deutlich daran erinnern kann, dass mir schwindelig wird und ich nur einen einzigen, sich wiederholenden Gedanken fassen konnte. Ich blickte auf eines der Bilder und fragte mich, warum bin ich auf diesem Bild? Auf diesem Foto der Menschengruppe, die das Gebäude betrat, sah ich mich selbst mit meiner Mutter Händchen halten, ganz hinten in der Menschenmenge. Wir waren ganz am Rande des Fotos, aber es waren unbestreitbar wir. Und während mein Blick über das Meer von Polaroids schweifte, wurde ich immer unruhiger. Es war ein wirklich seltsames Gefühl. Es war keine Angst. Es war das Gefühl, das man bekommt, wenn man in Schwierigkeiten ist. Ich bin mir nicht sicher, warum ich von diesem Gefühl überflutet wurde, aber ich saß da und hatte das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Und dieses Gefühl verstärkte sich noch, als ich mir die restlichen Fotos eines nach dem anderen ansah und ich etwas bemerkte, das mich stark beeindruckte. Ich war nicht auf diesem einen Foto zu sehen. Ich war auf allen zu sehen. Keines von ihnen war eine Nahaufnahme. Keines war nur von mir, aber ich war auf jedem einzelnen von ihnen zu sehen. An der Seite, im Hintergrund, am unteren Bildrand. Auf einigen war nur ein winziger Teil meines Gesichts am Rande des Bildes zu erkennen, aber ich war trotzdem da. Ich war immer da. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Als Kind funktioniert der Verstand auf seltsame Weisen, aber ein großer Teil von mir hatte Angst, in Schwierigkeiten zu geraten, nur weil ich noch auf diesen Bildern zu sehen war. Da ich bereits das Gefühl hatte, etwas falsch gemacht zu haben, beschloss ich, bis zum nächsten Morgen zu warten. Am nächsten Tag hatte meine Mutter frei und verbrachte den größten Teil des Vormittags mit Aufräumarbeiten im Haus. Ich schaute Zeichentrickfilme und wartete, bis ich dachte, dass es ein guter Zeitpunkt wäre, ihr die Polaroids zu zeigen. Als sie hinausging, um die Post zu holen, schnappte ich mir ein paar der Bilder und legte sie vor mir auf den Tisch, während ich darauf wartete, dass sie wieder hereinkam. Als sie zurückkam, war sie bereits dabei, die Post zu öffnen und warf einige Junk-Mails in den Mülleimer. Und ich sagte, Mama, kannst du kurz herkommen? Ich habe diese Bilder. Gib mir nur eine Minute, Schatz. Ich muss das hier kurz in den Kalender eintragen. Nach ein oder zwei Minuten kam sie, stellte sich hinter mich und fragte mich, was ich brauchte. Ich konnte hören, wie sie hinter mir mit der Post umher rantierte, aber ich schaute mir nur die Polaroids an und erzählte ihr davon. Als ich mehr erklärte und auf die Bilder zeigte, wurden ihre häufigen Aha's und Okay's weniger. Und sie war plötzlich ganz still und machte nur noch ein wenig Lärm mit der Post. Das nächste Geräusch, das ich von ihr hörte, klang, als würde sie versuchen, in einem Raum, in dem keine Luft mehr vorhanden war, nach Luft zu schnappen. Endlich gelang es ihr, nach Luft zu schnappen und sie stieß die restliche Post einfach auf den Tisch. Dann lief sie in die Küche und holte das Telefon. Mama, es tut mir leid, ich wusste nichts davon. Bitte sei nicht böse auf mich. Sie drückte sich das Telefon ans Ohr, lief hin und her und schrie in den Hörer. Nervös fummelte ich an der Post herum, die neben meinen Polaroids lag. Aus dem obersten Umschlag ragte etwas heraus, an dem ich gedankenlos und ängstlich zog, bis es herauskam. Es war ein weiteres Polaroid. Verwirrt dachte ich, dass irgendwie eines meiner Polaroids in den Stapel gerutscht war, als sie die Post hingeworfen hatte. Aber als ich das Bild umdrehte und betrachtete, wurde mir klar, dass ich dieses Foto noch nie zuvor gesehen hatte. Zu meinem Entsetzen war ich es, aber dieses Bild war viel näher dran. Ich war von Bäumen umgeben und lächelte, aber es war nicht nur ich, wie ich bemerkte. Josh war auch auf dem Bild. Das waren wir von gestern. Ich fing an, nach meiner Mutter zu schreien, die immer noch in das Telefon schrie. Ich schrie immer und immer wieder nach ihr, bis sie schließlich antwortete mit Was? Und ich konnte nur noch fragen, Wen rufst du da an? Ich spreche mit der Polizei, Schatz. Aber warum? Es tut mir so leid, ich wollte nichts tun. Sie antwortete mir mit einer Antwort, die ich nie verstanden habe, bis ich gezwungen war, mir diese Ereignisse aus den ersten Jahren meines Lebens noch einmal vor Augen zu führen. Sie nahm den Umschlag vom Tisch und das Bild von Josh und mir drehte sich und rutschte und landete neben den anderen Polaroids von mir. Sie hielt mir den Umschlag vor die Augen, aber ich konnte sie nur ansehen und beobachten, wie die ganze Farbe aus ihrem Gesicht wich. Mit Tränen in den Augen sagte sie, dass sie die Polizei anrufen musste, weil kein Poststempel vorhanden war. Wer auch immer diesen Brief einsteckte, hatte ihn direkt in den Briefkasten gesteckt. Mein Wunsch, diese Erinnerung zurückzuhalten, war vor allem darauf zurückzuführen, dass ich glaube, dass ich dabei kein gutes Urteilsvermögen bewiesen habe. Außerdem wollte ich die Zustimmung einer anderen Person haben, um die Geschehnisse nicht falsch darzustellen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass meine anderen Geschichten auf großes Interesse stoßen würden, da hätte ich nie gedacht, dass ich wirklich zu weiteren Einzelheiten gedrängt werden würde. und ich wäre froh gewesen, wenn ich dies für den Rest meines Lebens für mich behalten hätte. Ich konnte die andere Partei nicht erreichen, aber ich würde es als unaufrichtig empfinden, diese Geschichten denjenigen vorzuenthalten, die mehr Informationen haben wollen. Jetzt, da ich mit meiner Mutter gesprochen habe und eine weitere Verbindungslinie gezogen worden ist, was folgt, ist eine so genaue Erinnerung, wie es mir möglich war. Ich entschuldige mich jetzt schon für die Länge. Ich verbrachte den Sommer vor meinen ersten Jahren der Grundschule damit, mitzulernen, wie man auf Bäume klettert. Es gab eine ganz bestimmte Kiefer direkt vor meinem Haus, die wie für mich gemacht zu sein schien. Die Äste waren so niedrig, dass ich mich ohne Hilfe daran festhalten konnte. Und in den ersten Tagen, nachdem ich gelernt hatte, mich hochzuziehen, setzte ich mich einfach auf den untersten Ast und ließ meine Füße baumeln. Der Baum befand sich außerhalb unseres hinteren Zauns und war vom Küchenfenster aus, das sich direkt über der Spüle befand, gut zu sehen. Es dauerte nicht lange, bis meine Mutter und ich eine Routine entwickelten, bei der ich auf dem Baum spielte, während sie das Geschirr spülte, weil sie mich dann leicht sehen konnte, während ich andere Dinge tat. Im Laufe des Sommers wuchsen meine Fähigkeiten und schon bald konnte ich ziemlich hoch klettern. Als der Baum höher wurde, wurden seine Äste nicht nur dünner, sondern auch weiter auseinanderstehend. Und so erreichte ich schließlich einen Punkt, an dem ich einfach nicht mehr höher klettern konnte. Und so musste sich das Spiel ändern. Ich begann, mich auf Geschwindigkeit zu konzentrieren und schließlich konnte ich meinen höchsten Ast in 25 Sekunden erreichen. Ich wurde zu selbstsicher und versuchte, eines Nachmittags von einem Ast abzusteigen, bevor ich den nächsten bereits fest umklammert hatte. Ich fiel etwa 6 Meter tief und brach mir den Arm an zwei Stellen. Meine Mutter rannte schreiend auf mich zu und ich weiß noch, dass sie sich anhörte, als wäre sie unter Wasser. Ich weiß nicht mehr, was sie sagte, aber ich erinnere mich, dass ich überrascht war, wie weiß mein Knochen gewesen ist. Ich würde mit einem Gips in den Kindergarten gehen und hätte nicht einmal Freunde, die darauf unterschreiben würden. Meine Mutter musste sich schrecklich gefühlt haben, denn am Tag vor meiner Einschulung brachte sie ein Kätzchen mit nach Hause. Es war noch ein Baby und war lowfarben und weiß gestreift. Sobald sie es absetzte, kroch es in eine leere Kiste mit Limonade, die auf dem Boden stand. Boxes war eigentlich eine Freigängerkatze gewesen. Meine Mutter ließ ihm die Krallen entfernen, damit er die Möbel nicht zerstört. Ab und zu kam er heraus und wir fanden ihn irgendwo im Garten, wo er irgendeinen Käfer oder eine Eidechse hinterher jagte, obwohl er fast nie eine fangen konnte, weil er keine Vorderkrallen hatte. Er war ziemlich ausweichend, aber wir fingen ihn immer ein und trugen ihn dann zurück ins Haus. Dabei schaute er mir immer wieder über die Schulter. Ich erzählte meiner Mutter, dass er so seine Strategie für das nächste Mal plante. Drinnen gaben wir ihm dann etwas Thunfisch und er lernte, was das Geräusch des Dosenöffners signalisieren konnte. Er kam dann immer angerannt, sobald er es hörte. Diese Konditionierung erwies sich später als sehr nützlich, denn gegen Ende unserer Zeit in diesem Haus kam Boxes viel öfterst heraus und rannte unter das Haus in den Kriechkeller, dem keiner von uns folgen wollte, weil es dort eng war und wahrscheinlich vor Ungeziefer und Nagetieren wimmelte. Meine Mutter hatte die geniale Idee, den Dosenöffner an einem Verlängerungskabel zu hängen und es direkt vor das Loch zu führen, durch das Boxes gegangen war. Irgendwann kam er mit einem lauten Miauen wieder heraus. Er war von dem Geräusch begeistert und dann entsetzt darüber, wie wir ihm eine so grausame List vorgaukeln konnten. Einen Dosenöffner ohne Thunfisch machte für Boxes einfach keinen Sinn. Das letzte Mal, dass er unter das Haus flüchtete, war eigentlich unser letzter Tag im Haus. Meine Mutter hatte das Haus zum Verkauf angeboten und wir hatten begonnen, unsere Sachen zu packen. Wir hatten nicht viel und wir zogen das Packen eine Weile in die Länge, obwohl ich auf Wunsch meiner Mutter bereits alle meine Kleider eingepackt hatte. Meine Mutter merkte, dass ich sehr traurig über den Umzug war und wollte, dass der Übergang für mich reibungslos verlief und ich schätze, sie dachte, dass meine Kleider in der Kiste die Vorstellung verstärken würden, dass wir zwar umziehen, aber sich die Dinge nicht so sehr ändern würden. Als die Kisten ausgeliefert wurden und wir einige Sachen in den Umzugswagen luden, fluchte meine Mutter, weil sie den Dosenöffner schon eingepackt hatte und nicht genau wusste, in welcher Kiste er war. Ich tat so, als würde ich ihn auch suchen, um nicht unter das Haus gehen zu müssen und meine Mutter, die wahrscheinlich meine kleine Masche durchschaute, bewegte eine der Platten und kroch selbst hinein. Sie kamen dann ziemlich schnell mit Boxes heraus und schienen auch entnervt zu sein, wodurch ich mich noch besser fühlte, weil ich es geschafft hatte, da rauszukommen. Meine Mutter telefonierte, während ich noch ein bisschen mehr packte und dann kam sie in mein Zimmer und erzählte mir, dass sie mit dem Makler gesprochen hatte und wir noch am selben Tag in das andere Haus einziehen würden. Sie sagte das so, als wären das großartige Neuigkeiten, aber ich hatte gedacht, wir hätten mehr Zeit in diesem Haus. Ursprünglich hatte sie gesagt, dass wir nicht vor Ende der nächsten Woche umziehen würden und es war erst Dienstag. Außerdem waren wir mit dem Packen noch nicht ganz fertig, aber meine Mutter sagte, manchmal sei es einfach, einfacher Dinge zu ersetzen, als sie einzupacken. Und durch die ganze Stadt das Ganze schleppen zu müssen, war auch keine schöne Idee. Ich kam nicht einmal dazu, den Rest meiner eingepackten Kleidung mitzunehmen. Ich fragte, ob ich Josh anrufen könnte, um mich zu verabschieden, aber sie sagte, dass wir ihn einfach von unserem neuen Haus anrufen können. Wir fuhren mit dem Umzugswagen los. Ich habe es tatsächlich geschafft, jahrelang mit Josh im Kontakt zu bleiben, was überraschend ist, da wir nicht mehr auf dieselbe Schule gingen. Unsere Eltern waren keine engen Freunde, aber sie wussten, dass wir es waren und so kamen sie unserem Wunsch nach, uns zu sehen, indem sie uns hin und her fuhren, um beieinander zu übernachten. Manchmal jedes Wochenende sogar. Einmal legten unsere Eltern zu Weihnachten sogar ihr Geld zusammen und schenkten uns ein paar wirklich schöne Walkie-Talkies, die laut Werbung über eine Reichweite verfügten, die über die Entfernung zwischen unseren Häusern hinausging. Außerdem hatten sie Batterien, die tagelang halten konnten, wenn das Walkie-Talkie eingeschaltet war, aber nicht benutzt wurde. Sie funktionierten nur gelegentlich so gut, dass wir uns über die ganze Stadt hinweg unterhielten, aber wenn wir über Nacht blieben, benutzten wir sie im Haus und sprachen in einer Funkgerätssprache, die wir aus Filmen übernommen hatten. Und das funktionierte tatsächlich hervorragend. Dank unserer Eltern waren wir auch mit 10 Jahren immer noch Freunde gewesen. Eines Wochenendes übernachtete ich bei Josh und meine Mutter rief mich an, um mir eine gute Nacht zu sagen. Sie war immer noch ziemlich wachsam, auch wenn sie mich nicht wirklich beobachten konnte, aber ich hatte mich so daran gewöhnt, dass ich nicht einmal bemerkte, selbst wenn Josh es noch tat. Sie klang am Telefon etwas verärgert, und zwar weil Boxes fehlte. Das muss ein Samstagabend gewesen sein, denn ich hatte am Abend zuvor bei Josh übernachtet und wollte am nächsten Tag nach Hause fahren, weil wir am Montag Schule hatten. Boxes war seit Freitagnachmittag verschwunden. Ich schloss daraus, dass sie nicht mehr gesehen hatte, seit sie nach Hause gekommen war, nachdem sie mich abgesetzt hatte. Sie muss beschlossen haben, mir zu sagen, dass er vermisst wird, denn wenn er nicht vor mir nach Hause käme, wäre ich vermutlich am Boden zerstört. Nicht nur wegen seiner Abwesenheit, sondern auch, weil sie es mir verheimlichen konnte. Sie sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen. Sie sagte immer wieder, er wird zurückkommen, das tut er doch immer. Aber Boxes kam nicht zurück. Drei Wochenenden später war ich wieder bei Josh. Ich war immer noch unfassbar traurig wegen Boxes, aber meine Mutter erzählte mir, dass es schon oft vorgekommen war, dass Haustiere Wochen oder sogar Monate lang von zu Hause verschwunden waren und dann von selbst zurückkehrten. Sie sagte, sie wüsste immer, wo ihr Zuhause sei und so würde Boxes irgendwann wieder versuchen, nach Hause zu kommen. Als ich Josh dies erklärte, kam mir ein Gedanke, der mich so sehr beschäftigte, dass ich meinen eigenen Satz unterbrach, um ihn laut auszusprechen. Was wäre, wenn Boxes an das falsche Zuhause denkt? Josh war verwirrt. Was? Er wohnt doch bei dir. Er weiß, wo sein Zuhause ist. Aber er ist doch ganz woanders aufgewachsen, Josh. Er ist in meinem alten Haus ausgewachsen, ein paar Straßen weiter. Vielleicht sieht er diesen Ort immer noch als sein Zuhause an, so wie ich es auch tue. Oh, ich verstehe. Na, das wäre toll. Wir sagen meinem Vater morgen Bescheid und er fährt mit uns hin, damit wir es uns ansehen können. Nein, wird er nicht, Mann. Meine Mutter hat gesagt, dass wir nie wieder dorthin zurückkehren können, weil die neuen Besitzer nicht gestört werden wollen. Sie sagte, dass sie deiner Mutter und deinem Vater dasselbe gesagt hat. Josh blieb hartnäckig. Okay, dann gehen wir morgen einfach auf Erkundungstour und machen uns auf den Weg zu deinem alten Haus. Nein, wenn wir entdeckt werden, wird dein Dad es herausfinden und dann auch meine Mutter. Wir müssen selbst dorthin gehen. Wir müssen es heute Nacht tun. Es brauchte tatsächlich nicht viel Überzeugungskraft, um Josh mit ins Boot zu holen, denn normalerweise war er derjenige, der mit solchen Ideen ankam. Aber wir hatten uns doch nie aus seinem Haus rausgeschlichen. Es stellte sich tatsächlich als unglaublich einfach heraus. Das Fenster seines Zimmers öffnete sich zum Hinterhof und er hatte einen Holzzaun, der nicht verschlossen war. Nach diesen beiden kleinen Hindernissen, wenn man sie überhaupt so nennen kann, schlichen wir uns mit Taschenlampe und Funkgerät in der Hand in die Nacht hinaus. Es gab zwei unterschiedliche Möglichkeiten, von Joshs Haus zu meinem alten zu gelangen. Wir konnten entweder auf der Straße entlang gehen und alle Kurven nehmen oder durch den Wald, was etwa die Hälfte der Zeit in Anspruch nehmen würde. Der Weg über die Straße hätte etwa zwei Stunden gedauert, aber ich schlug trotzdem vor, diesen Weg zu nehmen, weil ich mich nicht verlaufen wollte. Josh weigerte sich jedoch und sagte, wenn wir gesehen werden würden, dann würde man ihn erkennen und seinem Vater Bescheid sagen. Er drohte sogar damit nach Hause zu gehen, wenn wir nicht einfach die Abkürzung nehmen würden und ich akzeptierte das, einfach weil ich nicht alleine gehen wollte. Josh wusste nicht, dass ich das letzte Mal nachts durch diese Wälder gegangen war, als ich plötzlich aufwachte. Mit einem Freund und einer Taschenlampe war der Wald viel weniger unheimlich und wir kamen auch ziemlich gut voran. Ich war mir nicht ganz sicher, wo wir waren, aber Josh schien ziemlich zuversichtlich zu sein und das stärkte auch meine Moral. Wir kamen durch ein besonders dichtes Baumgewirr, als sich der Riemen meines Walkie-Talkies an einem Ast verhing. Josh hatte die Taschenlampe und so kämpfte ich damit, das Funkgerät zu befreien, als ich Josh sagen hörte, »Hey Mann, willst du schwimmen gehen?« Ich schaute zu ihm rüber, wo er mit der Taschenlampe leuchtete, schloss dabei aber die Augen, weil ich jetzt wusste, wo wir waren. Er deutete auf den Schwimmkörper, auf den aufgeblasenen Hai, den ich damals neben mir liegen sah, als ich im Wald aufwachte. Das war der Ort, an dem ich vor all den Jahren in diesem Wald gewesen bin. Ich spürte, als ich das sah, einen Kloß im Hals und frische Tränen in den Augen, als ich weiter mit dem Walkie-Talkie kämpfte. Frustriert riss ich daran und drehte mich um, um zu Josh zu gehen, der sich teilweise auf den Schwimmkörper gelegt hatte, um einen Sonnenbart vorzutäuschen. Als ich auf ihn zuging, stolperte ich und wäre beinahe in ein ziemlich großes Loch gefallen, das sich in der Mitte dieser kleinen Lichtung befand. Aber ich fand mein Gleichgewicht gerade noch rechtzeitig wieder und blieb direkt am Rand stehen. Es war tief. Ich war überrascht von der Größe des Lochs, aber noch mehr von der Tatsache, dass ich mich nicht daran erinnern konnte. Mir wurde klar, dass es in dieser Nacht nicht da gewesen sein würde, denn es befand sich an der gleichen Stelle, an der ich zuvor aufgewacht war. Ich verdrängte den Gedanken und drehte mich zu Josh um. Hör mit dem Quatsch auf, Mann. Du hast gesehen, dass ich da drüben festsitze und hast hier trotzdem rumgealbert. Ich unterstrich den Satz mit einem Tritt gegen den freiliegend Teil des Wasserspielzeugs und ein Kreischen erhob sich daraus. Joshs Lächeln verkehrte sich. Er sah plötzlich extrem erschrocken aus und bemühte sich schnell von diesem Spielzeug herunterzukommen, was ihm aber aufgrund der ungünstigen Lage nicht schnell genug gelang. Jedes Mal, wenn er eben auf dieses Ding zurückfiel, wurde das Kreischen lauter. Ich wollte Josh helfen, aber ich konnte mich nicht näher heranwagen. Meine Beine wollten vor Angst einfach nicht mitmachen. Ich hasste diese Wälder so sehr. Ich hob die Taschenlampe auf, die er in seinem Strampeln geworfen hatte und leuchtete auf das Floß, ohne zu wissen, was mich erwartete. Schließlich stieg Josh vom Floß und lief neben mir her, um zu sehen, wohin das Licht leuchtete. Plötzlich war es da. Es war eine Ratte. Ich fing nervös an zu lachen und wir beide sahen zu, wie die Ratte in den Wald rannte und das Gekreische immer leiser wurde. Josh gab mir einen leichten Schlag auf den Arm. Das Lächeln kehrte langsam in sein Gesicht zurück und wir gingen einfach weiter. Wir beschleunigten unser Tempo und kamen schneller aus dem Wald heraus, als wir dachten. Und wir befanden uns wieder in meiner alten Nachbarschaft. Als ich das letzte Mal um die Kurve gekommen war, hatte ich mein Haus in voller Beleuchtung gesehen, damals, als ich im Wald aufwachte. Und all die Erinnerungen an das, was geschehen war, kamen wieder in mir hoch. Ich spürte ein Hüpfen in meinem Herzen, als wir endlich um die Ecke bogen und mein altes Haus in voller Pracht sahen. Und ich erinnerte mich daran, wie glühend es beim letzten Mal war. Aber dieses Mal waren alle Lichter aus. Aus der Ferne konnte ich meinen alten Kletterbaum sehen. Und als ich in Gedanken alles zurückverfolgte, wurde mir klar, dass ich heute Abend nicht hier wäre, wenn dieser Baum nicht gewachsen wäre. Und ich war kurz erstaunt, dass alle Ereignisse so sind. Als wir näher kamen, konnte ich sehen, dass der Rasen schrecklich aussah. Ich konnte nicht einmal erraten, wann er zuletzt gemäht worden war. Einer der Fensterläden hatte sich teilweise gelöst und schaukelte in der Brise hin und her. Und insgesamt sah das Haus einfach ziemlich schmutzig aus. Es machte mich traurig, mein altes Zuhause in so einem verfallenen Zustand zu sehen. Warum sollte sich meine Mutter daran stören, dass wir die neuen Besitzer belästigen, wenn sie sich so wenig darum kümmerten, wo sie wohnten? Und dann wurde es mir klar. Es gab gar keine neuen Besitzer. Das Haus war einfach verlassen. Warum sollte meine Mutter mich anlügen, dass in unserem Haus neue Leute wohnten? Aber ich dachte, dass das eigentlich eine gute Sache war. Es wäre einfacher, sich nach Boxes umzusehen, wenn wir uns keine Sorgen machen müssten, von der neuen Familie entdeckt zu werden. So würde es schließlich viel schneller gehen. Josh unterbrach meine Gedanken, als wir durch das Tor und zum Haus gingen. Dein altes Haus ist scheiße, Alter, rief Josh so leise, wie er konnte. Halt die Klappe, Josh. Selbst in diesem Zustand ist es immer noch schöner als dein Haus. Hey Mann, okay, okay. Ich glaube, Boxes ist wahrscheinlich unter dem Haus wieder. Einer von uns muss da runtergehen und nachsehen, aber der andere bleibt am besten neben der Öffnung draußen. Ist das dein Ernst? Ich gehe da auf keinen Fall runter. Es ist deine Katze, Mann. Mach du es. Hör zu, ich mach's, aber falls du nicht zu viel Angst hast, sagte ich und hielt meine Faust über meine nach oben gedrehte Handfläche. Ich forderte ihn damit heraus, dass wir Schere, Stein, Papier spielten. Ein Spiel, mit dem wir die meisten Konflikte lösen konnten. Er sah mich an und sagte, gut, aber wir spielen auf Schießen, nicht auf Drei. Es heißt, Stein, Papier, Schere, Schießen, dann zeigen wir. Nicht Eins, Zwei, Drei und dann zeigen. Ich weiß, wie man das spielt, Josh. Du bist derjenige, der es immer vermasselt und es sind zwei von drei. Ich hatte verloren. Also wackelte ich an der Platte, die meine Mutter immer verschob, wenn wir wegen Boxes hier drunter kriechen mussten. Sie musste es nur einmal tun, weil der Trick mit dem Dosenöffner meistens funktionierte. Aber wenn sie es tun musste, hasste sie es. Besonders das letzte Mal, als ich in die Dunkelheit des Kriechkellers schaute, verstand ich auch besser, warum. Bevor wir umzogen, hatte sie gesagt, dass es eigentlich besser sei, wenn Boxes hier drunter lief, auch wenn es schwierig sei, ihn wieder rauszuholen. Es war weniger gefährlich, als wenn er über den Zaun sprang und in die Nachbarschaft lief. All das stimmte, aber ich hatte trotzdem Angst, davor runterzugehen. Ich schnappte mir die Taschenlampe und das Walkie-Talkie und begann langsam hineinzukriechen. Ein starker, unangenehmer Geruch überkam mich. Es roch nach Tod. Ich schaltete mein Walkie-Talkie ein. Josh, bist du da? Hier ist Macho-Man. Komm zurück. Josh, hör auf damit. Hier unten stimmt was nicht. Was meinst du damit? Es stinkt. Es riecht, als wäre hier irgendetwas gestorben. Ist es Boxes? Ich hoffe nicht. Ich setzte das Walkie-Talkie ab und bewegte die Taschenlampe umher, während ich langsam weiter vorwärts kroch. Wenn man von außen durch das Loch schaute, konnte man mit der richtigen Beleuchtung den ganzen Weg nach hinten sehen. Aber man musste drinnen sein, um die Stützblöcke zu sehen, die das Haus aufrecht hielten. Ich würde sagen, dass man etwa 40% des Bereiches nicht sehen konnte. Es sei denn, man befand sich tatsächlich im Kriechgang. Aber selbst im Inneren stellte ich fest, dass ich nur dorthin sehen konnte, wohin die Taschenlampe zeigte. Mir wurde klar, dass dies die Erkundung des Ortes erheblicher schweren würde. Als ich weiterging, wurde der Geruch immer und immer intensiver. In mir wuchs die Angst, dass Boxes hierher gekommen war und ihm vielleicht irgendetwas zugestoßen ist. Ich leuchtete mit der Taschenlampe umher, konnte aber nicht viel sehen. Ich wickelte meine Finger um einen Stützblock, um mich vorwärts zu ziehen. Und als ich das tat, spürte ich etwas, das meine Hand zurückschnellen ließ. Ich spürte Fell. Mein Herz sank und ich bereitete mich seelisch auf das vor, was ich gleich sehen würde. Ich kroch langsam, damit ich das, was mich erwartete, hinauszögern konnte und schob dann meine Augen und die Taschenlampe an dem Block vorbei, um zu sehen, was auf der anderen Seite war. Ich taumelte entsetzt zurück. Verdammt, entkam meinem zitternden Mund. Es war eine abscheuliche und verdrehte Kreatur, die stark verwest war. Die Haut war auf dem Gesicht weggefault und die Zähne schienen riesig zu sein und der Geruch dieses Dinges war unerträglich. Was war das? Geht es dir gut? Ist es Boxes? sagte Josh durch das Walkie-Talkie. Ich griff nach dem Walkie-Talkie und antwortete, Nein, nein, es ist nicht Boxes. Was zum Teufel ist es dann? Ich weiß es nicht. Ich leuchtete wieder mit dem Licht drauf und betrachtete es mit weniger Angst mit meinem Blick. Ich gluckste. Es ist ein Waschbär. Nun such weiter. Ich werde ins Haus gehen, um zu sehen, ob er es irgendwie da hereingeschafft hat und nicht rauskommt. Was? Nein, nein, Josh, geh da nicht rein. Was ist, wenn Boxes hier unten ist und rausläuft? Das kann er nicht. Ich habe das Brett zurückgelegt. Ich habe nachgesehen und gesehen, dass er die Wahrheit sagte. Warum hast du das getan? Mach dir keine Sorgen, Mann. Du kannst es leicht bewegen. Das macht mehr Sinn. Wenn Boxes rauslaufen würde und ich ihn verpasst hätte, wäre er weg gewesen. Wenn er da unten ist, dann schnapp ihn dir und ich komme und verschiebe das Brett. Und wenn er nicht da ist, dann kannst du es selbst verschieben, während ich im Haus nachsehe. Einige seiner Argumente waren gut und ich bezweifle, dass er es überhaupt schaffen würde, da reinzukommen. Also gut, aber sei vorsichtig und fass nichts an. In meinem Zimmer sind noch ein paar alte Klamotten in Kartons. Du kannst nachsehen, ob er da reingekrochen ist. Und nimm unbedingt dein Walkie-Talkie mit. Verstanden, Kumpel? Mir wurde klar, dass es da drin stockdunkel sein würde. Der Strom war abgestellt, da niemand die Rechnung bezahlte. Mit etwas Glück würde er von den Straßenlaternen aus sehen können, die vielleicht etwas Licht ins Innere warfen. Andernfalls bin ich mir nicht sicher, was er tun würde. Kurz darauf hörte ich Schritte direkt über meinem Kopf und spürte, wie alter Dreck auf mich herabregnete. Josh, bist du das? Breaker, Breaker, hier ist Macho Man, der zum großen Tango-Foxtrott zurückkehrt. Der Adler ist gelandet. Wie viele sind es, Prinzessin Jasmine? Over. Du bist manchmal so ein Arschloch, ne? Macho Man ist in deinem Badezimmer und sieht sich deinen Zeitschriftenstapel an. Sieht aus, als hättest du eine Schwäche für Männerhintern. Was gibt es dazu zu sagen? Ende. Ich hörte ihn ohne Walkie-Talkie lachen und ich fing auch an zu lachen. Ich hörte, wie die Schritte etwas leiser wurden. Er war wohl auf dem Weg in mein Zimmer. Mann, ist das dunkel hier drin. Hey, bist du dir sicher, dass du Kisten mit Kleidern hier drin hattest? Ich sehe keine. Ja, da sollten ein paar Kisten vor dem Schrank stehen. Hier sind keine Kartons. Ich sehe nach, ob du die Kartons vielleicht in den Schrank gestellt hast, bevor du gegangen bist. Ich fing an zu denken, dass meine Mutter vielleicht zurückgekommen war, um die Klamotten zu holen und sie einfach wegzugeben, weil ich aus vielen der Sachen herausgewachsen war. Aber ich erinnerte mich daran, dass ich die Kartons dort gelassen hatte. Ich hatte ja nicht einmal Zeit, den Letzten zu schließen, bevor wir gingen. Während ich darauf wartete, dass Josh mir erzählte, was er gefunden hatte, stieß ich mein Bein aus, dass durch die Position, in der ich mich befand, eingeschlafen war. Und während ich dies tat, traf ich auf etwas. Ich drehte mich um und sah etwas wirklich Seltsames. Es war eine Decke und um sie herum standen Schalen. Ich kroch etwas näher an sie heran. Die Decke roch schimmlig und die meisten der Schüssel waren leer. Aber in einer war noch etwas, das ich erkannte. Es war Katzenfutter. Es war eine andere Sorte als die, die wir Boxes gaben, aber ich verstand plötzlich, was hier passiert sein könnte. Meine Mutter hatte einen kleinen Platz für Boxes eingerichtet, um ihn zu ermutigen, hierher zu kommen, anstatt in der Nachbarschaft herumzulaufen. Das machte sehr viel Sinn und es schien sogar noch wahrscheinlicher, dass Boxes zu diesem Ort zurückgekommen war. Das ist so eine coole Idee, Mom, dachte ich. Ich habe deine Klamotten gefunden. Oh cool, wo waren die Kisten? Wie ich schon sagte, es gibt keine Kisten. Deine Klamotten sind in deinem Kleiderschrank. Sie hängen da. Ich spürte einen kalten Hauch. Das war unmöglich. Ich hatte alle meine Sachen gepackt. Obwohl wir erst in zwei Wochen umziehen sollten, erinnere ich mich ganz genau daran, dass ich sie eingepackt hatte und es dumm fand, dass ich die Kleider aus dem Karton holen und wieder einpacken musste. Ich hatte sie definitiv weggepackt. Aber irgendjemand hatte sie wieder aufgehangen. Aber ich verstand nicht, warum. Ich wusste nur, Josh muss da raus. Das kann nicht richtig sein, Josh. Sie sollten in Kartons sein. Hör auf mit dem Quatsch und komm einfach wieder raus. Kein Scherz, Mann. Ich sehe sie mir gerade an. Vielleicht dachtest du nur, du hättest sie vergessen. Es folgte eine kleine Pause, bevor er wieder was sagte. Wow. Du schaust dich wohl gerne selber an, oder? Wie bitte? Wie meinst du das? Deine Wände, Mann. Deine Wände sind übersät mit Polaroids von dir. Es sind hunderte von ihnen. Warum hast du jemanden angeheuert, um... Als er dies sagte, unterbrach er seinen eigenen Satz und Stille kehrte ein. Ich überprüfte mein Funkgerät, um zu sehen, ob ich es irgendwie ausgeschaltet hatte. Es war alles in Ordnung. Ich hörte Schritte, konnte aber nicht genau sagen, wohin Josh ging. Ich wartete darauf, dass Josh seinen Satz beendete, weil ich dachte, dass sein Finger gerade vom Knopf abgerutscht war. Aber er sprach einfach nicht weiter. Er schien jetzt durch das Haus zu stapfen. Ich wollte ihn gerade anfunken, als er zurückkam. Da ist jemand im Haus. Seine Stimme war gedämpft und gebrochen. Ich konnte hören, dass er den Tränen nahe war. Ich wollte ihm antworten, aber wie laut war sein Funkgerät aufgedreht? Was, wenn die andere Person es hörte? Ich sagte nichts und wartete einfach und lauschte. Was ich hörte, waren Schritte. Schwere, schleppende Schritte. Und dann ein lauter Aufprall. Oh Gott, Josh! Man hatte ihn gefunden, da war ich mir sicher. Diese Person hatte ihn gefunden und ich war mir auch sicher, dass sie ihm wehtat. Ich brach unter dem Haus in Tränen aus. Er war mein einziger Freund neben Boxes. Und dann wurde mir klar, was, wenn Josh ihm gesagt hätte, dass ich drunter liege. Was könnte ich dann tun? Während ich versuchte, mich zu beruhigen, hörte ich zum Glück Joshs Stimme über das Funkgerät. Er hat etwas, Mann. Es ist eine große Tasche. Er hat sie einfach auf den Boden geworfen und... Oh Gott. Oh Mann. Die Tasche. Ich glaube, sie hat sich einfach bewegt. Ich war wie gelähmt. Ich wollte am liebsten nach Hause rennen. Ich wollte Josh retten. Ich wollte Hilfe holen. Ich wollte so viele Dinge. Aber ich lag einfach nur da, wie erstarrt. Als ich unfähig war, mich zu bewegen, richteten sich meine Augen auf die Ecke des Hauses, die sich direkt unter meinem Zimmer befand. Ich bewegte meine Taschenlampe. Mein Atem stockte bei dem, was ich sah. Ich sah Tiere. Dutzende von ihnen. Alle waren tot. Sie lagen in Stapeln um den gesamten Bereich des Kriegskellers herum. Könnte Boxes vielleicht unter diesen Leichen sein? War er das, wofür das Katzenfutter gedacht war? Als ich das sah, war ich schockiert und wusste, dass ich unbedingt von dort weg musste. Und ich kletterte zum Brett. Ich drückte rauf, aber es ließ sich einfach nicht bewegen. Ich konnte es nicht bewegen, weil es eingeklemmt war und ich meine Finger nicht drum legen konnte, weil die Kanten außen waren. Ich war gefangen. Verdammt doch mal, Josh, flüsterte ich zu mir selbst. Ich konnte donnernde Schritte über mir spüren. Das Haus bebte. Ich hörte Josh schreien und es folgte ein weiterer Schrei, der nicht von Angst geprägt war. Als ich weiter drückte, spürte ich, wie sich das Brett bewegte. Aber ich wusste, dass nicht ich es war, der es bewegte. Ich hörte Schritte über mir und vor mir und Rufe und Schreie füllten die kurzen stille Phasen zwischen den Schritten. Ich wich zurück und hielt mein Walkie-Talkie bereit, um mich zu verteidigen. Da wurde das Brett zur Seite geworfen und ein Arm schoss heran und griff nach mir. Lass uns gehen, Mann. Jetzt! Es war Josh. Gott sei Dank. Ich kletterte mit der Taschenlampe und dem Walkie-Talkie in der Hand aus der Öffnung. Als wir den Zaun erreichten, sprangen wir beide darüber, aber Joshs Funkgerät fiel herunter. Er griff danach und ich sagte ihm, er soll es einfach vergessen. Wir mussten weiter. Hinter uns konnte ich Schreie hören, obwohl es keine Worte waren, nur Geräusche. Und wir rannten, vielleicht törichterweise in den Wald, um schneller zu Josh zurückzukommen und um nicht so leicht verfolgt werden zu können. Auf dem ganzen Weg durch den Wald schrie Josh immer wieder, Mein Bild! Er hat ein Foto gemacht! Aber ich wusste, dass der Mann bereits Joshs Bild hatte, von vor all den Jahren am Graben. Ich nahm an, dass Josh immer noch dachte, diese mechanischen Geräusche kämen von einem Roboter. Wir schafften es zurück zu Joshs Haus und zurück in sein Zimmer, bevor seine Eltern aufwachten. Ich fragte ihn nach der großen Tasche und ob sie sich wirklich bewegte und er sagte, er könnte sich nicht sicher sein. Er entschuldigte sich immer und immer wieder dafür, dass er das Walkie-Talkie vor dem Haus hat fallen gelassen. Aber offensichtlich war das keine große Sache. Wir schliefen diese Nacht nicht ein und schauten aus dem Fenster, um auf ihn zu warten. Ich ging später an diesem Tag nach Hause. Vor ein paar Tagen habe ich meiner Mutter die Grundzüge dieser Geschichte erzählt. Sie brach zusammen und war wütend über die Gefahr, der ich mich ausgesetzt hatte. Ich fragte sie, warum sie sich all diese Dinge ausgedacht hatte, um die neuen Besitzer nicht zu belästigen und mich davon abzuhalten, dort hinzugehen. Warum hielt sie das Haus für so gefährlich? Sie wurde wütend und hysterisch, aber sie beantwortete mir meine Frage. Sie ergriff meine Hand und drückte sie fester, als ich es ihr je zugetraut hätte. Sie sah mir direkt in die Augen und flüsterte, als hätte sie Angst, belauscht zu werden, weil ich nie eine verdammte Decke oder Schüssel für Boxes unter das Haus gelegt habe. Du warst nicht der Einzige, der sie gefunden hat. Mir war schwindelig, als sie mir dies erzählte. Ich verstand jetzt so viel mehr. Ich verstand, warum sie so unruhig geschaut hatte, nachdem sie an unserem letzten Tag Boxes unter dem Haus hervorgeholt hatte. Sie hatte an diesem Tag mehr gefunden als Spinnen oder ein Rattennest. Ich verstand, warum wir fast zwei Wochen früher abreisten. Ich verstand, warum sie versuchte, mich davon abzuhalten, zurückzugehen. Sie wusste es. Sie wusste, dass er sich unter unserem Haus einquartiert hatte und sie verheimlichte es mir. Ich ging ohne ein weiteres Wort zu sagen und beendete die Geschichte nicht für sie. Aber ich möchte sie hier beenden. Für euch. Als ich an diesem Tag von Josh nach Hause kam warf ich meine Sachen auf den Boden und sie lagen überall verstreut. Es war mir alles egal. Ich wollte nur schlafen. Gegen 21 Uhr wachte ich auf und hörte das Miauen von Boxes. Mein Herz machte einen Sprung. Er war endlich nach Hause gekommen. Ich ärgerte mich ein wenig darüber, dass wenn ich nur einen Tag gewartet hätte, nichts von all dem passiert wäre, was in der letzten Nacht passiert war. Und ich hätte Boxes trotzdem bei mir gehabt. Aber das war egal. Er war zurück und das war alles, was zählte. Ich stand vor meinem Bett auf und rief nach ihm, wobei ich mich umsah, um einen Lichtschimmer in seinen Augen zu erhaschen. Das Weinen ging weiter und ich folgte ihm. Es kam von unter dem Bett. Ich lachte ein wenig, als ich daran dachte, dass ich gerade unter ein Haus gekrochen war, um ihn zu suchen und dass dies so viel besser war jetzt. Sein Miauen wurde durch ein Hemd gedämpft, also warf ich es beiseite, lächelte und rief, Willkommen zu Hause, Boxes. Aber vor mir war nicht Boxes. Unter diesem Hemd, unter meinem Bett, lag nicht Boxes. Unter meinem Bett lag mein Walkie-Talkie. Seine Schreie kamen aus dem Walkie-Talkie. Boxes ist nie wieder nach Hause gekommen. Ein Kommentar unter dem letzten Teil meiner Geschichte erinnerte mich an eine Begebenheit aus meiner Kindheit, die mir immer seltsam vorkam, von der ich aber nie dachte, dass sie mit einer dieser Geschichten zusammenhängen könnte. Jetzt weiß ich, dass es so ist. Es ist schon komisch, wie Erinnerungen funktionieren. Die Details sind vielleicht alle im Kopf vorhanden, wenn auch verstreut und durcheinander und dann kann ein einziger Gedanke sie fast sofort wieder zusammenfügen. Ich habe nie viel an diese Ereignisse gedacht, weil ich mich auf die falschen Details konzentriert habe. Ich ging zurück zum Haus meiner Mutter und sah meine alten Schularbeiten aus der Kindheit durch, um etwas zu finden, das sich für wichtig hielt. Ich konnte es nicht finden, aber ich werde weiter suchen. Nochmals, Entschuldigung für die Länge. Die meisten alten Städte und ihre Nachbarschaften wurden nicht mit dem Gedanken geplant, dass die Bevölkerung exponentiell wachsen würde und dass man sie irgendwie unterbringen müsste. Die Anordnung der Straßen ist im Allgemeinen eine Reaktion auf geografische Beschränkungen und die Notwendigkeit, wirtschaftlich wichtige Punkte zu verbinden. Sind die Verbindungsstraßen erst einmal angelegt, werden neue Unternehmen und Straßen strategisch entlang des bestehenden Skeletts positioniert und schließlich werden die in die Erde gehauenen Pfade in Asphalt verewigt, sodass nur noch Platz für kleine Modifikationen sind, Ergänzungen und Änderungen und es ist niemals Platz für eine dramatische Veränderung. Das Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, muss also alt gewesen sein. Wenn sich gerade Linien in der Luftlinie bewegen, dann muss mein Viertel auf der Grundlage der Wanderung einer Schlange gebaut worden sein. Die ersten Häuser wurden um den See herum gebaut und nach und nach vergrößerte sich die bewohnbare Fläche, in dem neue Erweiterungen abseits des ursprünglichen Weges angelegt wurden. Aber diese neuen Erweiterungen endeten alle an der einen oder anderen Stelle abrupt. Es gab nur einen Eingang und Ausgang für das gesamte Viertel. Viele dieser Erweiterungen wurden durch einen Nebenfluss begrenzt, der den See speiste und aus ihm trank und direkt an dem vorbeiführte, was ich später den Graben nannte, so wie ich es ja in dieser Geschichte auch schon getan habe. Viele der ursprünglichen Häuser hatten riesige Höfe, aber eine dieser ursprünglichen Grundstücke waren geteilt worden, so dass die Grundstücke immer und immer kleiner wurden. Ein Luftbild meiner Nachbarschaft wurde den Eindruck erwecken, als sei einst ein riesiger Tintenfisch in den Wäldern gestorben und irgendein abenteuerlustiger Unternehmer fand die Leiche und pflasterte Straßen über seine Tentakel, nur um sich dann zurückzuziehen und es der Zeit der Gier und der Verzweiflung zu überlassen, das Land unter den zukünftigen Hausbesitzern aufzuteilen wie ein peinlicher Versuch des goldenen Schnitts. Von meiner Veranda aus konnte man die alten Häuser sehen, die den See umgaben, aber das Haus von Mrs. Maggie war mein Lieblingshaus. Soweit ich mich erinnern kann, war sie um die 80 Jahre alt, aber trotzdem war sie einer der freundlichsten Menschen, die ich je getroffen hatte. Sie hatte einen Kopf mit Locken, weißen Locken und trug immer helle Kleider mit Blumenmustern. Sie unterhielt sich mit mir und Josh von ihrer Veranda aus, wenn wir auf dem See schwammen und lud uns immer zu einem kleinen Imbiss ein. Sie sagte, sie sei einsam, weil ihr Mann Tom immer geschäftlich unterwegs war, aber Tom und ich lehnten ihre Einladung stets ab, denn so nett Mrs. Maggie auch war, sie hatte doch auch etwas Seltsames an sich. Ab und zu, wenn wir wegschwammen, sagte sie, Chris und John, ihr seid jederzeit willkommen und wir hörten sie immer noch rufen, als wir zurück in mein Haus gingen. Frau Maggie hatte wie viele der ältere Hausbesitzer eine Sprinkleranlage, die mit einer Zeitschaltuhr ausgestattet war. Irgendwann im Laufe der Jahre musste die Zeitschaltuhr jedoch kaputt gegangen sein, denn die Sprinkleranlage schaltete sich das ganze Jahr über zu verschiedenen Zeiten am Tag und oft auch in der Nacht einfach ein. Obwohl es nie kalt genug war, um viel zu schneien, ging ich jeden Winter mehrmals morgens nach draußen und sah, wie das gefrorene Wasser Mrs. Maggie's Garten in ein surreales, arktisches Paradies verwandelte. Alle anderen Gärten waren durch den beißenden Frost der Winterkälte sterilisiert und ausgetrocknet, aber mitten in der trostlosen Erinnerung an die Grausamkeit der Jahreszeit fand sich eine Oase aus wunderschönem Eis, das wie Stalaktiten von jedem Zweig eines jeden Baumes und jedem Blatt eines jeden Strauches hing. Wenn die Sonne aufging, spiegelte sie sich und jedes Eisstück zersplitterte die Sonne in einem Regenbogen, der nur kurz zu sehen war, bevor er einen blendete. Schon als Kind war ich beeindruckt von der Schönheit dieses Ortes und oft gingen Josh und ich dorthin, um auf dem vereisten Gras zu laufen und uns Schwertkämpfe mit den Eiszapfen zu liefern. Einmal habe ich meine Mutter gefragt, warum eben Mrs. Maggie den Sprinkler immer anlässt. Meine Mutter schien nach einer Erklärung zu suchen, bevor sie sagte, Nun, Frau Maggie ist oft krank und manchmal, wenn sie richtig krank ist, wird sie verwirrt. Deshalb bringt sie manchmal die Namen von dir und Josh durcheinander. Sie will das nicht, aber manchmal kann sie sich einfach nicht erinnern. Sie wohnt ganz allein in dem großen Haus, also ist es in Ordnung, wenn du mit ihr sprichst, wenn du im See schwimmst, aber wenn sie dich hereinbittet, solltest du immer Nein sagen. Sei höflich, dann werden ihre Gefühle auch nicht verletzt. Aber sie wird weniger einsam sein, wenn ihr Mann nach Hause kommt, oder? Wie lange wird er denn noch auf Geschäftsreise sein? Es scheint, als wäre er ständig unterwegs. Meine Mutter schien mit sich zu ringen und ich konnte sehen, dass sie sehr aufgeregt war. Schließlich antwortete sie, Schatz, Tom wird nicht mehr nach Hause kommen. Tom ist im Himmel. Er ist vor vielen Jahren gestorben, aber Frau Maggie erinnert sich nicht daran. Sie ist verwirrt und vergisst es, aber Tom wird leider nie wieder nach Hause kommen. Wenn jemand wieder bei ihr einziehen würde, würde sie vielleicht sogar denken, dass es Tom ist, aber er ist nicht mehr da. Ich war gerade mal fünf oder sechs Jahre alt, als sie mir das sagte und obwohl ich es nicht ganz verstand, war ich doch zutiefst traurig um Frau Maggie. Heute weiß ich, dass Frau Maggie an Alzheimer erkrankt war. Sie und ihr Mann Tom hatten zwei Söhne, Chris und John. Die beiden hatten mit den Versorgungsunternehmen Zahlungspläne ausgearbeitet und bezahlten für Maggys Wasser- und Stromrechnung, aber sie haben sie nie besucht. Ich weiß nicht, ob etwas zwischen ihnen vorgefallen war, ob es an der Krankheit lag oder ob sie einfach zu weit weg wohnten, aber sie kamen nie vorbei. Ich habe keine Ahnung, wie sie aussahen, aber es gab Zeiten, in denen es Maggie gedacht haben muss, dass Josh und ich so aussahen wie sie, als sie Kinder waren. Oder vielleicht sah sie das, was ein Teil ihres Verstandes unbedingt sehen wollte. Sie ignorierte die Bilder, die über ihren Seenäf übertragen wurden und sie zeigte ihr nur das, was sie sehen wollte, zumindest für einen kurzen Moment. Mir wird jetzt erst klar, wie einsam sie wirklich gewesen sein muss. Im Sommer nach dem Kindergarten, also vor dem Ereignis mit den Ballons, hatten Josh und ich begonnen, die Wälder in der Nähe meines Hauses und den Nebenfluss des Sees zu erkunden. Wir wussten, dass die Wälder zwischen unseren Häusern miteinander verbunden waren und wir dachten, es wäre toll, wenn der See in der Nähe meines Hauses irgendwie mit dem Bach in der Nähe seines Hauses verbunden wäre. Also nahmen wir uns vor, das herauszufinden. Wir wollten Karten anfertigen, um uns zurechtzufinden. Der Plan war, zwei separate Karten zu erstellen und sie dann zu kombinieren. Wir würden eine Karte erstellen, die das Gebiet um den Bach in der Nähe seines Hauses erkundet und eine weitere, die dem Abfluss meines Sees folgt. Ursprünglich wollten wir nur eine Karte machen, aber wir merkten, dass das nicht möglich war, da ich die Karte meines Gebietes so groß gezeichnet hatte, dass die Route von seinem Haus aus nicht maßstabsgetreu gewesen wäre. Wir behielten die Karte vom See bei mir zu Hause und die vom Bach bei ihm zu Hause und ergänzten sie jeweils, wenn wir wieder beieinander übernachteten. In den ersten Wochen lief es wirklich gut. Wir liefen durch den Wald, am Wasser entlang und machten alle paar Minuten eine Pause, um die Karte zu ergänzen. Und es schien, als würden die beiden Karten jeden Tag zusammenkommen. Wir hatten keine Ausrüstung, die wir für diese Aufgabe brauchten, nicht einmal einen Kompass, aber wir versuchten uns zu behelfen. Wir hatten die Idee, die Erde mit einem Stock aufzuspießen, wenn wir das Ende eines Vorhabens erreicht haben, damit wir, wenn wir am nächsten Wochenende aus der anderen Richtung auf den Stock stießen, wussten, dass wir nun endlich die beiden Karten verbinden konnten. Wir waren wohl die schlechtesten Kartografen der Welt. Doch schließlich wurde der Wald in der Nähe des Sees zu dicht und wir konnten nicht mehr wirklich weitergehen. Wir verloren für eine Weile das Interesse an dem ganzen Projekt und reduzierten unsere Erkundung erheblich, auch wenn nicht vollständig, als wir anfingen, Eiskugeln zu verkaufen. Nachdem ich meiner Mutter alle Bilder gezeigt hatte, die ich von der Schule mit nach Hause genommen hatte und sie mir die Eismaschine wegnahm, erwachte unser Interesse an den Karten wieder. Wir mussten uns einen anderen Plan einfallen lassen. Obwohl ich nicht verstand, warum, hatte meine Mutter mir sehr strenge Beschränkungen auferlegt, was ich tun und wohin ich genau durfte und ich musste mich wirklich regelmäßig melden, wenn ich mit Josh draußen spielen wollte. Das bedeutete, dass wir nicht stundenlang im Wald blieben und immer wieder nach einem neuen Weg suchen konnten. Wir dachten, wir könnten einfach schwimmen, wenn wir an der Abzweigung im Wald ankamen, aber das würde natürlich nicht funktionieren, da die Karte dann nass werden würde. Wir versuchten schneller zu gehen, als wir von Joshs Haus kamen, aber wir stießen schließlich auf das gleiche Problem. Aber dann hatten wir eine tolle Idee. Wir würden einfach ein Floß bauen. Aufgrund der Bauarbeiten in der Nachbarschaft gab es eine große Menge an Bauschutt, den die Firma in den Graben legte, um ihn von der Straße fernzuhalten, da sie ihn nicht mehr zum Bauen brauchte. Ursprünglich wollten wir ein gewaltiges Schiff mit einem Mast und einem Anker bauen, aber das hatte sich schnell in etwas Handlicheres verwandelt. Wir legten das Holz beiseite und nahmen mehrere große Stücke Styropor, die mit Schaumstoffplatten unterlegt waren, und banden sie mit Seilen und Drachenschnur zusammen. Wir ließen unser Schiff in der Nähe von Frau Maggie zu Wasser und winkten ihr zum Abschied zu, als sie uns winkte, in ihre Richtung zu kommen. Aber wir ließen uns von unserem Vorhaben nicht aufhalten. Das Floß funktionierte sehr gut, und obwohl wir uns beide so verhielten und sprachen, als sei die Funktionalität des Floßes eine Selbstverständlichkeit, weiß ich, dass zumindest ich ein wenig überrascht war. Jeder von uns hatte einen ziemlich langen Ast, den er als Paddel benutzen konnte, aber wir fanden es einfacher, einfach gegen das Land unter Wasser zu drücken, als sie tatsächlich wie vorgesehen zu benutzen. Wenn das Wasser zu tief wurde, legten wir uns einfach auf den Bauch und paddelten mit den Händen, was immer noch funktionierte, wenn auch weniger gut. Als wir das erste Mal auf diese Art der Fortbewegung zurückgreifen mussten, dachte ich daran, dass es von weit oben aussehen müsste, als würde ein riesiger, fetter Mann mit winzigen Armen schwimmen gehen. Wir brauchten tatsächlich mehrere Fahrten, um das Floß bis zu dem unwegsamen Waldstück zu bringen, in den wir am weitesten vorgedrungen waren. Nachdem wir auf die Idee gekommen waren, den Boden mit dem Stock zu markieren, liefen wir durch den Wald, bis wir den Stock erreichten, und zeichneten dann so vorsichtig und genau, wie wir es konnten, unseren Kurs auf. Das bedeutete, dass die Sackgasse in Wirklichkeit ein ganzes Stück entfernt war, sodass es länger als erwartet dauerte, von meinem Haus bis zur Blockade im Wald zu segeln. Wir segelten ein Stück, legten das Floß an, und beim nächsten Mal liefen wir durch den Wald zum Floß und fuhren dort ein Stück weiter. So ging es bis in die erste Klasse hinein. Josh und ich wurden in diesem Jahr verschiedenen Gruppen zugeteilt, und da wir uns während des Schultags nicht wirklich sahen, waren unsere Eltern eher bereit, uns jede Woche das ganze Wochenende miteinander verbringen zu lassen. Außerdem hatte Joshs Vater einen langwierigen Job auf dem Bau angenommen, der ihn dazu zwang, an den Wochenenden zu arbeiten. Und seine Mutter hatte Bereitschaftsdienst, was bedeutete, dass Josh fast jedes Wochenende über Wochen hinweg bei mir zu Hause blieb. Wir hätten eigentlich sehr gut vorankommen müssen, aber als wir endlich an der Sackgasse ankamen und die Möglichkeit hatten, sie zu durchqueren, konnten wir keine Stelle finden, an der wir das Floß anlegen konnten. Der Wald war einfach viel zu dicht gewesen und das Wasser hatte das Land so weit erodiert, dass über dem Nebenfluss ein fast zwei Fuß hoher Erdwall lag, der die verschlungenen und feuchten Wurzeln der Bäume darüber freilegte. Wir mussten jedes Mal umkehren und das Floß in demselben Dickicht von Bäumen zurücklassen, das uns dazu veranlasst hatte, es überhaupt erst zu bauen. Noch schlimmer war, dass der Winter angebrochen war, so dass wir es nicht rechtfertigen konnten, das Haus in unseren Badeanzügen zu verlassen. Wir kamen nicht weiter. Wir mussten immer wieder nach Hause zurückkehren, bevor wir weiterkommen konnten. An einem Samstag gegen 19 Uhr spielten Josh und ich gerade, als eine Mitarbeiterin meiner Mutter an unsere Tür klopfte. Ihr Name war Samantha und ich erinnere mich noch gut an sie, weil ich ihr ein paar Jahre später einen Heiratsantrag machen sollte, als ich meine Mutter auf der Arbeit besuchte. Meine Mutter sagte, dass sie zur Arbeit müsse, um ein Problem zu lösen, das aufgetreten sei, obwohl sie eigentlich frei hatte. Sie sagte mir auch, dass sie in etwa zwei Stunden zurück sein würde. Ihr Auto wurde repariert, also musste sie mit Samantha mitfahren, aber ich vermutete, dass das Problem Samanthas Schuld war und dass es deshalb nur zwei Stunden dauern würde, wenn sie es im Auto besprechen könnte. Sie sagte, dass wir unter keinen Umständen das Haus verlassen oder jemandem die Tür öffnen dürfen und wollte gerade erklären, dass sie jede Stunde anrufen würde, wenn sie dort ankäme, um nach dem Rechten zu sehen. Aber sie beendete diese Erklärung vorzeitig, als sie einfiel, dass unser Telefon wegen Zahlungsrückständen abgestellt worden war. Deshalb war Samantha einfach unangemeldet vorbeigekommen. Sie sah mir direkt in die Augen, als sie die Tür schloss und sagte, bleib hier. Das war unsere Chance gewesen. Wir sahen ihr zu, wie sie die Serpentinenstraße zur Ausfahrt hinunterfuhr und sobald das Auto die letzte sichtbare Kurve genommen hatte, rannten wir zurück in mein Zimmer. Ich kippte meinen Rucksack aus, während Josh sich die Karte schnappte. Hey, hast du die Taschenlampe? Josh läutete. Nein, aber wir werden lange vor Einbruch der Dunkelheit zurück sein. Ich dachte mir, für alle Fälle sollten wir eine haben. Meine Mutter hat eine, aber ich weiß nicht, wo sie die aufbewahrt. Warte. Ich lief zu meinem Schrank und holte eine Schachtel aus dem obersten Regal. Du hast da eine Taschenlampe drin? fragte Josh. Nicht wirklich. Ich öffnete die Schachtel und brachte drei römische Kerzen zum Vorschein, die ich von dem Haufen genommen hatte, den meine Mutter im letzten Sommer für den 4. Juli angehäuft hatte. Zusammen mit einem Feuerzeug, das ich eher einige Monate zuvor abgenommen hatte, würde dies sicherstellen, dass wir wenigstens etwas Licht hatten, wenn wir es brauchen würden. Das war ein bisschen, bevor ich die Gelegenheit hatte, mich nachts im Wald zu fürchten, also war es nicht Angst, die unsere Suche nach einer Lichtquelle motivierte, nur Praktikabilität. Wir warfen alles in den Rucksack und verschwanden durch die Hintertür, wobei wir gut darauf achteten, sie zu schließen, damit Boxes nicht herauskamen. Wir hatten eine Stunde und 50 Minuten Zeit. Wir rannten so schnell wie möglich durch den Wald und schafften es in etwa 15 Minuten zum Floß. Wir hatten unsere Badeanzüge unter der Kleidung an, also zogen wir unsere Hemden und Shorts aus und legten sie in zwei getrennten Stapeln etwa einen Meter vom Ufer entfernt ab. Wir banden das Floß vom Baum los, schnappten uns unsere Astpaddel und legten ab. Wir versuchten, uns so schnell zu bewegen, um einen Punkt jenseits des Inhalts unserer immer größer werdenden Karte zu erreichen, denn wir hatten keine Zeit zu verlieren, um uns alte Sehenswürdigkeiten anzusehen. Wir wussten, dass wir im Floß langsamer waren als an Land und dass wir nach der Abzweigung noch eine ganze Weile im Floß bleiben würden, da der Wald zu dicht war, um ihn zu durchqueren und es keine Anlegestelle mehr gab. Das bedeutete, dass wir mit dem Floß zurück zur ursprünglichen Anlegestelle fahren mussten, auch wenn wir weiter vorne eine neue fanden. Nachdem wir den letzten kartierten Teil unserer Karte passiert hatten, wurde das Wasser sehr tief und schließlich konnten wir den Boden mit unseren Ästen nicht mehr berühren, so dass wir uns auf den Bauch legten und mit den Händen paddelten. Es wurde immer und immer dunkler, so dass es immer schwieriger wurde, die Bäume voneinander zu unterscheiden und wir wurden beide etwas nervös. Um schnell voranzukommen, paddelten wir schnell mit den Armen, aber das verursachte eine Menge Lärm, da unsere Hände immer wieder gegen die Oberflächenspannung des Wassers stießen und diese durchbrachen. Während dieser Zeit konnten wir beide das Knirschen von totem Laub und das Knacken von umgestürzten Stöcken im Wald zu unserer Rechten hören. Wenn wir unser Tempo verlangsamten und unsere Handlungen beruhigten, hörte das Rascheln im Wald auf und wir begannen uns zu fragen, ob es überhaupt jemals da war. Wir wussten nicht, was für Tiere sich so tief im Wald aufhielten, aber wir wussten, dass wir es nicht herausfinden wollten. Als Josh die Karte änderte, die ich mit dem Feuerzeug beleuchtete, wurde mir plötzlich mit der Tatsache konfrontiert, dass die Geräusche keine Einbildung waren. Schnell und rhythmisch hörten wir Knirschen, Schnappen, Knirschen. Es schien sich leicht von uns weg zu bewegen und durch den Wald jenseits unserer Karte zu drängen. Es war zu dunkel geworden, um etwas zu sehen. Wir hatten falsch eingeschätzt, wie lange sich die Sonne noch halten würde. Nervös rief ich nach draußen. Hallo? Ein kurzen Moment lang herrschte atemlose Spannung, als wir regungslos im Wasser lagen. Diese Stille wurde plötzlich von Gelächter unterbrochen. Hallo? sagte Josh. Na und? Hallo, Mr. Monster in the Woods. Ich weiß, du steigst herum, aber vielleicht antwortest du auf mein Hallo. Mir wurde klar, wie dumm das Ganze war. Was für ein Tier es auch war, es würde uns nicht antworten. Ich hatte erst hinterher gemerkt, dass ich es gesagt hatte, aber wenn da wirklich etwas war, würde ich natürlich keine Antwort bekommen. Josh fuhr wieder fort. Hallo? Hallo in einem hohen Fahlset. Hallo? konterte ich mit einem tiefen Bariton, wie ich es nur konnte. Hi, Kumpel. Immer wieder sagten wir Hallo und spotteten weiter übereinander und waren gerade dabei, das Floß umzudrehen, um zurückzufahren, als wir es plötzlich hörten. Hallo? Es war geflüstert und gepresst, als ob es vom letzten Atemzug eines Paares entleerter Lungen angetrieben wurde. Aber es klang nicht kränklich. Es kam von der Stelle, die nicht auf der Karte eingezeichnet war und die nun hinter uns lag, da wir das Floß gewendet hatten. Langsam bewegte ich mich auf dem Floß und blickte in die Richtung des Geräusches, während ich mit der römischen Kerze herumfuchtelte. Ich wollte nachsehen. Was machst du da? zischte Josh mich an. Aber ich hatte sie bereits entzündet. Als die funkensprühende Lunte in die Hülle sank, hielt ich sie in den Himmel. Ich hatte so etwas noch nie selbst abgefeuert und dachte, ich würde es einfach wie ein Flair im Film benutzen. Eine glühende grüne Kugel schoss in Richtung der Sterne und erlosch stand schnell. Ich senkte meinen Arm weiter in Richtung Horizont. Ich konnte mich daran erinnern, dass es mehrere Farben gab, aber ich konnte mich nicht erinnern, wie oft eine dieser Kugeln abgefeuert wurde, bevor sich dann irgendwann diese Kugeln erschöpfen. Ein zweiter roter Lichtball schoss hervor und verpuffte über den Bäumen, aber ich sah immer noch nichts. Lass uns einfach gehen, Mann, drängte Josh, während er sich in Richtung Heimat drehte und verzweifelt anfing zu paddeln. Nur noch eins. Ich senkte meinen Arm direkt auf den Wald vor mir und ein weiterer roter Feuerball wurde aus dem Rohr geschossen. Er floh geradeaus, bis er mit einem Baum zusammenstieß und das Licht kurzzeitig in einem viel größeren Durchmesser explodierte. Immer noch nichts. Ich ließ den Feuerwerkskörper ins Wasser fallen und sah zu, wie sich ein weiterer Feuerball losriss, um dann schnell im Wasser zu ersticken. Als wir begannen, in Richtung meines Hauses zu paddeln, hörten wir ein lautes und unverhohlenes Rascheln im Wald. Das Brechen von Ästen und das Zertrampeln von heruntergefallenen Blättern übertönte das Geräusch unseres Platschens. Es war auf der Flucht. In unserer Panik stieß mir das Floß zu heftig an und ich spürte, wie sich eines der Seile unter meiner Brust lockerte. Josh, sei vorsichtig! Aber es war zu spät. Unser Floß brach. Es dauerte nicht lange und es war völlig auseinandergefallen. Jeder von uns hielt sich an einem Stück Styropor fest, aber die Stücke waren nicht groß genug, um uns vollständig über Wasser zu halten und unsere Beine baumelten unter uns im Winterwasser. Josh, schnell schrie ich und deutete auf das Wasser direkt neben ihm. Er rappelte sich auf, aber es war zu kalt, um sich schnell zu bewegen und wir sahen beide zu, wie die Karte davon schwamm. Mir ist kalt, Mann, Josh zitterte niedergeschlagen. Lass uns einfach aus dem Wasser gehen. Wir näherten uns dem Ufer, aber jedes Mal, wenn wir versuchten, uns hochzuziehen, hörten wir das hektische Rascheln, das von den Wäldern direkt über uns hier rüber donnerte. Schließlich waren wir zu kalt und zu schwach, um es überhaupt noch zu versuchen. Langsam strampelten wir mit den Beinen und näherten uns der Anlegestelle. Wir kippten von den Trümmern und versuchten, sie an Land zu ziehen, aber Joshs Teil rutschte weg und trieb in Richtung See. Wir zogen unsere Badeanzüge aus und versuchten verzweifelt in trockene Kleidung zu kommen, um uns vor der beißenden Kälte der Luft zu schützen. Ich streifte meine Shorts ab, aber irgendetwas stimmte nicht. Ich drehte mich zu Josh um. Wo ist mein Hemd, Mann? Er zuckte mit den Schultern und schlug vor. Vielleicht ist es ins Wasser gefallen und in den See getrieben. Ich sagte Josh, er solle zu mir nach Hause gehen und sagen, dass wir Verstecken spielen würden, falls meine Mutter zu Hause sei. Ich musste versuchen, mein Hemd zu finden. Ich rannte hinter die Häuser und spähte über das Wasser und suchte das Ufer ab. Mir kam der Gedanke, dass ich mit etwas Glück vielleicht auch die Karte finden könnte. Ich bewegte mich schon ziemlich schnell, weil ich nach Hause musste und wollte schon aufgeben, als meine Konzentration durch ein Geräusch unterbrochen wurde, das direkt von hinten kommen. Hallo? Ich drehte mich um. Es war Mrs. Maggie. Ich hatte sie noch nie nachts gesehen und in diesem schlechten Licht sah sie äußerst gebrechlich aus. Die übliche Wärme, die ihr auftreten umhüllte, schien durch die Kälte ausgelöscht worden zu sein. Ich konnte mich nicht erinnern, sie jemals ohne Lächeln gesehen zu haben und so sah ihr Gesicht seltsam aus. Hallo, Mrs. Maggie. Oh, hallo, Chris. Die Wärme und das Lächeln waren zu ihr zurückgekehrt, auch wenn ihre Erinnerungen es nicht taten. Ich konnte in der Dunkelheit nicht sehen, dass du es bist. Scherzhaft fragte ich sie, ob sie mich nicht auf einen Snack einladen würde, aber sie sagte nur vielleicht ein anderes Mal. Ich war zu sehr damit beschäftigt, meine Karte und das Hemd zu suchen, um sie wirklich anzusprechen, dir zuzuhören. Aber sie klang glücklich, also fühlte ich mich nicht schlecht. Sie sagte noch ein paar andere Dinge, aber ich war wirklich sehr abgelenkt, also passte ich nicht auf. Ich sagte ihr gute Nacht und lief die Auffahrt zu meinem Haus hinunter. Hinter mir hörte ich sie über den gebrochenen Hof laufen, aber ich drehte mich nicht um, um zu winken. Ich musste so schnell es geht nach Hause. Ich war ein paar Minuten vor meiner Mutter zu Hause und als sie hereinkam, hatten Josh und ich uns bereits umgezogen und aufgewärmt. Wir hatten es geschafft, auch wenn wir die Karte leider verloren hatten. Konntest du sie nicht finden? Nein, aber ich habe Mrs. Maggie gesehen. Sie hat mich wieder Chris genannt. Ich sag's dir, Kumpel, sei froh, dass du sie noch nie nachts gesehen hast. Wir lachten beide und er fragte mich, ob sie mich zu einem Snack einlud, wobei er scherzte, dass die Snacks schrecklich sein müssten, da sie sie nicht mal verschenken könne. Ich sagte ihm, dass das nicht der Fall war und er war überrascht. Und jetzt, da ich Zeit hatte, darüber nachzudenken, war ich es auch. Jedes Mal, wenn wir sie gesehen hatten, hatte sie uns zu einem Imbiss eingeladen. Und ich hatte mich gerade selbst eingeladen, wenn auch sarkastisch, aber sie hatte abgelehnt. Als Josh weiter über Mrs. Maggie sprach, wurde mir plötzlich klar, dass das Feuerzeug noch in meiner Tasche sein könnte und dass es für meine Mutter eine Katastrophe wäre, es zu finden. Ich schnappte mir die Shorts vom Boden und wühlte in meinen Taschen herum. Ich spürte etwas, aber es war nicht das Feuerzeug. Aus meiner Gesäßtasche holte ich ein gefaltetes Stück Papier hervor und mein Herz machte einen Sprung. Die Karte? dachte ich. Aber ich habe sie wegschwimmen sehen. Als ich das Papier entfaltete, drehte sich mir der Magen um, während ich versuchte zu verstehen, was ich da sah. Auf dem Papier waren innerhalb eines großen Ovals zwei Strichmännchen gezeichnet, die sich an den Händen hielten. Eines war viel größer als das andere, aber beide hatten keine Gesichter. Das Papier war zerrissen, sodass ein Teil davon fehlte und in der Nähe der oberen rechten Ecke war eine Zahl geschrieben. Es war entweder eine 15 oder eine 16. Nervös reichte ich Josh das Papier und fragte ihn, ob er es irgendwann einmal in meine Tasche gesteckt habe, aber er spottete über diese Idee und fragte, warum ich so aufgeregt sei. Ich zeigte auf das kleinere Strichmännchen und das, was daneben stand. Ich schüttelte es ab und erzählte Josh den Rest des Gesprächs zwischen Miss Maggie und mir. Ich hatte den merkwürdigen Austausch immer darauf zurückgeführt, dass sie krank war, bis ich mir die Ereignisse all die Jahre später wieder ins Gedächtnis rief. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, kehrt das Gefühl tiefer Traurigkeit für Miss Maggie zurück. Aber es wird durch ein drohendes Gefühl der Verzweiflung verstärkt, wenn ich darüber nachdenke, warum sie vielleicht ein anderes Mal gesagt hatte. Ich wusste, was sie gesagt hatte, aber ich verstand an diesem Abend nicht, was es bedeutete. Ich verstand nicht, was ihre Worte später bedeuteten, als ich beobachtete, wie Männer in seltsamen, orangefarbenen Schutzanzügen Dinge raustrugen, die ich für schwarze Säcke voller Müll hielt. Es roch in der ganzen Nachbarschaft nach Tod. Und ich verstand damals nicht, wieso. Ich verstand es immer noch nicht, als sie das Haus kurz vor unserem Umzug für unbewohnbar erklärten und mit Brettern vernagelten. Aber jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich, warum ihre letzten Worte an mich so wichtig waren, auch wenn es weder ihr noch mir damals bewusst war. Frau Maggie hatte mir in jener Nacht erzählt, dass Tom nach Hause gekommen war. Aber jetzt weiß ich, wer wirklich eingezogen war. So wie ich jetzt weiß, warum ich nie gesehen habe, wie ihre Leiche auf einer Bahre herausgebracht wurde. Die Säcke waren nicht mit Müll gefüllt. Ich habe in vielen meiner Geschichten absichtlich einige Details zurückgehalten. Ich habe zugelassen, dass meine Hoffnung, wie die Dinge sein könnten, meine Bewertung der Dinge, wie sie tatsächlich sind, beeinflussen. Ich glaube ehrlich gesagt, das hat alles keinen Sinn mehr. Am Ende des Sommers, zwischen dem Kindergarten und der ersten Klasse, bekam ich eine Magen-Darm-Grippe. Sie hat alle Bestandteile der normalen Grippe, aber bei der Magen-Darm-Grippe kotzt man in einen Eimer und nicht in die Toilette, weil man drauf sitzt. Die Krankheit wird von beiden Seiten ausgespült. Das dauert etwa zehn Tage, aber kurz bevor es vorbei war, bekam die Krankheit eine Verlängerung in Form eines rosa Auges. Meine Augenlider waren durch den getrockneten Schleim, der sich in der Nacht gebildet hatte, so zusammengewachsen, dass ich am ersten Tag, an dem ich mit der Infektion aufwachte, dachte ich, sei blind geworden. Als ich in die erste Klasse kam, hatte ich einen Knick im Hals von zehn Tagen Bettruhe und zwei geschwollene, blutunterlaufene Augen. Josh war in einer anderen Gruppe und hatte kein Mittagessen, so dass ich in der mit 200 Kindern überfüllten Cafeteria immer noch einen Tisch für mich alleine hatte. Ich fing an, Ersatzessen in meinem Rucksack aufzubewahren, das ich mit auf die Toilette nahm, um es nach dem Mittagessen zu essen, da meine Schulmahlzeit in der Regel von älteren Kindern konfisziert wurde. Diese Kinder wussten, dass ich mich nicht gegen sie wehren würde, da eh niemand zu mir halten könnte. Diese Dynamik hielt auch an, nachdem sich mein Zustand gebessert hatte. Denn niemand will mit einem Kind befreundet sein, das gemobbt wird, um nicht selbst einen Teil der Aggression abzubekommen. Der einzige Grund, warum dies aufhörte, war das Verhalten eines Jungen namens Alex. Alex ging in die dritte Klasse und war größer als die meisten anderen Kinder der Klasse. Etwa in der dritten Schulwoche fing er an, mit mir Mittag zu essen. Und das setzte der Verknappung meiner Essensvorräte ein sofortiges Ende. Er war ganz nett, aber schien etwas langsam zu sein. Wir unterhielten uns nie wirklich lange, außer als ich mich endlich entschloss zu fragen, warum er bei mir saß. Er war in Joshs Schwester Veronica verknallt. Veronica ging in die vierte Klasse und war wahrscheinlich das hübscheste Mädchen der Schule. Selbst als Sechsjähriger, der die Vorstellung, dass Mädchen eklig sind, voll und ganz unterstützte, wusste ich, wie hübsch Veronica war. Als sie in der dritten Klasse war, so erzählte mir Josh, waren zwei Jungen in eine Schlägerei geraten, die sich aus einem Streit über die Bedeutung der Nachrichten, die sie in ihre Jahrbücher geschrieben hatte, entwickelte. Einer der Jungen traf den anderen schließlich mit der Ecke des Jahrbuchs an der Stirn und die Wunde musste danach genäht werden, um sie zu schließen. Alex gehörte zwar nicht zu den beiden Jungen, aber er wollte, dass sie ihn mochte und gestand, dass er wusste, dass Josh und ich beste Freunde waren. Ich vermutete, dass er hoffte, ich würde Veronica seine angeblich menschenfreundliche Tat mitteilen und sie würde vermutlich von seiner Selbstlosigkeit so bewegt sein, dass sie sich endlich für ihn interessieren würde. Wenn ich es ihr sagte, würde er so lange bei mir bleiben, wie ich ihn brauchte. Da dies in der Zeit geschah, in der Josh meistens bei mir zu Hause blieb, um mit mir das Floß zu bauen und den Fluss zu befahren, hatte ich keine Gelegenheit, Veronica darauf anzusprechen, weil ich sie einfach nicht sah. Ich erzählte Josh davon und er machte sich über Alex lustig, sagte aber, dass er seiner Schwester erzählen würde, weil ich es so wollte. Ich bezweifelte, dass er das tun würde. Josh war verärgert, dass die Leute so von seiner Schwester angetan waren. Ich erinnere mich, dass er sie eine hässliche Krähe nannte. Ich habe nie etwas zu Josh gesagt, aber ich erinnere mich, dass ich schon damals sagen wollte, dass sie hübsch war und eines Tages vielleicht sogar wunderschön sein würde. Ich hatte Recht. Als ich 15 war, sah ich mir einen Film an einem Ort an, den meine Freunde und ich das Dirt Theater nannten. Wahrscheinlich war es früher einmal schön, aber die Zeit und die Vernachlässigung hatten den Ort stark zugesetzt. Dieses Kino hatte bewegliche Tische und Stühle auf einem ebenen Boden, sodass es bei vollem Saal nur wenige Plätze gab, an denen man sitzen und die ganze Leinwand sehen konnte. Ich vermute, dass das Theater aus drei Gründen noch geöffnet war. Erstens, es war billig, dort einen Film zu sehen. Zweitens, sie zeigten zweimal im Monat um Mitternacht einen anderen Kultfilm und drittens, sie verkauften während der Mitternachtsvorstellung Bier an Minderjährige. Ich war bei den ersten beiden Vorführungen dabei und an diesem Abend wurde Scanners von David Cronenberg für einen Dollar gezeigt. Meine Freunde und ich saßen ganz hinten. Ich wollte näher an der Spitze sitzen, um eine bessere Sicht zu haben, aber Ryan hat uns gefahren, also gab ich nach. Ein paar Minuten bevor der Film anfing, kam eine Gruppe von Mädchen herein. Sie waren alle ziemlich attraktiv, aber was auch immer sie an Schönheit besaßen, wurde von dem Mädchen mit dem schmutzig-blonden Haaren in den Schatten gestellt. Obwohl ich nur einen flüchtigen Blick auf ihr Profil erhaschen konnte, wusste ich das. Als sie sich umdrehte, um ihren Platz zu wechseln, konnte ich ihr Gesicht in voller Größe sehen, was mir ein Gefühl von Schmetterling im Bauch bescherte. Es war Veronica. Ich hatte sie schon lange nicht mehr gesehen. Josh und ich sahen uns immer seltener, nachdem wir uns in jener Nacht, als wir zehn waren, zu meinem alten Haus geschlichen hatten. Und wenn ich ihn besuchte, war sie normalerweise mit Freunden unterwegs. Während alle auf dem Bildschirm starrten, starrte ich Veronica an. Ich wandte den Blick nur dann ab, wenn ich das Gefühl bekam, dass ich ein Widerling war. Aber dieses Gefühl verflog schnell und mein Blick kehrte zu ihr zurück. Sie war wirklich wunderschön, genauso wie ich sie mir als Kind vorgestellt hatte. Als der Abspann zu laufen begann, standen meine Freunde auf und gingen. Es gab nur einen Ausgang und sie wollten nicht in der Falle sitzen, während sie darauf warteten, dass sich die Menge lichtete. Ich verweilte in der Hoffnung, Veronicas Aufmerksamkeit zu erregen. Als sie und ihre Freunde vorbeiging, nutzte ich dann schließlich die Gelegenheit. Hey, Veronica! Sie drehte sich zu mir um und sah ein wenig erschrocken aus. Ja? Ich erhob mich von meinem Platz und trat ein wenig in das Licht, das durch die offene Tür hereinkam. Ich bin's, Joshs alter Freund von früher. Wie, wie ist es dir ergangen? Oh mein Gott! Hey! Es ist so lange her! winkte sie ihren Freunden zu, dass sie gleich wieder rauskommen würde. Ja, ein paar Jahre mindestens. Nicht seit dem letzten Mal, als ich bei Josh übernachtet hatte. Wie geht's ihm eigentlich? Ach ja, stimmt ja. Ich erinnere mich an all die Spiele von euch. Spielst du immer noch Ninja Turtles mit deinen Freunden? Sie lachte ein wenig und ich wurde verständlicherweise rot. Nein, ich bin kein Kind mehr. Ich und meine Freunde spielen jetzt X-Man. Ich hatte wirklich gehofft, dass sie lachen würde. Und sie tat es. Du bist süß. Gehst du jedes Mal in diese Filme? Ich war immer noch verwirrt von dem, was sie sagte. Hält sie mich wirklich für süß? Oder meinte sie nur, ich sei lustig? Findet sie mich vielleicht sogar attraktiv? Plötzlich wurde mir klar, dass sie mir eine Frage gestellt hatte und mein Verstand rätselte, was es war. Yeah, sagte ich viel zu laut. Ja, ich versuche es jedenfalls. Was ist mit dir? Ich komme ab und zu. Mein Freund mochte diese Filme nicht, aber wir haben uns gerade getrennt. Also habe ich vor, von nun an zu kommen. Ich versuchte lässig zu sein, aber es gelang mir nicht. Oh, das ist ja cool. Äh, nicht, also nicht, dass ihr euch getrennt habt. Ich meinte nur, dass du dann öfters kommen könntest. Sie lachte wieder. Ich versuchte, mich zu erholen. Kommst du übernächste Woche? Da soll der Tag der Toten gezeigt werden. Der ist echt cool. Ja, ich denke, ich werde da sein. Sie lächelte und ich wollte gerade vorschlagen, dass wir uns vielleicht zusammensetzen könnten, als sie schnell den Raum zwischen uns schloss und mich umarmte. Es war wirklich schön, dich zu sehen, sagte sie und legte ihre Arme um mich. Ich versuchte zu überlegen, was ich sagen sollte, als mir klar wurde, dass das größte Problem darin bestand, dass ich vergessen hatte, wie man spricht. Zum Glück kam Ryan, den ich vom Flur aus herauskommen hörte, herein und sprach für mich. Kumpel, du weißt, dass der Film zu Ende ist, oder? Lass uns abhauen. Oh, yeah. Veronica ließ mich los und sagte, dass sie mich das nächste Mal sehen würde. Sie wurde von der Pornomusik, die Ryan mit seinem Mund machte, aus dem Zimmer gespielt. Ich war wütend, aber das legte sich, sobald ich Veronica in der Lobby lachen hörte. Der Tag der Toten konnte nicht früh genug kommen. Ryans Familie war nicht in der Stadt, also konnte er uns nicht fahren. Und die anderen Freunde, mit denen ich an diesem Abend zusammen war, hatten keine Autos. Ein paar Tage vor dem Film fragte ich meine Mutter, ob sie mich mitnehmen könnte. Sie lehnte meine Bitte fast sofort ab, aber ich blieb hartnäckig und sie hörte die Verzweiflung in meiner Stimme. Sie fragte, warum ich so unbedingt hingehen wollte, da ich den Film doch schon einmal gesehen hatte. Und ich zögerte, bevor ich ihr sagte, dass ich hoffte, dort ein Mädchen zu sehen. Sie lächelte und fragte spielerisch, ob sie das Mädchen denn kenne. Und ich erzählte ihr zögernd, dass es Veronica sei. Das Lächeln verschwand aus ihrem Gesicht und sie sagte nur kalt, nein. Ich beschloss, Veronica anzurufen und zu fragen, ob sie mich abholen könnte. Ich hatte keine Ahnung, ob sie noch zu Hause wohnte, aber ein Versuch war es wert. Aber dann wurde mir klar, dass Josh vielleicht rangehen würde. Ich hatte seit fast drei Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen und wenn er abnahm, konnte ich natürlich nicht darum bitten, mit seiner Schwester zu sprechen. Ich fühlte mich schuldig, weil ich angerufen hatte, um mit Veronica zu reden und nicht mit Josh. Aber ich verwarf dieses Gefühl schnell wieder. Josh hatte mich schließlich auch seit Jahren nicht mehr angerufen. Ich nahm den Hörer ab und wählte die Nummer, die noch immer in meinem Muskelgedächtnis verankert war, weil ich sie vor all den Jahren so oft gewählt hatte. Es klingelte mehrere Male, bevor jemand abnahm. Es war nicht Josh. Ich fühlte eine Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung. In dieser Sekunde wurde mir klar, dass ich Josh wirklich vermisste. Ich würde ihn nach dem Wochenende anrufen und mit ihm sprechen, aber das war meine einzige Chance zu sehen, ob Veronica mich mitnehmen konnte oder wollte. Also fragte ich nach ihr. Die Person sagte mir lediglich, ich hätte mich verwehlt. Ich wiederholte die Nummer und sie bestätigte sie. Sie sagte, sie müssten ihre Nummer geändert haben und ich stimmte zu. Ich entschuldigte mich für die Störung und legte auf. In diesem Moment war ich sehr traurig, weil ich Josh so nicht mehr erreichen konnte, selbst wenn ich es wollte. Ich fühlte mich schrecklich, weil ich Angst hatte, dass er ans Telefon gehen könnte. Er war mein allerbester Freund gewesen. Mir wurde klar, dass die einzige Möglichkeit, wieder mit ihm in Kontakt zu kommen, über Veronica laufen würde. Und so hatte ich jetzt noch einen weiteren Grund, sie zu sehen. Nicht, dass ich unbedingt noch einen gebraucht hätte. Am Tag vor dem Film sagte ich meiner Mutter, dass ich nicht mehr hingehen wollte, sondern hoffte, sie könnte mich bei meinem Freund Chris absetzen. Sie ließ sich darauf ein und setzte mich an diesem Samstag ein paar Stunden vor dem Film ab. Mein Plan war, von seinem Haus zum Kino zu laufen, da er nur etwa eine halbe Meile entfernt wohnte. Sie gingen sonntags früh in die Kirche, so dass seine Eltern am Samstagabend früh schlafen gehen würden und Chris hatte kein Problem damit, mich nicht zu begleiten, da er vorhatte, mit diesem Mädchen zu chatten, das er online kennengelernt hatte. Er sagte, dass der Weg zurück zu seinem Haus noch einsamer sein würde, nachdem sie mir ins Gesicht gelacht hätte, als ich versuchte, sie zu küssen. Und ich ihm sagte, er solle sich keinen Stromschlag verpassen, als er versuchte, mit seinem Computer Sex zu haben. Ich verließ sein Haus um 11.15 Uhr. Ich habe versucht, mir Zeit zu lassen, damit ich kurz vor dem Film ankomme. Da ich allein ging, wollte ich nicht einfach dort herumhängen und warten. Auf dem Weg zum Kino dachte ich mir, wenn Veronica überhaupt auftauchen würde, wäre es zu viel des Guten, wenn wir zur gleichen Zeit ankämen. Also überlegte ich, ob ich draußen warten oder einfach reingehen sollte. Beides hatte seine Vor- und Nachteile. Während ich mich mit diesen Überlegungen auseinandersetzte, bemerkte ich, dass der ständige Strom von Autoscheinwerfern, der mich überholt hatte, durch einen einzigen, konstanten Scheinwerfer ersetzt worden war, der sich weigerte, vorbeizugehen. Die Straße war nicht von Straßenlaternen beleuchtet, sodass ich im Gras ging und die Straße etwa einen Meter links von mir lag. Ich ging ein wenig weiter nach rechts und reckte über den Hals die Schulter, um zu sehen, was hinter mir war. Ein Auto hätte etwa zehn Meilen hinter mir angehalten. Alles, was ich sehen konnte, waren die grell leuchtenden Scheinwerfer, die sich durch die ansonsten stiegische Umgebung gebohrten. Ich dachte, es könnte einer von Chris' Eltern sein. Vielleicht waren sie gekommen, um nach mir zu sehen und hatten gesehen, dass ich weg war. Es hätte nicht viel Druck gebraucht, damit Chris gesteht. Ich machte einen Schritt auf das Auto zu und es hielt inne und fuhr dann in langsamem Tempo auf mich zu. Es überholte mich und ich sah, dass es nicht das Auto von Chris' Eltern war und auch ehrlich gesagt kein Auto, das ich irgendwie wiedererkannte. Ich versuchte, den Fahrrad zu erkennen, aber es war zu dunkel und meine Pupillen hatten sich angesichts des blendenden Lichts des Wagens kurz vorher zusammengezogen. Sie passten sich so weit an, dass ich einen gewaltigen Riss in der Heckscheibe des Wagens sehen konnte, als dieser weiter fuhr. Ich dachte mir ehrlich gesagt nicht viel dabei. Manche Leute finden es lustig, andere Leute zu erschrecken. Ich habe mich ja oft um Ecken versteckt und bin meiner Mutter dann entgegengesprungen und buchrufend habe ich versucht, sie zu erschrecken. Ich habe es richtig getimt und war etwa zehn Minuten vor dem Film da. Ich beschloss, bis etwa elf Uhr sieben und fünf sich draußen zu warten, da ich dann Zeit haben würde, sie drinnen zu finden, falls sie bereits saß. Als ich die Möglichkeit in Betracht zog, dass sie nicht kommen könnte, sah ich sie. Sie war allein und sie war wunderschön. Ich winkte ihr zu und ging auf sie zu, um den Abstand zu verringern. Sie lächelte und fragte, ob meine Freunde schon drinnen sein und ich verneinte und merkte, dass es wohl so aussah, als würde ich versuchen, eine Verabredung daraus zu machen. Das schien sie nicht zu stören, auch nicht, als ich ihr die bereits gekaufte Eintrittskarte überreichte. Sie schaute mich verwundert an und ich sagte, keine Sorge, ich bin reich. Sie lachte und wir gingen hinein. Ich kaufte uns ein Popcorn und zwei Getränke und verbrachte die Meisterzeit des Films damit, darüber zu debattieren, ob ich meine Hand in die Popcorn-Tüte stecken sollte, wenn sie hineingreift, sodass sie sich berühren würden. Sie schienen den Film zu genießen und ehe ich mich versah, war er zu Ende. Wir hielten uns nicht lange im Kino auf und da es sich um eine Mitternachtsvorstellung handelte, konnten wir nicht in der Lobby herumlungern. Also gingen wir nach draußen. Der Parkplatz des Theaters war groß, weil er mit einem Einkaufszentrum verbunden war, das seinen Betrieb eingestellt hatte. Da ich nicht wollte, dass der Abend schon zu Ende war, setzte ich das Gespräch fort, während ich zufällig in Richtung des alten Einkaufszentrums ging. Als wir um die Ecke bogen und das Theater außer Sichtweite verließen, blickte ich zurück und sah, dass ihr Auto nicht das einzige war, das auf dem Parkplatz stand. Das andere Auto, was dort war, hatte einen großen Riss in der Heckscheibe. Mein sofortiges Unbehagen wandelte sich in Verständnis. Das macht sehr viel Sinn. Der Fahrer dieses Wagens arbeitet hier und muss geahnt haben, dass ich auf dem Weg ins Kino war. Es lag auf der Hand, das Leben eines Horrorfans mit echtem Horror zu erfüllen. Wir spazierten durch das Einkaufszentrum und sprachen über den Film. Ich sagte ihr, dass ich Day of the Dead besser fand als Dawn of the Dead, aber sie wollte nicht zustimmen. Ich erzählte ihr, wie ich ihre alte Nummer angerufen hatte und von einem Dilemma, wer ans Telefon gehen würde. Sie fand es nicht so lustig wie ich, aber sie nahm mein Telefon und gab ihre Nummer ein. Sie kommentierte, dass es wohl das schlechteste Handy sei, das sie je gesehen habe. Ihre Bewertung wurde auch nicht zurückgenommen, als ich sagte, dass ich damit nicht einmal Bilder empfangen kann. Ich habe sie angerufen, damit sie meine Nummer hat und sie hat sie einprogrammiert. Sie erzählte mir, dass sie ihren Abschluss machen würde, aber dass sie in diesem Jahr in der Schule nicht gut abgeschnitten hatte, sodass sie sich nicht sicher war, ob sie überhaupt aufs College gehen würde. Ich sagte ihr, sie solle der Bewerbung ein Foto von sich beifügen und man würde sie dafür bezahlen, nur damit man sie ansehen könnte. Darüber hatte sie nicht gelacht und ich dachte, sie sei vielleicht beleidigt, weil sie dachte, ich würde andeuten, dass sie aufgrund ihrer Intelligenz nicht aufgenommen werden könnte. Ich schaute sie nervös an und sie lächelte nur und selbst in diesem schlechten Licht konnte ich sehen, dass sie rot wurde. Ich wollte ihre Hand halten, aber ich tat es nicht. Als wir den letzten Teil des Einkaufszentrums in Richtung Theater zurückgingen, fragte ich sie nach Josh. Sie sagte mir, sie wolle nicht darüber reden. Ich fragte sie, ob es ihm wenigstens gut ginge und sie sagte nur, ich weiß es nicht. Ich dachte mir, Josh muss irgendwo falsch abgebogen sein und in Schwierigkeiten geraten sein. Ich fühlte mich schlecht, ich fühlte mich schuldig. Als wir uns dem Parkplatz näherten, bemerkte ich, dass das Auto mit der zerbrochenen Heckscheibe weg war und dass ihr Auto nun das einzige auf dem Parkplatz gewesen ist. Sie fragte mich, ob ich eine Mitfahrgelegenheit bräuchte und obwohl das nicht der Fall war, sagte ich, dass ich es zu schätzen wüsste. Ich hatte meine ganze Limonade während des Films getrunken und das ganze Laufen drückte auf meine Blase. Ich wusste, dass ich warten konnte, bis ich wieder bei Chris war, aber ich hatte beschlossen, dass ich versuchen würde, sie zu küssen, wenn sie mich dann absetzte. Und ich wollte nicht, dass dieses biologische Nörgeln mich aus dem Auto drängte. Das würde mein erster Kuss sein. Mir fiel keine List ein, um zu verbergen, was ich tun musste. Das Theater hatte längst geschlossen, also blieb mir nur eine Möglichkeit. Ich sagte ihr, dass ich hinter das Theater gehen würde, um zu pinkeln, aber dass ich in zwei Shakes zurück sein würde. Es war offensichtlich, dass ich das lustig fand und sie schien mehr darüber zu lachen, wie lustig ich es fand, als darüber, wie lustig es offensichtlich war. Auf dem Weg zum Theater blieb ich stehen und drehte mich zu ihr um. Ich fragte sie, ob Josh ihr jemals erzählt hatte, dass dieser Junge namens Alex etwas Nettes für mich getan hatte. Sie hielt einen Moment inne und sagte, dass er das getan habe. Sie fragte, warum ich gefragt habe, aber ich sagte, es sei nichts. Josh war wirklich ein guter Freund gewesen. Als ich hinter das Theater gehen wollte, bemerkte ich, dass ein Maschendrahtzaun parallel zu den Wänden des Gebäudes verlief. Von dort, wo ich stand, konnte sie mich immer noch sehen und der Zaun schien sich endlos zu erstrecken. Also dachte ich, ich springe einfach drüber, verstecke mich und komme so schnell wie möglich zurück. Vielleicht war das zu viel Aufwand, aber ich hielt es für höflich. Ich kletterte über den Zaun und ging ein Stückchen weiter, bis ich außer Sichtweite war und urinierte. Einen Moment lang waren die einzigen Geräusche, die Grillen im Gras hinter mir und das Aufprallen von Flüssigkeit und Zement. Diese Geräusche wurden von einem Geräusch überlagert, das ich immer noch hören kann, wenn es still ist und keine anderen Geräusche meine Ohren ablenken. In der Ferne hörte ich ein leises Kreischen, das schnell wieder verstummte, um dann von einer Kaskade donnernder Vibration abgelöst zu werden. Ich erkannte schnell genug, was es war. Es war ein Auto. Das Brummen des Motors wurde lauter und dann dachte ich, nein, nicht lauter, näher, es kam näher zu mir. Sobald mir das klar wurde, lief ich zurück zum Zaun, aber bevor ich überhaupt weit kam, hörte ich einen kurzen, ununterbrochenen Schrei und das Dröhnen des Motors endete in einem ohrenbetäubenden Knall. Ich begann zu rennen, aber nach nur zwei oder drei Schritten stolperte ich über einen losen Stein und fiel hart und schnell auf den Beton. Mein Kopf schlug gegen die Ecke eines Stuhls, als ich fiel. Ich war vielleicht 30 Sekunden lang benommen, aber das erneute Rumpeln des Motors brachte mich wieder zu Sinn und das Adrenalin stellte mein Gleichgewicht wieder her. Ich verdoppelte meine Anstrengungen. Ich war besorgt, dass derjenige, der das Auto zu Schrott gefahren hatte, Veronica belästigen könnte. Als ich über den Zaun kletterte, sah ich, dass sich nur noch ein einziges Auto auf dem Parkplatz befand. Ich sah keine Anzeichen für einen Unfall. Ich dachte, dass ich vielleicht die Richtung oder die Nähe des Autos falsch eingeschätzt hatte. Als ich auf Veronicas Auto zulief und meine Orientierung änderte, sah ich, was das Auto angefahren hatte. Meine Beine hörten fast auf zu funktionieren. Es war Veronica. Ihr Auto stand zwischen uns und als ich den Abstand verringerte und um das Auto herumlief, kam sie ganz zum Vorschein. Ihr Körper war verdreht und zerknittert wie eine ausrangierte Figur, die einen Katalog von Dingen darstellen sollte, die der menschliche Körper nicht tun kann. Ich konnte sehen, wie der Knochen ihres rechten Schienenbeins durch die Jeans schnitt und ihr linker Arm war so fest um ihren Nacken geschlungen, dass ihre Hand auf ihre rechte Brust fiel. Ihr Kopf war nach hinten geneigt und ihr Mund hing weit geöffnet zum Himmel. Da war so viel Blut. Als ich sie ansah, konnte ich kaum unterscheiden, ob sie auf dem Rücken oder auf dem Bauch lag und diese optische Täuschung machte mich krank. Wenn man mit etwas in der Welt konfrontiert wird, das einfach nicht dazugehört, versucht der Verstand, sich selbst davon zu überzeugen, dass es sich um einen Traum handelt und zu diesem Zweck vermittelte er ein dieses ausgeprägte Gefühl, dass sich all die Dinge langsam bewegen, als ob sie im Saft stünden. In diesem Moment hätte ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich jeden Moment aufwachen würde. Aber ich bin nicht aufgewacht. Ich fummelte an meinem Telefon herum, um Hilfe zu rufen, aber ich hatte keinen Empfang. Ich konnte sehen, wie Veronicas Handy aus ihrer vermeintlich rechten Vordertasche ragte. Ich hatte keine Wahl. Zitternd griff ich nach ihrem Telefon und als ich es herauszog, bewegte sie sich und schnappte so heftig nach Luft, dass es schien, als würde sie versuchen, die ganze Welt einzuatmen. Das erschreckte mich so sehr, dass ich zurücktaumelte und mit dem Telefon in der Hand auf den Asphalt fiel. Sie versuchte ihren Körper in eine natürliche Position zu bringen, aber bei jedem Zucken und Druck konnte ich das Knacken und Knirschen ihrer Knochen hören. Ohne nachzudenken, kletterte ich zu ihr rüber, legte mein Gesicht über Iris und sagte einfach, Veronika, beweg dich nicht. Beweg dich nicht, okay? Bleib einfach ruhig. Nicht bewegen. Veronika, bitte, beweg dich einfach nicht. Ich sagte es immer wieder, aber die Worte begannen zu zerfallen, als mir die Tränen über das Gesicht liefen. Ich öffnete ihr Telefon und es funktionierte noch. Es war immer noch auf dem Display, wo sie meine Nummer gespeichert hatte und als ich das sah, brach mir das Herz ein wenig. Ich rief den Notruf an und wartete mit ihr, sagte ihr, dass es ihr gut gehen würde und fühlte mich schuldig, weil ich sie jedes Mal angelogen hatte, wenn ich das sagte. Als der Klang der Sirenen durch die Luft schallte, schien sie wacher zu werden. Sie war bei Bewusstsein geblieben, seit ich sie gefunden hatte, aber jetzt kam wieder mehr Licht in ihre Augen. Ihr Gehirn schützte sie immer mehr vor den Schmerzen, aber es sah so aus, als würde es ihr endlich erlauben, sich bewusst zu machen, dass mit ihr etwas schrecklich falsch war. Ihre Augen rollten zu den Meinen und ihre Lippen bewegten sich. Sie wehrte sich, aber ich hörte sie. Er hat ein Foto von mir gemacht. Ich verstand nicht, was sie meinte, also sagte ich das Einzige, was ich konnte. Es tut mir so leid, Veronica. Ich fuhr mit ihr in den Krankenwagen, wo sie schließlich das Bewusstsein verlor. Ich wartete in dem Zimmer, das man für sie reserviert hatte. Ich hatte immer noch ihr Telefon, also legte ich es in ihre Handtasche und rief meine Mutter vom Krankenhaustelefon an. Es war etwa 4 Uhr morgens. Ich sagte ihr, dass es mir gut ginge, aber Veronica nicht. Sie schimpfte mit mir und sagte, sie käme gleich, aber ich sagte ihr, ich würde nicht gehen, bevor Veronica aus dem OP sei. Sie sagte, sie würde trotzdem kommen. Meine Mutter und ich haben nicht viel miteinander gesprochen. Ich sagte ihr, es täte mir leid, dass ich gelogen habe und sie sagte, wir würden später darüber reden. Ich glaube, wenn wir in diesem Zimmer mehr geredet hätten, wenn ich ihr einfach von Boxes oder von der Nacht mit dem Floß erzählt hätte, wenn sie mir einfach mehr von dem erzählt hätte, was sie wusste, ich glaube, dann hätten sich die Dinge geändert. Aber wir saßen schweigend da. Sie sagte mir, dass sie mich liebt und dass ich sie anrufen kann, wann immer ich will, dass sie mich immer abholt. Als meine Mutter ging, stürmten Veronikas Eltern herein. Ihr Vater und meine Mutter wechselten ein paar Worte, die ziemlich ernst zu sein schienen, während Veronikas Mutter mit der Person am Schalter sprach. Ihre Mutter war Krankenschwester, arbeitete aber nicht in diesem Krankenhaus. Ich bin mir sicher, dass sie versucht hatte, Veronika verlegen zu lassen, aber ihr Zustand war untragbar. Während wir warteten, kam die Polizei herein und sprach mit jedem von uns. Ich erzählte ihnen, was passiert war und sie machten sich ein paar Notizen und gingen dann wieder. Als sie aus dem OP kam, waren 90% ihres Körpers mit einem dicken weißen Gips bedeckt. Ihr rechter Arm war frei, aber der Rest von ihr war wie ein Kokon gefesselt. Sie war immer noch betäubt, aber ich erinnerte mich daran, wie ich mich fühlte, als ich meinen Gips vor dem Kindergarten hatte. Ich bat eine Krankenschwester um einen Marker, aber mir fiel nichts ein, was ich schreiben konnte. Ich schlief in einem Stuhl in der Ecke und ging am nächsten Tag nach Hause. Ich kam mehrere Tage lang, jeden Nachmittag wieder. Irgendwann hatte sie eine andere Patientin in ihr Zimmer verlegt und ein Paravent um Veronikas Bett herum aufgestellt, der als Trennwand dienen sollte. Es schien ihr nicht besser zu gehen, aber sie hatte mehrere Momente, in denen sie klar denken konnte. Aber selbst in diesen Momenten konnten wir nicht wirklich miteinander reden. Ihr Kiefer wurde durch das Auto gebrochen worden und die Ärzte hatten ihn mit Drähten geschlossen. Ich saß eine Weile bei ihr, aber es gab nicht viel zu sagen. Ich stand auf und ging zu ihr hinüber. Ich küßte sie auf die Stirn und sie flüsterte durch ihre zusammengebissenen Zähne. Josh. Das überraschte mich ein wenig, aber ich sah sie an und fragte, ist er nicht gekommen, um dich zu sehen? Nein. Ich fühlte mich wirklich irritiert. Selbst wenn Josh in Schwierigkeiten geraten wäre, sollte er seine Schwester besuchen, dachte ich. Ich wollte dies gerade aussprechen, als sie sagte, nein, Josh, er ist weggelaufen. Ich hätte es dir sagen sollen. Ich spürte, wie mein Blut zu Eis wurde. Wann? Wann ist das passiert? Als er 13 war. Hat er einen Zettel hinterlassen oder so? Auf seinem Kopfkissen. Sie fing an zu weinen und ich folgte ihr. Aber ich glaube, wir weinten jetzt aus unterschiedlichen Gründen, auch wenn mir das nicht bewusst war. Zu diesem Zeitpunkt gab es eine Menge Dinge, an die ich mich noch immer nicht aus meiner Kindheit erinnerte. Und es gab eine Menge Verbindungen, die ich damals noch nicht herstellen konnte. Ich sagte ihr, dass ich gehen müsse, aber dass sie mir jederzeit eine SMS schicken könne. Am nächsten Tag bekam ich eine SMS von mir, in der sie mir sagte, ich solle nicht wiederkommen. Ich fragte warum und sie sagte, sie wolle nicht, dass ich sie so wiedersehe. Ich stimmte widerwillig zu. Wir schrieben uns jeden Tag SMS, obwohl ich das vor meiner Mutter geheim hielt, weil ich wusste, dass sie es nicht mochte, wenn ich mit Veronica sprach. Normalerweise waren ihre SMS recht kurz und meist nur als Antwort auf längere Texte, die ich ihr schickte. Ich habe nur einmal versucht, sie anzurufen. Ich war mir sicher, dass sie ihre Anrufe abschirmt, aber ich hoffte, dass ich ihre Stimme hören würde. Sie nahm ab, aber sagte nichts. Ich konnte hören, wie sie schwer atmete. Etwa eine Woche, nachdem sie mir gesagt hatte, ich solle sie nicht mehr besuchen, schickte sie mir eine SMS, in der nur stand, ich liebe dich. Ich war von so vielen verschiedenen Gefühlen erfüllt, aber ich antwortete mit dem stärksten ausgeprägten Gefühl, das ich hatte. Ich antwortete ihr, ich liebe dich auch. Sie sagte, sie wolle mit mir zusammen sein und könne es nicht erwarten, mich wiederzusehen. Sie erzählte mir, dass sie entlassen worden war und sich in ihrem Haus erholte. Dieser Austausch setzte sich über mehrere Wochen fort, aber jedes Mal, wenn ich sie bat, sie zu besuchen, sagte sie, bald. Ich beharrte darauf und in der darauffolgenden Woche sagte sie, dass sie es vielleicht zum nächsten Mitternachtsfilm schaffen würde. Ich konnte es nicht glauben, aber sie bestand darauf, dass sie es versuchen würde. Am Nachmittag des Films bekam ich eine SMS von ihr, der stand, wir sehen uns heute Abend. Ich bat Ryan, mich zu fahren, da Chris' Eltern herausgefunden hatten, was passiert war und sie sagten, ich sei bei ihnen nicht mehr willkommen. Ich erklärte Ryan, dass es ihr zwar schlecht ginge, aber dass sie mich wirklich mag und dass sie mir wichtig sei und er uns etwas Freiraum geben solle. Er akzeptierte das und wir machten uns auf den Weg dorthin. Veronica tauchte nicht auf. Ich hatte für sie einen Platz direkt neben mir in der Nähe des Ausgangs reserviert, sodass sie leicht ein- und aussteigen konnte, aber zehn Minuten nach Beginn des Films rutschte ein Mann auf den Stuhl. Ich flüsterte, entschuldigen Sie, dieser Platz ist besetzt, aber er reagierte überhaupt nicht, sondern starrte nur auf die Leinwand. Ich erinnere mich, dass ich mich bewegen wollte, weil mit seiner Atmung etwas nicht stimmte. Ich hatte aufgegeben, weil mir klar wurde, dass sie einfach nicht mehr kommen würde. Am nächsten Tag schrieb ich eine SMS und fragte, ob es ihr gut ginge und ich erkundigte mich, warum sie am Abend zuvor nicht gekommen war. Sie antwortete mir mit einer Nachricht, die sich als die letzte herausstellen sollte, die ich je von ihr erhalten würde. Sie sagte einfach nur, wir sehen uns wieder, bald. Sie war im Delirium und ich machte mir Sorgen um sie. Ich schickte ihr mehrere Antworten, in denen ich sie an den Film erinnerte und sagte, dass es keine große Sache sei, aber sie antwortete einfach nicht mehr. In den nächsten Tagen wurde ich immer verärgert. Ich konnte sie zu Hause nicht erreichen, weil ich die Nummer nicht kannte und ich war mir nicht einmal sicher, wo sie wohnte. Meine Stimmung wurde immer bedrückter und meine Mutter, die in letzter Zeit sehr nett gewesen war, fragte mich, ob es mir gut ginge. Ich erzählte ihr, dass ich seit Tagen nichts mehr von Veronika gehört hatte und ich spürte, wie die ganze Wärme aus ihrem Gemüt weg. Was meinst du? fragte sie mich. Sie wollte mich gestern im Kino treffen. Ich weiß, es ist drei Wochen her, seit sie angefahren wurde, aber sie sagte, sie würde versuchen zu kommen und danach hat sie einfach aufgehört, mit mir zu reden. Sie muss mich hassen. Meine Mutter sah verwirrt aus und ich konnte in ihrem Gesicht lesen, dass ich versuchte herauszufinden, ob mein Verstand einfach zerbrochen war. Als sie sah, dass dies nicht der Fall gewesen ist, begann ihre Augen zu drehen und sie zog mich zu ihr und umarmte mich. Sie begann zu schlurzen, aber das schien mir eine zu heftige Reaktion auf mein Problem zu sein und ich hatte keinen Grund anzunehmen, dass sie sich besonders um Veronika sorgte. Sie holte Tiefluft und sagte dann etwas, das mir auch jetzt doch Übelkeit bereitete. Sie sagte, Veronika ist tot, mein Schatz. Oh Gott, ich dachte, du wüsstest es. Sie ist an dem Tag gestorben, an dem du sie das letzte Mal besucht hast. Oh, mein Schatz, sie ist schon vor Wochen gestorben. Sie war völlig zusammengebrochen, aber ich wusste, dass es nicht wegen Veronika war. Ich löste die Umarmung und taumelte nach hinten. Mir schwarnte nichts Gutes. Das war nicht möglich. Ich hatte erst gestern mit ihr Nachrichten ausgetauscht. Mir fiel nur eine einzige Frage ein und die war wahrscheinlich die banalste, die ich stellen konnte. Warum war ihr Telefon dann noch an? Meine Mutter weinte weiter und antwortete mir nicht. Ich explodierte. Warum hat es so lange gebraucht, ihr verdammtes Telefon auszuschalten? Ihr Wein reichte aus, um zu murmeln. Die Bilder. Ich fand heraus, dass ihre Eltern dachten, ihr Handy sei bei dem Unfall verloren gegangen, obwohl ich es in der Nacht, in der sie das Krankenhaus gebracht wurde, in ihre Handtasche gesteckt hatte. Als sie ihre Habseligkeiten wiederfanden, war das Telefon aber nicht dabei gewesen. Sie wollten sich am Ende des Abrechnungszeitraums mit der Telefongesellschaft in Verbindung setzen, um den Anschluss zu deaktivieren. Aber sie erhielten einen Anruf, in dem sie über eine bevorstehende hohe Gebühr, wo hunderte von Bildern informiert wurden, die von ihrem Telefon gesendet worden waren. Bilder. Bilder, die alle an mein Telefon geschickt wurden. Bilder, die ich nie erhalten habe, weil mein Telefon sie nicht empfangen konnte. Sie erfuhren, dass sie alle nach der Nacht, in der sie starb, verschickt worden waren. Sie deaktivierten das Telefon sofort. Ich versuchte nicht, über den Inhalt dieser Bilder nachzudenken, aber ich erinnere mich, dass ich mich aus irgendeinem Grund fragte, ob ich auf einem von ihnen zu sehen war. Mein Mund wurde trocken und ich spürte den schmerzhaften Stich der Verzweiflung, als ich an die letzte Nachricht dachte, die ich von ihrem Telefon erhielt. Wir sehen uns wieder. Bald. Am ersten Kindergartentag hatte meine Mutter beschlossen, mich zur Schule zu fahren. Wir waren beide nervös und sie wollte die ganze Zeit bei mir sein, bis ich in die Klasse kam. Ich brauchte morgens etwas länger, um mich fertig zu machen, weil mein Arm noch nicht ganz verheilt war. Der Gips reichte ein paar Zentimeter über meinen Ellbogen hinaus, was bedeutete, dass ich beim Duschen den gesamten Arm mit einem speziell angefertigten Latexsack bedecken musste. Der Beutel war so konstruiert, dass er sich um die Öffnung herum eng anziehen ließ, um jegliches Wasser abzudichten, das den Gips sonst zerstören konnte. An diesem Morgen hatte ich jedoch vielleicht aufgrund meiner Aufregung oder Nervosität das Band nicht fest genug angezogen und auf halbem Weg durch die Dusche spürte ich, wie sich das Wasser in dem Beutel um meine Finger sammelte. Ich sprang heraus und riss das Latexschild weg, konnte aber spüren, dass das zuvor starre Pflaster durch die Wasseraufnahme weich geworden war. Da es keine Möglichkeit gibt, den Bereich zwischen dem Körper und dem Gips effektiv zu reinigen, bleibt die abgestorbene Haut, die normalerweise abgefallen wäre, einfach dort liegen. Wenn sie durch Feuchtigkeit wie Schweiß aufgewühlt wird, gibt sie einen Geruch ab, der offenbar in diesem Geruch proportional zur Menge der eingebrachten Feuchtigkeit, denn kurz nachdem ich versucht hatte, den Gips zu trocknen, schlug mir der starke Gestank von Fäulnis entgegen. Als ich es weiterhin verzweifelt mit dem Handtuch abrieb, fing es an, sich immer und immer weiter aufzulösen. Ich wurde immer verzweifelter. Ich hatte mir so viel Mühe gegeben, wie ein Kind an seinem ersten Schultag nur geben kann. Ich hatte am Abend zuvor mit meiner Mutter zusammengesessen und meine Kleidung ausgesucht. Ich hatte viel Zeit damit verbracht, meinen Rucksack auszusuchen und ich hatte mich sehr darauf gefreut, allen meine Brotdose mit den Ninja Turtles drauf zu zeigen. Ich hatte mir angewöhnt, die Kinder, die ich noch nicht kannte, als meine Freunde zu bezeichnen. Aber als sich der Zustand meines Gipses verschlechterte, war ich zutiefst beunruhigt bei dem Gedanken, dass ich am Ende des Tages sicher nicht mehr in der Lage sein würde, dieses Etikett auf irgendjemanden anzuwenden. Niedergeschlagen zeigte ich es meiner Mutter. Es dauerte 30 Minuten, um die meiste Feuchtigkeit herauszubekommen, während ich den Rest des Gipses konservierte. Um das Problem des Geruchs zu lösen, schnitt meine Mutter Stücke von einem Stück Seife ab und schob sie in den Gips. Dann rieb sie den Rest der Seife außen ein, um den ranzigen Geruch in einem angenehmeren Geruch zu umhüllen. Als wir in der Schule ankamen, waren meine Klassenkameraden bereits mit ihrer zweiten Aktivität beschäftigt und ich wurde in eine der Gruppen gesteckt. Man hatte mir die Richtlinien für die Aktivität nicht genau erklärt und innerhalb von fünf Minuten hatte ich so sehr gegen die Regeln verstoßen, dass sich jedes Mitglied der Gruppe bei der Lehrerin beschwerte und fragte, warum ich unbedingt in ihrer Gruppe sein musste. Ich hatte einen Filzstift mit in die Schule gebracht, in der Hoffnung ein paar Unterschriften oder Zeichnungen auf meinen Gipsabdruck neben denen meiner Mutter sammeln zu können und ich kam mir plötzlich sehr dumm vor, weil ich den Filzstift an diesem Morgen überhaupt in meine Tasche gesteckt hatte. In meiner Grundschule hatten die Kindergartenkinder den Pausenraum für sich alleine, aber einige Tische waren tabu, sodass ich nicht alleine sitzen musste. Ich zupfte verlegen an den ausgefransten Enden meines Gipses, als sich ein Kind zu mir gegenüber setzte. Deine Brotdose gefällt mir, sagte er. Ich merkte, dass er sich über mich lustig machte und ich wurde richtig wütend. In meinen Augen war diese Brotdose das letzte Gute an meinem Tag. Ich sah nicht von meinem Arm auf und spürte, wie die Tränen, die ich zurückhalten wollte, in meinen Augen brannten. Ich sah auf, um dem Jungen zu sagen, er solle mich in Ruhe lassen, aber bevor ich die Worte herausbringen konnte, sah ich etwas, das mich innehalten ließ. Er hatte genau dieselbe Brotdose wie ich. Ich lachte. Deine Brotdose gefällt mir auch. Ich finde Michelangelo am coolsten, sagte er, während er Nunchuck-Bewegung machte. Ich wollte gerade erwidern, dass ich Raphael am liebsten mag, als er seine offene Milchtüte vom Tisch auf seinen Schoß stieß. Ich bemühte mich, mein Lachen zu unterdrücken, da ich ihn überhaupt nicht kannte, aber mein gequälter Gesichtsausdruck muss ihm wohl komisch vorgekommen sein, denn er fing an als erster zu lachen. Plötzlich fühlte ich mich gar nicht mehr so schlecht wegen meines Gipses und dachte, dass diese Person es jetzt sowieso kaum bemerken würde. In diesem Moment dachte ich, dass ich mein Glück versuchen sollte. Hey, willst du auf meinem Gips unterschreiben? Als ich den Marker herauszog, fragte er mich, wie ich ihn denn gebrochen hatte. Ich erzählte ihm, dass ich vom höchsten Baum in meiner Nachbarschaft gefallen war und er schien beeindruckt. Ich sah ihm zu, wie er mühsam seinen Namen zeichnete und als er fertig war, fragte ich ihn, was drauf stünde. Er sagte mir, dass da Josh steht. Josh und ich aßen jeden Tag zusammen zum Mittag und wann immer wir konnten, taten wir uns für Projekte zusammen. Ich half ihm mit seiner Handschrift und er nahm die Schuld auf sich, wenn ich mit dem Permanentmarker Furz an die Wand schrieb. Ich lernte auch andere Kinder kennen, aber ich glaube, ich wusste schon damals, dass Josh mein einziger wirklicher Freund war. Eine Freundschaft außerhalb der Schule zu schließen, wenn man fünf Jahre alt ist, ist schwieriger, als die meisten denken. An dem Tag, an dem wir unsere Luftballons steigen ließen, hatten wir so viel Spaß, dass sich Josh fragte, ob er am nächsten Tag zum Spielen zu mir nach Hause kommen wolle. Er sagte ja und würde einige seiner Spielsachen mitbringen. Ich sagte, wir könnten auch auf Entdeckungstour gehen und vielleicht im See schwimmen. Als ich nach Hause kam, fragte ich meine Mutter und sie sagte, das ging in Ordnung. Meine Begeisterung war grenzenlos, bis mir klar wurde, dass ich keine Möglichkeit hatte, Josh zu kontaktieren, um es ihm zu sagen. Ich verbrachte das ganze Wochenende damit, mir Sorgen zu machen, dass unsere Freundschaft am Montag in die Brüche gehen würde. Als ich ihn nach dem Wochenende wieder sah, stellte ich erleichtert fest, dass er auf das gleiche Hindernis gestoßen war und es ziemlich lustig fand. Später in der Woche erinnerten wir uns beide daran, unsere Telefonnummern zu Hause aufzuschreiben und sie dann in der Schule auszutauschen. Meine Mutter sprach mit Joshs Vater und es wurde beschlossen, dass meine Mutter Josh und mich am Freitag von der Schule abholen würde. Wir wechselten uns mit dieser Grundstruktur fast jedes Wochenende ab. Die Tatsache, dass wir so nah beieinander wohnten, erleichterte die Arbeit unserer Eltern, die ständig zu arbeiten schien. Als meine Mutter und ich am Ende der ersten Klasse auf die andere Seite der Stadt zogen, war ich mir sicher, dass unsere Freundschaft ihren letzten Tag erlebt hatte. Als wir von dem Haus wegfuhren, in dem ich mein ganzes Leben lang gelebt hatte, spürte ich eine Traurigkeit, von der ich wusste, dass es nicht nur um das Haus ging. Ich wusste, ich hatte mich für immer von meinem besten Freund verabschiedet. Aber Josh und ich blieben uns zu meiner Überraschung und Freude nahe. Obwohl wir die meiste Zeit getrennt verbrachten und uns nur an den Wochenenden sahen, blieben wir uns bemerkenswert ähnlich, während wir wuchsen. Unsere Persönlichkeit wuchs zusammen, unser Sinn für Humor ergänzte den des Anderen und wir stellten oft fest, dass wir unabhängig voneinander neue Dinge mochten. Wir hörten uns sogar so ähnlich an, dass er, wenn ich bei Josh wohnte, manchmal meine Mutter anrief und vorgab, ich zu sein. Seine Erfolgsquote war beeindruckend. Meine Mutter scherzte manchmal, dass sie uns nur anhand unserer Haare unterscheiden konnte. Er hatte glattes, schmutzig-blondes Haar wie seine Schwester, während ich lockiges, dunkelbraunes Haar wie meine Mutter hatte. Man sollte meinen, dass das, was zwei junge Freunde am ehesten auseinander treibt, außerhalb ihrer Kontrolle liegt. Ich glaube jedoch, der Auslöser für unsere allmähliche Entfremdung war mein Behaarren darauf, dass wir uns zu meinem alten Haus schleichen, um nach Boxes zu suchen sollten. Am nächsten Wochenende lud ich Josh zu mir nach Hause ein, wie es bei uns Tradition ist. Es war Tradition, die Häuser zu wechseln, aber er sagte, dass er keine Lust dazu hätte. Im Laufe des nächsten Jahres sahen wir uns immer und immer seltener. Von einmal in der Woche über einmal im Monat. Bis hin zu einmal alle paar Monate. Zu meinem zwölften Geburtstag veranstaltete meine Mutter eine Party für mich. Seit wir umgezogen waren, hatte ich nicht mehr so viele Freunde, also war es keine Überraschungsparty, denn meine Mutter hatte keine Ahnung, wen sie einladen sollte. Ich sagte der Handvoll Kinder, die ich kennengelernt hatte, Bescheid und rief Josh an, um zu fragen, ob er auch kommen würde. Ursprünglich sagte er, dass er nicht kommen könne, aber am Tag vor der Party rief er mich an, um mir zu sagen, dass er da sein wird. Ich war wirklich aufgeregt, weil ich ihn seit einigen Monaten nicht mehr gesehen hatte. Die Party lief ziemlich gut. Meine größte Sorge war, dass Josh und die anderen Kinder nicht miteinander auskommen könnten, aber sie schienen sich gut genug zu verstehen. Josh war erstaunlich ruhig. Er hatte mir kein Geschenk mitgebracht und entschuldigte sich dafür, aber ich sagte ihm, dass das keine große Sache sei. Ich war lediglich froh, dass er kommen konnte. Ich versuchte mehrere Gespräche mit ihm zu beginnen, aber sie schienen immer wieder in Sackgassen zu enden. Ich fragte ihn, was los sei und sagte ihm, dass ich ihn nicht verstehe, warum die Dinge zwischen uns so unangenehm geworden seien. Das sei ja früher schließlich nie so gewesen. Früher haben wir uns fast jedes Wochenende getroffen und alle paar Tage telefoniert. Ich fragte ihn, was denn mit uns passiert sei. Er schaute von seinen Schuhen auf und sagte nur, du bist gegangen. Kurz nachdem er das sagte, rief meine Mutter aus dem anderen Zimmer, dass es Zeit sei, die Geschenke zu öffnen. Ich zwang mich zu einem Lächeln und ging ins Esszimmer, während sie Happy Birthday für mich sang. Es gab ein paar eingepackte Kartons und eine Menge Karten, die die meisten meiner Verwandten außerhalb des Staates geschrieben hatten. Die meisten Geschenke waren albern und vergesslich. Aber ich erinnere mich, dass Brian mir eine Mighty Max Spielzeugkarte in Form einer Schlange schenkte, die ich noch jahrelang behielt. Meine Mutter bestand darauf, dass ich alle mitgebrachten Karten öffnete und mich bei allen bedankte, die mir etwas geschenkt hatten. Denn einige Jahre zuvor hatte ich zu Weihnachten das Geschenkpapier und die Umschläge mit solch einer Insbrunst zerrissen, dass ich keine Möglichkeit mehr hatte zu erkennen, wer welches Geschenk oder wer welchen Geldbetrag geschickt hatte. Wir trennten die Geschenke, die per Post geschickt worden waren, von denen, die ich an diesem Tag bekommen hatte, damit meine Freunde nicht mit ansehen mussten, wie ich Karten von Leuten öffne, die sie noch nie getroffen hatten. Die meisten Karten von meinen Freunden enthielten ein paar Dollar, die von meinen Familienmitgliedern größere Scheine. Auf einem Umschlag stand nicht mein Name, aber er lag auf dem Stapel, also öffnete ich ihn. Die Karte hatte ein allgemeines Blumenmuster auf der Vorderseite und schien eine Karte zu sein, die jemand anderes erhalten hatte, der sie nun zu meinem Geburtstag wiederverwendete. Denn sie war tatsächlich etwas schmuddelig. Mir gefiel der Gedanke, dass es sich um eine wiederverwendete Karte handelte, denn ich hatte immer gedacht, dass Karten albern seien. Ich drehte sie so, dass das Geld nicht auf den Boden fiel, als ich sie öffnete. Aber das Einzige, was drin war, war die Nachricht, die in die Karte gedruckt worden war. In der Karte stand einfach nur, ich liebe dich. Derjenige, der mir diese Karte gegeben hatte, hatte nichts hier reingeschrieben, aber er hatte die Nachricht ein paar Mal mit Bleistift eingekreist. Ich kicherte ein wenig und sagte, danke für die tolle Karte, Mom. Sie schaute mich verwundert an und wandte dann ihre Aufmerksamkeit der Karte zu. Sie sagte mir, dass sie nicht von ihr stammte und schien sich zu amüsieren, als sie sie meinen Freunden zeigte und in deren Gesichter schaute, um herauszufinden, wer den Scherz gemacht hatte. Keines der Kinder meldete sich, also sagte meine Mutter, mach dir keine Sorgen, Schatz. Wenigstens weißt du jetzt, dass sich zwei Menschen lieben. Daraufhin gab sie mir einen extrem langen und schmerzhaften Kuss auf die Stirn, der die Verwirrung der Gruppe in Hysterie verwandelte. Sie lachten alle, es hätte also jeder von ihnen sein können, aber Mike schien am meisten zu lachen. Um zum Teilnehmer und nicht zum Gegenstand des Scherzes zu werden, sagte ich zu ihm, dass er, nur weil er mir diese Karte gegeben hatte, nicht denken sollte, dass ich ihn später küssen würde. Wir lachten alle und als ich Josh ansah, sah ich, dass er endlich auch lächelte. Nun, ich denke, dieses Geschenk könnte der Gewinner sein, aber du hast doch ein paar mehr zu öffnen. Meine Mutter schob mir ein weiteres Geschenk vor die Nase. Ich spürte noch immer das Zittern unterdrückter Kicherer an meinem Unterleib, als ich das bunte Papier abriss. Als ich das Geschenk sah, musste ich das Lachen nicht mehr unterdrücken. Mein Lächeln sank nämlich, als ich das Geschenk ansah. Es war ein paar Walkie-Talkies. Na los, zeig es allen. Ich hielt sie hoch und alle schienen zuzustimmen, aber als ich meine Aufmerksamkeit auf Josh lenkte, konnte ich sehen, dass er einen kränklich-weißen Farbton angenommen hatte. Wir sahen uns einen Moment lang in die Augen, dann drehte er sich um und ging in die Küche. Während ich ihm dabei zusah, wie er eine Nummer auf dem an der Wand befestigten Schnurrtelefon wählte, flüsterte mir meine Mutter ins Ohr, dass sie wisse, dass Josh und ich nicht mehr so viel miteinander redeten, seit eines der Walkie-Talkies kaputt gegangen war und dass sie dachte, es würde mir gefallen. Ich war sehr dankbar für die Fürsorglichkeit meiner Mutter, aber dieses Gefühl wurde leicht von den Emotionen überwältigt, die durch die wiederkehrenden Erinnerungen, die ich so sehr versucht hatte zu verdrängen, wieder aufkamen. Als alle Kuchen gegessen hatten, fragte ich Josh, wen er angerufen hatte. Er sagte mir, dass es ihm nicht gut ging und er seinen Vater anrief, um ihn abholen zu lassen. Ich verstand, dass er gehen wollte, aber ich sagte ihm, dass ich mir wünschte, ich könnte mehr Zeit mit ihm verbringen. Ich streckte ihm eines der Walkie-Talkies entgegen, aber wie ich erwartet hatte, lehnte er ab. Niedergeschlagen sagte ich, danke, dass du gekommen bist, denke ich. Ich hoffe, ich sehe dich vor meinem nächsten Geburtstag wieder. Es tut mir leid. Ich werde versuchen, dich öfter anzurufen. Das werde ich wirklich, sagte er. Das Gespräch stagnierte, während wir an meiner Tür auf seinen Vater warteten. Ich schaute in sein Gesicht. Josh schien es aufrichtig zu bereuen, dass er sich nicht mehr Mühe gegeben hatte. Seine Stimmung schien plötzlich durch eine Idee aufgehellt zu werden, die ihm gekommen war. Er sagte mir, dass er wüsste, was er mir zum Geburtstag schenken könnte. Es würde aber eine Weile dauern, aber er dachte, dass es mir wirklich gefallen könnte. Ich sagte ihm, es sei keine große Sache, aber er bestand darauf. Er schien besserer Laune zu sein und entschuldigte sich dafür, dass er auf meiner Party so ein Spielverderber war. Er sagte, er sei müde und habe nicht gut geschlafen. Ich fragte ihn, warum das so sei, als er die Tür öffnete, weil sein Vater in die Einfahrt kam. Er drehte sich zu mir um und winkte mir zum Abschied zu, während er meine Frage beantwortete. Ich glaube, ich bin schlafgewandelt. Das war das letzte Mal, dass ich meinen besten Freund sah und ein paar Monate später war er verschwunden. In den letzten Wochen wurde die Beziehung zwischen meiner Mutter und mir immer angespannter, weil ich versuchte, Einzelheiten über meine Kindheit zu erfahren. Es ist oft so, dass man die Bruchstelle einer Sache erst erkennt, wenn sie zerbricht. Und nach dem letzten Gespräch mit meiner Mutter stelle ich mir vor, dass wir den Rest unseres Lebens damit verbringen werden, zu versuchen, das zu reparieren, was ein Leben lang aufgebaut wurde. Sie hatte so viel Energie darauf verwendet, mich in Sicherheit zu bringen, sowohl physisch als auch psychisch. Aber ich glaube, dass sie die Mauern, die mich vor Schaden bewahren sollten, auch ihre emotionale Stabilität schützten. Als die Wahrheit aus ihr herauskam, als wir das letzte Mal miteinander sprachen, konnte ich ein Zittern in ihrer Stimme hören, von dem ich glaube, dass es ein Nachhall des Zusammenbruchs ihrer Welt war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Mutter und ich noch viel miteinander reden werden. Und obwohl es immer noch einige Dinge gibt, die ich nicht verstehe, denke ich, dass ich genug weiß. Nachdem Josh verschwunden war, hatten seine Eltern alles getan, um ihn zu finden. Schon am ersten Tag hatte die Polizei vorgeschlagen, alle Eltern von Joshs Freunden zu kontaktieren, um zu sehen, ob er vielleicht bei ihnen war. Das taten sie natürlich, aber niemand hatte ihn gesehen oder eine Ahnung, wo er sein könnte. Die Polizei war nicht in der Lage, neue Informationen über Joshs Aufenthaltsort zu liefern, obwohl sie mehrere anonyme Anrufe von einer Frau erhalten hatten, die sie aufforderte, diesen Fall mit dem Stalking-Fall zu vergleichen, der vor etwa sechs Jahren eröffnet worden war. Wenn die Mutter von Josh die Welt nicht mehr im Griff hatte, als ihr Sohn verschwand, dann brach sie, als Veronika starb, völlig zusammen. Sie hatte schon viele Menschen im Krankenhaus sterben sehen. Aber keine noch so starke Desensibilisierung kann ein Menschen gegen den Tod ihres eigenen Kindes wappnen. Sie besuchte Veronika zweimal am Tag, da sie sich in einem anderen Krankenhaus erholte. Einmal vor ihrer Schicht und einmal danach. An dem Tag, an dem Veronika starb, kam ihre Mutter zu spät von der Arbeit und als sie im Krankenhaus ihrer Tochter ankam, war Veronika bereits tot. Das war zu viel für sie und in den nächsten Wochen wurde sie immer labiler. Sie lief oft draußen herum und schrie, dass sowohl Josh als auch Veronika nach Hause kommen sollten. Und mehrmals fand ihr Mann sie mitten in der Nacht in einer alten Nachbarschaft, halb bekleidet und auf der verzweifelten Suche nach ihrem Sohn und ihrer Tochter. Aufgrund des geistigen Verfalls seiner Frau konnte Joshs Vater nicht mehr zur Arbeit fahren und begann, weniger gut bezahlte Jobs auf dem Bau anzunehmen, damit er näher an seinem Zuhause sein konnte. Als man etwa drei Monate nach Veronikas Tod mein altes Viertel weiter auszubauen versuchte, bewarb sich Joshs Vater auf eine Stelle und wurde dort eingestellt. Er war qualifiziert, die Baustellen zu leiten, aber er nahm einen Job als Arbeiter an, der beim Bau von Rahmen und beim Aufräumen der Baustellen half und was sonst noch so gebraucht wurde. Er nahm sogar Gelegenheitsjobs an, die sich gelegentlich ergaben. Rasenmähen, Zäune reparieren, alles, was ihn vom Reisen abhielt. Sie begannen damit, die Wälder in der Nähe des Nebenflusses zu roden, um das Land in ein bewohnbares Grundstück zu verwandeln. Joshs Vater wurde mit der Aufgabe betraut, das kürzlich abgeholzte Grundstück einzuebnen und dieser Job garantierte ihm mindestens mehrere Wochen Arbeit. Am dritten Tag kam er an eine Stelle, die er nicht planieren konnte. Jedes Mal, wenn er drüber fuhr, blieb sie niedriger als das gesamte umliegende Land. Frustriert stieg er von der Maschine ab, um das Gelände zu begutachten. Er war versucht, einfach mehr Erde in die Vertiefung zu schütten, aber er wusste, dass dies nur eine ästhetische und vorübergehende Lösung sein würde. Er hatte jahrelang auf dem Bau gearbeitet und wusste, dass die Wurzelsysteme großer Bäume, die vor kurzem gefällt worden waren, sich oft zersetzen und Schwachstellen im Boden hinterlassen, die sich in den darüber liegenden Fundamenten bemerkbar machen würden. Er wuchs seine Möglichkeiten ab und entschied sich, ein wenig mit einer Schaufel zu graben, falls das Problem flach genug war, um es zu beheben, ohne eine Maschine zu benötigen, die von einer anderen Baustelle hergebracht werden müsste. Und als meine Mutter mir die Stelle beschrieb, wusste ich, dass ich schon einmal an dieser Stelle gewesen war, bevor der Boden aufgebrochen und aufgefüllt worden war. Ich spürte eine Anspannung in meiner Brust. Er grub ein kleines Loch in etwa drei Metern Tiefe, bis seine Schaufel auf etwas Hartes stieß. Er schlug mit der Schaufel wiederholt dagegen, um die Dicke der Wurzel und die Dichte des Netzes zu messen, als seine Schaufel plötzlich den Widerstand durchbrach. Verwirrt grub er das Loch weiter aus. Nach etwa einer halben Stunde Graben stand er auf einem mit braunen Decken bedeckten Kasten, der etwa einen Meter lang und einen Meter breit war. Unser Verstand arbeitet daran, Dissonanzen zu vermeiden. Wenn wir stark genug an einer Überzeugung festhalten, wird unser Verstand widersprüchliche Beweise energisch zurückweisen, damit wir die Integrität unseres Verständnisses der Welt bewahren können. Bis zum nächsten Moment glaubte dieser Mann, er wusste, dass sein Sohn noch am Leben war. Trotz aller Vernunft, trotz der Tatsache, dass ein kleiner, aber erstickter Teil von ihm verstand, was sein Gewicht stützte. Meine Mutter erhielt um 18 Uhr einen Anruf. Sie wusste, wer es war, aber sie konnte nicht verstehen, was er sagte. Aber was sie verstand, veranlasste sie, sofort loszufahren. Hier unten, jetzt, Sohn, bitte Gott! Das waren die Worte. Als sie ankam, fand sie Joshs Vater ganz still mit dem Rücken zum Loch sitzen. Er hielt die Schaufel so fest, umklammert, dass sie zu verbrechen drohte und starrte mit Augen geradeaus, die so leblos aussahen, wie die eines Hais. Er reagierte auf keines ihrer Worte und erst als sie versuchte, ihm vorsichtig die Schaufel abzunehmen, richtete er seinen Blick langsam auf und sagte nur, Ich verstehe nicht. Er wiederholte dies, als hätte er alle anderen Worte vergessen und meine Mutter konnte hören, wie er es immer wieder und immer wieder murmelte, als sie an ihm vorbeiging, um in das Loch zu schauen. Sie sagte mir, sie wünschte, sie hätte sich die Augen ausgestochen, bevor sie in den Krater hinab schaute und ich sagte ihr, dass ich wüsste, was sie sagen wollte und dass sie nicht weitergehen müsste. Ich sah in ihr Gesicht, das einen so verzweifelten Ausdruck hatte, dass sich mir der Magen umdrehte. Mir wurde klar, dass sie seit fast zehn Jahren davon wusste und hoffte, dass sie es mir nie sagen müsste. Infolgedessen fand sie nie die richtigen Worte, um es zu beschreiben, was sie sah und während ich hier sitze, habe ich die gleichen Schwierigkeiten, mich zu artikulieren. Josh war tot. Sein Gesicht war eingefallen und so verzerrt, dass es aussah, als ob das Elend und die Hoffnungslosigkeit der ganzen Welt darauf übertragen worden wäre. Aus der Gruft drang der ungehemmte Geruch der Verwesung und meine Mutter musste sich die Nase und den Mund zuhalten, um sich nicht zu übergeben. Seine Haut war rissig, fast krokodilartig und sein Strom vom Blut, der diesen Linien gefolgt war, war auf seinem Gesicht getrocknet, nachdem er sich gesammelt und das Holz um seinen Kopf herum befleckt hatte. Seine Augen waren halb geschlossen und blickten direkt nach oben. Sie sagte, so wie er aussah, war er noch nicht lange tot und so hatte die Zeit nicht die Gnade der Erniedrigung gebracht, um den Schmerz und den Schrecken auszulöschen, der jetzt in seinem Gesicht geätzt war. Sie sagte, es sei, als hätte er seinen Blick direkt auf sie gerichtet und sein offener Mund sah ein viel zu spätes Flehen um Hilfe gewesen. Der Rest seines Körpers war jedoch nicht zu sehen. Jemand anderes hatte ihn bedeckt. Er war groß und lag mit dem Gesicht nach unten auf Josh. Und als der Verstand meiner Mutter sich anstrengte, um zu begreifen, was ihre Augen ihr zu sagen versuchten, wurde ihr die Bedeutung der Art, wie er lag, bewusst. Wer auch immer da war bei ihm, hielt Josh fest. Ihre Beine lagen wie vom Tod gefroren, aber verschlungen wie die Ranken in einem üppigen tropischen Wald. Ein Arm ruhte unter Joshs Nacken, um sich dann um seinen Körper zu legen, damit sie noch enger beieinander lagen. Als die Sonne durch die Bäume fiel, wurde ihr Licht von etwas Reflektiertes an Joshs Hemd befestigt war. Meine Mutter beugte sich auf die Knie und zog den Kragen ihres Hemdes über ihre Nase, um den Geruch zu verdecken. Als sie sah, was die Sonne eingefangen hatte, ließen ihre Beine sie im Stich und sie fiel fast in die Gruft. Sie fand ein Bild. Ein Bild von mir als Kind. Keuchend und zitternd taumelte sie rückwärts und stieß mit Joshs Vater zusammen, der immer noch mit dem Gesicht zum Loch saß. Sie verstand, warum er sie angerufen hatte, aber sie brachte es nicht über sich ihm zu sagen, was sie all die Jahre vor allem verheimlicht hatte. Joshs Familie hat nie von der Nacht erfahren, in der ich im Wald aufgewacht bin. Sie wusste jetzt, dass sie es ihnen hätte sagen sollen, aber es ihnen jetzt zu sagen, würde nichts bringen. Sie saß da und lehnte sich mit dem Rücken an den von Joshs Vater. Er sprach, Ich kann es meiner Frau nicht sagen. Ich kann ihr nicht sagen, dass unser kleiner Junge seine Rede stockte, während er sein nasses Gesicht in seine schmutzigen Hände presste. Sie könnte es nicht ertragen. Nach einem Moment stand er auf, immer noch zitternd und stapfte auf das Grab zu. Mit einem letzten Schlurzen stieg er in den Sarg hinab. Joshs Vater war ein großer Mann, aber nicht so groß wie der Mann in der Kiste. Er packte den Kragen des Mannes von hinten und zog kräftig dran. Es war, als wolle er den Mann mit einer einzigen Bewegung aus dem Grab werfen. Doch der Kragen riss und der Körper fiel zurück auf seinen Sohn. Du verdammtes Arschloch! Er packte den Mann an den Schultern und hob ihn zurück, bis er von Josh weg war und unbeholfen aber aufrecht an der Wand des Grabes saß. Er sah den Mann an und taumelte einen Schritt zurück. Oh Gott, Oh Gott, nein, 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 bitte, bitte Gott, nein! Mit einer mühsamen, aber kraftvollen Bewegung hob und schob er den Leichnam ganz aus dem Boden und die beiden hörten das Geräusch von Glas, das gegen Holz rollte. Es war eine Flasche und erreichte sie meiner Mutter. In der Flasche war Eta. Oh, Josh! Er schlürzte. Mein Junge, mein kleiner Junge, warum ist da so viel Blut? Was hat er dir angetan? Als meine Mutter den Mann ansah, der nun mit dem Gesicht nach oben lag, wurde ihr klar, dass sie der Person gegenüber stand, die unser Leben über ein Jahrzehnt lang heimgesucht hatte. Sie hatte ihn schon so oft sich vorgestellt, immer böse und immer erschreckend und die Schreie von Joshs Vater schienen ihrer schlimmsten Befürchtung zu bestätigen. Aber als sie in sein Gesicht starrte, dachte sie, dass dies nicht so aussah, wie sie es sich vorgestellt hatte. Dies war nur ein Mann. Als sie seinen erstarrten Gesichtsausdruck betrachtete, sah er tatsächlich heiter aus. Seine Lippenwinkel waren nur leicht nach oben gezogen. Sie sah, dass er lächelte. Nicht das erwartete Lächeln eines Wahnsinnigen aus einem Film oder einer Horrorgeschichte. Nicht das Lächeln eines Dämons oder eines Unholz. Es war das Lächeln der Zufriedenheit oder Genugtuung. Es war ein Lächeln der Glückseligkeit. Es war ein Lächeln der Liebe. Als sie von seinem Gesicht herunterschaute, sah sie eine riesige Wunde an seinem Hals, wo die Haut herausgerissen worden war. Sie war zunächst erleichtert, als sie erkannte, dass das Blut nicht von Josh stammte. Vielleicht hatte er weniger gelitten, als wir dachten. Aber dieser Trost war nur von kurzer Dauer, als sie merkte, wie falsch sie lag. Sie führte eine Hand zum Mund und flüsterte fast so, als hätte sie Angst, die Welt daran zu erinnern, was passiert war. Sie waren am Leben. Josh muss den Mann in den Hals gebissen haben, als er versuchte, sich zu befreien. Und obwohl der Mann tot war, konnte Josh sich nicht mehr bewegen. Ich begann zu weinen, als ich daran dachte, wie lange er wohl dort gelegen haben musste. Begraben von seinem Peiniger, der Tod auf ihm lag und ihm jede Möglichkeit gab, aus diesem Loch rauszukommen. Sie durchsuchten die Taschen des Mannes nach einem Ausweis, aber sie fanden nur ein Stück Papier. Darauf war die Zeichnung eines Mannes, der mit einem kleinen, jungen Händchen hielt. Und neben dem Jungen standen seine Initialien. Die Initialien von mir. Ich würde gerne glauben, dass sie sich an diesen Teil der Geschichte ungenau erinnert hat, aber ich werde es nie mit Sicherheit wissen. Als Joshs Vater seinen Sohn aus dem Grab trug, steckte meine Mutter das Stück Papier in ihre Tasche. Er murmelte immer wieder, dass die Haare seines Sohnes gefärbt worden waren. Sie sah tatsächlich, dass es stimmte. Seine Haare waren jetzt dunkelbraun und sie bemerkte, dass er seltsam gekleidet war. Seine Kleider waren alle viel zu klein. Nachdem Joshs Vater den Jungen behutsam auf die weiche Erde gelegt hatte, drückte er seine Hände sanft gegen die Hose seines Sohnes, um seine Taschen zu fühlen. Er hörte ein Knittern. Vorsichtig holte er ein gefaltetes Stück Papier aus Joshs Tasse. Er sah es sich an, aber war sehr verärgert. Abwesend reichte es meiner Mutter, aber auch sie erkannte es nicht. Ich fragte sie, was es sei. Sie sagte mir, es sei eine Karte und ich spürte, wie mein Herz zerbrach. Er war dabei, die Karte fertigzustellen. Das muss seine Idee für mein Geburtstagsgeschenk gewesen sein. Ich hoffte seltsamerweise, dass er beim Vergrößern der Karte nicht entführt worden war, als ob das jetzt doch irgendwie eine Rolle spielen würde. Sie hörte Joshs Vater grunzen und sah, wie er den Körper des Mannes zurück in den Boden drückte. Als er zurück zu der Maschine ging, die diesen Platz für ihn gefunden hatte, legte er seine Hand auf einen Benzinkanister und hielt mit dem Rücken zu meiner Mutter in. Du solltest jetzt gehen. Es tut mir so leid, antwortete meine Mutter. Es ist nicht deine Schuld. Es ist meine. So darfst du nicht denken. Das war nichts, er antwortete ihr flach und fast ohne jede Emotion. Vor etwa einem Monat sprach mich ein Mann an, als sich die Baustelle des neuen Baugebiets einen Block weiter aufräumte. Er fragte mich, ob ich mir etwas dazu verdienen wolle und da meine Frau im Moment nicht arbeitet, sagte ich zu. Er erzählte mir, dass einige Kinder einen Haufen Löcher auf sein Grundstück gegraben hatten und er bot mir 100 Dollar an, um sie zuzuschütten. Er sagte, er wolle zuerst ein paar Fotos für die Versicherung machen, aber wenn ich am nächsten Tag um 17 Uhr zurückkäme, wäre alles in Ordnung. Ich hielt den Kerl für einen Trottel, da ich wusste, dass die Räumung des Grundstücks anstand und es sowieso jemand hätte machen müssen, aber ich brauchte das Geld, also stimmte ich zu. Ich glaubte nicht, dass er überhaupt 100 Dollar hatte, aber er drückte mir den Schein in die Hand und ich erledigte die Arbeit am nächsten Tag. Ich war so erschöpft, dass ich nicht einmal darüber nachgedacht hatte, als es erledigt war. Ich habe erst heute wieder daran gedacht, als ich denselben Typen eben von meinem Sohn gezogen habe. Er deutete auf das Grab und seine Emotionen brachen durch, als er wieder in einem Weinen ausbrach. Er hat mir 100 Dollar gezahlt, damit ich ihn mit meinem Sohn begrabe. Es war, als ob er das Lauteste aussprechen musste, um zu akzeptieren, was geschehen war, und er brach weinend auf dem Boden zusammen. Meine Mutter wusste nicht, was sie sagen sollte und stand eine gefühlte Ewigkeit schweigend da. Schließlich fragte sie ihn, was er mit Josh machen würde. Seine letzte Ruhestätte wird nicht hier bei diesem Monster sein. Als sie zu ihrem Auto zurückblickte, sah sie schwarzen Rauch, der sich gegen den bernsteinfarbenen Himmel abzeichnete, und sie hoffte inständig, dass es Joshs Eltern gut gehen würde. Ich verließ das Haus meiner Mutter, ohne noch viel zu sagen. Ich sagte ihr, dass ich sie liebte und dass ich bald mit ihr reden würde, aber ich weiß nicht, was bald für uns bedeutet. Ich stieg in mein Auto und fuhr weg. Ich verstand nun, warum die Ereignisse meiner Kindheit vor Jahren aufgehört hatten. Als Erwachsener sah ich nun die Zusammenhänge, die einem Kind, das die Welt eher in Schnappschüssen als in einer Abfolge sieht, entgangen waren. Ich dachte an Josh. Ich habe ihn damals geliebt und ich liebe ihn immer noch. Ich vermisse ihn jetzt noch mehr, da ich weiß, dass ich ihn nie wiedersehen werde. Und ich ertappe mich dabei, dass ich mir wünsche, ich hätte ihn umarmt, als ich ihn das letzte Mal sah. Ich dachte an Joshs Eltern, wie viel sie verloren hatten und wie schnell dieser Verlust eingetreten war. Sie wissen nichts von meiner Verbindung zu all dem, aber ich könnte ihn jetzt niemals in die Augen sehen. Ich dachte an Veronica. Ich hatte sie erst später in meinem Leben wirklich kennengelernt, aber ich glaube, ich hatte sie in diesen kurzen Wochen wirklich geliebt. Ich dachte an meine Mutter. Sie hatte so sehr versucht, mich zu beschützen und war stärker, als ich es je sein würde. Ich versuchte nicht, an den Mann zu denken und an das, was er mehr als zwei Jahre lang mit Josh gemacht hatte. Meistens dachte ich nur an Josh. Manchmal wünschte ich mir, dass er mir an jenem Tag im Kindergarten nie gegenüber gesessen hätte. Dass ich nie erfahren hätte, wie es ist, einen echten Freund zu haben. Manchmal träume ich davon, dass er an einem besseren Ort ist. Aber das ist nur ein Traum und das weiß ich. Die Welt ist ein grausamer Ort. Noch grausamer. Gemacht durch den Menschen, der all das getan hat. Es würde keine Gerechtigkeit für meinen Freund geben. Keine letzte Konfrontation. Keine Rache. Für alle außer mir war es schon seit fast einem Jahrzehnt vorbei. Ich vermisse dich, Josh. Es tut mir leid, dass du mich gewählt hast. Aber ich werde meine Erinnerung an dich für immer in Ehren halten. Wir waren Entdecker. Wir waren Abenteurer. Und wir waren Freunde. Und wir waren Freunde. Hier ist meine Geschichte. 16 Jahre alt sein, schwarz sein und Familie in Alabama haben. Sie betreiben Landwirtschaft und besitzen eine große Menge Land in Huntsville. Onkel besitzt ein großes Haus und einen Haufen Wohnwagen, die sie in den Wäldern zum Jagen und Campen aufstellen. Cousins aus dem Süden schlagen vor, dass wir zum Zelten dorthin fahren. Sie wissen, dass ich ein Stadtkind aus Chicago bin, also ziehen sie mich damit auf. Ich sammle Lebensmittel, töte ein Schwein und ein paar Hühner und bringe das Nötigste mit, um ein paar Tage zu zelten. Wir kommen im Camp an und es ist offensichtlich, dass irgendetwas komisch ist. Die Luft hat diesen seltsamen elektrischen Geruch, wie kurz vor einem Sturm, wie Ozon. Wir denken uns nichts dabei, packen aus und gehen runter zu einem kleinen Bach, um ein paar Stunden zu schwimmen. Plötzlich kommen ein älterer weißer Mann und ein weißer Teenager aus dem Gebüsch. Er hat eine Schrotflinte in der Armbeuge und fragt uns, was wir so weit hinten im Wald machen. Ich erzähle ihm von meinem Onkel, den er kennt und dass wir hier zelten. Er sagt uns, wir sollen vorsichtig sein und zusammenbleiben, da sei ein großes Tier im Wald. Sein Sohn, der ungefähr so alt ist wie ich, fragt, ob er bei uns bleiben kann. Und der ältere Mann sagt okay. Ich höre jetzt mit dem Green-Text auf, denn die Geschichte ist ziemlich lang und das Format ist so schwierig zu schreiben. Also spielen wir am Ende Fußball gemeinsam. Mit spielen meine ich der weiße junge Tanner, fünf meiner Cousins und vier ihrer Freunde. Insgesamt waren es fünf Mädchen und sechs Jungs. Wir waren alle etwa 15 bis 17 Jahre alt. Am Ende haben wir den Tag einfach nur vertrödelt. Also sind wir zurück zum Camp und haben ein paar Sachen für ein Lagerfeuer herausgeholt, obwohl die Wohnwagen beide Kochnischen hatten. Tanner sagt, dass das Grundstück seiner Familie an das meines Onkels grenzte. Er will nach Hause laufen und seinen Vater fragen, ob er mit uns campen darf. Mein Cousin Rooster sagt, dass er mit ihm gehen wird, da es bald dunkel wird. Eines der Mädchen will auch mitkommen. Es ist ungefähr 7 Uhr und es wird schon ziemlich dunkel. Sie nehmen Taschenlampen mit und machen sich auf den Weg zum Grundstück von Tan. Der Rest von uns chillt etwas. Wir machen Rauchwaren trinken und küssen die Mädchen. Etwa 30 oder 40 Minuten später riecht es auf einmal wieder nach Ozon. Man konnte es über dem Geruch des Feuers ganz klar riechen. Dieser wirklich eklige, kupferartige Geruch, wie kurz nachdem man Nasenbluten hatte und es aufgehört hat. Es war nicht gerade wie trockenes Blut, aber es war dieser eklige, metallische Geruch, der einem nahezu im Hals stecken bleibt. Wir denken sofort, dass es sich um eine elektrische Störung handelt oder dass jemand eine Herdplatte angelassen hat oder so ein Mist. Wir suchen die Wohnwagen ab, aber nichts ist an und wir können es alle trotzdem weiterhin riechen. Plötzlich hören wir Leute, die den Weg hinunter zu uns laufen und Rooster, Tan und das Mädchen kommen völlig außer Atem auf die Lichtung gerannt. Ohne auch nur einen Schritt zu machen, rennen sie alle sofort in den Wohnwagen rein. Genau dorthin, wo das Feuer ist. Wir machen uns alle aus dem Staub und gehen zusammen in den Wohnwagen. Sie beruhigen sich schließlich. Sogar Rooster weint sich zu diesem Zeitpunkt die Augen aus dem Kopf. Währenddessen wird das Feuer immer und immer kleiner, sodass meine anderen Cousins sagen, Scheiß drauf und nach draußen gehen, um den Generator aus einem Schuppen zwischen den Wohnwagen zu holen. Tanner sagte nur, Scheiße, nein, schließ die Haustür ab, sonst geht keiner raus. Er hat auch geweint. Seine Augen sind blutunterlaufen und geschwollen und seine Hose ist so unfassbar dreckig gewesen. Er erzählte uns weiter, dass sie zu seinem Haus gegangen sind. Sein Vater sagte, er könne zwar zelten gehen, aber sie sollten auf dem Rückweg vorsichtig sein und vielleicht eines der Jagdgewehre mitnehmen, nur für den Fall. Offensichtlich hatte Tanner ein paar Tage zuvor etwas in ihrem Garten gesehen. Eines ihrer Schweine war aufgetaucht, aufgerissen und halb aufgefressen. Sie nahmen an, dass es sich dabei um eine Großkatze oder ein Kojoten handeln müsste, obwohl die sich normalerweise nicht mit lebenden Tieren anlegen. Aber die Art, wie dieses Schwein aufgerissen wurde, ließ darauf schließen, dass es was Großes sein musste. Er war nach oben gegangen, hatte seine Sachen gepackt und seinem Vater gesagt, dass sie auch ohne das Gewehr auskommen würden, weil Kojoten normalerweise Menschen meiden. Also liefen sie zurück in Richtung unseres Campingplatzes. Rooster hörte schließlich auf zu weinen und zu zittern. Das Mädchen hatte schon längst aufgehört, aber sie starrte nur mit einem dummen Gesichtsausdruck aus dem Fenster. Er sagte, dass sie auf halbem Weg in dem Wald zum Lager waren, als sie anfingen, irgendwelche verdammt seltsamen Geräusche im Wald zu hören. Zu diesem Zeitpunkt war es fast stockdunkel, sodass sie zuerst nicht sicher waren, was genau es gewesen ist. Das Mädchen sagte, dass sie etwas im Gebüsch direkt neben dem Pfad hörte und sie leuchteten alle mit ihren Taschenlampen dorthin. Und da stand jemand. Hinten im Wald in einer kleinen Höhle war jemand gewesen. Rooster sagte, sie hätten ihn angeschrien und ihm gesagt, dass er ihnen eine Scheißangst einjagte und was für ein Penner er sei. Er sagte, habe er gemerkt, dass der Kerl von ihnen weggesehen hatte. Sie gingen also weiter und rochen auf einmal auch diesen üblen Geruch von kupferhaltigem Muzon. Sie sagen, dass sie auf der gegenüberliegenden Seite in den Wald schauen und es ist ein Kerl, der im Wald steht, rückwärts und etwas näher am Weg. Jetzt haben sie angefangen zu laufen und Ten sagte immer wieder, ich hätte das verdammte Gewehr mitnehmen sollen. Während sie uns diese Geschichte erzählen, ist der Geruch von Ozon selbst in der Hütte, in der wir uns befinden, in dem Wohnwagen, immer noch verdammt stark. Sie sagen, dass nachdem sie angefangen haben, schneller zu laufen, eine Art leises Kauderwelsch von beiden Seiten des Waldes zu kommen begann. Und als sie begannen, es zum Wohnwagen zurück zu versuchen, sagte das Mädchen, sie habe mit ihrer Taschenlampe seitlich von ihnen in den Wald geleuchtet und etwas gesehen, das sich durch den Wald bewegte. Das Kauderwelsch wurde immer und immer lauter und als sie das Licht unseres Lagerfeuers sehen konnten, kam etwas, etwa 40 Meter hinter ihnen aus dem Wald auf den Weg und sie rannten so schnell sie konnten. Wir waren also zu diesem Zeitpunkt draußen im verdammten Wald und wir nahmen zu diesem Zeitpunkt noch an, dass es ein paar Hinterwäldler waren, die uns vielleicht verarschen wollten oder Schlimmeres vorhatten. Plötzlich fing mein anderer Cousin, Junior, an zu erzählen, dass er mit einem Eingeborenen zur Schule gegangen ist, der ihm von einem seltsamen Wesen namens Goatman oder so ähnlich erzählt hatte. Wir sagten ihm sofort, dass er die Klappe halten sollte, weil wir jetzt keine Zeit für irgendwelche Gruselgeschichten hatten. Aber er redete immer weiter und weiter davon, dass er das verdammte Goatman ist und dass wir in seinem Wald sind und bla bla bla. Damals habe ich noch nie etwas von diesem Ziegenmann gehört, um den es hier geht. Aber vor ein paar Jahren, ein Jahr vor meinem College-Abschluss, hatte ich einen besonderen Mitbewohner und ich fragte ihn dann schließlich danach. Und um es kurz zu machen, es ist im Grunde ein verdammter Mann mit dem Kopf einer Ziege, der seine Gestalt verändern kann und sich unter Gruppen von Menschen mischt, um sie zu terrorisieren. Es soll auch eine Art Vendigo sein und es ist schlecht, überhaupt darüber zu reden und es ist noch viel, viel schlechter, wenn man es sieht. Vergesst nicht, dass ich nicht wusste, als ich 16 war, dass es so etwas gibt, wie zum Beispiel ein Goatman. Also sagte mein Cousin, der Goatman kommt rein und holt uns verdammt. Die Mädchen waren total verängstigt und meine Cousins und ich versuchten herauszufinden, ob es wirklich nur ein paar Hinterwäldler waren oder vielleicht irgendeine Art Tier. Und dann plötzlich, so schnell wie er aufgetreten war, war der Geruch wieder verschwunden. Bis zum heutigen Tag habe ich so etwas noch nie erlebt gehabt. Normalerweise verschwinden Gerüche langsam oder werden immer und immer schwächer. In der einen Sekunde war er noch da und in der nächsten auf einmal nicht mehr. Also nach einer Stunde, so gegen neun oder zehn, wir hatten uns mittlerweile genügend beruhigt, um nach draußen zu gehen und das Feuer wieder neu zu entfachen. Wir dachten uns, dass es nur ein paar Penner waren, die uns verarschen wollten, also gingen wir nicht nach Hause, weil wir dachten, dass sie uns dann durch den Wald jagen würden oder etwas ähnliches vorhatten. Wir fühlten uns einfach bei unserem Camp, am Feuer, bei den Wohnwegen, so sicher, wie es nur irgendwie möglich war. Bis auf dieses gruselige Vorkommnis passierte in dieser Nacht nichts. Wir blieben alle noch eine weitere Nacht und den größten Teil der Nachts passierte da auch nichts. Aber gegen ein Uhr morgens waren wir draußen, betranken uns oder erzählten Geistergeschichten, als jemand eine gespenstische Geschichte erzählte. Eine Geschichte, die gruseliger war, als wir erwartet und erhofft hatten. Ich weiß nicht mehr, worüber er redete, aber während dieser Geschichte, kurz bevor er am Ende war, tauchte auf einmal dieser verdammte Geruch wieder auf. Er war wieder so verdammt stark, dass eines der Mädchens fast anfing, sich zu übergeben. Ich stand sofort auf und konnte förmlich spüren, wie feucht die Luft in der Umgebung war. Ich sagte allen, wir sollten lieber wieder reingehen und dass es nicht richtig ist, aber wir hätten einfach komplett gehen sollen. Wir gingen alle wieder rein und standen herum. Mein Cousin redete ständig davon, dass es wieder der Ziegenmann ist und mein anderer Cousin Rooster versuchte ihm irgendwie das Maul zu stopfen und die ganze Zeit über hatte ich das Gefühl, dass irgendetwas an dieser ganzen Situation nicht stimmte und ich konnte einfach nicht herausfinden, was es war. Am Ende sitzten wir eine Weile da drin. Der Geruch war genauso stark und wir hatten unfassbare Angst. Wir alle kauerten zusammen in diesem Wohnwagen. Am Ende versuchten wir uns abzulenken und kochten Bratwürste für alle, weil niemand mehr sich traute nach draußen zu gehen. Es war eine von diesen Packungen mit vier Bratwürsten drin. Wir haben insgesamt drei Packungen davon gehabt. Ich grillte sie auf dem Herd und gab jedem ein Hotdog, auch mir. Nach einer Weile stand einer meiner Cousins auf und ging zum Topf hinüber, um sich einen weiteren zu holen. Er fing sofort an zu meckern, dass ich angeblich zwei Bratwürste genommen hätte und alle anderen nur einen bekam. Ich sah ihn extrem verwirrt an, weil ich dachte, er hätte sie nicht mehr alle. Ich sagte ihm, dass jeder nur einen bekommen hat, weil es eben nur zwölf Bratwürste gab. Und wenn er mehr haben wollen würde, dann müsste er eben selber noch eine Packung aufmachen und mehr kochen. Und in dem Moment, wo ich das sagte, dass es doch zwölf Bratwürste für zwölf Leute gab, fing auf einmal ein Mädchen, das Mädchen, was mit Rooster und Tan am Vortag unterwegs war, sofort lauthals anzuschreien. Sie fing an zu schreien, dass wir sofort rausrennen müssten und wir in großer Gefahr sind. Sie weinte und zitterte dabei und genau in dem Moment dämmerte es auch meinem Cousin, der aufstand, weil er jetzt ganz genau wusste, was hier los war. Er und ich sahen uns beide im Wagen um und dann spürte ich, wie mein Herz nochmal versank. als alle anderen mit uns versuchten ins draußen zu eilen. Einer der Freunde meines Cousins fragte uns, was zum Teufel jetzt los sei. Er verstand die Situation nicht und ich begann uns alle einmal durchzuzählen. Und tatsächlich, als ich uns alle durchzählte, waren wir elf Leute. Ohne Scheiß bestätigte mein Cousin. Es waren zwölf Leute im Wagen gewesen. Aber da wir uns alle nicht gemerkt, dass da noch eine Person mit uns war. Und dann fiel mir auf, dass ich vorhin irgendwie gemerkt hatte, dass etwas nicht stimmte. Du kennst das doch, wenn du dich einfach nur amüsierst, dass du dir nicht den kleinsten Scheiß ansiehst und nicht immer auf bestimmte Dinge achtest. Ich bin mir absolut sicher, dass da noch jemand mit uns im Wohnwagen war, und zwar mindestens einen ganzen Tag lang, dass da noch eine Person gewesen ist, die sogar mit uns gegessen hat. Was es noch schlimmer macht, ist, dass ich nicht herausfinden konnte, wer es war, weil ich nicht glaube, dass jemand jemals mit einer anderen Person oder einem Ziegenmann in dem Wohnwagen interagiert hatte. Das heißt, ich war mir sicher, genau wie alle anderen, dass wir zeitweise zwölf Leute waren, aber niemand wusste, wer die zwölfte Person war, die nun verschwunden ist. Das Mädchen, das das Ganze als erstes bemerkt hatte, betete weiter zu Jesus und wir alle saßen draußen. Schließlich holten wir verdammt große Stöcke und gingen zurück in den Wohnwagen, einfach um nachzugucken, ob sich da jemand versteckt hält, aber niemand war im Inneren. Wir zählten noch einmal durch und es waren weiterhin elf Leute. Wir gingen zurück in den Wohnwagen und schlossen die Tür ab. Wir erklärten, was passiert war und das Mädchen sagt, dass sie es auch gemerkt hatte und dass, als er etwas sagen wollte, die Person, die neben ihr saß, ihr Bein gepackt hat und sich zu ihr hinüber beugte und etwas sagte, das sie nicht verstehen konnte. Wir kuscheln uns also ziemlich ging gerade die Sonne auf und die Hälfte der Leute im Wagen schliefen weiter, während die andere Hälfte dabei war, ihren Kram zusammen zu packen. Wir wollten alle nach Hause gehen, aber etwa vier Leute wollten trotzdem, was wir erlebt hatten, weiterhin bleiben, bis die Sonne ganz aufgegangen war. Und einige Leute dachten, dass wir vielleicht nur herumalbern würden und wollten immer noch allgemein beim Wohnwagen bleiben und weiter campen. Um ehrlich zu sein, zu diesem Zeitpunkt war mir das alles egal. Ich persönlich wollte einfach nur noch aus diesem verdammten Wald hinaus. Das Mädchen, das scheinbar Kontakt mit dem Ziegenmann gehabt hatte, der bei uns saß, hieß Kyra. Jedenfalls habe ich sie gefragt, ob sie wirklich glaubt, dass es etwas Schlimmes war und sie sagte, sie wolle einfach nur noch nach Hause sein. Die vier, die gehen wollten, konnten gehen, aber ich musste bleiben, weil ich die Schlüssel für den Wohnwagen hatte und sie meinem Onkel gehört und ich letztendlich am Ende alles abschließen musste. Zu diesem Zeitpunkt war ich stinksauer, weil ich das Gefühl hatte, dass die Leute den Scheiß nicht ernst nahmen und ich wollte auf keinen Fall noch eine weitere Nacht in diesem Wald verbringen. Ich verbrachte den Rest des Tages damit, den Rest der Leute, jetzt vier Mädchen und vier Jungs, davon zu überzeugen, sich aus dem Staub zu machen. Tanner ging mit ihm weg, um ein Gewehr zu holen und sagte auch, dass er sofort zurückkommen würde. Um 16 Uhr waren nur noch sieben von uns übrig. Gegen 17 Uhr war Tanner immer noch nicht zurückgekehrt und wir wurden alle langsam sehr nervös und der einzige Grund, warum ich aufgehört hatte, sie anzuflehen, zurückzugehen, war eben nur, weil ich darauf wartete, dass Tanner mit dem Gewehr kommen würde. Es war ungefähr 17 Uhr 30 oder so, als die eine Cousine, die geblieben war, sagte, dass das Mädchen Kira draußen war. Wir alle schauten nach draußen und tatsächlich, obwohl sie eigentlich heute früh gegangen war, zusammen mit den Sie stand mit dem Rücken zum Wohnwagen und starrte scheinbar einfach nur die Feuerstelle an. Ich dachte mir, wenn sie so eine scheiß Angst hatte, warum zum Teufel sollte sie dann wieder zu uns zurück kommen? Warum blieb sie nicht zu Hause? Und dann bekam ich ein sehr ungutes Gefühl im Bauch. Vergesst nicht, dass der kupferne Geruch die ganze Zeit über weg war. Aber jetzt, wo ich eben sie draußen stehen sah, spürte ich, dass ich einen Hauch davon wieder riechen konnte. Ich sagte das zu den anderen und alle und denk dran, das sind die Leute, die in diesem gottverdammten Wald bleiben wollten, selbst nachdem wir den Goatman in unserer Mitte hatten, lachten mich aus und fragten, ob ich das Ganze arrangiert hätte, um ihnen Angst zu machen. Nach all dem nahmen sie die Situation immer noch nicht ernst. Ich sah sie an und sagte, ich verarsche euch gerade nicht. Ich fragte sie, warum zum Teufel ich so etwas tun sollte. Also ging plötzlich eines der Mädchen nach draußen, um Kira reinzuholen. Sie kommt auf halbem Weg zu ihr und bleibt eiskalt stehen, als Kira auf einmal anfängt zu hecheln. Und ich ist so, als ob jemand, der ihr den Rücken zu wendet, lacht, ohne einen Ton von sich zu geben. Erst dadurch wurde mir klar, dass es im ganzen Wald keinen einzigen verdammten Laut gab. Es war totenstill gewesen. Etwas, das mir zuvor so nicht aufgefallen war. Diese ganzen Ereignisse passierten gegen Ende September. Also war es zu der Zeit immer noch ziemlich heiß, aber an manchen Tagen war es eben auch sehr kühl und normalerweise hörte man große Gänse, die laut quakten oder irgendwelche Vögel oder Eichhörnchen plaudern. Also ging ich zur Tür hinaus und sagte ihr, sie soll sofort wieder in den Wohnwagen kommen. Die ganze Situation machte mir eine unfassbare Angst. Sie fing an rückwärts wieder in den Wohnwagen zu gehen und wir schlossen die verdammte Tür ab. Wir zogen alle Jalousien herunter bis auf eine und setzten einen von uns auf einen Stuhl, der eben sie draußen beobachten sollte. Kyra stand einfach weiter dort für weitere 20 Minuten oder so. Der Typ, den wir dort hingesetzt haben, drehte sich um und sagte uns einfach nur, dass sie weiterhin da ist. Und in dem Moment, wo er uns ansah, knallte es auf einmal heftig gegen die Tür. Wir sprangen alle vor Schreck auf und wuselten im Wohnzimmer des Wohnwagens herum. Das Klopfen, das wir hörten, war verdammt laut gewesen. Mein Cousin hielt eines der Mädchen im Arm und die anderen beiden kicherten nervös und ich und die anderen beiden Jungs waren kurz davor uns in die Hose zu machen. Und dann hörten wir Tan. Tans Stimme war von draußen eindeutig zu hören und er schrie verdammt laut. Er schrie etwas wie Lasst mich verdammt noch mal rein und hört auf zu spielen. Also gingen wir sofort zur Tür und öffneten sie und er stolperte mit einem Gewehr hinein. Außer ihm war draußen niemand gewesen. Offensichtlich war er bis zum Campingplatz gelaufen. Im Wald war nichts Ungewöhnliches passiert, war, die dort stand. Als er an den Rand der Lichtung gekommen war, hatte sie sich mit ihrem starren Blick ihm zugewandt und ihn einfach nur angestarrt, wobei sie ihm langsam folgte, als er um die Lichtung herum in Richtung Lager ging. Er sagte, er habe erst auf halben Weg zum Wohnwagen gemerkt, dass sie ihm immer und immer näher kam. Sie hatte am Feuer angefangen und ohne dass er es bemerkte, hatte sie sich umgedreht und war immer und immer näher an ihn herangerückt. Er sagte, er sei den Rest des Weges zurück zum Wohnwagen einfach gelaufen, weil er dachte, wir würden sofort öffnen. Als er dann aber ankam und die Tür verschlossen war, drehte er sich um und es war kaum noch Platz zwischen den beiden. Als er uns das erzählte, sah er sich im Zimmer um und wurde ganz blass. Er zieht mich zur Seite und flüsterte mir etwas unfassbar Schreckliches ins Ohr. Du weißt doch, dass wir nur zu siebt hier drin sind, oder? Ich bekam dieses Gefühl, bei dem ein der Magen sich einfach umdreht. Das war schon im Wohnwagen gewesen, als wir ausgemacht haben, wer wohin geht und dann, als wir alle nach draußen gegangen sind, um zu reden, früher am Tag. Es ist einfach wieder reingerutscht. Wir haben aus dem Fenster geschaut und da draußen war niemand. Also zählten wir alle nach und dann gingen wir rüber und fragten alle, wie viele Leute vorhin hier waren. Alle sagten, wir seien acht Leute gewesen und ich fragte, wie viele wir denn jetzt sind. Sie alle zählten nach und stellten fest, dass nur noch sieben Personen im Wohnwagen waren. Tan hatte also noch ein paar Kisten mit Munition und sein Gewehr mitgebracht und er hatte seinem Vater erzählt, dass sein Tier im Wald sei, weil er nicht glaubte, dass sein Vater ihm glauben würde, wenn er sagt, es sei der Goatman oder irgendein anderes übernatürliches Wesen. Er sagte, dass sein Cousin ein paar Stunden runter kommen soll und dass wir morgen früh alle zu ihm gehen können und sein Cousin uns dann nach Hause fahren wird. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir schon wieder eine verdammte Nacht in diesem Wald verbringen mussten, hatte ich wirklich scheiß Angst, aber ich fühlte mich wenigstens besser, weil wir Amerikaner sein konnten und das Ding einfach abknallen würden, wenn es uns zu nahe kommt. Aber dann auf einmal gerät mein Cousin in einen riesigen Streit mit einem der Mädchen, weil sie denkt, dass ich versuche lustig zu sein und ihn einfach nur einen Streik spielen will und dass sie wirklich Angst bekommt und dass ich nicht lustig bin. Nach all dem glaubten sie immer noch, ich würde Scherze machen. Er sagte ihr immer wieder, dass ich nicht so bin und sie sagte zu ihm, woher wissen wir, dass das Mädchen nicht nur Tanner mit einer Perücke war? Oder wenn es wirklich der Ziegenmann ist, woher wissen wir, dass es der echte Tanner ist und dass der Ziegenmann Tanner nicht einfach im Wald getötet hat und seine Waffe nahm? Also fingen wir alle einen riesigen Streit darüber an, bei dem ich und Tan sagten, wir könnten ernsthaft hier gerade in Gefahr sein, denn zumindest hat sich jemand ohne unser Wissen in unseren verdammten Wohnwagen geschlichen und sich einfach unter uns gemischt, ohne dass es uns aufgefallen war und schlimmstenfalls ist etwas Böses in diesem Wald, das aktiv versucht uns zu verarschen. Eines der Mädchen weinte daraufhin und sagte, dass sie sofort jetzt gehen will und wir versuchten ihr klarzumachen, dass sie dies nicht tun sollte, weil niemand von uns mitten in der Nacht durch den Wald mit ihr kommen würde. Zu diesem Zeitpunkt ging die Sonne langsam unter und es wurde ein wenig bewölkt. Wir aßen etwas gemeinsam und schalteten eine Weile das Radio ein, aber wir konnten keinen Sender finden, der etwas Anständiges sendete. Also schalteten wir es aus, als Tans Cousin auftauchte. Er war ungefähr 19 gewesen, glaube ich. Zu diesem Zeitpunkt ist die Sonne gerade erst über dem Horizont und er hat eine dieser Hochleistungstaschenlampen und ein Gewehr bei sich. Er geht auf den Wohnwagen zu und wir flüstern Tan zu, ob er sich sicher sei, dass die Person da draußen wirklich sein Cousin ist. Tan vergewisserte sich kurz mit einem Blick und sagte dann Ja. Der Mann schaute hinter sich und um uns alle an und sah ein wenig verwirrt aus. Er blickte mit ernster Miene und sagte Wo ist dein anderer kleiner Kumpel? Ich dachte, sie würden mich oben im Wohnwagen treffen. Ist sie ein bisschen langsam oder so? Er fragte auch, ob wir im Wohnwagen Blut gekocht hätten, weil es auf dem ganzen Weg nach oben so sehr nach Blut und heißem Pfannen roch. Wir alle sagten einfach nur nein. Aber wir fragten ihn, was es mit diesem Mädchen auf sich hätte, was er gesehen hat. Er war denselben Weg herunter gekommen, den Tan auch benutzt hatte und war auf einen eurer Kumpel gestoßen, der in der Mitte des Weges stand und ihn mit offenem Mund ansah. Er hatte ihr eine Reihe von Fragen gestellt, aber sie hatte ihn einfach nur blind angeschaut. Danach hatte sie ihn angelächelt und er sagte, er ging einfach weiter. Sie schien nicht mit ihm Schritt halten zu können und blieb immer ein wenig hinter ihm zurück. Er sagte, er habe sie gefragt, ob sie vielleicht verletzt sei oder etwas anderes mit ihr los ist und ob sie Hilfe brauchte, aber sie hatte weiterhin nicht geantwortet und ihn nur angestarrt. Schließlich ging er weiter und bog um eine Biegung des Weges. Doch als er sich umdrehte und zurückging, um nachzusehen, ob es ihr gut geht, war der Weg, den er gerade noch gekommen war, plötzlich leer gewesen. Er hatte angenommen, dass sie irgendeine Abkürzung durch den Wald zu unserem Wohnwagen genommen hatte. Wir erzählten ihm die gesamte Geschichte, was passiert ist. Ich hatte halb damit diesem Wohnzimmer Bereich. Tenners Cousin kam auf das Mädchen zurück. Er sagte, als sie immer wieder versucht habe, hinter ihm herzuhinken, sei ihm das verdammt unheimlich gewesen, also habe er versucht, sich vor sie zu halten, aber egal, wie langsam er auch gegangen sei, sie sei immer ein wenig zurückgeblieben. Und er sagte uns auch, dass er eben diesen ekelhaften Geruch der immer und immer stärker wurde, je näher er unserem Lager kam. Irgendwann wurde der Duft so stark, dass es richtig widerwärtig wurde. Und er bemerkte, dass sie scheinbar irgendetwas sehr leises, das er nicht verstehen konnte, gesagt hatte, und als er sich umdrehte, war sie direkt an ihm drange gewesen, und er war vor ihr zurückgewichen. An diesem Punkt fragte er sie, ob starrte ihn einfach nur an. Er sagte, er habe die Hand nachher ausgestreckt, um sie an der Schulter zu packen, aber er muss irgendwie die Entfernung zu ihr falsch eingeschätzt haben. Denn sie war seitlich von der Stelle, an die er seine Hand gelegt hatte, weg, als hätte sie sich bewegt, während er sie einfach angestarrt hatte, ohne eine Bewegung zu bemerken. Zu in die Hose gemacht hatte. Sie alle laden also ihre Gewehre, wir essen noch etwas und saßen dann bis etwa 11 Uhr herum. Bis zum heutigen Tag bete ich jedes Mal, wenn ich daran denke zu Gott, dass es einfach nur ein riesiger Streich sein sollte, den mir meine Cousins gespielt hatten und den sie nie aufdeckten, damit ich mich für den Rest meines Lebens erschrecken kann. Gegen 11 Uhr verwandelte sich der Gestank von Kupfer in einen ekelhaft blutigen Geruch, so wie gekochtes Blut und versenktes Haar. Tan und sein Cousin Reese standen sofort auf und schnappten sich die Gewehre. Plötzlich klopfte es an der Tür, beziehungsweise es kratzte halb und was soll's, da war diese Stimme und sie klang wie bei diesen YouTube-Katzen und Hunden, deren Besitzer ihnen beibringen, wie man spricht. Sie sagte mit dieser stockenden, seltsamen, nicht wirklich menschlich klingenden Stimme, lass mich verdammt noch mal rein, hör auf zu spielen. Da haben sich meine Nüsse gegen meinen Körper gepresst und eines der Mädchen fing an zu weinen und immer wieder nach Jesus zu rufen. Es war so verdammt offensichtlich, dass da draußen vor der Tür gerade kein Mensch war. Es hatte nicht das ist eine Scheiße, die ich bis zu diesem Moment nie begriffen habe. Aber alle Menschen, die reden, haben eine bestimmte Kadenz, wenn sie sprechen, egal in welcher Sprache. Alle Menschen haben einen bestimmten Rhythmus, wenn sie reden. Dieser Scheiß da draußen hatte weder eine Kadenz noch einen Rhythmus. Wie eben eine dieser verdammten YouTube Katzen, die angeblich sprechen können. Und dieses Moment in einem absoluten Angstmodus. Wir schrien immer wieder nach draußen. Wir schrien wer ist da? Hört auf mit diesem Scheiß. Und er sagte immer wieder nur rein oder lasst mich verdammt noch mal rein. Und das fast 15 Minuten lang. Es tut mir leid, wenn ich so abschweife, aber du musst dir wirklich vorstellen, wie dieser Scheiß geklungen hat. Und dann kannst du dir Dann ging der Geruch für eine Weile weg. Und für die nächste Stunde oder so kann man jemanden hören, der im Wald herumschlich um unseren Wohnwagen herum. Alle paar Minuten kam er wieder zur Tür herein und wollte irgendetwas sagen. Als der Geruch endlich völlig verblasst war, war es ungefähr 2 Uhr morgens. Reese sagte, Mann, so ein Mist, und öffnete die Tür und ging mit seinem Gewehr nach draußen. Er feuerte einen Schuss in die Luft und sagte etwas in der Art von im Namen von Jesus Christus geh weg. Er schießte noch ein zweites Mal und dann hörte man aus dem Wald direkt am Fluss gegenüber etwas langsam rumpeln und schreien. Dann fing es auf einmal an so laut zu schreien und es klang fast so als würde eine Frau und eine Katze in einem Sack zusammenschreien. So etwas hatte ich wirklich in meinem Leben noch nie gehört und man konnte hören wie das Gebüsch drüben gegenüber von uns anfing zu wackeln. Reese schoss sofort in die Bäume und ging dann zurück zu uns in den Wohnwagen. Wir verriegelten erneut die Türen und hörten dieses Scheiß Gejammer und dieses Geschreie. Reese sagte, da sei etwas aus dem Gebüsch gekommen, ganz tief Er sagte uns auch, dass er darauf geschossen hätte. So ungefähr verlief der Rest der Nacht. Es schrie buchstäblich ununterbrochen in den nächsten zwei Stunden und wir konnten hören, wie sich das Zeug durch die Bäume bewegte. Aber es kam nicht mehr zurück in die Hütte zu uns bzw. es versuchte nicht mehr an unsere Tür zu kommen, bis wir alle irgendwann endlich eingeschlafen waren. Tan saß auf dem Stuhl und beobachtete die Tür mit seinem Gewehr. Niemand sonst hörte oder sah es und er erzählte es mir zwei Tage später, als die ganze Sache vorbei war. Er sagte, er sei irgendwann während der Wache hielt eingenickt, nachdem die Schreie und Geräusche endlich aufgehört hatten. Und er sei beinahe komplett eingeschlafen, als er plötzlich mit ansah, wie jemand und einschlief. Er hätte theoretisch einfach annehmen können, dass es einer von uns war, aber irgendwas an der Situation erschien ihm komisch. Er tat so, als würde er einschlafen, aber zählte währenddessen heimlich durch. Es waren neun Leute in dieser Kabine gewesen. Das konnte er ganz klar zählen. Er wollte nicht versuchen, auf das verdammte Ding im Wohnwagen bei uns zu schießen, damit anfängt zu schießen und wir uns dann vielleicht noch selbst töten. Also blieb er die ganze Nacht wach und tat einfach nur so, als ob er schlafen würde. Er sagte, dass dieses Ding, was auch immer da mit uns im Wohnwagen war, manchmal aufstand und diese seltsame nervöse Sache machte oder sich so aufbäumte, als würde es lachen und danach legte es sich sofort wieder hin. Manchmal stand es auch einfach nur auf und stand dann mit dem Rücken zu uns. Die Geschichte endet hier ziemlich schwach, denn aus meiner Sicht ist nichts weiter passiert. Am nächsten Morgen wachten wir alle auf und ich bemerkte, dass Tan ein wenig nervös war und es vermied uns alle anzusehen. Aber wir hatten gefrühstückt und gepackt und sind auf dem Weg zu seinem Haus gemacht. Er blieb als letzter im Wohnwagen und sagte, er würde am Ende abschließen und mir dann die Schlüssel meines Onkels bringen. Ich sollte einfach nur loslaufen und er würde uns schon einholen. Dies war etwas, was ich verdammt noch einmal nicht hätte tun sollen. Wir liefen ein Stück den Pfad hinauf und als er dann angerannt kam, joggten wir einfach zurück zu seinem Haus. Sein Cousin brachte uns schließlich nach Hause. Es gab ein Fenster im Badezimmer. Ten war zum Abschließen zurückgegangen und hatte hineingesehen. Wir waren zu blöd, ein Fenster ohne Fliegengitter abzuschließen. Als er hineinging, war das Fenster verdammt hoch. Sprich, die ganze Nacht über, die ganze Zeit, wo wir dort gewesen sind, hatten wir das Fenster im Bad nicht abgeschlossen. Dieses Wesen, das plötzlich immer in unseren Reihen saß, das wir nie bemerkt hatten, kam jede Nacht durch dieses verdammte Fenster zu uns hinein. Ich vermute, dass es das schon die ganze Zeit gemacht hat, die ganze Zeit darauf gewartet hatte, dass wir irgendwann einschlafen würden oder einen Fehler machen, damit es dann endlich zu uns reinkommen kann. Es ging mit uns den ganzen tief in die Augen sah, bevor es in den Wald verschwand. An diesem Tag bemerkte ich, dass in diesen Wäldern irgendein seltsames Wesen lebt. Nennt es Goatman, nennt es Ziegenmann, aber es ist in der Lage mit dem menschlichen Verstand so zu spielen, dass man einfach nicht bemerkt, wenn er sich mitten unter einen die Reihen mischt. Ich werde nie wieder zurück Ich war mir nicht sicher, wo ich diese Geschichten hier sonst posten sollte, also dachte ich, ich würde sie mit euch teilen. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren Search and Rescue Beauftragter, sprich ich suche nach vermissten Personen in National Parks und habe in dieser Zeit einige Dinge gesehen, die euch sicher interessieren werden. Ich habe eine ziemlich gute Erfolgsbilanz bei der Suche nach vermissten Personen. Meistens kommen sie einfach nur vom Weg ab oder rutschen eine kleine Klippe hinunter und finden den Weg dann nicht mehr zurück. Die meisten von ihnen haben den alten Spruch schon mal gehört wenn du dich verläufst, bleib wo du bist und dann gehen sie auch nicht wirklich weiter. Aber ich hatte zwei Fälle in denen das nicht der Fall war. Beide Fälle beunruhigen mich sehr und ich nutze sie seitdem als Motivation um bei den vermissten Fällen zu denen ich gerufen werde noch intensiver zu suchen. Der erste Fall war ein kleiner Junge der mit seinen Eltern Bieren pflücken war. Er und seine Schwester waren zusammen und Beide verschwanden etwa zur gleichen Zeit. Ihre Eltern hatten sich für ein paar Sekunden aus den Augen verloren und in dieser Zeit waren die beiden Kinder offenbar weggelaufen. Als die Eltern sie nicht finden konnten riefen sie uns schnell an und wir kamen und suchten die ganze Gegend ab. Wir fanden die Tochter ziemlich schnell und als wir sie fragten wo ihr Bruder denn sei erzählte sie uns dass er von dem Bären Mann mitgenommen worden sei sie sagte er habe ihr Bären gegeben und ihr gesagt sie solle ruhig sein er wolle eine Weile mit ihrem Bruder spielen gehen das letzte was sie von ihrem Bruder sah war dass er auf den Schultern des Bären Mannes ritt und ruhig schien natürlich dachten wir zuerst an eine Entführung aber wir fanden nie eine Spur dass er groß und behaart war wie ein Bär sagte sie und dass er ein seltsames Gesicht hatte wir haben die Gegend wochenlang abgesucht es war einer der längsten Einsätze an den ich je teil genommen habe aber wir haben nie eine einzige Spur von dem Jungen gefunden der andere Fall war eine junge Frau die mit ihrer Mutter und ihrem Großvater wandern war der Mutter zufolge war ihre Tochter auf einen Baum geklettert um einen besseren Überblick über den Wald zu bekommen und dann kam sie nicht mehr von dem Baum herunter sie warteten stundenlang am Fuß des Baumes und riefen ihren Namen bevor sie Hilfe holten wieder suchten wir überall aber wir fanden keine Spur von ihr ich habe keine Ahnung wo sie hingegangen sein könnte denn weder ihre Mutter noch ihr Großvater haben sie herunter kommen sehen ein paar mal war ich auf eigene Faust mit einem Hund auf der Suche und sie haben versucht mich direkt auf die Klippe zu führen keine Hügel nicht einmal Felswände geradlinige steile Klippen an denen man sich niemals festhalten könnte das ist immer verwirrend und in diesen Fällen finden wir der Hund geführt hatte ich bin mir sicher dass es eine Erklärung dafür gibt aber es ist schon seltsam in einem besonders traurigen Fall ging es um die Bergung einer Leiche ein neunjähriges Mädchen stürzte eine Böschung hinunter und wurde an einem Totenbaum aufgespießt es war ein völlig verrückter Unfall aber ich werde nie vergessen wie ihre Mutter klang als wir ihr erzählten was passiert war sie sah wie der Leichensack in den Krankenwagen geladen wurde und sie stieß den eindringlichsten herzzerreißendsten Schrei aus den ich je gehört habe es war als würde ihr ganzes Leben um sie herum zusammenbrechen und ein Teil von ihr war zusammen mit ihrer Tochter gestorben von einem anderen Search and Rescue Beamten erfuhr ich dass sie sich ein paar Wochen nach dem Unfall das Leben genommen haben soll sie konnte den Verlust ihrer einfach nicht verkraften ich hatte mich mit einem anderen Search and Rescue Beamten zusammengetan weil wir Berichte über Bären in der Gegend erhalten hatten wir waren auf der Suche nach einem Mann der von einem Kletter Ausflug nicht rechtzeitig nach Hause gekommen war und wir mussten ganz schön klettern um dorthin zu gelangen wo wir ihn vermuteten wir fanden ihn mit einem gebrochenen Bein in einem kleinen Gletscherspalt gefangen das war nicht angenehm er lag dort schon fast zwei Tage und sein Bein war ganz offensichtlich infiziert wir konnten ihnen einen Hubschrauber bringen und ich hörte von einem der Sanitäter dass der Mann völlig untröstlich war er erzählte immer wieder dass es ihm gut gegangen sei und als er den Gipfel erreicht habe sei dort ein Mann gewesen er sagte der Mann habe keine Kletterausrüstung gehabt und sei mit einem Parka und einer Skihose bekleidet gewesen er ging auf den Mann zu und als dieser sich umdrehte sagte er dass der Mann auf der Bergspitze kein Gesicht hatte es war einfach leer er flippte nach diesem Anblick aus und versuchte einfach schnell vom Berg runter zu kommen und dabei stürzte er er sagte dass er den Kerl die ganze Nacht hören konnte wie er den Berg hinunter kletterte und diese schrecklichen gedämpften Schreie ausstieß diese Geschichte hat mich zu Tode beunruhigt ich bin froh dass ich nicht dabei war um sie zu hören eines der schrecklichsten Ereignisse die ich je hatte war die Suche nach einer jungen Frau die von ihrer Wandergruppe getrennt worden war wir waren bis spät in die Nacht unterwegs weil die Hunde ihre Fährte aufgenommen hatten als wir sie fanden lag sie zusammengerollt unter einem großen verrotteten Baumstamm es fehlten ihre Schuhe und ihr Rucksack und sie stand eindeutig unter Schock sie hatte keine Verletzung und wir konnten sie dazu bringen mit uns zurück zur Einsatzzentrale zu gehen auf dem Weg dorthin schaute sie immer wieder hinter uns und fragte uns warum dieser große Mann mit den schwarzen Augen uns verfolgte wir konnten niemanden sehen also schieben wir es einfach auf ein seltsames Symptom des Schocks aber je näher wir der Basis kam desto aufgeregter wurde die Frau sie forderte mich immer wieder auf ihm zu sagen er solle aufhören ihr Grimassen zu schneiden irgendwann blieb sie stehen drehte sich um und schrie in den Wald hinein dass er sie in Ruhe lassen solle sie werde nicht mit ihm mit gehen sagte sie und sie würde uns nicht an ihn ausliefern wir brachten sie schließlich dazu weiter zu gehen aber dann hörten wir diese seltsamen Geräusche die von überall her kam es war fast wie Husten nur rhythmischer und tiefer es war fast wie ein Insekt ich weiß nicht wie ich es sonst beschreiben soll als wir in Sichtweite der Basis waren drehte sich die Frau zu mir um und ihre Augen waren so weit aufgerissen wie ich mir nur vorstellen kann dass ein Mensch sie überhaupt öffnen kann sie berührte mich an der Schulter und sagte er sagt ich soll ihnen sagen sie sollen schneller fahren er mag die Narbe an ihrem Hals nicht sehen ihr müsst wissen ich habe eine sehr kleine Narbe am Hals aber sie ist meistens unter meinem Kragen verborgen und ich habe keine Ahnung wie diese Frau sie gesehen hat gleich nachdem sie das gesagt hatte hörte ich diese komischen Geräusche dieses komische Husten direkt in meinem Ohr und ich bin fast aus der Haut gefahren ich habe sie in die Zentrale aber ich muss sagen dass ich wirklich froh gewesen bin als wir in dieser Nacht das Gebäude wieder verlassen haben das ist die letzte Geschichte die ich erst mal erzähle und es ist wahrscheinlich die seltsamste Geschichte die ich habe ich weiß nicht ob das in jeder Search and Rescue Einheit so ist aber in meiner Einheit ist das so eine Art unausgesprochen Regelmäßigkeit mit der wir immer wieder konfrontiert werden du kannst versuchen andere SAR Beamte danach zu fragen aber selbst wenn sie wissen wovon du sprichst werden sie wahrscheinlich nichts dazu sagen unsere Vorgesetzten haben uns gesagt dass wir nicht darüber sprechen sollen und inzwischen haben wir uns alle so daran gewöhnt dass es uns gar nicht mehr seltsam vorkommt bei fast jedem Fall bei dem wir wirklich weit in der Wildnis unterwegs sind ich spreche von 30 oder 40 Meilen finden wir irgendwann eine Treppe mitten im Wald das ist fast so als ob man die Treppe in seinem Haus herausschneiden und in den Wald stellen würde als ich das erste Mal eine solche Treppe sah fragte ich danach und der andere Beamte sagte mir ich solle mir einfach keine Sorgen machen das sei ganz normal alle die ich fragte sagten mir dasselbe ich solle sie mir ansehen aber man sagte mir mit nachdruck ich solle mich niemals in ihre nähe begeben ich ignoriere sie jetzt einfach wenn ich ihnen begegne einfach weil es so häufig vorkommt als ich mich heute Abend wieder einloggte war ich überwältigt von den überwältigenden Interesse dass dieses Thema bei euch hervorgerufen zu haben scheint zunächst einmal werde ich auf einige Dinge eingehen die ihr angesprochen habt es gab eine überwältigende Anzahl von Leuten die die ähnlichkeit zwischen einigen meiner Geschichten und den von david politis erwähnten ich versichere euch dass ich nicht versuche ihn in irgendeiner weise zu kopieren und ich habe nichts als respekt für diesen kerl er hat mich sogar dazu inspiriert dies zu schreiben denn ich kann viele der dinge über die er spricht nachvollziehen wir haben viele diese seltsamen vermissten fälle und meistens werden sie nicht aufgeklärt entweder das oder wir finden sie einen ordner in denen sie nichts zu suchen haben ich persönlich war noch nicht bei vielen derartigen anrufen dabei aber ich werde euch ein paar erzählen die ich gesehen habe und eine Geschichte die mir mein freund erzählt hat die damit zusammenhängt es gab viele Rückmeldung zu den Treppen deshalb werde ich hier kurz darauf eingehen und auch dazu eine Geschichte erzählen es gibt sie in verschiedenen Formen Größen Stilen und Zuständen einige sind ziemlich baufällig nur noch ruin aber andere sind brandneu ich habe eine Treppe gesehen die aussah als käme sie von einem Leuchtturm sie war aus Metall und spiralförmig fast altmodisch die Treppen gehen nicht unendlich hoch wie ich schon sagte man muss es sich so vorstellen als wären es Treppen die in eurem Haus standen dann mitten in der Nacht rausgeschnitten wurden und dann eben an diesem Ort im Wald neu eingefügt wurden ich habe keine Bilder ich habe es nach dem ersten Mal nie wieder versucht und ich habe keine Lust meinen Job zu riskieren ich werde es in der Zukunft für euch wieder versuchen aber der mit dem Mann ohne Gesicht zusammengestoßen war nur um das klar zu stellen als der Bergsteiger aufstieg und den Gipfel erreichte sah er dort einen anderen Mann in Parka und Skihose dies war der Mann ohne Gesicht Entschuldigung wenn ich das irgendwie verwirrend formuliert hatte nun gut kommen wir zu den neuen Geschichten was die meisten vermissten Personen angeht so würde ich sagen dass etwa die Menschen die von Klippen stürzen und sich verletzen die sich bei Bränden verletzen sie glauben gar nicht wie oft das passiert meistens machen betrunkene Kinder ein Feuer oder Menschen die von Tieren oder Insekten gebissen oder gestochen werden wir sind ein eingespieltes Team und wir haben Veteranen die hervorragend darin sind Spuren von vermissten Personen zu finden das macht diese Fälle in denen wir keine Spur von ihnen finden so frustrierend besonders ein Fall war für uns alle erschütternd denn wir fanden zwar eine Spur aber sie warf mehr Fragen auf als Antworten ein älterer Mann war allein auf einem gut ausgebauten Weg gewandert aber seine Frau rief an und sagte dass er nicht nach Hause gekommen sei zumindest nicht als er hätte nach Hause kommen sollen offenbar hatte er in der Vergangenheit schon öfter Anfälle gehabt und sie war besorgt dass er seine Medikamente nicht genommen hatte und nun auf dem Wanderweg einen Schock erlitten habe bevor sie fragen ich habe keine Ahnung warum er dachte es sei in Ordnung allein loszuziehen oder warum sie nicht mit ihm ging ich frage nie nach solchen Dingen denn ab einem bestimmten Punkt ist es mir ehrlich gesagt egal jemand wird vermisst und es ist meine Aufgabe ihn dann zu finden wir gingen in einer standard suchformation los und es dauerte nicht lange bis einer unserer tierärzte anzeichen dafür fand dass der Mann scheinbar vom weg abgekommen war wir teilten uns in gruppen auf und folgten ihm wobei wir uns fächerförmig verteilten um sicherzustellen dass wir so viel Boden wie möglich abdeckten plötzlich kam einen Anruf über Funk dass wir alle zum Tierarzt zurückkehren sollen und wir kamen sofort denn das bedeutet normalerweise dass die vermisste Person verletzt ist und wir ein komplettes Team brauchen um sie sicher herauszuholen wir trafen uns wieder und der Tierarzt stand dabei am Fuße eines Baumes und hat die Hände an den Seiten seines Kopfes ich fragte mein Kumpel was los ist und er zeigte nach oben in die Äste dieses Baumes ich konnte kaum glauben was ich dort sah aber da baumelte ein Spazierstock von einem Ast in mindestens 30 Metern Höhe über dem Boden die kleine Schlaufe am Griff hat sich um den Ast gewickelt und er hängt einfach so da es ist unmöglich dass der Mann ihn so weit hoch geworfen hat und wir sehen auch sonst keine Anzeichen dafür dass er sich noch irgendwo in der Gegend aufhält wir riefen sofort in den Baum aber es ist offensichtlich dass niemand dort drinnen ist wir konnten uns nur noch den Kopf zerbrechen wir suchten weiter nach diesem Kerl aber wir fanden ihn nicht wir setzten sogar unsere Hunde ein aber diese verloren bereits die Fährte lange bevor dieser Baum überhaupt kam schließlich wurde die Suche abgebrochen weil wir noch andere Anrufe zu erledigen hatten und ab einem bestimmten Punkt können wir nicht mehr viel tun die Frau des Mannes rief uns monatelang jeden Tag an und fragte ob wir ihren Mann gefunden hätten und es war herzzerreißend zu hören wie sie jedes Mal hoffnungsloser wurde ich bin mir nicht sicher warum gerade dieser Anruf so erschütternd für mich war aber ich denke es war einfach die schiere Unwahrscheinlichkeit dieser Situation das und die Fragen die aufgeworfen wurden wie zum Teufel war der Stock dieses Mannes dort gelandet hat ihn jemand umgebracht und ihn als eine seltsame Trophäe dort hingeworfen wir taten unser Bestes um ihn zu finden aber es war fast wie ein Hohn wir sprechen immer noch von Zeit zu Zeit in deinem Herz zerreißendsten egal unter welchen Umständen sie vermisst werden es ist nie einfach und wir haben immer Angst um die die wir tot auffinden es ist nicht häufig aber es kommt schon vor David Polides spricht oft über Kinder die von den SAR Teams an Orten gefunden werden an denen sie nicht sein sollten oder nicht sein konnten ich kann ehrlich sagen dass ich mehr von solchen Dingen gehört als gesehen habe aber ich möchte einen Fall schildern an den ich oft denke und den ich selbst erlebt habe eine Mutter und ihre drei Kinder machten ein Picknick in einem Park in dem es einen kleinen See gab eines ist sechs Jahre alt ihrer Kinder eines fünf und das andere ist etwa drei sie passt sehr genau auf sie auf und lässt sie nach eigenen Angaben zu keiner Zeit aus den Augen Sie hat auch sonst niemanden in der Gegend gesehen was wichtig ist Sie packt ihre Sachen zusammen und sie machen sich auf den Weg zurück zum Parkplatz Dieser See liegt nur etwa drei Kilometer tief im Wald und es gibt einen gut ausgebauten Weg Es ist fast unmöglich sich auf dem Weg vom Parkplatz dorthin zu verlaufen Es sei denn man geht absichtlich vom Weg ab wie ein Schwachkopf vier Sekunden in denen sie nicht hinschaut ist ihr fünfjähriger Sohn plötzlich verschwunden Sie vermutet dass er den Weg verlassen habe um zu pinkeln oder so etwas und fragt ihre beiden anderen Kinder wo er hin ist Beide erzählen ihr dass ein großer Mann mit einem furchterregenden Gesicht neben ihn aus dem Wald kam die Hand des Jungen nahm und ihn in die Bäume führte Die später dass es so aussieht als ob sie unter Drogen gesetzt worden waren Sie sind irgendwie benebelt und benommen Natürlich flippt die Mutter aus und sucht verzweifelt in der Gegend nach ihrem Kind Sie schreit seinen Namen und irgendwann meint sie er hätte ihr sogar geantwortet Natürlich kann sie nicht einfach blind in den Wald rennen Sie hat ja noch die beiden anderen Kinder also ruft sie die Polizei an die uns sofort losschickt Im Laufe dieser kilometerlangen Suche finden wir keine einzige Spur des Jungen Die Hunde können keine Fährte aufnehmen Wir finden keine Kleidung keine abgebrochenen Büsche und auch sonst nichts was auf die Anwesenheit eines Kindes hinweisen würde Natürlich gibt es eine Zeit lang einen Verdacht gegen die Mutter selbst aber es ist ziemlich klar dass sie von der ganzen Sache völlig zerstört ist Wir haben wochenlang nach diesem Kind gesucht mit viel freiwilliger Hilfe Aber irgendwann geht die Suche zu Ende und wir müssen weiter ziehen Die Freiwilligen suchen jedoch weiter und eines Tages bekommen wir plötzlich einen Anruf über Funkt dass eine Leiche gefunden wurde und geborgen werden muss Sie teilen uns den Fundort mit und keiner von uns kann es glauben Wir denken es muss ein anderes Ort entfernt an dem er verschwunden ist damals und tatsächlich finden wir die Leiche des Jungen nachdem wir gesucht hatten Seitdem wir ihn gefunden haben versuche ich herauszufinden wie der Junge dort hingekommen ist und ich habe nie eine Antwort darauf gefunden Ein Freiwilliger war zufällig in der Gegend weil er sich dachte dass er auch an Orten suchen könnte an denen sonst niemand jemals daran gedacht hatte zu suchen es könnte ja sein dass die Leiche dort abgelegt worden wäre er kommt an den Fuß eines hohen felsigen Abhangs und auf halbem Weg nach oben sieht er etwas er schaut durch sein Fernglas und tatsächlich es ist die Leiche eines kleinen Jungen die in eine kleine Öffnung im Felsen gestopft ist er er erkennt die Farbe des Hemdes des Kindes und weiß sofort dass es sich um den vermissten Jungen handeln muss dann meldet er es und wir werden losgeschickt wir brauchen fast eine Stunde um die Leiche zu bergen und keiner von uns konnte glauben was wir da sahen der Junge war nicht nur 15 Meilen von seinem Ausgangspunkt entfernt gewesen sondern es war auch unmöglich dass er aus eigener Kraft dort hinauf gekommen war dieser Hang ist tückisch und selbst für uns mit unserer Kletter Ausrüstung ist er schwierig zu besteigen ein fünfjähriger Junge hätte es nicht geschafft dort hoch zu kommen und da bin ich mir absolut sicher und nicht nur das der Junge hatte keinen einzigen Kratzer am Körper seine Schuhe sind weg aber seine Füße sind nicht beschädigt oder schmutzig es war also nicht so als hätte ihn ein Tier da hoch geschleppt und soweit wir das beurteilen können ist er auch noch nicht lange tot er lag zu diesem Zeitpunkt schon über ein Monat da draußen und es sah so aus als wäre erst seit ein oder zwei Tagen tot gewesen die ganze Sache war unglaublich seltsam und einer der beunruhigendsten Anrufe an den ich je teilgenommen habe später erfuhren wir dass der Gerichtsmediziner feststellte dass nach zwei Tage bevor wir ihn fanden es gab keine verdächtigen und es gab keine antworten bis heute ist das eines der merkwürdigsten dinge die ich jemals gesehen habe einer meiner ersten aufträge als praktikant war eine such aktion nach einem vierjährigen kind das von seiner mutter getrennt worden war das war einer dieser Fälle bei denen wir wussten dass wir ihn finden würden weil die Hunde eine starke Geruchsspur verfolgten und wir klare Anzeichen dafür sahen dass er in der Gegend gewesen sein musste wir fanden ihn schließlich in ein Bärenfeld etwa eine halbe Meile von der Stelle entfernt an der er zuletzt gesehen worden war das Kind war nicht einmal bewusst dass er so weit gewandert war einer der Tierärzte brachte ihn zurück worüber ich sehr froh war denn ich kann wirklich nicht gut mit Kindern umgehen und es fällt mir schwer mit ihnen zu reden und ihnen Gesellschaft zu leisten als meine Ausbilderin und ich uns auf den Rückweg machten beschloss sie mit mir einen Abstecher zu machen und mir einen der Orte zu zeigen an denen wir häufig vermisste Personen fanden es handelt sich dabei um eine natürliche Senke in der Nähe eines beliebten Weges und die Leute gehen normalerweise bergab weil das einfacher ist wir wandern dorthin es ist ein paar Meilen entfernt und wir sind in etwa einer Stunde dort während wir durch die Gegend laufen und sie uns Orte zeigt an denen sie in der Vergangenheit Menschen gefunden hat sehe ich plötzlich etwas in der Ferne das Gebiet in dem wir uns befinden ist etwa 8 Meilen vom Hauptparkplatz aber wir befinden uns auf staatlich geschütztem Land was bedeutet dass es hier keine kommerzielle oder Wohnbebauung geben darf das höchste was man je sehen wird ist ein Feuerturm oder eine behelfsmäßige Unterkunft von der Obdachlose glauben sie könnten sie einfach so bauen aber ich kann von hier aus sehen dass dieses Ding was auch immer es ist gerade Kanten hat und wenn es etwas gibt das man schnell lernt dann ist es dass die Natur selten gerade Linien macht ich weiste meine Auszubildende damals darauf hin aber sie sagte nichts sie blieb einfach zurück und ließ mich hinüber gehen um es selbst zu untersuchen ich konnte bis auf etwa drei Meter heran und mir stellten sich die Haare im Nacken auf es war eine Treppe mitten im verdammten Wald im richtigen Kontext wäre sie buchstäblich das harmloseste Ding überhaupt es ist eine ganz normale Treppe mit beigem Teppich und etwa zehn Stufen hoch aber anstatt in einem Haus zu sein wo sie offensichtlich hingehört steht sie hier mitten im Wald die Seiten sind natürlich nicht mit Teppich ausgelegt und ich kann das Holz sehen aus dem sie gemacht ist es ist fast wie ein Fehler in einem Videospiel da und es ist als würde mein Gehirn Überstunden machen um sich einen Reim darauf zu bilden was ich da sehe meine Ausbilderin kommt und stellt sich neben mich und sie steht einfach nur da und sieht es an als wäre es die uninteressanteste Sache der Welt ich fragte sie was zum Teufel dieses Ding hier zu suchen hatte und sie kicherte nur gewöhnen sie sich daran Neuling sagte sie du wirst noch viele von ihnen sehen ich wollte näher herangehen aber sie packte mich am arm fest sie sah mir in die Augen und sagte das würde ich nicht tun ihre Stimme war lässig aber ihr griff so fest dass ich mich kaum bewegen konnte und ich stand nur da und sah sie an du wirst sie die ganze Zeit sehen aber geh niemals in ihre Nähe fass sie nicht an und geh nicht auf sie zu ignoriere sie einfach das waren die Worte die mir bis heute immer noch in den Ohren klingen ich fange an sie danach zu fragen aber etwas in ihrem Blick sagte mir direkt dass es besser ist wenn ich es nicht tun würde am Ende gingen wir weiter und das Thema kam für den Rest meiner Ausbildung nicht mehr auf aber manchmal sind sie relativ nah am Weg vielleicht innerhalb von zwei oder drei Metern manchmal sind sie 20 oder 30 Meilen entfernt buchstäblich mitten im Nirgendwo und ich finde sie nur während der ausgedehntesten Suchaktion oder an Trainingswochenenden normalerweise sind sie in einem guten Zustand aber manchmal sieht es so aus als liegen sie schon meilen weit da draußen alle Arten alle Größen die größten die ich je gesehen habe sahen aus als kämen sie aus einem Herrenhaus der Jahrhundertwende und waren mindestens drei Meter breit mit Stufen die mindestens 15 oder 20 Meter nach oben führten ich habe versucht mit den Leuten darüber zu sprechen aber sie geben mir immer nur die gleiche Antwort wie mein Trainer das ist normal mach dir keine Sorgen sie sind keine große Sache aber gehen niemals in ihre Nähe oder auf sie hinauf wenn Auszubildende mich jetzt danach fragen gebe auch ich ihnen dieselbe Antwort ich weiß nicht wirklich was ich ihnen sonst sagen soll ich hoffe wirklich dass ich eines Tages eine bessere Antwort bekomme aber dass es bisher noch nicht passiert dies ist übrigens noch ein weiterer Fall der weniger gruselig als vielmehr traurig ist ein junger Mann wird im Spätwinter vermisst zu einer Zeit in der Wir schließen viele Wanderwege aber einige bleiben das ganze Jahr über geöffnet es sei denn es liegt wirklich ein großer Haufen Schnee wir haben nach diesem jungen Mann gesucht aber es lagen etwa zwei Meter Schnee auf dem Boden es war ein ungewöhnlich schneereiches Jahr und wir wussten dass wir ihn wahrscheinlich erst im Frühjahr wieder finden würden wenn das Tauwetter einsetzte als das erste große Fuße eines Baumes in einem Haufen geschmolzenen Schnees ich wusste sofort was passiert war und es hat mich zu Tode erschreckt die meisten von euch die Ski oder Snowboard fahren oder auch nur ein bisschen Zeit in den Bergen verbringen werden es wahrscheinlich auch geahnt haben wenn Schnee fällt sammelt er sich in den Bereichen unter den Ästen nicht so stark an am häufigsten passiert das bei Tannen weil sie eine Art geschlossenen Schirm haben das Ergebnis ist ein Raum rund um die Basis eines Baumes der mit einer Mischung aus losem pulverförmigen Schnee Luft und Zweigen gefüllt ist man nennt sie Baumhöhlen und sie sind nicht sofort zu erkennen wenn man nicht weiß wonach man suchen muss wir stellen große Schilder in Willkommenszentren auf um die Leute auf ihre Gefährlichkeit hinzuweisen aber jedes Jahr wenn wir ungewöhnlich viel Schnee haben liest mindestens eine Person diese Schilder nicht oder nimmt die Warnung nicht ernst und wir finden es erst im Frühjahr heraus ich vermute dass dieser junge Mann auf einer Wanderung war und müde wurde oder vielleicht einen Krampf vom Gehen im tiefen Schnee bekam er wollte sich an den Fuß des Baumes setzen ohne zu wissen dass es dort ein Brunnen gab und fiel hinein er blieb mit den Füßen oben stecken und der umliegende Schnee brach um ihn herum ein da er sich nicht befreien konnte war er erstickt das nennt man ersticken durch eintauchen in den Schnee und es passiert normalerweise nur bei sehr tiefem Schnee aber wenn man in einer seltsamen Lage feststeckt so wie dieser Mann können selbst zwei Meter Schnee tödlich enden was mir am meisten Angst machte war die Vorstellung wie er sich gewährt haben muss mit dem Kopf nach unten in der eisigen Kälte ist er nicht schnell gestorben der Schnee hätte einen dichten schweren Haufen auf ihm gebildet und es wäre buchstäblich unmöglich für ihn gewesen heraus zu kommen als das Atmen dann schwerer wurde hätte er gewusst Viele meiner weniger naturverbundenen Freunde wollen oft wissen ob ich jemals den Ziegenmann gesehen habe während ich auf Einsätzen unterwegs war Unglücklicherweise oder besser gesagt glücklicherweise ist mir so etwas noch nie passiert Am ehesten war es wohl die Sache mit dem schwarzäugigen Mann aber ich habe nichts gesehen Es gab jedoch einen Anruf bei dem mir etwas ähnliches passiert ist aber ich bin mir nicht sicher ob ich es dem Ziegen Mann ankleiden könnte Uns wurde berichtet dass eine ältere Frau auf einem der Pfade in Ohnmacht gefallen war und Hilfe brauchte um wieder in den Hauptbereich zu gelangen Wir wanderten zu ihr hinauf und ihr Mann ist völlig außer sich Er rennt oder besser gesagt joggt auf uns zu und erzählt uns dass er ein wenig abseits des Weges war und sich etwas ansah als seine Frau hinter ihm zu schreien Trage und als wir sie zum Empfangszentrum gebracht hatten kam sie wieder zu sich und fing an zu schreien ich beruhigte sie und fragte sie was passiert war ich kann mich nicht mehr an den genauen Wortlaut ihrer Worte erinnern aber im Wesentlichen ist Folgendes passiert sie hatte auf ihren Mann gewartet als sie dieses wirklich seltsame Geräusch hörte sie sagte es hörte sich an wie eine Katze aber es war irgendwie anders und sie konnte nicht genau herausfinden warum sie ging ein Stück weiter um es besser hören zu können und es klang als käme dieses Geräusch näher sie sagte je näher es kam desto unruhiger wurde sie bis sie schließlich herausfand was los war an den nächsten Teil erinnere ich mich denn es war so seltsam dass ich ihn wohl nicht mehr vergessen könnte selbst wenn ich es versuchte sie sagte zu mir es war keine katze es war ein mann der immer wieder das wort miau sagte immer nur miau 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 aber es war kein mann das kann nicht sein denn ich habe noch nie einen mann gehört der seine stimme so verstellen konnte ich dachte mein hörgerät wäre kaputt aber das war es nicht ich habe es neu eingestellt und es klang immer noch so schnarrend es war furchtbar er kam immer näher und ich konnte ihn nicht sehen und je näher er kam desto mehr angst hatte ich und das letzte woran ich mich erinnere ist eine Gestalt die aus den Bäumen kam ich glaube das war der Moment wo ich ohnmächtig wurde jetzt war ich etwas perplex warum ein Typ im verdammten Wald unterwegs war und den Leuten miau miau zurief sobald wir also den berg hinauf waren sagte ich meinem vorgesetzten dass ich die gegend absuchen werde um zu sehen ob ich irgendetwas fände er gab mir grünes licht und ich schnappte mir ein Funkgerät und ging zurück zu der Stelle an der sie ohnmächtig wurde ich sah niemanden also ging ich noch eine wo aus sie ihn hat kommen sehen es war schon fast sonnenuntergang und ich hatte keine lust nachts allein unterwegs zu sein also dachte ich mir dass das ganze wahrscheinlich nur ein bildung gewesen ist und notierte mir dass ich es vielleicht am nächsten morgen nochmal überprüfen würde aber als ich mich auf den rückweg machte hörte ich in der ferne etwas ich blieb stehen und rief ob sich jemand in meiner Nähe befand um sich zu identifizieren das geräusch kam nicht näher und wurde auch nicht lauter aber es klang genau wie ein Mann der in diesem seltsamen monoton miau miau sagte so komisch es auch klingen mag aber er klang fast wie dieser Typ im South Park der immer ein Gerät an seinen Hals halten muss um zu reden nett heißt er glaube ich ich verließ den Weg in die Richtung aus der ich denke dass es kommt aber ich schien nie näher zu kommen es war fast so als käme dieses Geräusch aus allen Richtungen und schließlich verschwand es einfach und ich ging zurück zum Welcome Center ich habe keine weitere Meldung dieser Art erhalten und obwohl ich zu diesem Gebiet zurückkehrte habe ich nie wieder genau dieses Geräusch hören können ich nehme an es könnte ein dummes Kind gewesen sein das die Leute verarscht hat aber selbst ich muss zugeben dass es seltsam war nun wieder einmal habt ihr mich mit eurer überwältigenden Anzahl von Antworten auf meine Geschichten umgehauen ich habe keine Möglichkeit auf jeden von euch einzeln einzugehen also werde ich einfach noch einmal einige allgemeine Dinge ansprechen und dann zu den neuen Geschichten übergehen werde wahrscheinlich erst wieder ein Update machen wenn ich die Gelegenheit habe einige Fragen zu beantworten die ich selbst an meine Vorgesetzten habe nun gut ich habe festgestellt dass ihr alle quasi die gleichen Fragen habt ich fühle mich nicht wohl dabei darüber zu sprechen wo genau ich arbeite leider in Wirklichkeit könnten einige der Dinge die ich erwähnt habe mir eine Menge Ärger einbringen und mich zu viel erzähle ich werde sagen dass ich mich in den Vereinigten Staaten befinde und zwar in einem Gebiet das aus viel Wildnis besteht es handelt sich um hunderte von Kilometern dichten Waldes und eine Bergkette und einige Seen sind da das Interesse an der Treppe ist nach wie vor groß und zum Glück für euch hat mein Freund eine Geschichte die euch sicher alle sehr interessieren wird darauf werde ich am Ende dieses Updates näher eingehen was die Frage anbelangt ob ich jemals daran gedacht habe meine Vorgesetzten danach zu fragen so habe ich das tatsächlich getan aber wie gesagt ich möchte meinen Job hier nicht riskieren einer meiner früheren Vorgesetzten arbeitet jedoch nicht mehr als SR Beamter und es ist möglich dass er bereit ist mit mir darüber zu sprechen ich werde im Laufe der Woche mit ihm versuche ein Gespräch auszumachen und euch alle wissen lassen was dabei herauskommt was die Ausbildung zum SR Beauftragten angeht so kann ich ihnen nur raten sich an ihr örtliches Forstamt zu wenden um nachzufragen ob es vielleicht dort auch Kurse gibt ob da welche angeboten werden oder welche Qualifikationen erforderlich sind um selber SR Beauftragter zu werden ich mache das Ganze jetzt schon seit Jahren und habe als Freiwilliger bei SR Einsätzen angefangen es ist ein toller Job trotz der gelegentlichen tragischen Situation und ich würde nichts anderes machen wollen nun gut kommen wir zu den Geschichten die erste ereignete sich beim Fall zu dem ich gleich nach meiner Ausbildung ausrückte als alles noch ziemlich neu für mich war bevor ich diesen Job antrat war ich Freiwilliger also hatte ich eine Vorstellung davon was mich erwarten würde aber bei diesen Einsätzen geht es hauptsächlich darum vermisste Personen zu finden nachdem Tierärzte Spuren von ihnen gefunden haben als SRR Beamter rückt man zu allen möglichen Fällen aus von Tierbissen bis hin zu Herzinfarkten dieser Fall wurde früh am Morgen von einem jungen Paar gemeldet das auf einem der Wanderwege am See unterwegs gewesen ist der Ehemann war völlig hysterisch und wir konnten nicht wirklich herausfinden was los war wir konnten die Frau im Hintergrund am Telefon schreien hören und er flehte uns an sofort hinaufzukommen zu ihm als wir dort ankamen sahen wir wie er seine Frau im Arm hält und sie hat etwas in ihren Arm sie schreit diese schrecklichen fast tierischen Schreie und er schlurzt dabei er sieht uns und schreit uns an dass wir ihm helfen sollen dass wir bitte einen krankenwagen herbeischaffen natürlich können wir nicht einfach einen krankenwagen den fußweg hochfahren lassen also fragen wir ihn ob seine Frau Hilfe braucht oder ob sie alleine gehen kann er ist immer noch hysterisch aber es gelingt ihm uns zu sagen dass es nicht seine Frau ist die Hilfe braucht ich gehe hinüber während einer der Tierärzte versucht ihn zu beruhigen und frage die Frau was los sei sie schaukelt hält etwas fest und schreit immer wieder ich hockte mich hin und sehe dass das was sie in ihrer Hand hält sie mit Blut bedeckt in diesem Moment bemerke ich die Schlinge an ihrer Vorderseite und mein Herz sinkt ich bitte sie mir zu sagen was los ist und öffnete vorsichtig ihre Arme damit ich sehen konnte was sie in ihrer Hand hielt es war ihr Baby offensichtlich tot sein Kopf war an einer Seite eingedrückt und er war mit Kratzern übersät ich habe schon öfter Leichen gesehen aber irgendetwas an dieser ganzen Situation trifft mich hart ich brauche einen Moment um mich zu beruhigen dann stehe ich auf und gehe zu einem der anderen Tierärzte der in der und er klopfte mir auf die Schulter und sagte mir dass er sich darum kümmern würde es hatte über eine Stunde gedauert bis wir die Frau dazu gebracht hatten uns das Kind zu zeigen jedes mal wenn wir versuchten ihr das Kind wegzunehmen flippte sie aus und sagte uns dass wir ihn nicht haben könnten und dass es ihm gut ginge wenn wir sie nur in Ruhe lassen würden und irgendwie Hilfe holen aber schließlich gelang es einem der Tierärzte sie soweit zu beruhigen und sie gab uns die Leiche wir brachten beide zurück in den medizinischen Bereich aber als die Sanitäter kamen sagten sie uns dass es überhaupt keine Hoffnung gab den Jungen zu retten er war auf der Stelle an den Kopf verletzungen gestorben ich war mit einer der Krankenschwestern befreundet gewesen die die beiden im Krankenhaus traf und sie erzählte mir später was passiert war es stellte sich heraus dass das Paar mit dem Baby im Tragetuch spazieren ging und anhielt weil das Kind sich aufgeregt hatte der Vater nahm das Kind auf den Arm und blickt auf diese kleine Schlucht am Wegesrand die Mutter kommt um sich neben ihn zu stellen aber sie tritt auf ein loses Stück Erde und stolpert sie stürzt in den Vater der das Kind fallen lässt das daraufhin etwa drei Meter tief in diese kleine Schlucht auf die Felsen am Boden fällt der Vater klettert hinunter und bag das Kind aber es war direkt auf den Kopf gefallen und war tot als er ankam das Baby war erst 15 Monate alt es war ein total verrückter Unfall eine Reihe von Ereignissen die sich zum schlimmst möglichen Ergebnis zusammenfügten wahrscheinlich war das einer der schrecklichsten Anrufe die ich je erlebt habe in meiner Zeit als SAR Beamter habe ich noch nicht viele Tierbisse gesehen vor allem weil es in unserer Gegend nicht so viele Tiere gibt es gibt zwar Bären in der Gegend aber die halten sich in der Regel ziemlich weit von Menschen fern und Sichtungen sind eigentlich ungewöhnlich die meisten Tiere die man hier sieht sind klein wie Kojoten Waschbären oder Stinktiere was wir allerdings häufig sehen sind Elche und ich kann ihnen sagen dass Elche fiese Kerle sind sie jagen hinter allem her egal aus welchem Grund und Gott helfe dir wenn du dich zwischen ein Weibchen und sein Baby stellst einer der amüsantesten Anrufe war der eines Mannes der von einem absolut riesigen männlichen Elch gejagt wurde und in einem Baum feststeckte wir brauchten fast eine Stunde um ihn herunter zu holen und als er endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatte sah er mich an und sagte verdammt diese Viecher sind aus der Nähe ganz schön groß ich glaube das ist nicht wirklich eine gruselige Geschichte aber bis heute lachen wir noch darüber ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich diese Geschichte vergessen konnte aber es ist mit Abstand das unheimlichste was mir je passiert ist vielleicht habe ich so lange versucht sie zu vergessen dass sie mir einfach nicht in den Sinn gekommen war als ich meine ersten Posts geschrieben hatte als jemand der buchstäblich seine ganze Zeit in den Wäldern verbringt will man sich niemals Angst machen lassen wenn man alleine ist oder sich mitten im nirgendwo befindet deshalb neigt man bei solchen Erlebnissen dazu sie einfach zu vergessen und weiter zu machen das ist bis heute das einzige was mich dazu gebracht hat ernsthaft darüber nachzudenken ob dieser Beruf der richtige für mich ist ich spreche nicht gerne darüber aber ich werde mein bestes tun um mich an alles mögliche zu erinnern wenn ich ein vierjähriges Mädchen hatte sich vom Campingplatz ihrer Familie entfernt und war seit etwa zwei Stunden verschwunden gewesen die Eltern waren völlig verzweifelt und sagten uns das was die meisten Eltern tun mein Kind würde niemals weglaufen sie ist so gut darin in der Nähe zu bleiben sie hat so etwas noch nie getan wir versicherten den Eltern dass wir alles tun würden um die Kinder zu finden und wir verteilten uns in der Standard Such Formation ich war mit einem meiner guten Kumpel zusammen unterwegs und wir unterhielten uns ganz beiläufig während wir wanderten ich weiß es klingt gefühllos aber wenn man das lange genug macht wird man desensibilisiert es wird zur Norm und ich glaube man muss bis zu einem gewissen Grad lernen sich selbst zu desensibilisieren um diesen Job machen zu können wir suchen gut zwei Stunden lang weit über den Ort hinaus an dem wir sie vermuteten und wir kommen auf einmal bei einem kleinen Tal heraus als uns beide etwas zum stehen bleiben bringt wir erstarren und sehen uns an was dort vor uns ist und es ist fast so als würde der Druck in einem Flugzeug langsam nachlassen meine Ohren dröhnten und ich hatte das seltsame Gefühl etwa einen Meter tief gefallen zu sein ich will mein Kumpel fragen ob er das auch gespürt hatte aber bevor ich das tun konnte hörten wir das lauteste Geräusch das ich je in meinem Leben gehört habe es war fast so als würde ein Güterzug direkt an uns vorbeifahren aber es kam aus allen Richtungen gleichzeitig auch über und unter uns war dieses unfassbar laute Geräusch zu hören er schrie mir waren wir beide erschrocken und schauten uns um um die Quelle des Geräusches zu finden aber keiner von uns konnte etwas sehen mein erster Gedanke war natürlich ein Erdrutsch aber wir befanden uns nicht in der Nähe von Klippen und selbst wenn dann hätte uns das Geräusch schon längst erreicht das Geräusch hörte einfach nicht auf und wir versuchten uns gegenseitig etwas zuzurufen aber selbst wenn wir dicht beieinander standen konnten wir nichts anderes hören als dieses unfassbar laute Geräusch und dann so plötzlich wie es angefangen hatte hörte es auf als hätte irgendjemand einen Schalter umgelegt und es irgendwie abgeschaltet wir standen eine Sekunde lang ganz still da und langsam kehrten die normalen Geräusche des Waldes zurück er fragte mich was zum Teufel gerade passiert war aber auch ich Minute lang dort und schauten uns an ich stellte das Funkgerät an und fragte ob noch jemand das Ende dieser verdammten Welt gehört habe aber niemand sonst konnte so ein Geräusch irgendwie in Erinnerung haben und das obwohl wir alle in Rufweite zueinander standen das Geräusch war so laut gewesen dass jeder von ihnen es hätte hören müssen mein Kumpel und ich nahmen es einfach so hin und fuhren weiter etwa eine Stunde später hörten wir alle die Funkgeräte ab und niemand hat das kleine Mädchen gefunden normalerweise suchen wir nicht wenn es dunkel wird aber da wir keine Spur von ihr hatten beschließen ein paar von uns weiter zu gehen darunter auch ich und mein Kumpel wir blieben dicht beieinander und riefen alle paar Minuten nach ihr zu diesem Zeitpunkt hoffte ich inständig dass wir sie finden würden denn ich mag zwar keine Kinder aber die Vorstellung dass sie ganz allein im dunklen unterwegs war war schrecklich für mich der Wald kann für Kinder bei Tageslicht einschüchternd sein aber nachts ist es eine ganz andere Sache aber wir sahen keine Anzeichen von ihr und bekamen auch keine antworten wenn wir ihren Namen riefen und gegen Mitternacht beschließen auch wir umzukehren und zum Treffpunkt zurück zu gehen wir sind etwa auf halbem weg als mein Kumpel anhält und mit seinem Licht rechts von uns in einen dichten Baumstumpf leuchtet ich fragte ihn ob er eine Antwort gehört habe aber er sagte mir nur ich solle einen Moment bitte still sein und lauschen und das tat ich und in der Ferne hörte ich etwas das wie das weinen eines Kindes klang wir riefen beide den Namen des Mädchens und lauschten auf irgendeine Reaktion aber es ist nur ein ganz schwaches weinen zu hören wir gingen in Richtung des toten Wasserfalls umrunden ihn und riefen immer wieder ihren Namen als wir uns dem Wein nähern bekam ich ein komisches Gefühl im Bauch und sagte meinem was es ist wir blieben stehen und riefen noch einmal den Namen des Mädchens und zur gleichen Zeit finden wir beide es plötzlich heraus warum wir so ein ungutes Gefühl in uns trugen das weinen dem wir die ganze Zeit gefolgt waren lief in einer Schleife es ist dasselbe kleine Schlurzer dann ein heulen dann ein leiser Schluck auf immer und immer wieder es war wie ein Tonband gerät das hängen geblieben war es war jedes mal genau dasselbe und ohne ein weiteres wort zu sagen rannten wir beide los es ist das einzige mal dass ich auf diese weise die fassung verlor aber irgendetwas daran war so unglaublich falsch und keiner von uns wollte mehr da draußen bleiben als wir zum Treffpunkt zurück kamen fragten wir ob noch jemand etwas seltsames gehört hatte aber niemand sonst wusste wovon wir sprachen ich weiß das klingt jetzt antiklimatisch aber dieser anruf hat mich für lange zeit fertig gemacht was das kleine mädchen angeht so haben wir nie eine spur von ihr gefunden wir halten nach ihr und all den anderen menschen die wir nie gefunden haben weiterhin ausschau aber ehrlich gesagt bezweifle ich dass wir jemals etwas finden werden von den vermissten meldungen zu denen ich ausgerückt bin hat nur eine handvoll jemals zu einem vollständigen verschwinden geführt das heißt es wurde keine spur der person oder einer leiche gefunden aber manchmal wirft der fund einer leiche einfach mehr fragen auf als antworten hier sind einige der leichen die wir gefunden haben und die in unserem team berüchtigt geworden sind ein teenager dessen überreste fast ein jahr nach seinem verschwinden geborgen wurden wir fanden die schädeldecke zwei fingerknochen und seine kamera fast 40 meilen von dem ort entfernt an dem er zuletzt gesehen wurde die kamera wurde leider zerstört das becken eines älteren mannes hatten wir auch mal gefunden das becken eines mannes der eben einen monat zuvor verschwunden war das war alles was wir von ihm finden konnten dann jungen auf dem höchsten gipfel eines bergrückens im südlichen teil des parks oder die leiche eines zehnjährigen mädchens mit down syndrom fast 20 meilen vom ort ihres verschwindens entfernt sie war drei wochen nach ihrem verschwinden unter kühlung gestorben und ihre gesamte kleidung war bis auf die schuhe und jacke unversehrt gewesen bei der autopsie fanden sich beeren und gekochtes fleisch in ihrem magen der gerichtsmediziner sagte es habe den anschein als habe sich jemand um sie gekümmert es wurde aber nie ein verdächtiger gefunden die gefrorene leiche eines einjährigen babys wurde eine woche nach seinem verschwinden im hohlen stamm eines baumes zehn meilen von dem ort entfernt gefunden an dem das baby zuletzt gesehen wurde in seinem magen befand sich frische milch aber seine zunge war verschwunden wir fanden auch einmal einen einzelnen wirbel und die rechte kniescheibe eines dreijährigen mädchens wurde im schnee gefunden fast 20 meilen von dem camping platz entfernt auf dem ihre familie im sommer zuvor gewesen war nun noch zu ein paar der geschichten die mir mein freund erzählt hatte ich habe ja erwähnt dass sie sich alle für die treppe interessieren und sie haben glück er hatte eine nähere begegnung mit der treppe gehabt er hat zwar keine erklärung für sie aber er hat etwas mehr erfahrung damit als ich mein kumpel ist seit etwa sieben jahren sr offizier er fing an als er noch auf dem college war und er hatte eine ganz ähnliche erfahrung als er das erste mal auf die treppe traf sein Ausbilder jahr seiner Ausbildung tat er auch genau das was ihm gesagt wurde aber anscheinend übermannte ihn irgendwann seine neugierde und bei einem anruf löste er sich von der linie und ging zu einer treppe um sie zu überprüfen er sagte diese treppe war etwa zehn meilen vom pfad entfernt gewesen auf dem sie ein junges mädchen suchten das verschwunden war die Hunde hatten die fährte des mädchens verfolgt er war alleine unterwegs und blieb hinter der haupt gruppe zurück als er links von ihm eine treppe erblicken konnte sie sah aus wie die eines neuen hauses denn der teppichboden war makellos und weiß als er näher kam sagte er dass er nichts anderes fühlte und auch keine seltsamen geräusche hörte er erwartete dass etwas passieren würde zum zusammenbricht aber er ging direkt neben die treppe und spürte gar nichts das einzige was ihm seltsam vorkam war dass auf der treppe keinerlei ablagerungen zu finden waren kein schmutz keine blätter kein staub nichts es gab auch keine anzeichen von tier oder insekten aktivität in der unmittelbaren umgebung was er seltsam fand es war weniger so als würden die dinge sie meiden sondern eher teil des waldes er berührte die treppe und spürte nichts außer diesem klebrigen gefühl dass man von einem neuen teppich boden hat er vergewisserte sich dass sein radio eingeschaltet war und stieg dann langsam die treppe hinauf er sagte es sei beängstigend denn so wie sie stigmatisiert worden waren war er sich nicht sicher was mit ihm geschehen würde wenn er dort oben ankommt er scherzte dass eine hälfte von ihm erwartete in eine andere dimension teleportiert zu werden während die andere hälfte darauf wartete dass ein ufo herabstürzte aber er kam ohne große vorkommnisse oben an und stand da und sah sich um doch je länger er auf der obersten stufe stand desto mehr hatte er das gefühl dass er etwas ganz ganz falsches getan hatte er beschrieb es als das gefühl das man hat wenn man sich in einem teil eines regierungsgebäudes befindet in dem man nichts zu suchen hat als würde jeden moment jemand kommen und dich verhaften oder dir in den hinterkopf schießen er versuchte dieses gefühl zu verdrängen aber das gefühl wurde immer und immer stärker in ihm und da merkte er dass er nichts mehr hören konnte die geräusche des waldes waren scheinbar um ihn herum verschwunden und er konnte sein eigenes atmen nicht mal mehr hören es war wie eine art seltsamer schrecklicher tinnitus nur noch bedrückender er kletterte sofort wieder hinunter und nahm die suche wieder auf ohne zu erwähnen was er getan hatte aber so sagte er das unheimlichste kam danach sein Trainer wartete nach dem Ende der Suche im Willkommenszentrum und drängte mein Kumpel in die Ecke bevor er gehen konnte er sagte sein Ausbilder habe einen sehr wütenden Blick gehabt und ihn gefragt was los sei er guckte ihn an und sagte damals du bist auf sie zugegangen nicht wahr mein Kumpel sagte dass es nicht als Frage formuliert war er fragte woher sein Trainer das wisse und der Trainer schüttelte nur den Kopf weil wir sie nicht gefunden haben die Hunde haben ihre Fährte verloren mein Kumpel fragte was das mit irgendetwas mit den Treppen zu tun habe der Ausbilder fragte wie lange er auf der Treppe gewesen sei und mein Kumpel sagte nicht länger als eine Minute der Ausbilder warf ihm diesen wirklich schrecklichen fast totenbleichen Blick zu und sagte ihm dass er gefeuert würde wenn er jemals wieder eine Treppe hinauf gehen wird mit sofortiger Wirkung würde das ganze passieren der Ausbilder ging weg und ich schätze dass er seitdem keiner der Fragen beantwortet hat die mein Kumpel ihm jemals dazu gestellt hatte mein Kumpel hatte mit vielen Fällen von vermissten Personen zu tun von denen nie eine Spur gefunden wurde ich erwähnte ja in einigen anderen Texten David Paulides und mein Kumpel sagte er könne bestätigen dass diese Geschichten größtenteils zutreffen er sagte wenn die Person nicht sofort gefunden wird wird sie entweder niemals gefunden oder sie wird Wochen Monate oder Jahre später an Orten gefunden an die sie unmöglich gelangt sein konnte eine Geschichte die er mir erzählte stach besonders hervor es ging um einen fünfjährigen Jungen mit einer schweren geistigen Behinderung der kleine Junge verschwand am Spätherbst von einem Picknick Platz er war nicht nur geistig sondern auch körperlich behindert gewesen und seine Eltern erklärten immer wieder dass er einfach nicht verschwunden sein konnte das war unmöglich jemand musste ihn entführt haben mein Kumpel erzählte dass sie wochenlang nach dem Jungen gesucht hatten und zwar meilenweit außerhalb des zulässigen Bereiches aber es war als wäre er nie da gewesen die Hunde konnten nirgendwo seine Pferde aufnehmen und nicht einmal auf dem Picknick Platz von dem er offenbar verschwunden war war irgendetwas zu finden der Verdacht fiel auf die Eltern aber es war ziemlich klar dass sie am Boden zerstört waren und ihrem Kind nichts Schlimmes angetan hatten die Suche wurde etwa einen Monat später abgeschlossen und mein Kumpel sagte dass die Sache Gipfel als er etwas im Schnee entdeckte er sagte er habe es zuerst von weitem gesehen und als er näher kam erkannte er dass es ein Hemd war das gefroren war und zum Teil aus dem Pulverschnee ragte er erkannte dass es dem Kind gehörte weil es ein unverwechselbares Muster gehabt hatte etwa 20 Meter weiter fand er die Leiche des Kindes die teilweise im Schnee begraben lag mein Kumpel sagte dass der Junge auf keinen Fall länger als ein paar Tage tot gewesen sein konnte und das obwohl er schon seit fast drei Monaten vermisst wurde der Junge hatte sich um etwas gerollt und als mein Freund den Schnee abstreifte um zu sehen was es war sagte er er könne kaum glauben was er gesehen hat es war ein großer Eisbrocken der so grob geschnitzt worden war dass er wie ein Mensch aussah der Junge hielt ihn so fest dass er sich an Brust und Händen Erfrierung zugezogen hatte was mein Kumpel trotz der bereits eingetretenen Verwesung immer noch klar und deutlich erkennen konnte er funkte den Rest der Mannschaft an und sie brachten die Leiche vom Berg weg er erzählte mir alles und um es einfach auszudrücken es gab keine Möglichkeit dass dieses Kind fast drei Monate lang allein überlebt oder diesen Gipfel erreicht hätte es gab keine physische Möglichkeit wie dieses Kind fast 50 Meilen hätte laufen können und auf dem Gipfel eines gottverdammten Berges gelandet wäre zu einem Überfluss befand sich weder im Magen noch im Dickdarm des Kindes etwas nichts nicht einmal Wasser mein Kumpel verschluckt in einen Scheintot versetzt und Monate später auf diesen Berg geworfen wo es dann an den Folgen der Kälte verstarb darüber ist er nie wirklich hinweg gekommen die letzte Geschichte die ich von ihm erzähle hat sich erst vor kurzem zugetragen erst vor ein paar Monaten sie waren unterwegs gewesen um nach Berglöwen Ausschau zu halten denn in den letzten Tagen gab es mehrere Berichte über Sichtung eine unserer Aufgaben ist es die Gebiete auszukundschaften in denen diese Tiere gesichtet werden um sicherzustellen dass wir die Menschen wahren und die Wanderwege sperren können wenn sie sich in der Gegend aufhalten er war gegen Abend allein in einem stark bewaldeten Teil des Parks unterwegs als er in der Ferne die Schreie einer Frau hörte wie die meisten von ihn wissen klingen die Schreie eines Berglöwen fast genau wie die einer Frau die brutal ermordet wird es ist beunruhigend aber alles andere als abnormal mein Kumpel meldete sich über Funk und teilte der Einsatzleitung mit dass er einen gehört hatte und weiter gehen würde um herauszufinden wo sein Revier begann er hörte den Berglöwen noch ein paar Mal brüllen aber immer von der gleichen Stelle aus und bestimmte das ungefähre Gebiet des Berglöwen er wollte sich gerade auf den Rückweg machen als er einen weiteren Schrei hörte diesmal nur wenige Meter von ihm entfernt natürlich flippte er aus und ging viel schneller zurück denn das letzte was er wollte war einen Gottverdammten Berglöwen über den Weg zu laufen und zu Tode zerfleischt zu werden als er wieder auf den Pfad zurückkehrte folgte ihm auf und er drehte sich um um zu sehen ob der Löwe ihn verfolgte zu diesem Zeitpunkt war es schon fast Nacht aber er sagte dass er in der Ferne kurz bevor der Weg um eine Ecke bog etwas sehen konnte das wie eine männliche Gestalt aussah er rief dieser Gestalt zu dass die Wege gesperrt seien und dass er zum Welcome Center zurückkommen müsse die Gestalt stand einfach nur da und mein Kumpel begann hinüber zu gehen als er etwa zehn Meter entfernt war machte diese Gestalt wie er beschrieb einen unfassbar langen Schritt auf ihn zu und nachdem dieser unfassbar lange Schritt gemacht wurde stieß dieser Mann diese Person denselben Schrei aus den mein Kumpel zuvor schon gehört hatte mein Kumpel sagte nicht einmal etwas er drehte sich um und sprintete zurück zur Einsatzzentrale ohne sich noch einmal umzusehen als er zurück kam hatte sich das Geschrei wieder in den Wald verlagert er sagte nur dass ein Berglöwe in der Gegend sei und dass sie die Wege sperren müssten bis das Tier gefunden und weggebracht werden könne ich beende diesen Eintrag hier erstmal der zu einer riesigen Textwand geworden ist ich werde morgen früh zu einer jährlichen Treffen die in anderen Bereichen des Parks arbeiteten und ich werde mich nach Geschichten umhören die sie gerne erzählen würden ich bin so froh dass ich euch für meine Geschichten interessieren konnte und sobald ich am liebsten würde ich sie alle in einen Eintrag packen aber ich hatte einfach noch keine Gelegenheit sie alle aufzuschreiben es ist nichts allzu verrücktes passiert während ich da draußen war aber es gab einen Vorfall mit einem Neuling den ich für sehr wichtig halte da ich sicher bin dass ihr darauf gewartet habt fange ich gleich mit den Geschichten an ich werde jeden Stapel von Geschichten SAR Offizierin ist sie ist auf Bergrettung in großen Höhen spezialisiert und gilt weiterhin als eine der besten auf ihrem Gebiet sie war eine der enthusiastischen Geschichtenerzählerin und da wir während der Übung oft zusammen waren hat sie mir am Ende vier erzählt die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind die erste erzählte sie mir als antwort auf meine Frage nach ihrem traumatischsten Anrufen sie schüttelte den Kopf und erzählte mir dass wirklich schlimme Einsätze häufiger in den Bergen passieren da die Gefahr von schlimmen Unfällen einfach größer ist vor etwa fünf Jahren gab es in einem der Parks in denen sie arbeitete eine Reihe von vermissten Fällen es war ein schlechtes Jahr sagt sie eines der schlimmsten was das Wetter anging alle paar Tage fiel einen Meter Neuschnee und es gab einige Lawinen Abgänge bei denen einige Bergsteiger ums Leben kam man hatte die Leute gewarnt sich in den kartierten Gebieten aufzuhalten aber natürlich gibt es immer welche die nicht darauf hören wollten in einem besonders schlimmen Fall wurde eine ganze Familie ausgelöscht weil der Vater meinte er wisse es besser als die Behörden und sie in ein Gebiet mitnahm das nicht sicher war sie waren mit Schneeschuhen unterwegs und soweit Kedies beurteilen konnte waren sie auf ein Schneebrett getreten das fest aussah ist aber nicht wahr es gab nach und die Familie stürzte mit dem Arsch über das Teekesselchen fast 300 Meter einen Abgang hinunter sie landeten unten auf den Felsen und die Eltern waren auf der Stelle tot eines der Kinder starb ebenfalls aber die beiden anderen überlebten eines hatte ein gebrochenes Bein und gebrochene Rippen das andere war bis auf ein paar Prellungen und einen verstauchten Knöchel fast unverletzt geblieben das unverletzte Kind ließ sein Geschwisterchen zurück und machte sich auf den Weg um Hilfe zu suchen laut Katie schaffte das Kind nicht mehr als eine halbe Meile bevor es von einem Sturm eingeholt wurde das Kind hielt an um sich aufzuwärmen oder vielleicht auch nur auszuruhen und erfuhr schließlich mit Hilfe einiger Zeugen die sie in der Wildnis gehen sahen wurde die Familie schließlich gefunden und sie war die jenige die das erfrorene Kind auf der Suche nach Hilfe fand sie sagte es habe zu schneien begonnen gerade genug um die fern sich zu beeinträchtigen aber nicht genug um die Suche unmöglich zu machen sie sah vor sich eine Gestalt im Schnee sitzen und ging so schnell wie möglich zu ihr sie beschrieb ausführlich wie sie beim näherkommen erstens erkannte dass es sich um ein Kind handelte zweitens dass es verstorben war und drittens dass es sich in einer der erbärmlichsten Positionen befand die sie überhaupt sehen konnte das Kind saß aufrecht die Knie an die Brust gepresst seine Arme waren um sie geschlungen und sein Kopf steckte in seinem Mantel als sie den Mantel weg zog um sein Gesicht zu betrachten sah sie dass er weinend gestorben war sein Gesicht war verzerrt und die Tränen waren auf seinen Wangen festgefroren sie sagte es sei schmerzlich offensichtlich dass der Junge vor Angst und Unterkühlung gestorben sei und als Mutter brach es ihr das Herz das mit anzusehen sie hat mir wiederholt gesagt dass sie hofft dass der Vater in diesem Moment in der Hölle schmort die andere traumatische Geschichte die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist ereignete sich als sie noch ein Neuling war ihr Team erhielt einen Bericht über einen erfahrenen Bergsteiger der am Vortag nicht nach Hause gekommen war seine Frau war überzeugt dass etwas Schlimmes passiert war weil er sonst immer pünktlich zurück war sie machten sich auf der Suche nach ihm und mussten dabei einige technisch sehr anspruchsvolle Teile des Berges erklimmen sie erreichten ein relativ flaches Gebiet und KD begann Blut im Schnee zu sehen sie folgte der Spur und entdeckte dabei immer desto mehr fand sie sie folgte der Blut und Gewebespur bis zu einem geschützten Bereich unter einer Felswand und dort fand sie den Kletterer sie sagte es war so viel Blut mehr als sie je zuvor gesehen hatte er lag mit dem Gesicht nach unten einen Arm von sich gestreckt als wäre er kriechend gestorben als sie näher hin sah 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 sie dass er teilweise ausgeweidet worden war woher das Gewebe wahrscheinlich auch stammte das sie gesehen hatte der Kerl hatte einen Eispickel in seinem Hüfthalter stecken und dieser war ebenfalls blutverschmiert natürlich wird man nie genau wissen was passiert ist aber sie sagte dass es sich so ähnlich abgespielt haben müsste wie man es sich vorstellen kann der Mann hatte versucht zum nächsten Gebiet hinauf zu klettern und war mit seinem Eispickel aufgestiegen wahrscheinlich ist er über eine lose Stelle gestolpert und gestürzt auf dem Weg nach unten oder möglicherweise bei der Landung wurde er von seinem eigenen Eispickel aufgespießt der ihn auch ausgeweidet hat er schleppte sich dann vermutlich weiter und riss dabei Teile von sich heraus und starb unter der Felswand sie stört sich nicht sonderlich an Blut aber ich vermute dass sich einige der Männer die ihr bei der Beseitigung der Leiche halfen sich übergeben mussten als sie ihn umdrehten und ein großer Teil seiner Eingeweide herausquoll ich erwähnte ihr gegenüber dass es mich interessieren würde welche Erfahrung sie mit Menschen gemacht hat die völlig verschwunden sind ihre Augen leuchteten auf und sie beugte sich dicht zu mir heran willst du einen echten Knaller hören fragte sie mich sie erzählte mir dass es zu beginn ihrer tätigkeit einen fall gab der in den medien viel aufmerksamkeit erregte eine familie war in einem waldstück ganz in der nähe des parkeingangs zum bären pflücken unterwegs gewesen sie hatten zwei kleine jungen beide unter fünf jahre alt und irgendwann im laufe des tages verschwand einer von ihnen es wird eine riesige such aktion durchgeführt und es die hunde setzten sich einfach hin und nahmen keine fährte auf und es wurde keine spur des kindes gefunden die suche dauerte etwa zwei monate an wurde aber schließlich abgebrochen sechs monate später war es dann wieder soweit die familie kommt zurück um blumen an einer gedenkstätte niederzulegen die dort für das kind errichtet wurde sie bringen ihren anderen sohn mit während sie die blumen niederlegen verlieren sie den jungen für etwa eine sekunde aus den augen und in dieser kurzen zeitspanne löst er sich scheinbar in luft auf natürlich sind die eltern am boden zerstört es ist schon schrecklich genug ein kind zu verlieren aber zwei ist unvorstellbar die suchaktion ist riesig eine der größten in der geschichte des bundesstaates etwa 300 freiwillige durchkämmen jeden zentimeter des parks um das kind zu finden aber auch hier keine spur von ihm die suche geht etwa eine woche lang weiter wobei die leute meilenweit von dem teil des parks entfernt suchen aus dem er verschwunden ist und dann fast zwei wochen später meldet ein freiwilliger fast 15 meilen vom vorgesehenen suchgebiet entfernt per funk dass er das kind gefunden hat man nahm an dass der nur am leben sondern auch in guter verfassung katie und ihr team machten sich auf den weg um das kind zu bergen und als sie dort ankam konnten sie nicht glauben dass es sich um das kind handelte das vermisst wurde seine kleidung war sauber sie war nirgendwo verschmutzt und er schien auch nicht traumatisiert zu sein der freiwillige sagte er habe das kind auf einem Baumstamm sitzend gefunden wo es mit einem kleinen zweigbündel spielte das mit einem alten seil zusammen gebunden war katie fragte ihn wo er gewesen sei mit wem er in diesen zwei wochen zusammen gewesen war und der junge sagte ihr dass er mit dem fuzzy man zusammen spielen war nun glaubt katie fest an bigfoot also wird sie ganz aufgeregt und fragt ihn was er mit wuschelig oder fuzzy man meint war er haarig aber der junge sagte nein er war nicht haarig er war ein unscharfer man verschwommen quasi wie wenn man die augen schließt aber nicht ganz sagte der junge er sagte der man sei aus den bäumen gekommen und habe den jungen tief in den wald hin mit genommen der junge sagte er habe in einem hohlen baum geschlafen und der unscharfe man habe ihm bären zu essen gegeben katie fragt ob der man gemein war ob er dem kind angst gemacht hat und das kind sagte nein er war nicht furchterregend aber mir hat nicht gefallen dass er keine augen hatte katie sagt dass sie den jungen zurück zum hauptquartier bringen würde und ein polizist nahm ihn mit in die Stadt um mit ihm über den Vorfall zu schlägen man oder wie auch immer man ihn nennen will in einem baum gehalten wurde und bären dort bekam wenn er hungrig war er durfte auf einer ganz bestimmten lichtung umher wandern aber wenn er versuchte weiter zu gehen wurde dieser verschwommene man wütend und schrie sehr laut obwohl er keinen mund hatte als das kind nachts angst bekam machte dieser unscharfe man es heller und gab ihm das zweigbündel zum spielen er sagte dieser unscharfe man wolle ihn behalten aber er musste ihn gehen lassen weil der junge nicht der richtige typ war mehr kann oder will er dazu nicht sagen die polizisten stehen vor einem rätsel und die suche nach seinem bruder wird weiterhin ergebnislos fortgesetzt der junge hat keine ahnung wo sein bruder sein könnte und sie finden ihn bis heute nicht die letzte geschichte die katie mir erzählte handelte von etwas das ihr passierte als sie als neuling von ihrer ausbildungsgruppe getrennt wurde sie lernten die grundlagen des sicherns in großer höhe auf einer gut kartierten seite des berges und sie mussten auf die toilette während einer essenspause entfernte sie sich etwa 50 meter von der gruppe und verrichtete dort ihr geschäft den rest erzähle ich genau so wie sie es mir erzählt hat ich gehe also pinkeln und als ich fertig bin mache ich mich auf den rückweg zur gruppe aber ich bin nur etwa fünf meter weit gekommen als ich merke dass ich keine ahnung habe wo ich bin und das war kein oh ich habe mich verlaufen ich meine ich hatte buchstäblich keine ahnung wo es waren etwa so wie ich mir vorstelle wie sich leute mit alzheimer oder demenz fühlen weißt du man ist völlig verloren und versucht herauszufinden wo zum teufel man sich befindet und was man tun sollte aber je länger ich dort stand desto verwirrter und verwirrter wurde ich also fing ich an zu laufen wenn ich mich recht erinnere habe ich mir einfach eine Richtung ausgesucht und bin warum ich überhaupt auf dem berg war ich stopfte einfach durch den schnee und dann hörte ich diese stimme sie ist sozusagen in meinem kopf gewesen zumindest fast wie wenn ein frosch sprechen könnte ganz leise und krächzend und diese stimme sagte mir immer und immer wieder es ist okay es ist okay du musst nur etwas zu essen finden finde etwas zu essen und es wird dir wieder gut gehen irgendetwas essbarem umzusehen und ich schwöre bei gott dass ich mich in meinem ganzen leben noch nie so hungrig gefühlt habe es war einfach schrecklich und ich glaube ich hätte so ziemlich alles gegessen was man mir vor die nase gesetzt hätte ich hatte kein zeitgefühl und wusste daher nicht wie lange ich schon unterwegs war als ich eine Stimme hörte die auf mich zukam ich ging auf diese Stimme zu und sah einen anderen Search and Rescue Officer und er sah verdammt verängstigt aus er rannte auf mich zu und fragte ob es mir gut geht und was zum Teufel ich hier draußen machte und das beängstigendere ist dass ich während er auf mich zurannte sehen konnte wie ich in meinen Gürtel nach meinem Jagdmesser greife ich denke nicht einmal wirklich darüber nach was ich tue aber ich dachte nur daran dass ich essen musste wenn ich nicht essen würde würde es mir nie wieder gut gehen also musste ich einfach essen er sah was ich gerade tat und wich sofort aus er schrie mich an dass ich mein Messer weg legen sollte dass er mir nicht wehtun würde und das brachte mich irgendwie wieder zurück bei klarem Verstand plötzlich wusste ich wieder genau wo ich war und ich legte das Messer natürlich weg ich lief zu ihm und fragte ihn wie lange ich schon weg gewesen bin weil ich dachte er würde mir sagen dass ich eine halbe stunde weg war aber er sagte mir dass ich zwei verdammte tage weg gewesen bin ich habe zwei gipfel überquert und bis fast auf der anderen seite des berges gelandet und wenn ich weiter gegangen wäre hätte ich mich in etwa 300 meilen wildnis verirrt sie hätten mich nie gefunden er kann nicht glauben dass ich nicht tot war und ich weiß natürlich nicht was ich davon halten soll für mich ist überhaupt keine zeit vergangen ich sagte nichts ich ging einfach mit ihm zurück zu einem treffpunkt und wurde von dort aus ins Hauptquartier gebracht um mit dem Flugzeug ins Krankenhaus geflogen zu werden dort machten sie dann alle möglichen Tests mit mir und versuchten herauszufinden was passiert war sie vermuteten dass ich eine Art von amnesie hatte oder einen seltsamen anfall der mein gehirn aus dem gleich gewicht gebracht hatte aber die wahrheit ist dass wir es alle wirklich nicht wissen was dort passiert war es ist seitdem nie wieder passiert und ich sage dir seitdem gehe ich nie wieder alleine raus die leute schimpfen mit mir weil ich sie zwinge mit zu kommen wenn ich die gruppe verlassen muss aber ich sage ihnen einfach dass es besser ist mir beim pissen im schnee zuzuhören als mich für zwei gottverdammte tage auf einem eiskalten berg zu verlieren die nächste person mit der ich sprach war E.W. ein ehemaliger Ausbilder der jetzt als Sanitäter arbeitete er kommt immer noch zu einsetzen wie diesem um zu helfen aber er arbeitet nicht mehr vollzeit für uns er hat sich darauf spezialisiert verloren gegangene kinder wieder zu finden er schien einfach einen sechsten sinn zu haben wenn es darum ging zu wissen wo sie hingegangen waren er ist eine lebende legende unter den älteren Tierärzten aber es ist ihm peinlich wenn man ihn für seine Arbeit lobt eines abends setzte er sich mit mir zum essen zusammen und wir tauschten gemeinsame geschichten aus die meisten geschichten waren eher beiläufig aber als wir auf unsere merkwürdigen anrufe zu sprechen kam erwähnte ich dass ich ein kumpel hatte der eine treppe hinauf gestiegen war er wurde dabei etwas still und fragte mich ob ich von einem kleinen jungen gehört hatte der vor ein paar jahren aus dem park verschwunden war das hatte ich nicht also erzählte er mir diese Geschichte sie waren auf der suche nach einem elfjährigen jung joey der in der nähe eines flusses verschwunden war natürlich dachte man zuerst er sei hineingefallen und ertrunken aber als sie hunde einsetzten führten diese die SAR beamten vom fluss weg in ein sehr dicht bewaldetes gebiet wenn wir nach personen suchen gehen wir in einem raster vor und durchsuchen jedes feld des rasters sehr gründlich was ews team sofort auffällt war dass sich ein sehr seltsames muster abzeichnete hunde in abwechselnden feldern nahmen joys geruch auf verloren ihn aber wenn sie sich mit einem anderen feld überschnitten man kann sich das wie ein schachbrett vorstellen joys geruch wurde in zufälligen schwarzen feldern aufgenommen aber nie in weißen das ergab natürlich keinen sinn denn wie konnte der junge von einem bereich zum anderen hüpfen ohne an jedem ort an dem er vorbeikam einen geruch zu hinterlassen ewe und sein partner konnten in ein neues feld des rasters gehen und ewe bemerkte eine treppe in etwa 50 metern entfernung er sagte seinem partner dass sie in der nähe nachsehen müssten aber sein partner weigerte sich strengt er erklärte ewe dass er es sich zur gewohnheit gemacht hatte niemals in die nähe einer treppe zu gehen die er sieht und dass er es nicht so tun soll als sei das normal auch wenn es Routine ist er sagte ewe dass er sich in sich weite befinden wird und dort wartet während ewe nach sieht ewe sagt dass er irritiert war aber er hatte mitleid mit dem mann und drängt ihn nicht zu diesem thema ewe selbst ging zur treppe hinüber sie war klein wie eine treppe in einem keller ewe sagte folgendes zu mir ich hatte keine besonderen gefühle für sie für die treppe meine ich also ich hatte keine angst oder so etwas ich schätze ich bin wie alle anderen und ziehe es einfach vor nicht zu viel darüber nachzudenken jedenfalls ging ich hinüber und konnte sehen dass etwas auf der untersten stufe lag irgendwie zusammengerollt mir stockte der atem denn natürlich hofft man immer auf das beste und wir waren zuversichtlich dass wir den jungen lebend finden würden weil er erst seit ein paar stunden vermisst wurde aber ich wusste sofort dass er es war und auch dass er tot gewesen sein musste er lag zusammengerollt in einem kleinen ball auf der stufe und hielt sich den bauch es sah aus als hätte er furchtbare schmerzen gehabt als er starb aber ich sah kein blut außer etwas an seinen lippen und seinem kinn ich meldete über funkt dass ich ihn gefunden hatte und wir brachten seine Leiche zurück zur zentrale die arme familie war am boden zerstört die eltern konnten nicht verstehen wie er tot sein konnte denn er war nur so kurze zeit weg gewesen und außerdem hatten wir keine offensichtliche todesursache was die suche noch schlimmer machte ich dachte mir dass er wahrscheinlich etwas giftiges gegessen habe da er sich den bauch hielt als ich ihn fand aber ich wollte das ganze nicht einfach so raten es ist schon schlimm genug wenn man erfährt dass sein kind tot ist ganz zu schweigen von einem dummen sr-typen der darüber rätselt was passiert sein könnte sie brachten ihn weg und ich ging nach hause und versuchte nicht daran zu denken ich hasse es tote kinder zu finden man ich habe diesen job geliebt aber das ist einer der gründe warum ich gegangen bin sich ein wenig als er das gesagt hatte ich kann nicht gut mit solchen gefühlen umgehen und es ist mir immer unangenehm einen erwachsenen Mann weinen zu sehen also wusste ich nicht genau was ich jetzt sagen sollte aber schließlich hat er sich zusammengerissen und weitererzählt wir erhalten nicht immer eine Rückmeldung von den Gerichtsmedizinern über die Todesursache es ist eigentlich nicht unsere Aufgabe das zu wissen schätze ich und manchmal wenn sie glauben dass es sich um ein falsches Spiel handelt sagen sie uns nichts wegen den juristischen Schwachsinn aber ich habe einen Freund der für das Büro des Sheriffs arbeitet und der gibt normalerweise alle interessanten Informationen weiter an mich wenn ich frage in diesem Fall rief er mich allerdings erst eine Woche später an er fragte mich ob ich mich an den Jungen erinnere und natürlich tat ich das und er sagte dass etwas sehr merkwürdiges da vor sich ging er sagte zu mir man du wirst mich für verrückt halten aber der Gerichtsmediziner hat keine Ahnung was mit dem Kind passiert ist so etwas hat er noch nie gesehen mein Freund erzählte mir weiter dass der Gerichtsmediziner als er den Jungen aufmachte nicht glauben konnte was er sah die Organe des Kindes waren wie Schweizer Käse viertelgroße Löcher waren durch jedes einzelne Organ des Jungen gestanzt abgesehen von Herz und Lunge aber sein Dickdarm sein Magen seine Nieren und sogar einer seiner Hoden waren voll von diesen sauberen Löchern mein Freund sagte der Gerichtsmediziner habe es so beschrieben als hätte jemand einen Locher genommen und Löcher in alles gestanzt so sauber waren sie aber der Junge hatte keinen einzigen Kratzer keine Eintritts- oder Austrittswunden das ähnlichste was man dort gesehen hatte was man irgendwie mit diesem Jungen vergleichen könnte war ein Typ der sich vor etwa einem Jahr beim Reinigen seines Gewehrs mit Schrot vollgepumpt hatte keiner hatte eine Ahnung was das verursacht haben könnte mein Freund fragte mich ob ich jemals von so etwas gehört hätte oder ob es in der Vergangenheit ähnliche Fälle gegeben hätte aber ich hatte noch nie von so etwas gehört und ich sagte ihm dass ich ihm nicht weiterhelfen würde soweit ich weiß hat der Gerichtsmediziner als Todesursache so etwas wie massive innere Blutung festgestellt aber niemand weiß was wirklich passiert ist ich habe dieses Kind nie vergessen können manchmal habe ich Albträume davon ich lasse meine Kinder nicht alleine verdorben früher habe ich es hier draußen geliebt aber dieser Fall und ein paar andere haben es mir irgendwie verdorben das Abendessen war vorbei und wir machten uns daran aufzuräumen und zu unseren Hütten zurückzugehen bevor wir uns trennten legte er mir die Hand auf die Schulter und sah mich ganz genau an er sagte mir dass es hier draußen böse Dinge gebe Dinge die sich nicht darum scheren ob wir familien oder leben haben oder ob wir denken und fühlen können er sagte mir dass ich vorsichtig sein sollte und dann ging er ich hatte keine gelegenheit noch einmal mit ihm zu sprechen aber diese Geschichte von ihm blieb mir einfach im Gedächtnis durch reinen Zufall kam ich und unterhielten uns zwanglos darüber wie uns die Arbeit gefiel was wir alles gesehen hatten und so weiter irgendwann kamen wir an einer alten treppe vorbei die angesichts der Gegend in der wir uns befanden wahrscheinlich von einem alten feuerausguck stammte ich erwähnte beiläufig dass ich neugierig auf die treppe sei und gerne mehr über sie wüsste er wurde etwas still und sah aus als wolle mir etwas sagen aber sich nicht sicher war ob er es tun sollte schließlich sagte er mir ich solle mein radio ausschalten offensichtlich ist das etwas was wir nie und nimmer tun sollten aber ich tat es und er tat es auch vor etwa sieben jahren so erzählte er mir war mit einem neuling auf einem einsatz gewesen sie waren in einem Gebiet des parks in dem es eine menge seltsame berichte und ereignisse gab verschwundene geschichte über lichter im wald seltsame geräusche und so weiter der neuling war völlig verängstigt und erzählte immer wieder von dingen im wald pipi sagte mir folgendes der kerl hörte nicht auf über den ziegenmann zu reden er redete immer weiter ziegenmann dies und ziegenmann das schließlich habe ich ihm gesagt dass es hier draußen noch viele andere dinge gibt vor denen er angst haben muss und dass er besser über diese sache mit dem ziegenmann hinweg kommen sollte der neuling wollte wissen wovon ich sprach und ich sagte ihm nur er solle den mund halten und weiter gehen wir erreichten einen kleinen bergrücken und etwa zehn meter vor uns lag eine treppe der neuling blieb stehen und starrte sie einfach nur an ich sagte ihm siehst du das ist etwas wovor du dich fürchten solltest der neuling fragte mich was zum teufel die hier draußen zu suchen habe und aus irgendeinem grund sagte ich ihm die Wahrheit oder was man mir gesagt hat was die Wahrheit ist ich hätte für das was ich getan habe eine Menge Ärger bekommen können und ich könnte eine Menge Ärger immer noch bekommen wenn ich es dir gegenüber wiederholen würde aber du bist ein netter Junge und ich möchte dass du aufhörst das zu untersuchen hör auf solange du noch kannst ich erzähle dir was ich weiß aber nur unter der Bedingung dass du nie ein Wort davon an den obersten weiter gibst ich sagte ihm dass ich kein Wort sagen würde und er vergewisserte sich dass unsere Funkgeräte ausgeschaltet waren als ich anfing waren wir nicht so wortkark was diese oder andere Dinge anging viele Dinge die hier draußen passierten wurden damals noch besprochen und heute werden sie tot geschwiegen wir haben die Leute gewarnt bevor sie überhaupt eingestellt wurden dass hier merkwürdige Dinge vor sich gehen ich schätze die Forstverwaltung war es leid eine so hohe Fluktuationsrate zu haben und wollte dass die Leute wissen schreiben dass sie den Medien nicht erzählen würden was sie zu sehen bekam die FS wollte die Leute nicht vergrauen und das letzte was sie brauchten waren verängstigte Neulinge die mit Geschichten über Geister und Spuktreppen an die Medien herantraten doch schließlich stellte sich heraus dass die Vereinbarung nicht notwendig war die Leute durften nicht nur nicht darüber reden was sie gesehen hatten sie wollten es verschwunden oder sonst etwas waren aber niemand sagte den Medien ein Wort ich kann es nicht wirklich erklären ich glaube wir wollen einfach nicht zugeben dass etwas nicht stimmt es ist unser Job jeden Tag draußen im Wald zu sein wir wollen nicht verängstigt werden und der beste Weg das zu vermeiden ist so zu tun als wäre alles in Ordnung also erzähle ich dir alles was mir einfällt und und ich erwarte von dir dass du es nie wieder in meiner Gegenwart ansprichst die Treppe gibt es schon so lange wie es die Parks gibt wir haben Aufzeichnungen die Jahrzehnte zurückreichen und sie beschreiben es manchmal gehen Leute auf sie hinauf und es passiert nichts andere Male ich spreche nicht gerne darüber aber manchmal passieren wirklich schlimme Dinge ich habe gesehen wie einem Mann auf der obersten Stufe die Hand abgetrennt wurde er streckte die Hand aus um ein Ast zu berühren und es ging so schnell in der einen Sekunde war seine Hand noch da und in der nächsten war sie weg völlig saubere Wunde wir haben seine Hand nie gefunden und der Mann wäre fast daran gestorben ein anderes Mal berührte eine Frau eine Treppe und ein Blutgefäß in ihrem Gehirn explodierte es ist buchstäblich explodiert wie ein Wasserballon sie stolperte hinunter und kam zu mir und alles was sie herausbrachte war ich glaube mit mir stimmt etwas nicht sie fiel um wie ein Sack Mehl und war tot bevor sie den Boden berührte ich werde nie vergessen wie das Blut in das Innere ihres Auges sickerte bevor sie starb sah ich wie es sich rot färbte ich sah einfach zu wie es geschah und ich konnte nichts tun um zu helfen wir warnen die Leute sich nicht in ihre Nähe zu begeben aber es gibt immer mindestens einen Idioten der es trotzdem tut und selbst wenn ihnen nichts zustört passiert immer etwas Schlimmes Kinder verschwinden während wir ihnen auf der Spur sind jemand stirbt am nächsten Tag in einem völlig sicheren Teil des Parks in zwei Hälften geschnitten wird ein Mann gefunden ich weiß nicht warum aber es passieren immer schlimme Dinge wenn jemand diese Treppen betritt ich weiß nicht genau warum sie hier draußen sind aber das ist auch egal sie sind hier und wenn wir klug wären würden wir unseren neuen Offizieren genau sagen wozu sie fähig sind wir waren beide eine Zeit lang still ich hatte Angst zu reden weil ich nicht sicher war ob er fertig gewesen ist er sah aus als ob er noch etwas sagen wollte schließlich ergriff er wieder das Wort ist dir schon mal aufgefallen dass man dieselben Treppen nicht zweimal finden kann ich nickte und erwartete dass er fortfuhr aber er blieb ruhig und ging neben mir her und schließlich begann er eine Geschichte über das größte Reh das er je im Park gesehen hatte zu erzählen ich sprach das Thema nicht mehr an und drängte ihn auch nicht zu weiteren Geschichten am nächsten Tag stieg er aus der Operation aus offenbar ging er noch vor Sonnenaufgang er sagte er sei krank keiner von uns hat seitdem etwas von ihm gehört ich werde hier jetzt erstmal aufhören ich werde versuchen den nächsten Teil in den nächsten Tagen zu veröffentlichen aber da es das Ende des Sommers ist ist ziemlich viel los Ich entschuldige mich für das kurze Update Leute die Dinge sind hier ein wenig verrückt geworden und ich bin mir nicht sicher wie oft ich es schaffen werde in Zukunft zu aktualisieren ich bin euch wirklich dankbar für all die Unterstützung die ihr mir gegeben habt und obwohl ich nur ein paar Geschichten mit euch teilen konnte heute bin ich gespannt was ihr davon haltet ein Feuerwehrmann der uns bei der Ausbildung geholfen hat erzählte mir einmal von einem Einsatz bei dem er angeblich ein Kind von einem riesigen Baum retten musste er sagte sie hätten ihm keine Einzelheiten genannt sondern nur dass sie ihn brauchten um herauszukommen und um zu helfen weil sie nicht über die richtige Ausrüstung verfügten er war eigens gerufen worden weil dieser Baum so groß war dass die SAR Leute sich nicht sicher fühlten wenn sie versuchten drauf zu klettern bevor er der VFD beitrat war er Baumbeschneider gewesen und so war es für ihn ein leichtes seine alte Ausrüstung zu schnappen und zu helfen er wurde etwa drei Kilometer weit geführt und das Team hielt an einem der größten Bäume in der Gegend an und zeigte nach oben er lachte und fragte den Einsatzleiter wie der Junge dort hinaufgekommen sei und machte einen Witz über die alte Katze im Baum Sache aber der Einsatzleiter schüttelte nur den Kopf und sagte ihm er solle hinaufgehen und den Jungen herunterholen er sagte er habe gewusst dass etwas hier nicht stimmte aber er hatte es nicht erzwungen dass es jemand ihm erzählen würde als er begann den Baum hinauf zu klettern hatte er sich gefragt er riesig aber etwa auf halber Höhe begann er sich zu verjüngen sagte mir der Feuerwehrmann er sagte ich musste ein paar mal fast umkehren weil ich wirklich glaubte dass er mich nicht halten würde aber er sagte dass er weiter ging und als er fast oben war sah er einen blauen Blitz in den Ästen er sagte ich sah wie sich das Hemd des Jungen in einem den Namen des Jungen und sagte ihm dass er keine Angst haben müsse und dass ich da sei um ihm zu helfen als ich bei ihm ankam wusste ich dass er mir nicht antworten würde ich fand ihn oder das was von ihm übrig war in der Gabelung eines Astes und die Tatsache dass er dort oben war war pures Glück wäre er anders gefallen wäre er herunter gekracht aber das wäre auch egal gewesen denn der Junge war schon lange tot bevor er in diesem Baum ankam ich weiß nicht wer ihn dort hingebracht hat oder wie oder warum aber es ist verdammt krank die eingeweide des Jungen waren aus seinem Mund herausgesprungen und hingen in den Ästen es sah aus wie ein kranker Weihnachtsbaum so wie sie überall drapiert waren als ich genauer hinsah sah ich dass sie sogar aus seinem Arsch herausgesprungen waren seine eingeweide hing unten aus seiner Hose raus seine Augen waren weg ich nehme an dass sie von der Kraft die ihn wie ein Stressball platzen ließen herausgedrückt wurden hast du schon mal eine Leiche gesehen die lange Zeit im Wasser getrieben ist und deren Zunge irgendwie anschwillt und herausragt bei ihm war das so ich erinnere mich wie überall Fliegen drauf herum krabbelten ich musste wohl einen Schock bekommen haben denn ich habe den Jungen mit einem Stock den ich von einem Ast abgebrochen hatte zu Boden gedrückt ich stieß ihn einfach bis er fiel ich weiß nicht warum ich das getan habe ich habe deswegen fast meinen Job verloren aber der Gedanke das Kind den ganzen Weg über die Schulter zu ziehen seine Eingeweide aufzusammeln und sie wie ein Seil um mich zu wickeln damit sie sich nicht verheddern ich konnte es nicht tun ich habe schon viele tote Kinder gesehen mehr als ich je zugeben würde ich habe ein Kind gesehen das sich während eines Hausbrandes in einer vollen Badewanne versteckt hatte es wurde bei lebendigem Leib gekocht und in eine buchstäbliche Suppe verwandelt aber das hier ich weiß nicht was das verursacht hat aber der Gedanke den Körper dieses Kindes zu berühren gab mir das Gefühl den Verstand zu verlieren ich hörte ihn aufschlagen und dachte sie würden nun alle ausflippen aber sie wussten unten schon längst dass er tot war sie wussten es als sie mich schon hoch geschickt hatten sie haben nichts gesagt aber sie haben auch nicht geschrien oder sind ausgeflippt oder so als ich unten ankam wollte ich den Kapitän zur Rede stellen und ihn fragen was er sich dabei dachte mich da hoch zu schicken wo sie doch genau wussten dass der junge tot war aber er sagte mir nur dass mich das nichts anginge und dankte mir dass ich die Beweise nach unten gebracht hatte ich erinnere mich dass er das gesagt hat ich erinnere mich genau daran weil es so seltsam war das zu hören die Beweise als wäre er nicht nur eine Person gewesen als wäre er nie ein kleines Kind gewesen das sich verirrt hatte und dem etwas verdammt unaussprechliches zugestoßen war der Kapitän ließ mich von meiner Mannschaft aus dem Wald zurück führen aber er und zwei andere blieben zurück und das fand ich seltsam warum wollten sie nicht dass ich helfe den Jungen zu befreien ich habe versucht zu fragen aber die Jungs die mich hinaus führten sagten mir nur sie können nicht über einen offenen Fall mit mir sprechen ich fragte den Feuerwehrmann was seine Meinung nach mit dem Kind passiert sei und der wurde sehr nachdenklich und dachte eine Weile darüber nach ich hätte auf eine Quetschung getippt weil seine Eingeweide so herauskam aber bei solchen Verletzungen sieht man massive Prellung unter der Haut ein offensichtliches Trauma das war hier nicht so es war fast so als wäre der Junge in ein großes Vakuum geraten und seine Eingeweide wären herausgesogen worden aber selbst dann gab es kein Trauma überhaupt keins es beunruhigt mich man es macht mir verdammt viel zu schaffen einer der Tierärzte bei der Ausbildung liest selber den NoSleep Thread bei Reddit und er hat meine Geschichten hier auch erkannt er kennt mich ziemlich gut und wir haben schon früher Geschichten ausgetauscht er fragte mich ob er mir etwas über die Treppe erzählen könnte was ihm aufgefallen ist und was er darüber denkt ich antwortete was meinen sie was ich meine das fehlen jeglicher art von medien aufmerksamkeit keine berichterstattung über vermisste kinder oder leichen die meilenweit von dem ort entfernt gefunden wurden an dem sie sich verirrt hatten david paulidis hat es genau auf den punkt gebracht die fs tut alles damit die leute hierher kommen auch wenn es nicht sicher ist ich meine um fair zu sein es ist besonders die treppe ich war überrascht dass du die umgekippten nicht erwähnt hattest ich wusste nicht wovon er sprach ich konnte mich nicht erinnern dass er jemals über so etwas gesprochen hatte ich konnte mich nicht erinnern dass ich jemals etwas umgekipptes derartiges gesehen hatte er wirkte etwas ungläubig kumpel ich kann nicht glauben dass du schon so lange dabei bist ohne nun es gibt die normalen treppen die die auftauchen wenn wir ein stück weit weg sind ich weiß dass du sie kennst aber manchmal stoße ich auch auf welche die auf dem kopf stehen das wäre so als hätte man ein puppenhaus und die treppe wäre ein separates teil jetzt nimmst du dieses teil und drehst es auf den kopf sodass die oberste stufe im dreck steckt und stellt sie in den wald hinaus so sind sie ich sehe sie nicht oft aber sie sind gelinde gesagt merkwürdig sie erinnern mich an aufnahmen die nach einem tornado gemacht werden wenn die häuser auseinander geblasen wurden und zufällige dinge stehen blieben wie schornsteine und garten mauern diese bilder machen mir mehr angst als die normalen weil ich sie nicht so leicht abtun kann wie die meisten von uns die hier arbeiten bin ich nicht so leicht zu erschrecken aber dieser gedanke ist bei mir hängen geblieben und er beunruhigt mich ich werde versuchen mehr über sie heraus zu finden er erwähnte auch wie viele Leute von dem Mann ohne Gesicht belästigt wurden er wurde richtig aufgeregt und erzählte mir dass er etwas ähnliches gesehen hatte er sagte ich war vor ein paar jahren bei einer trainings übung ich campierte in meinem zelt und hörte jemanden außerhalb des lagers herumlaufen uns wurde gesagt dass wir nicht weit laufen sollen was du ja weißt also fragte ich mich ob es vielleicht ein Neuling war der aufgestanden war um zu pinkeln und den Weg zurück nicht mehr finden konnte erinnerst du dich noch an diesen einen typen vor ein paar jahren der fast vom verdammten berg gestürzt wäre nun ich bin paranoid dass das wieder passieren könnte also bin ich aufgestanden um nachzusehen was los war ich ging zum Rand des lagers und rief denjenigen der es war und sagte ihm dass das Lager in dieser Richtung liegt aber sie gingen immer wieder zurück in den Wald also bin ich diesem Geräusch nachgelaufen ich weiß es war dumm aber ich war noch halb im schlaf und wollte nicht dass irgendein idiot verletzt wird ich folgte diesem ding etwa eine meile lang in gerader linie und dann hielt es am rande eines kleinen flusses an ich konnte seine umrisse erkennen weil das Wasser und der mond es so normaler typ er hatte einen rucksack auf und es sah so aus als ob er mir zugewandt war ich fragte ihn ob es ihm gut ginge ob er Hilfe bräuchte und er legte den Kopf schief als ob er mich nicht verstanden hätte ich habe immer mein Taschenmesser bei mir an dem ein kleines Daumen licht angebracht ist also schalte ich es ein und leuchtete auf seine Brust um ihn nicht zu blenden er atmete langsam und tief so dass ich mich fragte ob er schlaf wandelte ich ging näher heran und fragte ihn erneut ob es ihm gut ginge ich bewegte das Licht nach oben aber irgendwas schien nicht zu stimmen also blieb ich stehen er atmete ganz langsam und tief und ich fand allmählich heraus dass es das war was mich beunruhigte es war als würde er so tun als würde er atmen aber er tat es nicht wirklich seine atemzüge waren zu gleichmäßig und tief und alle seine bewegungen waren übertrieben wie das hochziehen der schultern und die bewegung des brustkorbs ich forderte ihn auf sich zu identifizieren und er gab dieses dumpfe geräusch von sich ich schwenkte das licht nach oben und was soll ich sagen der typ hatte kein gesicht nur glatte haut ich bin ausgeflippt und habe mit dem licht herum gefummelt aber ich sah wie er sich auf mich zu bewegte aber er hat sich nicht wirklich bewegt ich weiß nicht wie ich es erklären soll aber in der einen sekunde stand er am flussufer und in der nächsten war er einen meter von mir entfernt gewesen ich habe nie auf meinen Hintern und ich konnte sehen wie sich diese Linie an seinem Hals öffnete sie reichte bis zu seinen Ohren und sein Kopf neigte sich nach hinten und er lächelte mich mit seiner Kehle an es war kein Blut zu sehen nur dieses klaffende dunkle Loch und ich schwöre er lächelte mich mit dieser klaffenden Wunde am Hals an ich stand auf und rannte obwohl ich ihn nicht sehen konnte wenn ich mich umdrehte ich beruhigte mich als ich zum Lager zurückkam das Feuer brannte noch und ich schätzte die Rudelmentalität des Zusammenseins mit den anderen Menschen ließ mich innehalten und ein wenig durchatmen ich wartete am Feuer um zu sehen ob er mir dorthin folgen würde aber ich hörte ein paar Stunden lang nichts mehr also ging ich wieder Wir haben uns eines Abends vor dem Schlafengehen Geistergeschichten erzählt um uns gegenseitig zu erschrecken und uns über denjenigen lustig zu machen der sich gegruselt hat meistens sind es die Neulinge aber eine Frau erzählte mir eine Geschichte die mir tatsächlich ein wenig unter die Haut ging und ich weiß dass es auch für andere galt sie sagte sie sei wahr aber andererseits ist jede Geistergeschichte die an jedem Lagerfeuer erzählt wird auch irgendwie angeblich war irgendwie glaube ich aber nicht dass sie sie sich ausgedacht hat es hatte diesen Klang der Wahrheit denen nur wirklich traumatische Ereignisse haben sie erzählte dass sie als Kind mit ihrer Freundin oft in den Wald hinter ihrem Haus ging sie lebte im Norden von Maine wo es viele dichte unbesiedelte Wälder gab sie sagte dass die Wälder dort oben nicht so sind wie die hier an manchen Stellen sind sie so dicht dass die Bäume die Sonne fast vollständig verdeckten sie und ihr Freund sind dort aufgewachsen und hatten daher keine Angst sich alleine dort draußen aufzuhalten aber sie waren in bestimmten Gebieten immer vorsichtig sie sagte es sei nie wirklich darüber gesprochen worden aber sie wussten immer dass sie sich nicht weiter als ein oder zwei Meilen von ihrem zuhause entfernen durften die Erwachsenen sagten nie warum aber es war eine unausgesprochene Regel dass man sich nie zu weit hinaus wagte sie und ihre Freundin erfanden Geschichten über Bären die so groß waren wie Häuser die dort draußen lebten und sie erschreckten sich gegenseitig indem sie sich versteckte und knurrende Geräusche machte während die andere nach ihnen suchte sie erzählte dass ein Teil des Waldes einige Kilometer hinter ihrem Haus in Brand setzten die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle aber sie sagte dass einige von ihnen zurück kam als wären sie nicht mehr dieselben es war als ob sie im Krieg gewesen wären man konnte erkennen wer wirklich Angst bekommen hatte denn sie hatten den gleichen Gesichtsausdruck ich glaube man nennt das Granatenschock die Frau sagte folgendes mein Freund und ich sagten sie waren wie wandelnde Tote sie lächelten nicht und sagten nichts wenn man sie ansprach und die meisten von ihnen verließen die Stadt sobald alles vorbei war ich habe meine Eltern danach gefragt aber sie sagten sie wüssten nicht wovon ich rede als alle sagten der Wald sei wieder sicher beschlossen mein Freund und ich zu versuchen zu der Stelle zu wandern wo das Feuer gewesen war wir sagten unseren Eltern nicht wohin wir gingen und es war ziemlich aufregend zu denken dass wir ihnen so nicht gehorchten gerade wir wanderten etwa zwei Meilen und sahen verbrannte Bäume und so weiter ich erinnere mich dass meine Freundin sehr aufgeregt war weil wir das Skelett eines Rehs gefunden hatten das sich unter einem Baum zusammengerollt hatte und ich musste sie praktisch wegzehren von diesem Skelett sie wollte es begraben aber ich wollte nicht dass sie es anfasst weil das Geweih so komisch war ich kann mich nicht mehr erinnern warum ich weiß nur noch dass ich dachte dass mit dem Geweih etwas nicht stimmte und ich wollte nicht dass einer von uns in seine Nähe ging je weiter wir gingen desto mehr verbrannte Bäume und waren uns das alles an als wir beide in der ferne jemand schreien hörten ich geriet in panik weil ich dachte es sei mein vater und dass er mir sagen würde dass ich hausarrest hätte meine Freundin brach ab und versteckte sich hinter einem großen felsen denn sie sagte sie wolle hier draußen nicht erwischt werden ihre Eltern hatten ihr verboten überhaupt in den Wald zu gehen und sie hatte gelogen und ihnen gesagt dass wir ins Kino gegangen waren ich folgte ihr und wir lauschten weiter ich hörte eine stimme die näher kam und mir wurde klar dass sie um Hilfe rief ich dachte es sei vielleicht ein Wanderer der sich verirrt hatte und den Weg zurück in die Stadt brauchte das passierte mir früher ständig und ich war es gewohnt Leuten zu helfen ich hörte wie er meiner stimme folgte also rief ich weiter bis ich in der ferne laufen sah er kam näher und ich konnte sehen dass sein Gesicht ganz rot gewesen ist ich sagte meiner Freundin sie solle mir einen Rucksack geben weil sie einen Erste Hilfekasten dabei hatte sie machte ein gereisch als ob sie sich ekelte und fragte ob ich sein Gesicht gesehen hätte ich sagte ihr sie solle die Klappe halten und joggte auf ihn zu ich blieb auf halbem weg stehen und als er vor mir stehen blieb konnte ich sehen dass seine Nase seine Lippen und ein Teil seiner Stirn weg waren es sah aus als wären sie glatt abgeschnitten worden er blutete stark und ich sah dass auch die Knie seiner Hose rot waren ich wich einen Schritt zurück aber ich hatte zu viel Angst um mich zu bewegen und er packte mich an den Schultern es fühlte sich an als hätte ich einen Schock bekommen und er zuckte zurück er fing an zu plappern und ich konnte nicht erkennen was er sagte außer dass immer wieder er fragte wie lange er weg gewesen sei er fragte mich wo seine Einheit sei aber ich er hatte so eine komische graue stoff jacke und eine fast formelle hose an und die jacke hatte diese komischen knöpfe und roten ränder ich schüttelte immer wieder den kopf und sagte ihm dass ich ihn nicht verstehen konnte ich nicht verstand was er mir sagte ich wollte den ersten hilfekasten öffnen aber er schrie nur wieder und sagte das einzige was ich wirklich verstand schreien hören als ich ihn nicht mehr hören konnte drehte ich mich um und mein freund weinte ich drehte mich einfach um und ging zurück in die stadt sie hat immer wieder gefragt was passiert war und wer das gewesen ist aber ich habe nichts gesagt als wir nach hause kam sagte ich ihr dass ich nicht mehr mit ihr in dem Wald spielen wollte wir sind bis heute noch befreundet aber wir reden nicht mehr über diesen Typen niemals ich bringe euch auf den neuesten stand sobald ich kann leute ich weiß die anhaltende unterstützung sehr zu schätzen es ist schon viel zu lange her dass ich wieder ein update gepostet habe und das tut mir wirklich leid es gab auch einige Verwirrung wegen der neuen Formatierungs Vorschriften im Forum die ich jetzt ausgeräumt habe die nächsten Geschichten werden also ein bisschen anders gepostet sie werden in chronologischer Reihenfolge sein und ich werde mein Bestes tun um sie so gut wie möglich miteinander zu verknüpfen damit sie nicht zu sehr hin und her springen als ich als Neuling anfing hatte mir niemand viel über den Job erzählt was seltsame Dinge angeht die passieren könnten ich nehme an das geschah vor allem um zu verhindern dass ich ausflippe und den Park verlasse aber ein paar Monate nach meinem Dienst als ich noch ein Neuling war waren ein Freund und ich betrunken auf einer Party und er erzählte mir ein wenig er sagte ja da draußen kann es schon ein bisschen verrückt zugehen denke ich ich glaube am schlimmsten sind die Fälle in denen leute sterben die einfach nicht sterben sollten weißt du oder wenn wir sie zehn Minuten nachdem jemand sagt er habe sie zuletzt gesehen tot auffinden es ging ihnen gut als ich sie auf der serpentine überholte ich schwöre diese Art von scheiße nehmen wir zum Beispiel diesen Kerl den ich im Frühjahr auf einem sehr beliebten Weg gefunden hatte jemand kommt ins VC und flippt aus wegen eines Typens der mitten auf dem Hinterkopf ist wie Kartoffelbrei der Schädel ist dezimiert das Hirn läuft aus wie eine Pudding Füllung und der Typ ist alt also denkst du dir ja er ist wahrscheinlich gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen alte Leute stürzen ständig das ist keine große Sache nur gibt es in dem Gebiet in dem er gefallen ist keine großen Felsen es gibt nicht einmal Baumstümpfe oder große Äste und außerdem gibt es keine Blutspur also ist er eindeutig dort gestorben wo er gefallen ist jetzt würde man wahrscheinlich auf Mord tippen aber es gab Leute die sich in seiner Nähe aufhielten aber nicht in Sicht weiter waren wenn jemand hinter ihm aufgetaucht wäre und ihn ermordet hätte es auf jeden Fall jemand gehört der in der Nähe war und selbst wenn jemand es gehört als wäre er gestürzt und hätte sich den Kopf an einem Stein angeschlagen also worauf ist er mit dem Kopf aufgeschlagen und dann war da noch diese Frau die ich vor etwa fünf Jahren in einem anderen Park fand als ich noch im Norden des Landes lebte wir fanden sie mitten in einem Bestand großer Wachholderbäume um den Stamm geschlungen als ob sie ihn umarmen würde wir hoben sie auf um sie zu transportieren und ein verdammter Wasserfall kam aus ihrem Mund und spritzte mir auf die Schuhe ihre Kleidung war trocken ihr Haar war trocken aber die Wassermenge in ihren Lungen und in ihrem Magen war phänomenal unglaublich Mann der Bericht des Gerichtsmediziners sagt die Todesursache war ertrinken ihre Lunge war komplett mit Wasser gefüllt und das obwohl wir mitten in der Wüste sind und es meilenweit kein einziges Gewässer gibt keine Pfützen kein nichts keine Anzeichen dafür dass da draußen noch jemand ist und ich meine ja es ist möglich dass sie ermordet wurde aber warum sollte man sich die Mühe machen das zu tun warum sie nicht einfach abstechen und es hinter sich bringen ich weiß nicht es kommt mir einfach komisch vor das hat mich natürlich ein bisschen erschreckt aber wir waren betrunken und ich schätze ich habe es irgendwie alles als Zufall abgetan ich nahm auch an dass es übertrieben war denn wie gesagt wir waren sehr stark angetrunken über den nächsten Fall spreche ich nicht sehr gerne es war ein schrecklicher Fall den ich so gut es geht vergessen habe aber das ist natürlich leichter gesagt als getan das Ganze geschah vor etwa sechs Monaten nach dem Gespräch mit meinem Freund in der Bar und bis dahin hatte ich nicht wirklich viel verrückte Sachen erlebt ein paar Dinge hier und da und natürlich die Treppe aber es ist erstaunlich einfach sich an solche Dinge zu gewöhnen wenn man sie als normal ansieht dieser Fall war ein wenig anders ein Mann mit Down Syndrom in seinen 20 Jahren wurde vermisst von der Seite seiner Mutter sie war felsenfest davon überzeugt dass er entführt worden war und leider unterstellte ein Ranger der nicht mehr für den Park arbeitet dass niemand jemanden entführen würde der nun ja eine solche Behinderung hat nicht sehr taktvoll um es vorsichtig auszudrücken wir haben viel Zeit damit verschwendet sie so weit es geht zu beruhigen und ihr zu sagen dass wir Informationen über ihn bekommen konnten und dann haben wir eine offizielle Vermisstenanzeige aufgegeben wegen der Dringlichkeit der Situation und weil er meist nicht in der Lage war allein zurecht zu kommen haben wir die örtliche Polizei zur Hilfe geholt in der ersten Nacht haben wir ihn nicht gefunden was uns das Herz brach keiner von uns wollte daran denken dass er allein der draußen war wir nahmen an dass er einfach weiter gewandert war und sich vor uns aufhielt am nächsten Tag holten wir Hubschrauber die ihn in einer kleinen Schlucht entdeckten ich half ihn wieder nach oben zu bringen aber er war in einem schlechten Zustand und ich glaube wir wussten alle dass er es nicht schaffen würde er war gestürzt und hatte sich die Wirbelsäule gebrochen sehr viel Blut verloren er war verwirrt und verängstigt als er alleine war und hatte die Verletzung wahrscheinlich noch verschlimmert indem er sich ein Stück weit geschleppt hatte ich weiß es klingt schrecklich aber als ich mit ihm im Hubschrauber saß fragte ich ihn warum er weggelaufen war ich wollte seiner Mutter nur etwas sagen damit sie weiß dass es nicht ihre Schuld gewesen ist denn er wurde immer und immer schwächer und ich dachte sie würde ihn vielleicht nicht selbst fragen können er weinte und sagte etwas davon dass der kleine traurige junge ihn zum spielen mitnehmen wollte er sagte dass der kleine junge tauschen wollte damit er nach hause gehen könnte dann schloss er die Augen und als er wieder aufwachte war er in der Schlucht ich bin mir nicht sicher ob er das wirklich so gesagt habe aber ich glaube das war der Kern der Sache er weinte weiter und fragte wo seine Mama sei und ich hielt seine Hand und versuchte ihn zu beruhigen es war kalt da draußen meine Beine waren erfroren es war kalt da draußen es ist kalt in mir er wurde immer schwächer so dass er schließlich aufhörte zu sprechen und eine Weile die Augen schloss dann als wir etwa fünf Minuten vom Krankenhaus entfernt waren sah er mich direkt an und diese großen Tränen liefen über sein Gesicht und er sagte Mama wird mich nicht mehr sehen ich liebe Mama und wünschte sie wäre hier und er schloss seine Augen und wachte einfach nicht mehr auf es war furchtbar und ich spreche nicht gerne darüber dieser Fall war einer der ersten die mich wirklich aufgewühlt haben es hat mich einfach so sehr getroffen es hat mich so getroffen dass ich mich einem älteren Ranger zugewandt habe der mir schließlich geholfen hat die Sache durchzustehen im laufe der Zeit lernten wir uns besser kennen und er erzählte mir schließlich eine seiner eigenen Geschichten es war beunruhigend aber es half mir denn ich denke wenn es passiert wäre während du hier warst hättest du dich daran erinnert ich weiß dass es aus irgendeinem Grund nicht in den Nachrichten erschienen ist aber ich denke die meisten Leute die schon lange genug hier sind wissen davon der Park hat ein Stück Land an ein Holzunternehmen verkauft und das war eine wirklich kontroverse Sache aber es war kein besonders großes oder altes Grundstück und es war wir bekamen einen Anruf dass wir unsere Aufsichtsperson sofort losschicken sollten ich weiß nicht warum aber am Ende schickten sie mich und ein paar andere Jungs zusammen mit den Leitern los um zu sehen was denn los war wohl aus Gründen der Stärke als wir dort ankamen drängten sich alle diese Leute um einen Baum den sie gerade gefällt hatten sie sind alle stinksauer und flippen aus Nerven so einen Scheiß zu machen wir haben das Land legal gekauft wir wussten natürlich nicht wovon er sprach also führte er uns zu diesem gefällten Baum er zeigte auf ihn und erzählte uns dass er genauso aussah als sie ihn fällten und dass sie verdammt seien wenn sie ihn dorthin legten das innere des baumes war ganz verrottet und an einer Stelle hohl und als sie ihn fällten wurde diese kammer freigelegt und in dieser kammer im Baum war eine Hand wie eine perfekt abgetrennte Hand und es sieht so aus als sei sie mit dem inneren des baumes verschmolzen jetzt denken wir dass sie einen scherz machen also sagen wir ihnen dass wir es nicht mögen verarscht zu werden und wir wollen gehen aber sie sagten uns dass sie bereits die Polizei gerufen haben und dass sie direkt zu den Medien gehen werden wenn wir nicht hier bleiben das erregte die Aufmerksamkeit der Vorgesetzten also blieben wir da und sprachen mit der Polizei darüber alle leugneten dass sie die Hand dort hineingesteckt hatten und außerdem wie hätte jemand das überhaupt tun können es ist eindeutig eine echte Hand aber sie ist nicht mumifiziert oder skelettiert Holz herauswächst die Holzfäller bestehen darauf dass sie sie nicht dort hingelegt haben irgendwie ist diese frische menschliche Hand mit dem inneren dieses lebenden Baumes verschmolzen die Polizisten lassen sie den Baum in ein bewegliches Stück zerschneiden dann nehmen sie die Hand weg und das Gebiet wird abgesperrt es gab eine ziemlich große Untersuchung aber ich weiß dass sie keine antworten gefunden haben jetzt wie ihr alle wisst habe ich kürzlich an einem Schulungsseminar teilgenommen und dort einige erstaunliche und schreckliche Dinge gehört einer der Jungs mit denen ich dort sprach erzählte mir eine Geschichte als wir eines Abends am Lagerfeuer saßen wir waren beide ziemlich betrunken sie werden hier ein Muster erkennen und wir tauschten Geschichten aus er erzählte mir diese ich und ein anderer Kerl waren auf einer Felsuche weil einige Camper gemeldet hatten also sind wir losgezogen um nach dem verdammten Berglöwen zu suchen der sich in die Gegend verirrt hatte und ich war stinksauer allein in diesem Jahr sind drei von ihnen den Camping Gebieten aufgetaucht und ich habe es satt mich ständig mit ihnen herumschlagen zu müssen außerdem kann ich sie einfach nicht leiden sie gehen mir auf die Nerven sie sind laut und jagen meiner heiden angst ein verdammte katzen scheiß viecher ich stöhne mit meinem kumpel darüber und er findet es auch zum kotzen wir sehen also all diese abgebrochenen äste und etwas das wie höhlen aussieht und wir sind ziemlich sicher dass wir wissen wo das ding ist ich rufe an und sie sagen mir ich solle es möglichst bestätigen was nur bedeutet dass sie wollen dass man in einen großen haufen scheiße tritt das als beweis genutzt wird ich sehe aber keine also sage ich ihnen sie sollen es sich sonst wohin stecken und ich bin fertig wir wussten dass dieses verdammte ding irgendwo hier draußen war auch wenn ich nicht in seine scheiße trete oder sein maul oder was auch immer der typ mit dem ich unterwegs war ging pinkeln oder so und ich blieb zurück und beobachtete diesen kleinen bau unter einem baum um zu sehen ob da vielleicht ein fuchs oder so etwas darunter lebte denn ich liebe füchse man die sind verdammt niedlich jedenfalls beobachtete ich diesen baum und höre auf einmal äste knacken und es kommt aus der richtung in die mein partner gegangen ist ich habe meine pistole dabei aber wir wissen beide dass die gegen eine katze nichts ausrichten kann ich spanne sie und rufe meinen partner zu er solle seinen blöden arsch zurück bewegen aber er ist zu weit weg und kann mich nicht hören ich stehe auf und peile an wo sich das ding nähert und was soll's ich habe mir fast in die Hose gemacht der Typ kommt auf mich zu und rennt rückwärts durch den verdammten Wald anstatt zu laufen macht er diese verrückten rückwärts salty und ich schwöre bei Gott er hat jeden verdammten Baumstamm und jedes Gebüsch aus dem Weg geräumt als ob er genau wüsste wo er hin will ich schreie den Kerl an er solle stehen bleiben wo er ist und dass ich eine Waffe auf ihn richte aber er kommt immer weiter und ich habe einfach die Nerven verloren ich habe auf dem Boden vor ihn geschossen und das war verdammt dumm aber ich wollte diesen Kerl nicht in meiner Nähe haben als ich schoss war er etwa 50 Meter von mir entfernt und sobald der Schuss losging wirbelt er herum und flüchtete mit einem rückwärts salto zurück in den Wald mein Partner hörte meine Waffe und rannte zurück und fragte was los müssen ich erzählte dem Bullen was passiert war und bekam keinen Ärger weil ich geschossen hatte aber Mann ich weiß nicht was der Wichser genommen hatte aber so etwas habe ich Ich weiß dass viele von euch denken dass ihr unbesiegbar seid aber die Tatsache ist dass ihr da draußen sterben könnt verletzt werden könnt oder verloren gehen könnt es ist einfacher als ihr euch vorstellt ich entschuldige mich für dieses relativ kurze Update Leute ich werde mein absolut bestes tun um diese Serie so bald wie möglich fortzusetzen vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung sie bedeutet mir wirklich viel eines der Themen zu denen ich oft befragt werde hier und im wirklichen Leben sind Dinge wie der Rake oder der Vendigo oder andere wandelnde Legenden ich kann nicht behaupten dass ich viel über diese Legenden weiß aber nach ein wenig Lektüre kann ich sagen dass ich Geschichten gehört habe die lose mit ihnen verbunden zu sein scheinen sie kennen das als Sprichwort dass solche Legenden irgendwoher kommen und ich bin sicher dass das stimmt aber wie sie alle wissen versuche ich die Dinge mit Vorsicht zu genießen das muss man auch hier draußen es ist ein bisschen wie die Arbeit in einem Krankenhaus könnte ich mir vorstellen man kann den ganzen Tag damit verbringen darüber nachzudenken wie viele Menschen dort gestorben sind und dass es wahrscheinlich überall Geister oder wie auch immer man es nennen will gibt aber es bringt nichts es macht alles nur schwieriger und es macht es vor allem schwieriger seine Arbeit zu machen ich glaube viele von uns empfinden das so und deshalb versuchen wir unsere Arbeit so zu tun als wäre alles in Ordnung wenn man einmal paranoid geworden ist gibt es kein zurück mehr und viele Kadetten geben deshalb auch auf in meinem Park scheint die Fluktuationsrate besonders hoch zu sein weil die Kadetten nach ihrem Abschluss wegen allem so ausflippen dass sie nicht mehr loslassen können man muss lernen die dinge so zu verinnerlichen und abzuschalten ich habe mit KD ein wenig über ihre erfahrung gesprochen weil ich wissen wollte was sie über den wendigo denkt sie hatte nicht wirklich etwas bestimmtes dazu zu sagen außer dass sie nicht so viel darüber nachdenken wollte aber sie erzählte mir dass einer ihrer Freundin von ihr etwas passiert war das mit dem wendigo zu tun haben könnte ich habe diese person über Skype kontaktiert und sie hat sich bereit erklärt ein wenig mit mir zu reden ihr wisst ja mittlerweile wie es hier in diesem post läuft und deswegen möchte ich euch genau wiedergeben welche Geschichte sie mir erzählt hat ich bin in Central Oregon aufgewachsen und es gibt ein Reservat namens Warm Springs etwa zwei Stunden von meinem Wohnort entfernt ich erwähne das nur weil viele Leute in meiner Gegend dort Freunde haben und ein großer Teil des Landes in diesem Gebiet diesem Stamm gehört als ich ein Kind war haben wir dort immer gezeltet natürlich nicht auf dem Reservat aber in diesem Gebiet und ich habe viele Kinder getroffen die dort aufgewachsen sind einen Jungen der Nolan hieß lernte und zelteten etwa zur gleichen Zeit wir zelteten etwa zwei Wochen lang also waren wir sehr lange dort draußen ich fragte ihn ob er in einem Wohnmobil zeltete ja mein Vater hatte eines also war es wohl kein richtiges Zelten aber wir nahmen unsere Zelte und Sachen mit und schlugen sie meistens außerhalb des Lagers auf ich habe nicht gern darin geschlafen weil ich gerne draußen war fortfuhr jedenfalls waren Nolan und ich in einem Jahr dort draußen ich glaube wir waren etwa zwölf oder so wir wollten in die Nähe des Flusses gehen zum Zelten weil wir das Nachtangeln ausprobieren wollten ich glaube wir waren etwa eine halbe Meile vom Hauptlager entfernt gewesen weit genug entfernt dass wir niemanden mehr sehen oder hören konnten daran erinnere ich mich wir haben fast den beeindruckt weil er diesen feuerstein oder so etwas hatte mit dem er es anzündete ich hatte noch nie jemanden gesehen der das gemacht hat und ich fand das ziemlich cool er brachte mir bei wie man das macht und wir zündeten ein paar Sachen an was im Nachhinein betrachtet wirklich dumm war denn es war mitten im verdammten Sommer und wenn ich mich recht erinnere stand die feuerwarnung entweder auf gelb oder auf orange aber zum glück haben wir nichts großes angezündet als es dunkel wurde und dann später saßen wir herum und redeten über alles mögliche worüber zwölfjährige so reden ich weiß nicht mehr genau was ich weiß nur noch dass er irgendwann über meine schulter auf den fluss schaute und mich fragte ob ich etwas sehen könne so wie unsere lager aufgebaut war waren wir etwa drei meter vom fluss entfernt und wir befanden uns an einer der breitesten stellen des flusses also waren es wahrscheinlich etwa 30 meter bis zum anderen ufer im sommer wird es dort oben heiß aber das wasser ist immer noch kalt was wichtig ist ich schaute über meine schulter und sah wie auf der anderen seite etwas in den fluss wartete von also dachte ich an einen bock aber ich fand es seltsam dass es ins wasser wartete und eindeutig auf uns zuging ich fragte nolan was wir seiner Meinung nach tun sollten er starrte mit diesem seltsamen gesichtsausdruck auf das feuer und sagte mir ich solle mich hinsetzen und den mund halten was ich auch tat denn so habe ich ihn noch nie gesehen er flüsterte mir aber ich konnte die rehe durch das wasser kommen hören also achtete ich nicht wirklich auf das was er sagte und versuchte immer wieder über seine schulter zu sehen aber jedes mal wenn ich das tat schlug er mir irgendwie auf den arm und zwang mich ihn anzusehen ich hatte nicht wirklich Angst ich erinnere mich ich war nur etwas verwirrt aber dann hörte ich wie das Reh aus dem Wasser kam und ich konnte irgendwie erkennen wie es aussah und mir wurde klar dass es kein Reh war denn was auch immer es war es lief auf zwei Beinen ich wollte aufstehen ich war total verängstigt aber Nolan riss mich einfach wieder runter und redete lauter über diese Fernsehsendung und ich merkte dass er genauso viel Angst hatte wie ich wahrscheinlich sogar noch mehr er beugte sich vor und stieß das Feuer mit einem Stock an und er flüsterte dass ich auf keinen Fall mit ihm sprechen dürfte ich konnte sehen wie es näher kam und es stand direkt hinter Nolans Rücken ich war kurz davor mir in die Hose zu machen und ich glaube ich wäre wahrscheinlich weggelaufen wenn ich alleine gewesen wäre aber ich wollte Nolan nicht alleine lassen also blieb als wäre sein Gleichgewicht sind gestört ich kann es nicht genau beschreiben aber es war fast so als würde es ständig zu weit nach vorne rutschen es stand zu lange einfach nur hinter Nolan und irgendwann gingen Nolan die Worte aus und wir saßen einfach nur eine Sekunde lang da das Feuer machte Geräusche aber ich glaubte zu hören wie dieses Ding mit einer sehr leisen Stimme sprach und ich konnte nicht hören was es sagte und ich lehnte mich ein kleines bisschen nach vorne und habe mir tatsächlich in die Hose gepinkelt als ich sah dass es sich auch nach vorne lehnte ich konnte sein Gesicht nicht sehen aber seine Augen sie waren trüb und milchig und wenn du wissen willst wie sie aussahen such am besten die Szenen aus der Herr der Ringe in der Augen die über Nolans Kopf schwebten und die sehr vage formtes Geweiß das aus seinem Kopf ragte ich weiß nicht wie sein Gesicht aussah aber genau zur gleichen Zeit sind Nolan und ich da raus gerannt und wir rannten ohne Unterlass bis wir wieder ins Hauptlager kam meine Hose war mit Pisse durchtränkt also zog ich sie aus und wir rannten und ich warf sie in Ich fragte ihn was das für ein Ding war aber er sagte er wisse es nicht er sagte sein Großvater habe ihn gewarnt dass er wenn ihm in der Wüste jemals so etwas begegnete niemals mit ihm reden oder auf etwas hören sollte was es zu sagen hatte ich wollte wissen ob er es auch reden gehört hatte und er sagte dass das Einzige was er verstehen konnte war ich helfe Das erinnert mich in vielerlei Hinsicht an die Wendigo Legende Es gibt einen Ausdruck dafür der meiner Meinung nach perfekt passt nämlich dass der Wendigo der Geist der einsamen Orte ist Ich weiß dass ich manchmal wenn ich draußen in der Wildnis bin wo ich weiß dass meilenweit niemand um mich herum ist diese seltsame Art von Verlangen verspüre das ich bestimmten Sehne sondern eher dieses seltsame ablenkende Hungergefühl das aus dem Teil meines Bauches kommt Neben den Wendigos wollte ich auch mehr über den gesichtslosen Mann herausfinden wenn es mir möglich war und ich fand ein paar ähnliche Dinge Ich habe mich in meinem Freundeskreis umgehört und einer von ihnen sagte er habe so etwas gesehen als er in einem Park in seiner Gegend Reparaturen vornahm Wir waren in der Stadt zum Abendessen Fünf von uns mich eingeschlossen Dieser Mann strich gerade einen Informationsstand neu und hörte wie ihn ein Mann nach dem Weg zum nächsten Campingplatz fragte Er drehte sich nicht um weil er auf einer Leiter stand aber er teilte dem Mann mit dass es in der Nähe gar keinen Camping Platz gäbe dass er aber wenn er etwa vier Meilen die Straße hinunter fahren würde in einen anderen Park einen finden könnte er fragte ob er sonst noch helfen kann aber der Mann verneinte und bedankte sich mein Freund sagte er habe weiter gemalt aber er habe zugehört und dem Mann nicht weg gehen hören in der Sekunde in der er auf mich zukam und mit mir sprach stellten sich mir die Nackenhaare auf aber ich war mir nicht sicher warum ich hatte einfach ein sehr ungutes Gefühl bei der ganzen Sache und ich wollte das Bild fertig malen und dann verschwinden vielleicht lag es auch daran dass ich mich nicht umdrehen konnte um ihn zu sehen aber irgendetwas stimmte mit ihm nicht außerdem lag dieser seltsame Geruch in der Luft noch bevor der Typ mit mir sprach eine Art Blutgeruch ich habe mich umgesehen um zu sehen was die Ursache dafür war aber ich habe nichts gefunden also wartete ich darauf dass der Typ wegging aber ich hörte ihn nicht gehen was mich zu der Annahme brachte dass er nur da stand und mich beobachtete also fragte ich erneut ob ich etwas für ihn tun konnte aber er antwortete nicht ich wusste aber dass er da war denn ich hatte ihn nicht weg gehen hören also drehte ich mich umständlich auf der leiter um um nach unten zu schauen und zu sehen was er tat ich gebe zu dass es vielleicht nur mein gehirn war aber ich schwöre dir für den bruchteil einer sekunde als ich mich umdrehte hatte dieser penner kein gesicht es war als hätte er nie ein gesicht gehabt es war fast konkav und völlig glatt und ich hatte fast einen verdammten herzinfarkt weil ich gar nicht fassen konnte was ich da sah ich glaube ich wollte etwas sagen aber dann gab es eine art knall in meinem kopf und plötzlich war er ein ganz normal aussehender typ ich muss seltsam ausgesehen haben denn er fragte mich ob es mir gut ginge und ich sagte nur ja mir geht es gut er fragt wieder nach dem Campingplatz und ich zeigte ihm wo er hin muss und er sagt ich bin nicht von hier können sie mir helfen dorthin zu kommen jetzt weiß ich dass etwas nicht stimmt denn es kann nicht sein dass dieser Typ hierher gekommen ist und nicht weiß wo er ist außerdem ist kein Auto in der Nähe wie ist er also überhaupt hierher gekommen ich sagte es täte mir leid aber ich könnte ihnen ein Firmen war ich ernst verwirrt und ich fragte mich ob das eine Art Hinterhalt ist oder so ich habe ihm gesagt dass ich mein Taxi rufen könnte das ihn dann dorthin bringt wo er hin will und als ich mein Handy zückte sagte er nur nein und ging ganz schnell weg aber er ging nicht aus dem Park er ging zurück in die verdammten Bäume und ich steige sofort in meinen verdammten Truck und fuhr los mir war die Farbe in diesem Moment so egal oder was auch immer ich schaute in den Spiegel um zu sehen wo er war als ich wegfuhr und er stand wieder an der Baumgrenze ich weiß nicht wie er so schnell dort hingekommen war aber dieses Mal weiß ich dass dieser Penner kein Gesicht hatte er sah mir nur zu wie ich auffiel aber es fühlte sich eher so an als wäre er in dem Moment einfach verschwunden interessanterweise meldet sie sich kurz nachdem dieser Mann seine Geschichte beendet hatte ein anderer mit einer anderen Geschichte zu Wort allerdings mit einer etwas anderen Wendung weißt du mir ist vor einiger Zeit etwas ähnliches passiert ich war unterwegs um einen Weg auszukundschaften und ich war mitten im nirgendwo um herauszufinden wo dieser Weg verlaufen sollte ich hatte seit gut zwei Stunden niemanden mehr gesehen also achtete ich nicht wirklich darauf wohin ich ging sondern schaute größtenteils nur auf den Boden und dann wie aus dem Nichts erklomm ich diesen kleinen Hügel und stieß fast mit diesem Typen zusammen er war älter vielleicht in den 60ern und ich wollte mich bei ihm entschuldigen weil ich ihn angefahren hatte und dann bemerkte ich sein Gesicht und ich sah wahrscheinlich wie ein Idiot aus weil ich stehen blieb und ihn einfach anstarrte ich brauchte eine Sekunde um herauszufinden was los war aber das Gesicht dieses Typens war riesig ich weiß das klingt seltsam aber anders kann ich es nicht beschreiben sein Kopf war nicht groß oder so es war eine normale Kopfgröße aber der Platz den sein Gesicht einnahm war einfach viel zu groß als ob man das Gesicht von jemandem nimmt ist auf das Doppelte vergrößert er sagte nichts er sah mich nur an und ich wich zurück stotterte und sagte es täte mir leid und ich ging um ihn herum und machte mich aus dem Staub und tat was ich tun musste ich habe die ganze Zeit hinter mich geschaut weil ich Angst hatte dass er hinter mir auftauchen würde oder so ich weiß es klingt lächerlich aber ich schwöre dir es war eines der unheimlichsten Dinge die ich je gesehen habe wenig später wechselte ich das Thema auf die Treppe und es gab eine deutliche Veränderung in der Begeisterung zuerst meldet sich niemand zu Wort es ist ein echtes Stigma darüber zu sprechen selbst wenn wir nicht bei der Arbeit sind aber ich brach das Eis mit einer eigenen Geschichte und der Mann der die Geschichte über den gesichtslosen Mann erzählt hatte erzählte diese wenn auch sehr leise vor ein paar Jahren war ich mit meiner Freundin beim Zelten wir waren etwa zwei Meilen von der Straße entfernt an einem mir recht gut bekannten Ort wir gingen an diesem Abend ins Bett aber wir konnten nicht schlafen weil jemand warf eine lustige Bemerkung in diesem Moment ein und wir waren kurz davor auf ein anderes Thema auszuweichen aber ich brachte uns wieder zurück auf den richtigen Weg ja wirklich lustig nein es lag daran dass wir ständig dieses knirschende Geräusch hörte mein Bruder hat im Schlaf mit den Zähnen geknirscht und das erinnerte mich irgendwie daran meine Freundin ist ausgeflippt aber ich habe ihr gesagt dass sie es ignorieren soll weil ich es schon mal gehört habe und man es einfach ignorieren muss das geht irgendwann vorbei ihr wisst was ich meine wir wussten alle was er meinte schließlich brachte ich sie dazu einzuschlafen aber ich wachte etwa zwei Stunden später auf weil irgendetwas nicht stimmte ich drehte mich um und sie war nicht da und ich bin irgendwie ausgeflippt weil er dachte eine Sekunde lang nach und nahm dann einen sehr langen Schluck Wasser jedenfalls ich rannte aus dem zelt und rief ihren namen aber ich brauchte nicht weit zu gehen sie stand am rande des lagers und betrachtete etwas in den bäumen und ich konnte sehen dass sie sehr blass war das feuer war schwach aber hell genug um sie zu sehen jedenfalls lief ich hin um zu sehen was los war und sie war eingeschlafen aber ihre augen waren offen sie sah richtig weggetreten aus wisst ihr ich legte also meinen arm um sie um sie zurückzubringen aber sie bewegte sich nicht sie sagte nur ganz leise etwas wie ich muss jetzt gehen eddie ich muss jetzt gehen es ist hier ich sagte zu ihr du schlaf wandelst nur komm zurück ins bett aber sie rührte sich nicht sie stand einfach nur da und sagte dass sie gehen müsse und ich schaute dorthin wo sie hinschaute und da war eine verdammte treppe etwa 15 meter entfernt eine graue aus beton sie begann darauf zuzugehen aber ich riss sie zurück und weckte sie auf sie schaute mich an als ob ich verrückt wäre und fragte was sie denn außerhalb des zeltes zu suchen hätte ich habe ihr nichts gesagt ich habe ihr nur gesagt dass sie geschlafwandelt ist das knirschen war weg gewesen also ging sie mit mir zurück ins zelt und schlief wieder ein ich weiß auch nicht ich denke einfach nicht gern darüber nach wisst ihr wir wussten es alle erinnert ihr euch an den jungen mit ich weiß nicht mehr was es war irgendeine art von gehirnfehlfunktion nicht das down syndrom aber etwas ähnliches jemand anders meldete sich ich habe den bericht gelesen den er abgab als man ihn eine woche nach seinem verschwinden fand und er war unglaublich beschissen ich meine man muss es mit vorsicht genießen denn wer weiß schon was dieser junge tatsächlich für real hält aber ich glaube nicht dass er sich einige dieser dinge ausgedacht hat was zum beispiel fragte ich ihn nun zunächst einmal hat er über die treppe gesprochen er sagte er er habe seinem vater dabei zugesehen wie dieser ein feuer machte und die treppe kam auf ihn zu und er musste sie hinauf gehen sonst würde etwas schlimmes passieren die polizisten konnten nicht wirklich verstehen wovon er sprach denn er sagte immer wieder wie das lagerfeuer außerdem erwähnte er immer wieder geräusche konnte aber nicht sagen welche sondern nur dass es laut war und er sich die ohren zuhielt damit er sie nicht hören musste aber am meisten erinnerte ich mich daran dass sie ihn fragten wo genau er hingegangen sei und er sagte nur dass er genau dort sei er zeigte immer wieder auf sich selbst und sie sagten dass sie dachten das bedeutet dass er dachte er sei nie weg gewesen er sagte er habe keine angst gehabt weil die treppe da war und er sagte sie hätten mit ihm geredet aber nicht so wie menschen reden wie gesagt es war sehr verworren und schwer zu verstehen und ich habe das gefühl dass die polizisten das meiste davon nicht aufgenommen haben am ende sagten sie nur dass der junge eine art amnesie hatte und dass sie nicht glauben dass hier eine art verbrechen oder ähnliches vorliegen würde das erklärt zwar nicht warum er eine woche später gesund und munter wieder auftauchte aber hey ihr wisst es ja was die bullen sagen gilt so leute dies hier ist vorerst mein letztes update die dinge haben sich hier in einem maße verschlechtert das ich nicht vorhergesehen habe ich wusste nicht wie sehr sich das schreiben über die dinge die hier draußen passieren auf jeden einzelnen teil meines lebens auswirken würden und vielleicht war das dumm von mir vielleicht hätte ich es ernster nehmen sollen aber ehrlich gesagt dachte ich ich würde nur über dinge schreiben die ein paar leute hören wollen ich hätte nicht gedacht dass es so viel aufmerksamkeit bekommen würde die leute fragen mich jetzt nach der treppe das passiert zwar nicht jeden tag aber wenn es passiert weiß ich nie was ich sagen soll meine chefs wissen dass jemand über sie spricht und ich bin mir sicher dass wenn sie es wissen es auch die höheren stellen wissen und ich kann ihnen sagen dass sie darüber nicht glücklich sind mir wurde förmlich mitgeteilt dass ich mit niemandem mehr ein wort über sie sprechen darf und das ist einer der gründe warum dies hier mein letztes update sein wird ich kann dafür nicht meinen job riskieren so schön es auch war mir viele dieser dinge aus dem kopf zu schlagen ich liebe meine arbeit immer noch und ich muss hier draußen sein wenn überhaupt daran ist die tatsache dass ich weiß was wirklich los ist grund genug durchzuhalten ich kann den leuten vielleicht nicht sagen dass sie da draußen sind aber wenn ich sie sehe kann ich den verkehr an einen sicheren ort weiterleiten aufgrund der großen aufmerksamkeit die die geschichten bekommen haben habe ich viele geschichten gehört die hin und her geschickt wurden ich habe so viele gehört dass ich mich an die meisten gar nicht mehr erinnern kann diejenigen an die ich mich erinnere sind diejenigen die ich am liebsten vergessen würde eine geschichte die hier die runde machte handelte von einer jungen frau die im norden des landes verschwand zunächst nahmen alle an sie sah eine ausreißerin sie kam aus keinem guten elternhaus und so war es auch eigentlich keine überraschung dass sie sich für die flucht entschied aber dann meldeten sich leute die sie kurz vor ihrem verschwinden im park gesehen hatten und einige ranger aus der gegend wurden losgestellt um sicher zu gehen dass sie sich nicht auf einem der jährigen wege erhängt hatte oder so es hat eine weile gedauert aber sie haben sie tatsächlich gefunden nun nicht alles von ihr nur die hälfte der zunge und ein viertel des unterkiefers sehr saubere schnitte wie ich hörte der rest von ihr wurde hier nie gefunden es gibt so viele geschichten über kinder so viele von ihnen werden vermisst oder tauchen in höhlen auf eingeklemmt zwischen unvorstellbar engen räumen so viele von ihnen wurden auf berggipfeln oder auf dem grund von schluchten gefunden fehlende schuhe fehlende socken oder beides in einwandfreiem zustand obwohl sie meilenweit vom ort ihres verschwindens entfernt waren es gibt so viele geschichten von schwarzäugigen menschen die in den wäldern umher wandern und die in der nacht rufe ausstoßen wie das geräusch von fließendem wasser oder das schreien eines luchses imitieren ein mann geht zu allen nachrichtensendern von denen er glaubt dass sie ihm zuhören und erzählt die gleiche geschichte er war auf hörschjagd hatte in einer sehr abgelegenen gegend gezeltet und wachte auf weil etwas an seinem zelt kratzte er dachte es sei ein waschbär oder ein fuchs bis das ding sein gesicht gegen die zelttür drückte woraufhin er ganz deutlich eine menschliche nase und einen mund erkennen konnte er trat nach ihm aber es sprang zurück und war weg als er die zeltklappe öffnete mit dem gewehr an seiner seite er gab zwei warnschüsse ab und als das geräusch verklungen war hörte er hinter sich ein knacken ein mann stand am rande des zeltplatzes dieser mann trug keine kleidung aber besaß auch kein menschliches fleisch wie dieser jäger es beschrieb war der mann eine art mischung aus rohem fleisch und haaren als hätte jemand überfahrenes vieh ausgegraben und es in die vage form eines mannes gebracht das gesicht war klumpig und nur eine grobe annäherung an ein menschliches gesicht das ding öffnete sein maul und aus ihm kam das geräusch des gewehrs das der jäger abgefeuert hatte es tat dies zweimal bevor es das geräusch des zeltreißverschluss imitierte und dann in die nacht floh ein junges paar das in den felsigen gebieten meines parks unterwegs war berichtete mir gestern dass sie auf einem mir sehr vertrauten gipfel etwas seltsames gesehen hätten sie schauten abwechselnd durch ein fernglas als der mann ein wanderer bemerkte der einen sehr steilen teil der felswand hinauf kletterte er sah zu wie der mann den hang hinauf kletterte und es fiel ihm erst nach dem vorfall auf dass diese person gar keine kletterausrüstung dabei hatte als der kletterer den etwa fünf meilen entfernten gipfel erreichte drehte er sich um und sah zu den jungen mann hinüber und blickte ihn direkt an er sagte wer oder was auch immer diese person sei schaute direkt zu ihm der bergsteiger winkte übertrieben bevor er in der taille seitlich einknickte und dann vom gipfel sprang der junge mann konnte nicht sehen wo der kletterer gelandet war ich schickte die beiden weiter und versicherte ihnen dass ich mir die sache ansehen würde doch das war gelogen ich werde keinen bericht einreichen denn es gibt noch zehn weitere fälle dieser art der kletterer ist in der gegend hier sehr bekannt und ich hinterfrage ihn nicht mehr es gibt so viele dinge die ich in meinem job nie verstehen werde und ich würde jahre brauchen um all diese dinge zu erzählen die ich in den letzten paar monaten gehört habe wenn ich das gefühl habe dass mein job nicht mehr in gefahr ist werde ich zurückkommen vielleicht in einem anderen format aber ich werde zurückkommen ich danke ihnen allen dass sie zu mir gehalten haben und sich an den dingen erfreuen über die ich gesprochen habe wenn sie in die wälder gehen rate ich ihnen sicher zu sein nehmt wasser essen und überlebensausrüstung mit lasst die leute wissen wohin ihr geht und wann ihr zurück seid begibt euch nicht auf unerforschte pfade wenn ihr genau wisst dass diese nicht betreten werden sollen und vor allem fasst sie nicht an seht sie nicht an und besonders wichtig steigt niemals auf sie hinauf ausseiten in in Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Arbeit ist nicht so schlimm, wie man vielleicht erwarten würde und die Bezahlung ist eigentlich ganz gut Die Langeweile ist aber das Schlimmste daran, die Isolation Abwechselnd mit Momenten von intensivem Stress und blitzartiger Panik An guten Tagen haben wir WiFi, aber das ist bestenfalls sporadisch Wenn du YouTube mit 144p und 20 Minuten Pufferzeit magst, dann ist die Plattform der richtige Ort für dich Wir sind hier zu jeder Zeit etwa 200 Leute Und ehrlich gesagt ist das manchmal auch ganz nett Tagsüber in den seltenen Stunden der Wärme funkelt die Sonne auf den Rohren und den Geländern in weiß und hellgelb Die Stimmung ist fröhlich, jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seine Rolle Und dann die anderen Zeiten Die anderen Zeiten Du stehst in den düsteren Stunden vor der Morgendämmerung auf der Brücke und bist wie erstarrt Während du verzweifelt versuchst, die miese Arbeit zu reparieren, die der Ingenieur vor dir am Generator, der den Kran antreibt, geleistet hat Was durch die zerrissenen und ramponierten Handschuhe, die die Bewegung deiner ohnehin schon zitternden Hände einschränken, noch schwieriger wird Die Schutzbrille ist schnell beschlagen und unbrauchbar geworden, also ziehst du sie aus und der eisige Regen peitscht dir sofort in die Augen Was soll ich sagen? Es gibt gute und schlechte Tage Ich kann mich nicht wirklich beklagen Meine Schichten auf der Plattform sind typisch, wie ich schon sagte Ein Monat Dienst, ein Monat Pause Wir bekommen die Hubschrauber als Truppe von etwa 20 oder 25 Leuten zurück Wir gehen getrennte Wege, sobald wir wieder auf dem Festland sind Und dann sehe ich einige von ihnen nächsten Monat wieder, wenn wir zur Arbeit zurückkehren Gelegentlich werden einige von ihnen auch auf andere Plattformen versetzt, das ist ziemlich einfach Aber es gibt eine Anomalie Eine, über die ich mich immer gewundert habe Ich habe mich umgehört, aber niemand ist in der Lage oder vielleicht auch nur bereit, mir eine klare Antwort zu geben Fünf Tage vor dem Ende meiner Schicht auf der Bohrinsel werden sieben meiner Kollegen ausgewählt Ob zufällig oder nicht, weiß ich nicht Sie werden am späten Nachmittag ausgewählt, aufgefordert ihre Sachen zu packen Und in der Nacht sind sie dann weg Versetzt auf eine andere Plattform ist alles, was man mir dazu sagt Wenn ich überhaupt jemanden finde, der mir eine Antwort geben kann Das passiert immer fünf Tage vor Ende meiner Schicht Und zwar in jeder Schicht, seit ich Anfang des Jahres mit der Arbeit begonnen habe Die Leute, die ausgewählt werden, sehe ich dann nie wieder Meistens sind sie, wenn ich sie überhaupt namentlich kenne, nur Bekannte Aber manchmal habe ich sie auch persönlich gekannt Ich hatte die Daten eines Mannes, der vor vier Monaten ausgewählt wurde Und ein guter Freund von mir, ein Mann namens Filks, wurde für den letzten Auftrag ausgewählt Aber beide haben aufgehört, auf ihre Anrufe zu antworten Die meisten von uns benutzen beschissene Telefone, die die Firma während ihrer Schichten auf der Bohrinsel zur Verfügung stellt Also ist es möglich, dass die Geräte bei ihrer Rückkehr ins Land einfach zugunsten besserer Modelle weggeworfen wurden Aber trotzdem kann ich das Unbehagen nicht abschütteln Und ich bin mir nicht sicher, warum ich der Einzige zu sein scheine, der sich Sorgen macht Nicht, dass es jetzt noch wichtig wäre Heute sind es noch fünf Tage bis zum Ende meiner Schicht Und zum ersten Mal finde ich mich als einer der ausgewählten Arbeiter wieder Normalerweise fliegen sie mit dem Hubschrauber ab, wenn ich ihre Abreise selbst miterleben kann Aber heute Abend ist der Himmel zu Wolken verhangen Und so hat sich das besagte Militärschiff neben die Bohrinsel geschoben Warum unsere Abreise ausgerechnet in dieser Nacht stattfinden muss Warum unsere Reise so wichtig ist, dass ein Schlachtschiff der Royal Navy uns persönlich zu einem neuen Standort eskortiert, weiß ich nicht Ich frage einige der anderen sechs Meine auserwählten Kollegen, wenn man sie so nennen will Aber sie wissen es ebenso wenig Einer nach dem anderen werden wir durch den beißenden Regen vom Rand der Plattform in den Rumpf des Schiffes geführt Während über uns der Sturm tobt Wir werden durch kalte und enge Metallkorridore in eine Art Besprechungsraum geführt Wo wir unbeholfen die angebotenen Plätze einnehmen Das Schiff ächzt und schüttelt sich Der Motor rumpelt unaufhörlich von unten Und zwei Männer bahnen sich zwischen uns einen Weg zum vorderen Teil des Raums Der eine geht gebückt Sein Bart und sein Haar sind ungepflegt Vielleicht Mitte 50 Ich erkenne ihn Er taucht ab und zu auf der Plattform auf Aber er ist kein regelmäßiger Untermieter Und ich kenne auch seinen Namen nicht Er legt Formulare auf die Tische vor uns Während er von Person zu Person geht Der Schritt des anderen Mannes ist gemessen und bedächtig Er hat einen geraden Rücken Er dreht sich am Kopfende des Raumes um Nimmt uns alle in kühler Stille auf Er trägt ein makelloses weißes Hemd Unter einem blaugrauen Trikot Und eine ebenfalls weiße Schiffermütze Sie ist am unteren Rand und am Schirm In glattem Schwarz und glänzendem Gold gehalten Und seine Schultern sind mit Pailletten in denselben Farben geschmückt Nachdem der schmächtigere Mann das letzte Formular ausgeteilt hat Steht er in der gegenüberliegenden Ecke und kaut auf seiner Zunge während er uns mustert Der Mann in weiß tritt vor Meine Herren Mein Name ist Captain John Irons Und ich habe das Kommando über diesen Zerstörer Zerstörer? Was sollte das denn heißen? Warum sollte ein winziges Team von Bohrinseln auf einem verdammten Zerstörer transportiert werden müssen? Ich komme gleich zur Sache Wenn Sie die vorliegenden Formulare unterschreiben Sind Sie an das Gesetz zur Wahrnehmung des Dienstgeheimnisses gebunden Ihre Beteiligung an dieser Operation ist absolut geheim Und es ist Ihnen untersagt über die operative Logistik Die Maschinen oder irgendeinen vermeintlichen Zweck der zugewiesenen Plattform zu sprechen Nicht einmal mit Mitgliedern ihrer eigenen unmittelbaren Familie In jeder Hinsicht wird jede militärische Beteiligung an ihrem Auftrag rein äußerlich sein Und im Falle von lebensbedrohlichen Wetterereignissen auf Ad-Hoc-Basis erfolgen Der Kapitän presst den Kiefer zusammen und mustert den Raum von links nach rechts Sie alle wurden für diese befristete Stelle ausgewählt Und zwar auf der Grundlage einer Kombination von Faktoren wie Ihrer Fachkenntnisse Ihrer Dienstzeit und der Ergebnisse Ihrer persönlichen und psychologischen Beurteilung Es steht Ihnen frei, diese Aufgabe abzulehnen Wenn Sie sich dafür entscheiden, werden Sie von Bord begleitet und zurück auf die Plattform gebracht Wo Sie die Ihnen zugewiesene Zeit verbringen werden Wenn Sie das Angebot annehmen und in den nächsten Minuten eine Entscheidung treffen müssen Sollten Sie die Reisezeit nutzen, um Ihre Verträge durchzulesen Wenn Sie nach dem Anlegen an der zugewiesenen Plattform entscheiden Dass Sie das Dokument nicht mehr unterschreiben wollen Wird Ihnen ein Zimmer zugewiesen Und Sie werden für die Dauer Ihres Dienstes in Ihrem Quartier eingeschlossen Und je nach dem Zeitplan des betreffenden Schiffes Können Sie bis zu zwei oder drei weitere Wochen eingeschlossen bleiben Ist das klar? Auf seine Frage folgt ein angespanntes Schweigen Das sich schließlich in einer Reihe von leisem Gekrummel und verwirrtem Nicken der Leute um mich herum auflöst Wenn Sie das Angebot annehmen, wird Ihr Lohn für die nächsten fünf Tage um das Zehnfache erhöht Was in der Praxis zweieinhalb Monaten solider Arbeit entspricht Meine Kollegen tauschen eine Reihe von Blicken und hochgezogenen Augenbrauen aus Die Energie im Raum veränderte sich etwas Natürlich wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen Fährt der Kapitän fort Und da Diskretion von größter Wichtigkeit ist Sollten Sie so wenig Fragen stellen, wie es Ihnen möglich ist Und einfach Ihre Aufgabe zu erfüllen Seine scharfen grauen Augen bleiben ein Moment lang auf den Main stehen Bevor sie zu denen des Mannes in der Ecke hinüberschnellen Der schmuddelige Mann, der gelegentlich die Bohrinsel besucht Meine Bohrinsel Ein Schauer durchfährt mich, aber ich sage nichts Ich werde nun fragen, ob jemand die angebotene Aufgabe ablehnen und zur Bohrinsel zurückkehren möchte Das ist jetzt die einzige Gelegenheit dazu Niemand von uns bewegt sich Keiner spricht auch nur ein Wort Ich habe darüber nachgedacht Wirklich, ich schwöre es Diese ganze Sache macht mich sehr nervös Und dieser Auftrag Dieser angebotene Auftrag Dieser Mann, dieser Militärkerl Wer zum Teufel ist er, dass er uns Arbeitsbedingungen, Warnungen und Ultimaten stellt Ein Teil von mir möchte das Dokument zu einem Knäuel zerknüllen Und es ihm ins Gesicht werfen Und stolz zurück auf meine Plattform marschieren, wo ich hingehöre Aber das Diese Gelegenheit ins Unbekannte vorzustoßen Das ist wirklich aufregend Um ehrlich zu sein, ist mir das Geld nicht einmal so wichtig Ich habe die Chance bekommen, hinter den Vorhang zu sehen Um herauszufinden, was mit den sieben passiert, die die Bohrinsel verlassen Um herauszufinden, was an unserem Ziel so wichtig ist Es würden alle Rätsel aufgeklärt werden Geheimnisse, die gelöst werden müssen Ich musste es einfach wissen Also blieb ich sitzen und lauschte dem dumpfen Rauschen des Windes, der durch die Wände drang Vielleicht überzeugen sie die sieben so, jedes Mal zu bleiben Vielleicht ist das Geld nur dazu da, damit wir unsere Entscheidung rationalisieren können Ein angespannter Moment vergeht Dann schaut der Kapitän über unsere Schulter und nickt jemandem im hinteren Teil des Raumes zu Ich drehe mich auf meinem Platz um und sehe, wie ein Offizier ein Funkgerät an den Mund hält Als er durch die Tür tritt und in das Funkgerät spricht Während er den Korridor hinunter geht und eine Minute später wird das Rumpeln des Motors unter uns Wie ein Donnergrollen laut Und das Schiff, von dem ich nur annehmen kann, dass es keine Fenster im Raum hat Erwacht langsam zum Leben Der Kapitän nickt uns zu Dann dem Mann der Ecke Verabschiedet sich und schlendert zugleich davon Und so machen wir uns auf den Weg zur zugewiesenen Taglage Und fügen uns weiter durch den Sturm Während wir über die Wellen fahren, lese ich mir die Geheimhaltungsakte durch Hier stehen einige wirklich coole Konzepte drin Ich fühle mich ein bisschen wie ein Spion Allerdings gibt es auch einige erschreckende Dinge Die Zeit vergeht wie im Flug Ich frage mich, wo genau wir hingehen Außer den Motorengeräuschen, dem Flackern des sich drehenden Papiers Und dem gelegentlichen Grunzen oder Husten meiner Kollegen ist nichts zu hören Und meine Gedanken schweifen langsam ab Sie wirbeln mit neugierigen, dunklen Gedanken umher Die Angst schleicht sich an Sie kommt und geht wie die Flut Und ich frage mich, ob ich einen großen Fehler gemacht habe Wir waren gezwungen, uns so schnell zu entscheiden Ich zupfe an meinem Kragen Mein Magen dreht sich um Ich schaue auf und sehe in die Augen des Mannes, der immer noch in der Ecke steht Ich räuspere mich und setze mich auf meinen Platz Entschuldigen Sie Kumpel, kenne ich Sie nicht? Ich sehe Sie manchmal auf der Plattform Der Mann schweigt einen Moment lang, dann kratzt er sich am Bart Ja, die Arbeit bringt mich von Bohrinsel zu Bohrinsel Ihr habt einen guten Standort, nicht so stürmisch wie die meisten Und was ist mit der, zu der wir gehen? Wird es dort stürmisch sein? Fragte ich ihn Der Mann seufzte, nicht vor Frustration, vielleicht nur vor Müdigkeit Ja, ja, es wird sehr stürmisch Die anderen scheinen jetzt ein wenig ermutigt zu sein Das Siegel ist gebrochen und die Fragen werden laut Welche Plattform ist es? War jemand schon einmal dort stationiert? War die erste Frage, die ertönte? Nein, antwortete der Mann Nein, ihr werdet es nicht gewesen sein Diese ist nicht kartiert Offiziell gibt es sie gar nicht Gehören sie dem Militär an? Wie ein geheimer Ölvorrat der Marine Wurden wir deshalb mit einem Kriegsschiff entführt? Der Blick des schmuttligen Mannes fällt auf die Tür im hinteren Teil des Raumes Und er reibt sich die Nase Es ist keine Ölplattform im eigentlichen Sinne Die Maschinen und Systeme werden jedoch denen ähneln, die sie gewohnt sind Wie der Kapität schon sagte, ist jede militärische Begleitung an diesem Auftrag offiziell ad hoc Für den Fall eines Notfalls Je weniger gesagt wird, desto besser, etc. Aber wenn es kein Öl ist, frage ich Mein Blut pumpt aus unbekannten Gründen heftig Was ist es dann? Was ist sein Zweck und warum ist es geheim? Schweigen bricht aus Und der Mann antwortet mit leiser Stimme Ehrlich, Jungs Ihr braucht euch keine Gedanken über den wahren Zweck der Anlage zu machen Und ich empfehle euch auch nicht, dass ihr versucht, ihn zu verstehen Ich bitte euch Ich weiß, es ist nicht einmal selbst Ich schwöre es und es ist besser so Ich verstehe, dass dies eine frustrierende Antwort ist Aber ich muss betonen, dass es in unser aller Interesse ist, wenn sie einfach ihre Arbeit machen, ihr Geld nehmen und nach Hause gehen Haben sie mich verstanden? Ich nickte leise Die Crew neben mir murmelte ihre Bestätigung Die Zahnräder in meinem Kopf beginnen sich zu drehen und malen bitterlich, während das seltsame Schiff in die Nacht segelt Es ist schon weit in den ersten Stunden des dunklen Morgens, als wir ankommen Und der Himmel ist immer noch schwarz und wütend, als wir den Zerstörer wieder verließen Ich rutschte aus und stolperte gegen die Reling, als das Schiff über die Oberfläche der aufgewühlten See schaukelte Wir haben natürlich alle das Geheimhaltungsgesetz unterschrieben Wie könnten wir auch nicht Der Kapitän verlässt das Schiff neben uns Und während wir uns unbeholfen auf den regennassen Plattformen der Plattform zusammenkauern Wechselt er ein paar ungehörte Worte mit einem Mann in einer Uniform Die ich nicht sofort erkannte und die ohnehin größtenteils durch eine riesige blaue Jacke verdeckt war Ich blinzele mit den Augen durch den Regenguss und nehme meine Umgebung in Augenschein Die Plattform ist kolossal, größer als die von der wir losgefahren sind Und hektischer Selbst um diese Zeit ist dieser Ort voller Menschen, in schweren Overalls und in Militäruniformen Soldaten patrouillieren auf jeder Ebene des riesigen Metallturms Eilen hin und her Eine Gruppe geht direkt an uns vorbei Die meisten tragen die britische Flagge auf dem Arm Aber ein paar weiter hinten tragen stattdessen norwegische Abzeichen Lampen und Suchscheinwerfer beleuchten den Regen in dicken, schweren Streifen Während sie die Brücken und Plattform abtasten, wobei die Schienen und Rohre verzerrte Schatten auf ihre Oberfläche werfen Aber im Inneren des Bohrturms, geschützt durch das große Eisenskelett, gibt es keine Pipeline für Öl Es gibt keinen Schlauch, den ich sehen kann und auch kein Bohrgestänge Ich halte mir die Hand vor die Augen, um sie vor dem Regen zu schützen Trete einen Schritt von der Gruppe weg und starre sie an Selbst als ein starker Lichtstrahl über mein Gesicht huscht Im Inneren des kreuz- und querstehenden Metallturms befindet sich eine riesige, monströse Kette Die größte, die ich je gesehen habe Jedes Glied muss mindestens so groß wie ein Auto sein Sie ist kolossal und erschreckend auf eine Art und Weise, die ich nicht ganz verstehe Und wenn ich hier auf dem Bahnsteig stehe, nur ein paar Meter entfernt, fühle ich mich so klein So unfassbar klein Die Kette verschwindet hinter den Trägern des Turmes, der sie trägt Und unter der Oberfläche der Plattform Vielleicht reicht sie bis tief unter das Meer Zu welchem Zweck sie das tut, weiß ich nicht Plötzlich werde ich von hinten angerempelt Ich stolpere vor Schreck und drehe mich um, um zu sehen, wer mich geschubst hat Und ein Streiflicht zeigt mir einen Mann mit einem Schutzhelm In der ausgestreckten Hand, seine Augen sind blutunterlaufen Und von dunklen Ringen umschattet Er ist völlig durcheinander Und wenn er mich ansieht, hat man das Gefühl Er starrt einfach nur durch mich hindurch Gehören sie zu den Übernehmern? Krächzt er mit heiserer und erschöpfter Stimme Ich tausche Blicke mit dem Mann um mich herum aus Ja, antwortete ich unsicher Ja, ich glaube, das könnten wir sein Plötzlich ertönt auf der anderen Seite des Bohrturms eine Sirene Ein lautes und unerträgliches Heulen Und wir springen auf und schrecken zurück Nun, wir Neuankömmlinge tun das Der umkämpfte Mann vor mir zuckt nicht einmal mit der Wimper Er schließt einfach die Augen und schüttelt den Kopf Nein, murmelt er Und dann lauter Nein, 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 fuck nicht mehr Er schlägt mir den Schutzhelm in den Magen und marschiert vorbei Die Soldaten haben begonnen, Befehle zu brüllen Aber ich kann sie wegen des Windes und dem Sirenengeholz nicht hören Die Plattform und die Rohre leuchten abwechselnd orange und blau Angst durchströmte mich, als die Plattform unter mir zu wackeln begann Captain Irons vom Schiff steht plötzlich vor uns und brüllt Befehle Er liest hastig eine Liste mit Namen ab und sagt meinen Kollegen, wohin sie gehen sollen Und in einem chaotischen Gedränge tun sie, was ihnen gesagt wird Dies scheint nicht die Zeit oder der Ort zu sein, um Rollen in Frage zu stellen Der Boden unter unseren Füßen wackelt Ich höre, wie die Wellen gegen die Beine der Bohrinse schlagen Und damit das überhaupt möglich ist Damit ich sie über das Gebläse, den tosenden Sturm und das Kreischen der Sirene hinweg hören kann Müssen sie in der Tat gewaltig sein Aus den Augenwinkeln kann ich etwas vom Meer sehen Und es ist ein Bild von wilder, dunkler und aufgewühlter Wut Aber mein Blick ist auf etwas anderes gerichtet Das Blut pocht in meinen Ohren, um sich der Kakophonie anzuschließen Ich bin mir vage bewusst, dass der Kapitän meinen Namen gerufen hat Aber ich kann seine Befehle nicht verstehen Er ist jetzt nach vorne getreten und rüttelt kräftig an meiner Schulter Aber ich kann mich nicht bewegen In blinder Angst bin ich wie erstarrt Und ich weiß nicht einmal warum Irgendetwas an dieser ganzen Anlage ist nicht richtig Überhaupt nicht richtig Und ich kann meine Augen nicht von der großen Kette losreißen Die schreckliche Kette, obszön in ihrer Größe, steht nicht mehr still Sie knirscht und bebt im Sturm Und ich beobachte ungläubig, wie sie sich aufzulösen beginnt Als ob etwas, eine unbekannte Kraft, sie verzweifelt tief unter die Oberfläche zieht Die große Kette knirscht Ihr monströses, metallisches Heulen Halt durch die Plattform, auf der ich mit zitternden Beinen stehe Die Kette bewegt sich Darin gibt es gar keinen Zweifel Irgendetwas zieht sie langsam unter die Oberfläche Ich kann sehen, wie sich ein Teil der Kette löst Und beobachte, wie sie widerwillig durch eine Reihe monströser Zahnräder Aus einem benachbarten, etwas kleineren Turm gezogen wird Der Kapitän schreit mir immer noch ins Gesicht Der Regen und die Strahlen der vorbeiziehenden Suchscheinwerfer Verwischen den Glanz seines goldschwarzen Visiers Seine Worte brechen schließlich durch das Heulen der Sirene Und das Rauschen der Wellen Und dringen in meine versteinerte Benommenheit ein Rack, Rack, du bist doch Rack, nicht wahr? Ich, ja, ja, das ist richtig Die Augen des Kapitänes blitzen auf Er nickt und weicht ein wenig zurück Schau mal rechts vom Turm, Rack Direkt dahinter, siehst du den grauen Zylinder? Ich sehe ihn Wellen des orangefarbenen und blauen Lichts der Sirene Rollen immer wieder über ihn hinweg Ja, ich sehe ihn Das Reservoir, richtig? Für die Hydraulik? Der Kapitän lacht laut Ein beunruhigendes und lächerliches Geräusch inmitten des unerbittlichen Chaos Prima, sagt er und legt mir eine raue, schwere Hand auf die Schulter Und sie spüren den Boden unter den Füßen? Hast du die Orientierung behalten? Ich, ja, ja, Käpt'n Brillant, das ist dein Revier, alter Junge Los geht's, im Eiltempo Er zieht seine Mütze und schreitet über den Bahnsteig zurück zu seinem Schiff Ich sehe ihm eine Sekunde lang nach, dann spüre ich, wie das Blut in meine Beine zurückkehrt Los geht's, Rack Sie zählen auf dich Höre ich von hinten Ja, richtig Das ist mein Auftrag Los geht's Meine Füße plätschern über die Oberfläche des Bahnsteigs Während ich auf die nächste Metallgittertreppe zusteuere Und mir den Schutzhelm richtig drehe, der mir so unsanft aufgesetzt wurde Der gesamte Boden ist wie ein sich kräuselnder Spiegel, der in weißem, blauen und orangefarbenen Blitzen leuchtet Als die Soldaten in Formation an mir vorbeisprinten, laufen ihre schimmernden Reflexe unter ihnen mit Verzerrt durch den Regenschauer Ich stolper an meinen Kollegen vorbei Die sechs, mit denen ich angekommen bin, habe ich bereits aus den Augen verloren Sie können inzwischen überall sein Ich überquere die Brücke zum Stausee Ich kann die Rohre und Schläuche zu den Hydraulikzylindern sehen Nicht ganz die gleichen wie die auf meiner eigenen Plattform, aber ähnlich genug Ein plötzliches Knirschen von hinten lässt mich sofort aufschrecken Und mich sofort umdrehen Und durch den Eisenkäfig des Turms ruckt die massive Kette plötzlich nach unten Wobei ein ganzes Glied in der Größe eines Transporters im Schatten unter mir verschwindet Großer Gott, was zum Teufel ist das hier? Murmelte ich atemlos, während mir der kalte Regen über das Gesicht rennt Ich kämpfe mich durch den Sturm zu den Zylindern Es ist ein Team von etwa neun oder zehn Leuten, schwer zu sagen, die sich alle um die Pumpen und Steuerventile scharen Ein Mann mit Schutzbrille schaut zu mir herüber Arbeitest du hier? Ruft er mir durch den Regen zu Ein gewaltiger Donnerschlag erschüttert den Himmel und begleitet das Heulen der Sirene Äh, verdammt, ja Ich glaube, das tue ich Rufe ich ihm zurück Der Mann mit der Brille nickt und zeigt mir ein Stück Zylinder Mach den Scheiß auf und sieh nach, ob er funktioniert, so schnell du kannst, Kumpel Oh Gott Ich dränge mich durch das Gewühl meiner neun Kameraden Das Adrenalin pumpt und ich drehe mich um Um eilig in einer Werkzeugkiste nach der Ausrüstung zu suchen, die ich zum Entfernen der Abdeckung brauche Ein Suchscheinwerferstrahl aus der Ferne tastelt meine unmittelbare Umgebung ab Und ich sehe einen blauen Mantel aufblitzen, der vom Wind herumgewirbelt wird Als ein Besitzer von der gegenüberliegenden Brücke an mir vorbeikommt Es ist der Mann, mit dem der Kapitän vorhin auf der Ladefläche gesprochen hatte Ich drehe mich um und sehe zu ihm auf, den Bohrer in der Hand Das ist wirklich peinlich, sagt der Mann im blauen Mantel zu dem Offizier zu seiner Rechten Während er an mir vorbeischreitet Er steht aufrecht und geht mit grimmiger Entschlossenheit Vierte Sirene heute Abend? Ist das eine Verarschung? Diese Art von schlampiger Kontrolle würde ich auf der dänischen Plattform erwarten Nicht aber auf dieser verdammten UKA Commander, ruft der Mann mit der Brille Und der Regen fliegt ihm von den Lippen, als er sich aufrichtet Woraufhin der Commander seinen Hut vor ihm zieht Status? fragt der Commander Der Rücken starr und die Hände schnell hinter den Rücken verschränkt Während der Wind seinen Mantel um die Schultern zerrt Ich habe keinen guten Blick auf sein Gesicht Aber ich kann einen dicken weißen Bart um sein Kinn peitschen sehen Kein großes Problem, Commander Antwortet der Mann mit der Brille Hydraulik funktioniert bald wieder, um klar zu sein Verdammt nochmal, mummert der Commander und wirft einen von seinem Visier schattenumhüllten Blick auf meinen neuen Kollegen Was zum Teufel ist dann das Problem? Zu viel Leine an der Kette Er wendet sich an den neuen Offizier zu seiner Rechten Finden sie heraus, was UKB und die Norweger vorhaben Wie oft ich Anna Rick diesen Monat schon sagen musste, dass sie ihren Scheiß schärfen sollen Scheiß drauf, bringen wir diesen Scheiß unter Kontrolle Ich habe keine Lust mich heute Abend mit einer fünften Sirene zu befassen Der Kommandant und sein Gefolge trampeln über die Brücke Ich beobachte, wie er einen Arm hebt und wütend auf die ächzende Kette deutet, die wie kleine Spielzeugdaten daneben aussieht, während sie daran vorbeigehen Wir arbeiteten uns weiter durch die Nacht Der Regen ließ schließlich zu einem erträglicheren Nieseregen nach Die See beruhigte sich, die Wellen schlugen weiter gegen die Beine der Plattform und die Sirene verstummte zum Glück Auch die Kette wird langsam und brutal durch den Turm gezogen und mechanisch wieder aufgerollt Wie ein Narr hatte ich erwartet, dass meine Schicht hier enden würde Dass man mir eine dringend benötigte Ruhepause gönnen würde Aber ich hatte mich geirrt Meine Schicht dauerte die ganze Nacht hindurch an Es stellte sich heraus, dass es doch eine kleine Störung in einem der hydraulischen Systeme gegeben hatte Aber da die Sirene nicht mehr ertönte und wir nicht herausfinden konnten, ob diese spezielle Störung dafür verantwortlich war oder nicht Kamen wir gemeinsam überein, es nicht zu erwähnen Erst als das silbrige Licht durch die Wolken hindurch andeutete, dass die Sonne aufgegangen war, wurde ich entlassen Wie ein Zombie marschierte ich zu dem mir zugewiesenen Schlafsaal Ließ mich auf ein schmales Bett an der Wand fallen Und fiel sofort in einen willkommenen, tiefen Schlaf Ich war der Erste, der wieder aufwachte Meine Mitbewohner schnarchten alle noch vor sich hin Ich rieb mir die Augen, legte die Beine über die Bettkante Und lasse meine Gelenke in meinen Arm und meinen Rücken knacken Eine Uhr an der Wand zeigte mir, dass es 12.20 Uhr ist Fünf Stunden Schlaf Na toll Ich fahre mir mit der Hand über das Gesicht Aber eigentlich fühle ich mich gar nicht so schlecht Auf einem Zettel, der unterhalb der Uhr an der Wand geklebt ist Es steht, dass das Hydraulik-Team B um 13.30 Uhr wieder zur Arbeit erscheinen soll Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um meinen Zettel handelt Da wir um diese Zeit entlassen wurden Jemand hat mit Bleistift das heutige Datum auf den Rand des Papiers gekritzelt Zusammen mit Commanders Orientation 13.15 Uhr Leise öffne ich die Tür und nach einem kurzen Spritzer Wasser ins Gesicht Einem Kleidungswechsel und einer zugegebenermaßen ziemlich ekligen Zahnbürste Beschließe ich, meine freie Stunde zu nutzen, um mich auf der Plattform etwas umzusehen Das Wetter hat sich beruhigt und obwohl die Sonne nicht gerade scheint, ist es angenehm genug Auf der Bohrinsel ist genauso viel los wie gestern Abend Aber die panische Stimmung hat sich zum Glück gelegt Während meines Spaziergangs treffe ich einen der sechs Leute von meiner vorherigen Bohrinsel Und wir quatschen ein paar Minuten lang Ich erfahre, wo sich die Schließfächer befinden In denen unsere Habseligkeiten deponiert sind Und bereue sofort meine Entscheidung, die Zahnbürste des unbekannten Soldaten zu benutzen Es ist bemerkenswert einfach zu erkennen, welche Arbeiter auf der Bohrinsel neu angekommen sind Und welche schon länger hier waren Man sieht es an den Gesichtszügen, den Augen und dem Gesichtsausdruck Der Art, wie sie sich allein schon bewegen Die Soldaten hingegen sind nicht zu erkennen Ich denke über ihren Zweck nach, während ich mir meinen Weg durch die inneren Gänge der Plattform bahne Wenn man so geht, als hätte man eine klare Richtung vor Augen Wird man in der Regel nicht gestört, hatte ich festgestellt Ich bin fasziniert von dem, was eine kleine Bibliothek zu sein scheint Die sich in den Wänden befindet In einem Haufen schäbiger Bücherregale stehen eine Reihe abgenutzter Bücher Und an der Wand kleben einige Karten von der Nordsee und der Bohrinsel selbst Als ich eine dieser Karten studiere, fällt mir etwas ins Auge Ein Wort, das absichtlich in das Metall der Wand daneben geritzt wurde Es ist nicht offensichtlich, aber jetzt, wo ich es gesehen habe Kann ich es ganz deutlich lesen Fix steht da Fix Ein kurzer, aber heftiger Adrenalinstoß durchfährt mich Könnte das Fix selbst geschnitzt haben? Könnte es von meinem Freund sein? Von genau dem Freund, der beim letzten Mal als einer der sieben für diese Anlage ausgewählt wurde Er musste es gewesen sein, ganz sicher Das Wissen, dass er hier war, lässt mich grinsen und ich schüttle ungläubig den Kopf Warum sollte er seinen Namen hier in die Wand ritzen? Ich schaue mich im Raum um Ich löse das Klebeband von dem Poster nebenan und ziehe es ab Aber dahinter ist nichts als eine leere Wand Nach kurzem Überlegen greife ich nach dem kleinen Bücherregal direkt unter dem Gekritzel Und schiebe es mühsam zur Seite Und tatsächlich Dahinter, an der Wand versteckt, befindet sich eine Reihe weiterer Schnitzereien Ich bin mir nicht sicher warum, aber ich fühle mich gezwungen, die Tür zum Bibliotheksraum zu schließen Und das tue ich auch, bevor ich mich hinhocke, um das Geschriebene zu studieren Hier ist eine Zahl eingemeißelt 41, 1, 34 Ein Datum vielleicht? Nicht wie irgendein Datum, das ich je gesehen habe Vielleicht ist es ein militärisches System, mit dem ich nicht vertraut bin Es gibt auch eine Zeichnung, eine grobe Zeichnung Es sieht aus wie ein kleines Viereck, das von einem größeren, bizarr Pac-Man-ähnlichen Wesen einer Pac-Man-ähnlichen Form verschlungen wird Oder zumindest eine Hälfte von ihm Ein Halbkreis mit einem Spalt für einen offenen Kiefer Es ist buchstäblich nur ein Haufen Linien, die in das Metallgerät sind Aber es beunruhigt mich auf eine Weise, die ich nicht erklären kann Neben dieser Zeichnung steht in Großbuchstaben der Satz Don't trust Potter Vertrau nicht Potter Potter? Wer zum Teufel ist Potter? Die Geräusche von Schritten auf dem Korridor veranlassen mich, das Bücherregal zu ergreifen und es schnell wieder an seinen Platz zu ziehen Arbeiter drängen durch die Tür und ich nicke ihnen zu, bevor sie die Gelegenheit haben, mich zu fragen, was ich hier eben getan habe 41, 1, 34 Traue Potter nicht Eine Zeichnung mit einem Halbkreis und einem Quadrat Sie haben alle irgendetwas zu bedeuten, da bin ich mir sicher Fix hat sie vielleicht zurückgelassen Da nur noch etwa 10 Minuten bis zur geplanten Besprechung mit den Kommandanten verbleiben, beschließe ich meine Erkenntnisse auf der größten Brücke der Plattform zu vertiefen, von der aus man einen hervorragenden Blick auf das umliegende Meer hat Von hier aus kann ich ein paar Schlachtschiffe in der Ferne sehen Eines davon könnte durchaus der Zerstörer sein von Captain Irons In der Ferne sehe ich außerdem zwei weitere Plattformen wie diese Und wenn ich die Augen zukneife, kann ich gerade noch die grobe Form einer Dritten erkennen, die sich weit am düsteren Horizont abzeichnet In der Nähe steht ein Mann, der ein Sandwich isst Die erste Person, die ich seit meiner Ankunft sehe, die nicht aktiv mit irgendeiner Aufgabe beschäftigt scheint Er scheint gut gelaunt zu sein, aber seine Augen sind glasig und müde Er nickt mir freundlich zu und ich nicke zurück Dann deutet er mir mit seinem Sandwich auf die weit entfernte Plattform Das? Das ist die norwegische Bohrinsel Murmelt er No Rick nennen wir sie Ah, antworte ich Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll Mein Name ist Rick, schön dich kennenzulernen, Kumpel Ei, antwortet er mir Dich auch, Kumpel Dan Kannst du mir irgendetwas über die Kette erzählen, Dan? Welche Kette? Fragt er und ich runzle verwirrt die Stirn Ich will gerade auf die kolossalen Metallglieder zeigen, die im Turm gehalten werden, als er mich anlacht Ich verarsche dich nur, Kumpel Ich weiß, was du meinst, aber ich habe keine Antworten für dich, fürchte ich Keine verdammte Ahnung Sie halten etwas unter Verschluss, das ist alles, was ich weiß Es bewegt sich mit den Stürmen Er blickt aufs Meer hinaus Und hier ist es immer stürmisch Bist du schon lange hier? Zehn Tage In weiteren vier bin ich fertig Es ist das zweite Mal, dass sie mich auf die Bohrinsel schicken Zu meiner Überraschung spüre ich eine Welle der Erleichterung Ah, die Leute kommen also tatsächlich von der Bohrinsel auch zurück Und natürlich tun sie das, die Vorstellung, dass sie es nicht tun würden Ich stemple mich im Stillen als nah ab Natürlich ziehen die Leute von hier aus weiter, warum sollten sie nicht? Das zweite Mal? Frage ich ihn Wie lange war deine erste Schicht? Fünf Tage Anscheinend verdreifachen sie den Lohn bei jeder weiteren Rückkehr Er nimmt noch ein bisschen und kaut nachdenklich Und ein Mann braucht das Und was heißt es mit dieser ganzen Militärpräsenz hier auf sich? Er zuckt mit den Schultern Wer weiß Um die Russen fernzuhalten vielleicht? Was auch immer sie hier vorhaben Es ist eine wichtige Sache, ganz klar Ich meine, sieh dir das hier an Ein Trio von Hubschraubern fliegt über uns hinweg Während er seine Arme ausbreitet Ich sehe sie vorbeiziehen Hm, ja, vielleicht Ich bleibe auf der Stelle stehen und denke darüber nach Was ich an die Wand gekritzelt gesehen habe Wäre es unklug, es diesem Kerl gegenüber anzusprechen? Sollte ich es Dan gegenüber verschweigen? Scheiß drauf, dachte ich mir Kennst du jemanden namens Podder? Er wirft mir einen seltsamen Blick zu und hält inne Nein, antwortet er Kann nicht behaupten, dass ich ihn kenne Allerdings arbeite ich nur auf dem obersten Deck Daher ist mein Bekanntenkreis relativ klein Die Militärpolizei hier hat den Spitznamen Plodders Falls das etwas zu bedeuten hat Nein, nein, aber trotzdem danke Er sieht mich wieder an Sein Gesichtsausdruck verändert sich Und er richtet sich auf Weißt du, du stellst eine Menge Fragen, Rack Um ehrlich zu sein, frage ich mich Was du überhaupt hier machst Normalerweise schicken sie keine Typen wie dich Nicht nach meiner Erfahrung Ich lache unbeholfen Aber Dan erwidert das Lachen nicht Er hält meinen Blick Einen angespannten Moment lang stand Zuckt dann mit den Schultern Und schaut wieder aufs Meer hinaus Ich atme auf Ich schätze, deine Fähigkeiten sind im Moment einfach gefragt Sie nielt er vor sich hin Als ich die Zeit erkenne, bedanke ich mich für das Gespräch Und mache mich auf den Weg zur Besprechung mit dem Commander Ich schaffe es gerade so Aber zum Glück bin ich nicht der Letzte, der kommt Er sagt nicht viel wirklich Er geht nur grob über einige grundlegende logistische Fragen durch Weist auf die wichtigen Aufgaben für den Tag hin Und heißt uns offiziell auf der Plattform willkommen Es ist keine besonders fröhliche Begrüßung Und besonders interessant ist es auch nicht Er erwähnt, dass wir alle am Ende unseres Dienstes in Norwegen Einer langen Nachbesprechung unterzogen werden Und dann sagt er noch etwas Etwas, das auffällt Etwas, worüber ich noch lange nachdenke Was immer ihr hier auch hören mögt Sagt er und mustert den Raum Ein Auge hell und glänzend wie poliertes Messing Das andere geblendet, ein vernarbtes Weißgrau Was auch immer sie sehen mögen Es wird vorgeschlagen, dass sie diesen Scheiß beiseite schieben Und für die Nachbesprechung aufheben Ich möchte sie daran erinnern Dass die britische Regierung Verstöße gegen den Official Secrets Act sehr ernst nimmt Verdammt ernst sogar Seine Augen treffen die meinen Ich auch Und ich bin schlimmer als diese Wichser in London Das kann ich ihnen versichern Die Spannung hält die Luft still und dick und schwer Dann bricht sie mit einem plötzlichen Klatschen wie Eis weg Der Commander nickt und deutet mit einer Geste zur Tür Und es ist klar, dass das Treffen nun beendet ist Mein Tag ist ziemlich ereignislos Ich lerne nur wenig und mache keine geistigen Fortschritte bei den mysteriösen Kritzeleien Die vermutlich von Fix selbst hier hinterlassen wurden Meine Schichten sind so aufgeteilt, dass ich sechs Stunden arbeite und sechs Stunden frei habe Schwierig Und in der Nacht wird es noch härter Es regnet wieder Der Wirbel und das Brodeln des Sturms Als wäre er wütend über die Anwesenheit der Plattform in seinen Gewässern Ich zittere, als ich die Lichter an dem riesigen Steuerventil vor mir überprüfe Die Spannung ist jetzt spürbar Das hier ist etwas ganz anderes als alles, was ich bei der Besprechung mit dem Commander erlebt hatte Alle Zähne sind zusammengebissen Jedes Augenpaar blickt gespannt auf die leise Sirene Soldaten und Arbeiter sind gleichermaßen nervös Warten, beten, dass die Sirene nicht losgehen würde Das drohende Zerbrechen des Friedens ist vielleicht schlimmer als das Zerbrechen selbst Und schließlich geschieht es natürlich doch Die Sirene durchschneidet mich wie ein Messer Und die Welt des Metalls um mich herum leuchtet orange und blau, orange und blau Überall auf den Brücken Die Schienen, das Metallwerk und die Zahnräder Die vielen Plattformen und das riesige, hoch aufragende Derrick-Skelett Und die Kette, die darin ächzt Das Chaos kehrt zurück Es ist unbeschreiblich stressig Aber das Problem, wo auch immer es herkommt Ist nach einer Viertelstunde oder so behoben Und die Sirene hört auf Wir atmen alle kollektiv auf Als das brutale Orchester unserer stürmischen Domäne uns eine Pause gönnt Für eine Weile Denn nach einer weiteren angespannten Stunde ertönt sie wieder Und danach ertönt sie wieder Mir ist schlecht Das ist unerbitterlich Wollten sie uns deshalb so verzweifelt hierher bringen Weil die vorherige Besatzung buchstäblich kollabiert ist Aber dieses Mal hört die Sirene nicht auf Sie heult einfach weiter und schreit ihre Verzweiflung in die Nacht hinaus Verflucht, es ist so verdammt laut Die Frustration, die wir empfinden, wächst zu Wut Wut, die sich schnell in einen Zittern der Nerven verwandelt Und dann weiter in kalte Angst schmilzt Warum hört diese verdammte Sirene nicht auf? Wo ist der Kommandant? Der Leiter unserer Abteilung Der Mann mit der Brille Oder Goggles, wie ich ihn genannt habe Nimmt seinen Helm ab Und fährt sich mit der Hand durch die Haare Nochmal, ruft er Checkt alles nochmal durch Haben wir irgendetwas übersehen? Die Kette zuckt und ruckt Zu meinem Entsetzen schwingt sie langsam zur Seite Und kracht gegen die Seite des Metallturms, in dem sie sich befindet Wobei die Vibration des Schocks durch die gesamte Anlage donnert Oh verdammt, brüllt Goggles entsetzt Wo ist dieser verdammte Kommandant? Und dann gibt es ein weiteres Geräusch Ein Knall, der aus der Ferne durch die Luft schallt Ich erhebe mich auf zitternden Beinen Lehne mich über die Reling und schaue durch den Regen aufs Meer hinaus Eine Art Kriegsschiff Näher als zuvor, aber immer noch weit entfernt Feuert auf die aufgewühlten Wellen Seine Geschütztürme leuchten in strahlendem Weiß auf Und eine halbe Sekunde später folgen das Dröhnen und Rasseln des Feuers Da ist etwas auf dem Meer Weitere Schiffe kommen durch den Dunst Ich kann sie sehen, ich kann ihre Lichter sehen Und das Wasser zwischen ihnen bewegt sich Und schwillt in einer Weise, die keinen Sinn ergibt Die dunklen Wellen steigen an Kolossal Ich wische mir den Regen aus den Augen Ich kann es nicht ganz erkennen Und ich begreife es Alle sind abgelenkt Abgelenkt von der Lichtshow auf dem Meer Die Arbeiter haben sich von ihren Plätzen entfernt Ich kann alles um mich herum sehen Wenn ich nach Antworten suchen will Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt Also ergreife ich den Moment Mit einem kurzen Blick nach hinten Sprinte ich durch die Schatten der Gleise davon Ich überquere den Bahnsteig und versuche dabei Wie jemand auszusehen, der ein klares Ziel vor Augen hat Ich bin gerade dabei, mich in der Mitte der Anlage durchzuschlagen Als über mir vier Hubschrauber auffliegen Mir läuft das Wasser im Mund zusammen In diesem Raum zu fliegen Die müssen verrückt sein Aber sie haben etwas dabei Alle vier tragen ein Stück der kolossalen Kette Die auch im Turm gehalten wird Und an beiden Enden mit vermutlich riesigen, gigantischen Ankern beschwert ist Ich weiß, dass ich meine Zeit nicht verschwenden sollte Aber ich kann nicht anders als zuzusehen, wie sie aufs Meer hinausfliegen Flüchtig beleuchtet im Schein des Kriegsschiffeuers Und dann schweben sie an Ort und Stelle So gut es bei dem Wetter möglich ist Und die Kette wird freigegeben Sie fällt durch die Dunkelheit auf das aufgewühlte Meer hinab Und schlägt mit einem Krachen auf der Oberfläche auf Die Gist spritzt langsam und massiv Während das Eisen hinab senkt Mit pulsierendem Blut drehe ich mich um Und dränge weiter in die Narbe Die Karte, die ich in der Bibliothek gesehen habe Stelle ich so gut wie möglich in meinem Kopf nach Und orientiere mich Ich gehe zum Hauptquartier des Personals Dem der Offiziere Ich marschiere zielstrebig an den Gruppen eiliger Soldaten vorbei Wobei ich darauf achte, keinen Blickkontakt herzustellen Und am Ende des Korridors finde ich, was ich suche Auf der Karte in der Bibliothek War es nur als Tür eingezeichnet Ohne einen Raum dahinter Aber das ist unmöglich Und tatsächlich, hier gibt es einen Raum, der in Dunkelheit gehüllt ist Aktenschränke säumen die Wände Auch ein Schreibtisch ist angeschlossen Leer, bis auf eine Flasche mit Vitamin D Tabletten Aber das ist gut Aktenschränke Sind hier vielleicht Personalakten drin? Vielleicht finde ich Informationen über Podder Oder über die Kette Ich weiß, ich bin ein Idiot Die meisten würden einfach das Geld nehmen Sich zurückhalten und nach Hause gehen Vermutlich werden sie deshalb ausgewählt Aber ich gehöre nicht dazu Ich bin es einfach nicht Ich fahre mit einer Hand über die Schränke Natürlich sind alle verschlossen An jeder einzelnen Tür sind seltsame Stahlvorhängeschlosser angebracht Alle im Muster 0000 Eine Glühbirne geht in meinem Kopf an Ich erkenne dieses Muster Es ist dasselbe wie die Zahl, die Fix an die Wand geschrieben hatte 41 1 34 Na gut Scheiß drauf Murmel ich vor mich hin Knacke mit den Fingerknöcheln Und mache mich an die Arbeit Ich beginne die Vorhängeschloss Nummer 1 Und arbeite mich erst nach unten und dann nach oben vor Enttäusch mich jetzt nicht Fix Ich arbeite schnell und brauche nur ein paar Minuten Aber die Zeit fühlt sich an, als würde sie sich hinziehen Ich rechne jeden Moment damit, dass ein Beamter hereinplatzt und mich verhaftet Aber das ist nicht der Fall Und bei Schrank Nummer 7 schnappt tatsächlich das Vorhängeschloss auf Ah Ich grunze mit verzweifelter Freude, reiße die Tür auf und durchstöbere die Ordner und Akten darin Ich schnappe mir eine Hand voll davon und werfe sie auf den Schreibtisch Klappe sie auf und versuche so viel wie möglich aufzusaugen Ich habe keine Lust lange hier zu bleiben Frustrierenderweise sind die Akten nicht alphabetisch geordnet Es scheint nicht einmal eine kohärente Ordnung zu geben Es gibt seitenweise Berichte Auf einigen sind mit Kugelschreibern Notize gekritzelt Oder schwarze Balken mit der Aufschrift zurückgezogen angebracht Alle Bohraktivitäten an der Baustelle ArcSign3 sind sofort einzustellen Bericht von 1986 Ich blätter in einem anderen Ich achte darauf, dass das Regenwasser nicht von meinem Gesicht auf das Papier tropft Dringend Umleitung des britischen Kernwaffenprogramms Trident Budget auf ArcSign3 Entdeckung 17-18% empfohlen Eine Botschaft von 1987 Ich habe keine Zeit den ganzen Text zu lesen Ich nehme nur auf was ich kann Das Personal wird den neuen Bohrinseln UK A und UK B für einen Zeitraum von höchstens 2 Wochen zugewiesen Standardisierung mit norwegischen und dänischen Bohrinseln empfohlen Größere Personalstärke während der Wintermonate empfohlen Die wahre Natur der Entität soll auf der höchsten Stufe der Klassifizierung bleiben Ich stoße einen kalten und unwillkommenen Lufthauch aus meinen Lungen aus Entität? Was für eine Entität? Ich hebe die Akte in Richtung der einzigen Lichtquelle im Raum Sie flackert während draußen der Wind und die Sirene heulen Ein Stück zerrissenes, braunes Papier fällt aus der Akte und landet auf dem Schreibtisch Mein Herz klopft unaufhörlich während ich es aufhebe und durchlese Es ist ein Ausschnitt von etwas, was ich als Gedicht beurteilen würde Handgeschrieben mit feiner Tinte von einem Mann namens Alfred Lord Tennyson aus dem Jahr 1830 Unter den Dornen der oberen Tiefe, weit unten in der abtrünnigen See Sein alter, traumloser, unbefleckter Schlaf Das Papier ist zerrissen und das Gedicht endet dort Es ist fast so, als ob ich mich selbst von oben beobachte Während ich die Papiere mit rosigen und zitternden Fingern zurück in den Ordner stecke Als ich sie zurück in den Schrank schiebe, die Zahlenkombinationen des Schlosses neu mische Und mit bleichem Gesicht und schwankendem Magen durch die Gänge zurückschreite Wird mir klar, dass ich einen schrecklichen Fehler gemacht habe Ich hätte niemals zustimmen dürfen, die Reise hierher anzutreten Ich hätte niemals das Geheimhaltungsabkommen unterzeichnen dürfen Und ich hätte mich niemals in diesen Wahnsinn hineinziehen lassen dürfen Die wahre Natur der Entität Was für eine Entität Keine Panik ist alles, was ich mir sagen kann, als ich in den Sturm zurückkehre Als der Regen erneut gegen meinen Kopf und meinen Rücken prasselt Als die Blitze zucken und als ein schreckliches, fremdartiges Brüllen über das Meer ertönt Es lässt mich innehalten Es ist bei weitem das schlimmste Geräusch, das ich seit meiner Ankunft gehört habe Und ich habe schon viele verstörende Geräusche erlebt Es heilt über das sich windende Wasser und hinauf in die Wirbel des Himmels Und eine große, rüttelnde Kraft von unten wirft mich plötzlich zu Boden Ich rutsche über die Oberfläche der Plattform Stütze mich auf die Ellbogen und traue meinen Augen kaum Als die Kette eines riesigen, eisernen Rades von unten gegen die andere Seite der Plattform gedrückt wird Ich beobachte, wie es gegen einen Kran prallt Der sich sofort mit dem Geräusch von reißendem Metall von der Plattform löst Und in die aufgewühlte See stürzt Die Kette knirscht gegen den Turm Um mich herum herrscht jetzt pure Panik Und mit einem katastrophalen Krachen kann ich nur noch zusehen Wie die große Kette den Kampf gewinnt Und in einem Schauer aus zerbrochenem Metall Durch die Seite des Skelettturms kracht Sie durchschlägt den Rand der Plattform Schwingt auf mich zu und reißt das riesige Rad von unten mit sich Das um den Rand des zerbrochenen, weit entfernten Plattformsteils geschleift wird Und meine Schreie werden eins mit denen der Sirene Und ein paar raue Hände packen mich am Rücken meiner Jacke Hastig werde ich durch den Regen über den Bahnsteig gezogen, während die Kette vorbeischwenkt Es wird klar, dass die Glieder durch das kolossale Eisenrad verlaufen Und zwischen ihnen zerreißen sie den Rand der Plattform Und zerschmettern die Ladebuchten und die übrigen Kräne so leicht, als wären sie einfach nur aus Papier Das Dach des zentralen Drehkreuzes der Bohrinsel wird in einem Hagel von zerbrechenden Balken und Beton zerstört Als die Kette unerbittlich durch sie hindurch kracht Die Hände lösen sich vor meinem Nacken Und ich lasse mich mit einem Platschen auf den nassen Boden fallen Nichts davon fühlt sich real an Es ist, als wäre ich in einem Traum Einem schrecklich wirbelnden Albtraum Ich drehe mich um, um zu meinem Retter aufzublicken Und ein Blitz draußen auf dem Meer beleuchtet das Profil des Kommandanten Sein gutes Auge leuchtet in scharfem Kupfer Das andere ist in Schatten gehüllt Sein Mantel ist zerrissen und sein Bart wild gepeitscht Auf deinen Posten, Junge, brüllt er mit einer Stimme wie Donnergrollen Und blickt zwischen mir und der Kette hin und her Diese Nacht ist noch nicht zu Ende Ich sag's euch jetzt Ich klettere zurück durch die Pfützen Halte mich am nahen Geländer fest Und versuche mich aufzurichten Was zum Teufel soll das? Ich schreie ihn an Was sollen wir denn jetzt machen? Unsere Aufgaben, bellt er zurück Weitere Hubschrauber fliegen über uns hinweg Und kämpfen sich durch den Wind Ein Offizier nähert sich und hält mit einem zitternden Salud inne Während die zitternde Kette stetig über dem Kopf aufs Meer hinausgezogen wird Und die ganze Plattform zittert Bestätigt, Kommandant, ruft der Offizier Katastrophales Versagen im angeklagten Abschnitt Aber es ist zu spät, sagen sie Sie können nichts mehr tun Um die kümmert man sich morgen früh, antwortet der Kommandant Erzählen Sie mir von der Pneumatik Was haben wir von den Notrollen? Pneumatische Trommel 1 ist weg, Kommandant Antwortet der Offizier Völlig zerstört Die Trommeln 2 und 3 sind einsatzbereit Aber Trommel 3 ist beschädigt Bringen Sie sie am Turm an oder Verdammt nochmal, was davon übrig ist Die Soldaten sprinten in manischen Trupps über die Plattform Die Schlachtschiffe feuern mit großem Getöse in die Wellen Beide, fragt der Offizier beunruhigt Aber Kommander, der derzeitige Druck der Kette liegt nahe, stottert er Wenn wir beide Rollen verlieren, bringen Sie sie jetzt an! Der Kommander brüllt Jetzt verdammt nochmal! Der Offizier hebt rasch den Arm zum Salut und sprintet durch die gebrochenen, sich verschiebenden Schatten der Schienen und des Metallwerks davon Zwingen Sie mich nicht, sie noch einmal aufzufordern Grunzt mich der Kommandant an und wendet sich zum Gehen Aber ich rufe ihm nach, törichterweise und verzweifelt über das Stöhnen des Sturmes hinweg Noch nie in meinem Leben habe ich ein solches Grauen empfunden Ich ertrinke darin Es fühlt sich an wie das verdammte Ende der Welt Was ist das für ein Ort, Kommander? Ihr müsst es mir sagen Was ist da unten? Ich... Ich weiß es ja Ich weiß von der Entität Was ist es? Was verbergen Sie? Der Kommandant bleibt auf der Stelle stehen Sein Mantel kräuselt sich und schlägt im Wind Im Takt mit seinem verzerrten Spiegelbild, das sich in der überfluteten Plattform unter ihm spiegelt Er leuchtet von allen Seiten in grellem Orange, dann Blau, Orange, dann Blau Zufällige weiße Lichtblitze von den Suchscheinwerfern, dem Blitzen und dem Artilleriefeuer der fernen Kriegsschiffe Begleiten die Farben der Sirene in Stoßweißen aufblitzen Die Schatten, die geworfen werden, wechseln ständig und sind schwarz wie das Nichts Er dreht sich auf der Stelle und marschiert direkt auf mich zu Ich stolpere erschrocken zurück, aber er packt mich am Kragen Fragen, 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 murmelt er laut über das Getöse hinweg Ich hasse es, wenn die Fragesteller auf die Plattform kommen, weißt du das? Ich hasse es verdammt nochmal Seine Augen sind so groß und wütend, als er beginnt mich über die Plattform zu ziehen Seine abgenutzten und verhärteten Gesichtszüge, sein weißer Bart, sie sind trügerisch, wie ich jetzt feststelle Der Kommandant ist stark und muss Jahre jünger sein, als sein Aussehen vermuten lässt Weißt du, wo sie Fragen lieben, Rack? Das ist doch dein Name, oder? Die U-Boote Seine Worte klingen scharf Eine Flut von Panik bricht über meine gebrochene Konstitution herein Ich versuche den Kommander abzuwehren, aber er stolpert über mich und wirft mich zu Boden Sie kämpfen um die Besatzung, sagt er Sie waren nicht auf einen aktiven Einsatz heute Nacht vorbereitet Ich wollte sie ohnehin abkommandieren, aber weißt du was? Ich denke, sie würden von ihrem Fachwissen profitieren Auf der Bohrinsel sind sie mir heute Nacht nicht von Nutzen Ich stelle mir vor, wie ich in einem U-Boot gefangen bin Klaustrophobisches, kaltes, unnachgiebiges Metall Umgeben nur von eisigem, schwarzem Wasser und dem Schrecken unter der Wellen Der Druck wächst, während wir tiefer und tiefer sinken Nein, nein, ich will nicht, schreie ich Seine Gesichtszüge sind wieder im Schatten, aber seine Silhouette leuchtet hell gegen den donnernden Nachthimmel Du weißt also von der Entität Nun, du bist nicht der Einzige, der etwas wissen kann, Rack Ich weiß, dass du heute Nacht deinen Posten verlassen hast Ich weiß, dass du dich von deiner einzigen Pflicht gegenüber dem Rick gedrückt hast Ich weiß, dass die Hydraulikabteilung während ihrer Arbeit katastrophal versagt hat Mit jedem Wissen kommt er einen Schritt näher auf mich zu Und seine Stimme wird lauter Mein Herz klopft vor Verzweiflung Bewegen sie ihren Arsch in das verdammte U-Boot Und vielleicht vergesse ich dann ein paar Dinge Hast du mich verstanden? Und jetzt auf die Beine! Bist du ein Mann oder ein verdammter Hund? Er zerrt mich hoch und schleift mich durch einen Korridor mit kreuz und quer verlaufenden Rohren hinunter Auf eine niedrige Plattform auf der gegenüberliegenden Seite der großen Plattform Ein Bereich, dessen Kante rissfrei bleibt Unversehrt durch den Zug des kolossalen und zerbrochenen Eisenrades Er geht in die Hocke und reißt mit einem Klirren eine Tür im Boden auf Sie gibt den Blick auf eine verrostete Leiter frei, die zum Meer hinunter führt Er sieht mich an Oh Gott! Meine Optionen wirbeln in meinem Kopf im Takt der heulenden Sirenen umher Ich streiche mir die regennassen Fransen aus den Augen Was zum Teufel soll ich tun? Was kann ich tun? Weglaufen? Könnte ich irgendwo hinfliehen? Und was dann? Wenn die Plattform wie durch ein Wunder die Nacht überlebt, werden sie dich irgendwann finden, oder? Man kann ja nirgendwo hinlaufen Und da kommt man vor ein Kriegsgericht Können Zivilisten überhaupt vor ein Kriegsgericht gestellt werden? Würde man mich einfach auf dieser Stelle hier erschießen? Oder noch schlimmer? Fuck! Vergiss das Kriegsgericht! Hier geht es um dein Leben! Ich fluche vor Frustration Und was ist, wenn die Kette die gesamte Boa-Insel ins Meer reißt? Was dann? Ein U-Boot könnte buchstäblich der sicherste Ort sein Aber warum hat der Kommandant seine Meinung geändert? Was zum Teufel spielt er hier? All diese Gedanken und noch mehr schäumen und brodeln wie der Schaum auf den grauen Wellen unter mir Aber letztendlich hat es keinen Sinn so zu tun, als ob meine Entscheidung nicht schon gefallen wäre In Zeiten von großem Stress, Chaos und Unordnung Wenn die Möglichkeiten so komplex sind wie bei mir Ist es einfach einfacher den Anweisungen der Verantwortlichen zu folgen Vielleicht hätte ich im Nachhinein anders gehandelt Ich hätte mir einen genialen Plan einfallen lassen Aber diesen Luxus kann ich mir in der Hektik des Augenblicks nicht leisten Also runzle ich die Stirn, nenne den Kommandanten ein Arschloch Steige auf die Leiter und stütze mich an den eisigen Sprossen ab Wir sehen uns auf der anderen Seite, ruft der Kommandant zu Und ich sehe, wie er ein Funkgerät von seinem Gürtel zum Mund führt Er klickt die Falltür zu, während ich meinen wackeligen Abstieg beginne Ich klettere hinunter, Sprosse für Sprosse, alles ist glitschig Das Rauschen des Meeres unter mir wird lauter Da unten ist ein Ungeheuer, dessen bin ich mir sicher Was könnte es sonst sein, die verdammte Entität? Sprosse für Sprosse steige ich hinab »Oi!« schreit ein Megafund verzerrtes Geräusch von unten Und unterbricht meinen Gedankengang Und ich rutsche vor Schreck fast von der Leiter Ich halte mich fester und verdrehe meinen Hals, um nach unten zu sehen Es ist nicht mehr viel von der Leiter übrig Es geht noch ein paar Meter hinunter Und dann ist das Ende in den wirbelnden, anschwellenden Wassermassen verschwunden Die oberste Narbe eines großen grauen U-Boots ist daneben aufgetaucht Es schaukelt unauffällig im Strudel Ich habe es nicht mal aufsteigen hören Ein Mann im Overall hat die Luke auf der Oberseite des Rumpfes geöffnet Seine obere Hälfte ist sichtbar Er winkt mir zu »Hydraulik?« schallt seine Stimme durch das Megafund Ich nicke so deutlich wie ich kann Und zwinge die Angst aus meinen Lungen, um eine Antwort herauszuschreien »Ja, ja, verdammt, das bin ich!« »Großartig! Spring!« antwortet er »Spring?« »Ich kann verdammt nochmal nicht springen!« »Sollte da nicht ein Boot sein oder eine Brücke, oder?« »Ich kann dich nicht hören, Kumpel«, antwortet das Megafund »Mach schon, so schnell du kannst!« Ich schlage mit dem Kopf gegen die Leiter Aber bevor ich mich noch mehr aufregen kann Nutze ich das Adrenalin so gut es geht Und stürze mich die restlichen Sprossen der Leiter hinunter Drehe mich und rechne Und ich stoße mich einfach blind ab Meine Beine treten durch das Eis und die salzige Seeluft Meine Arme fuchteln und ich lande mit einem dumpfen Schlag auf dem Rumpf des U-Bootes Der Mann mit dem Megafund greift nach meiner Jacke Und zieht mich durch die Luke hinunter den Rumpf des Schiffes Ich benutze die Sprossen der U-Boot-Leiter, um meinen Abstieg zu verlangsamen Aber im Grunde stürze ich in einem regengetränkten Haufen auf dem Boden Ich drehe mich auf die Seite und huste »Ich bin der Hölle«, stoße ich hervor »Noch bist du es nicht«, antwortete der Mann mit dem Megafund und hilft mir auf die Beine Dann kletterte er die Sprossen hinauf, greift nach oben und zieht die Luke mit einem Knall zu Die Geräusche des Sturms und der See werden augenblicklich gedämpft und größtenteils durch ein tiefes, alles umgebende Scrollen ersetzt »Terry«, sagte er und streckt seine Hand aus Ich ergreife sie und zittere »Rack« »Danke, dass du gekommen bist, Rack, wir wissen das zu schätzen« »Ich... ja, also...« »Ich hatte nicht wirklich viel« Ich spüre, wie sich meine Umgebung verändert Ich zucke zusammen, als meine Ohren knallen, eins nach dem anderen Wir gehen nach unten Das kommt alles so plötzlich All das, es geht einfach nur los, 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 es ist wahnsinnig Gerade eben noch habe ich gesehen, wie die Kette aus dem Turm selbst herausgerissen wurde Was könnte so etwas tun? Was für ein Ding könnte solche Kraft haben? Und was, wenn sich die Kette in ihrer ganzen Länge auflöst? Was dann? Die jüngsten Erinnerungen schießen mir durch den Kopf und ich muss mich an einem nahegelegenen Rohr festhalten, um nicht zu taumeln Terry sieht mich mitfühlend an Halte durch, Kumpel »Hier drin bist du besser dran als da oben, glaub mir« »Sie sagen uns, dass sie die Kette verlieren« Ich nicke nur und atme tief ein und aus »Und dann nochmal« »Komm mit, ich zeige dir die Auslassventile« »Sie arbeiten nicht ganz so, wie sie sollten« »Normalerweise wäre das kein Grund zur Sorge, aber Sie wissen ja, das sind relativ unerforschte Gewässer, wenn Sie das Wortspiel verzeihen« »Ich antworte nicht, sondern richte mich auf und folge ihm zu den Maschinenräumen weiter unten« »Das Rauschen des Wassers um uns herum ist paradoxerweise ziemlich beruhigend, wenn ich nicht zu viel darüber nachdenke« Terry fährt fort »Wir sind froh, dass Sie hier sind. Unsere normalen Hydrauliker wurden gestern für Wartungsarbeiten am Hodder gestohlen« »Der was?« Er wirft mir einen Blick zu »Wisst ihr es nicht? Der Bohrer, das ist ein Akronym, hydraulisch betriebener Tiefbohrer, wir nennen ihn einfach nur Hodder« »Die Militärs lieben ihre Akronyme, und ich erinnere mich, was ich in dem Bericht gelesen hatte in der Geheimakte« »Alle Bohraktivitäten sind sofort einzustellen« »Ein Bericht von 1986« »Ich dachte, sie hätten alle Bohrungen eingestellt« »Ja, nach Öl natürlich. Aber der Hodder ist winzig. Sie schicken das Ding nur bei seltenen Gelegenheiten runter, um Proben vom Meeresboden zu nehmen« »Verwirrt und mit Mühe und Not konnte ich im Maschinenraum stehen« »Terry klopft mir auf die Schulter und weist mir den Weg zu den Werkzeugen« »Dann verabschiedet er sich und sagt mir, wo ich ihn finden kann, wenn ich ihn brauche.« »Und so mache ich mich, wie eine programmierte Maschine, einfach an die Arbeit.« »Ich tue das, was ich am besten kann. Deshalb bin ich ja auch angeblich hier.« »Während ich arbeite, schaue ich mich um. Es gibt keine Fenster. Seit ich das U-Boot betreten habe, habe ich keine mehr gesehen.« »Mir gefällt das ehrlich gesagt ganz gut.« »Ich kann so tun, als ob nichts von all dem hier passiert.« »Ich kann so tun, als ob ich wieder auf meiner eigenen Plattform wäre.« »Ich kann so tun, als ob ich wirklich arbeiten.« »Ich bin nicht in einem Militär-U-Boot erpresst worden.« »Ich bin nicht hunderte und aberhunderte von Metern unter dem Meer gefangen.« »Ich wurde nicht auf eine unbekannte Bohrinsel mitten in den Ozean geschickt.« »Ich bin nicht in Gefahr, mein Leben in einer Welt unvorstellbarer Albträume zu verlieren.« »Und ich bin nicht unmittelbar einem unaussprechlichen Schrecken ausgeliefert, der unter der Oberfläche schläft.« »Aber er schläft nicht mehr, oder?« »Ich schiebe diese Gedanken beiseite und arbeite einfach nur so gut ich kann an der Hydraulik vor mir.« »Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergeht.« »Aber als ich glaube, dass ich meine Aufgabe zufriedenstellend erledigt habe, klettere ich die Ebenen wieder hinauf und gehe durch die Gänge des U-Boots.« »Sie sind eng und kalt. Das Klirren meiner Schritte halt leise an den Wänden wieder.« »Außerdem sind sie merkwürdigerweise leer.« »Ich hatte mir militärische U-Boote immer belebter vorgestellt.« »Ich treffe jedoch auch auf andere Menschen, als ich durch eine Metalltür am Ende des Korridors in einen Raum am vorderen und oberen Ende des U-Boots trete.« »Einen Raum, der an der zentralen Narbe befestigt ist. Das Licht ist schwach und grün. Der Raum wird von einer Reihe von schwachen Glühbirnen über dem Kopf beleuchtet.« »Zu meiner Überraschung ist die Vorderseite dieses Raums gewölbt und nicht aus Metall gefertigt. Sie ist stattdessen aus Glas oder zumindest aus einem anderen dicken transparenten Material gebaut worden.« »Dahinter ist nur die Tiefe und die Dunkelheit des Meeres. Die schwachen Scheinwerfer des U-Boots erfassen nichts als Wasser.« »Es sind noch fünf andere mit mir hier drin. Einer ist eindeutig der Kapitän, ein Mann in Grau. Er dreht sich in seinem Stuhl und nickt mir zu. Ein anderer ist Terry, der lächelt.« »Ich bin immer noch von dem Glas eingenommen.« »Was zum Teufel ist das?« frage ich. »Militärische U-Boote haben doch keine Wände aus Glas, oder?« »Ich dachte, die wären aus massivem Metall.« Terry wirft mir einen weiteren fragenden Blick zu. »Nun, natürlich haben sie das nicht. Aber das hier ist doch kein typisches U-Boot, oder?« »Einige der anderen Besatzungsmitglieder haben sich umgedreht und sehen mich mit ähnlicher Neugierde an.« »Einer von ihnen, stelle ich zu meiner Verwunderung fest, ist in eine Art religiöses Gewand gehüllt.« »Ich habe das Gefühl, dass ich den Verstand verliere,« stoße ich hervor. »Was machen Sie an Bord?« »Nun, ich bin der U-Boot-Kaplan,« antwortet er vorsichtig und hebt eine Augenbraue. »Der was? Sie meinen so etwas wie ein Priester oder so? Wozu braucht man so etwas auf einem U-Boot?« »Alle starren mich jetzt an. Die Verwirrung in ihren Gesichtern ist vielleicht noch größer als die Verwirrung in meinem. Es wird klar, dass ich nicht die Art von Person bin, die Sie erwartet haben, die zu Ihnen geschickt wird. Ihr Schweigen ist scharf, der Motor knirscht und das Meer grollt. Und dann beugen sich mehrere von Ihnen nach vorne und beginnen mir gleichzeitig Fragen zu stellen. »Moment, Sie wurden nur informiert, oder?« »Sie haben das Expositionshandbuch absolviert, oder?« »Sie wissen doch von der Entität, oder?« »Haben Sie überhaupt die psychologische Beurteilung bekommen?« »Nein,« stotter ich zurück. »Ich weiß es wirklich nicht. Ich wollte nur...« »Fuck,« schreit der Mann in Grau plötzlich und fährt sich mit den Händen durch die Haare. »Wer zum Teufel hat sie eigentlich hierher geschickt?« »Das war der Commander,« antwortete ich frustriert. »Um Himmels Willen, was zum Henker ist dein Problem?« »Das ist verdammt verrückt. Du solltest nicht hier sein.« »Ich weiß,« stotter ich als Erwiderung heraus. Der Kaplan tritt auf mich zu, nimmt meine Hände in die Sein und spricht ernsthaft. »Sind Sie religiös, mein Sohn?« »Gibt es irgendwelche spirituellen Überzeugungen, aus denen Sie sich wohl fühlen?« »Nicht wirklich, nein,« antwortete ich. »Wenn mir jemand sagen könnte, was hier vor sich geht, wäre ich sehr, sehr dankbar.« »Gibt es einen Abschnitt aus der Bibel, den ich Ihnen vorlesen könnte?« »Etwas, das Ihnen hilft, Ihre Seele zu beruhigen?«, fragte der Seelsorger. »Ich ziehe meine Hände weg und schneide eine Grimasse.« »Ich bin mir sicher, dass er nur helfen will, aber um ehrlich zu sein, macht mir seine Anwesenheit hier verdammt viel Angst.« »Was für ein U-Boot braucht ein Kaplan?« »Ich kenne nicht mal irgendwelche Bibelstellen.« »Nicht wirklich, ich kenne ein paar vielleicht, die Klassiker.« »Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Aus Staub sind wir entstanden und zu Staub werden wir zurückkehren.« »Der Herr hat gegeben und der Herr wird nehmen.« »Das tut er wirklich.« »Die letzte Passage murmele ich laut vor mich hin.« »Der Kaplan legt mir zu.« »Ja, das Buch Hiob, erstes Kapitel. Ein Werk von wahrer literarischer Größe.« »Alfred Lord Tennyson selbst nannte es das größte Gedicht der Antike und der Neuzeit.« »Alfred Lord Tennyson. Wo habe ich diesen Namen schon einmal gehört?« »In meinem Kopf drehen sich die Zahnräder. Von meinen geistigen Augen sehe ich so viele Teile des Puzzles. Ich kann sie nur nicht zusammenfügen.« »Die Augen der Besatzung bohren sich in mich, als wir im düsteren grünen Schein der Leuchtstoffröhren des U-Boots zusammenstehen.« »Ich hätte dann gerne eine Lesung aus dem Buch Hiob, bitte.« »Ja, das sage ich leise, während das U-Boot durch die Tiefe schiebt. Das Radar blinkt leise. Der Kaplan nickt und zieht eine kleine Bibel aus seiner Tasche.« »Gewiss, mein Junge. Eine bestimmte Stelle?« »Die Zahlen, die in der Bibliothek der Bohrinsel an die Wand gekratzt sind, rücken wieder in den Vordergrund des Denkens.« »41, 1, 34.« »Ja, tatsächlich,« murmele ich. »Kapitel 41, Verse 1 bis 34.« Der Kaplan runzelte die Stirn, nickt aber. »Ich muss zugeben, dass ich mit diesem Abschnitt nicht vertraut bin.« Er blättert durch die Seiten und als er die Zeile überfliegt, hält er inne und wirft mir einen Blick zu. Ich halte seinen Blick stand. Und vielleicht widerwillig bingend der Kaplan mit seiner Lesung. Seine Stimme ist tief und düster, jedes Wort eine Welle auf den Felsen. »Kannst du den Leviathan mit einem Angelhaken einholen? Oder seine Zunge mit einem Seil festbinden?« Die Atmosphäre im Raum spannt sich sofort an, aber der Kaplan leckt sich die Zähne und fährt ohne Unterbrechung fort. Die Kadenz seiner Rede ist wie Trommeln, dunkle Trommeln, die uns in die Tiefe ziehen. Kannst du ihm eine Schnur durch die Nase ziehen? Oder seinen Kiefer mit einem Haken durchbohren? Wird es dich immer wieder um Gnade anflehen? Wird es mit sanften Worten zu dir sprechen? Kannst du sein Fell mit Harpunen füllen oder seinen Kopf mit Fisch sperren? Wenn du Hand an ihn legst, wirst du dich an den Kampf erinnern und es nie wieder tun. Jede Hoffnung, ihn zu bezwingen, ist falsch. Der bloße Anblick ist überwältigend. Keiner ist stark genug, es zu erwecken. Wer kann denn gegen mich bestehen? Wer hat eine Forderung gegen mich, die ich begleichen muss? Alles unter dem Himmel gehört mir. Der Brustkopf des Kaplans hebt und senkt sich im Rhythmus seiner Worte, aber ich nehme nicht wahr, dass er Luft holt. Er liest pflichtbewusst die Verse weiter. Wenn es sich erhebt, erschrecken die Mächtigen. Sie weichen zurück vor seinem Taumel. Das Schwert, das es erreicht, hat keine Wirkung und auch nicht der Speer, der Pfeil oder irgendwelche anderen Waffen. Eisen behandelt es wie Stroh und Bronze wie morsches Holz. Was er vorliest, bringt mir nichts als Verzweiflung. Und ich sehe, wie sich diese Verzweiflung in den Gesichtern der Besatzung um mich herum widerspiegelt, deren Züge sich den Schatten des wogenden Grüns verlieren. Aber sie können ihn ebenso wenig zum Aufhören auffordern wie ich. Es ist hypnotisierend. Der Kaplan macht weiter, aber so sicher wie die Nacht mit dem Sonnenuntergang untergeht, muss auch er irgendwann zu Ende gehen. Und das tut er mit einer Stimme, die mich erschaudern lässt und mich bis ins Innerste erschüttert. Nichts auf der Erde ist ihm ebenbürtig. Ein Wesen ohne Furcht im Inneren. Es blickt auf alle herab, die hochmütig sind. Es ist der König über alle, die stolz sind. Gestalten tauchen in der Dunkelheit vor uns auf. Die äußeren Strahlen des U-Buds lassen einen Abschnitt der großen Kette durch den Nebel erkennen. Und ich beobachte, wie wir daran vorbeidriften. Es gibt Energien an diesem Ort. In diesem U-Boot. In dieser geheimen Welt unter den stürmischen Meeren. Ich senke meinen Blick, um die Augen des Kapitäns zu sehen. Der Mann in Grau. Bitte sagen Sie es mir, flüstere ich. Erzählen Sie mir bitte von der Entität. Ein Takt vergeht. Der Mann in Grau wendet mir den Rücken zu und schaut aus Wasser hinaus, um den Kurs des U-Boot zu korrigieren. Aber er antwortet mir. Das Wesen wurde 1986 von den Ölbohrern entdeckt, sagt der Düster. Wir wissen nicht, was es ist, um ehrlich zu sein. Niemand weiß es. Wir wissen nicht, was es ist. Und in verschiedenen Jahreszeiten mehr oder weniger wach zu sein. Wir setzen, wenn nötig, Feuerkraft ein, um zu versuchen, das Wesen in eine Richtung zu drängen, die wir für wünschenswert halten. Und halten es mit den Ketten nieder. Es gibt weitere Ketten, die mit den anderen drei Hauptplattformen verbunden sind. UKB, die norwegische Plattform und die dänische Plattform. Die Ketten waren anfangs leichter zu befestigen. Er schluckt. Jetzt ist es schwieriger, sagen sie mir. Sie haben Angst. Angst, dass die Entität aufwachen wird. Aber nach den Berichten von der Bohrinsel heute Nacht, ist es gut möglich, dass der Schlaf des Wesens nun zu Ende ist. Mein Kopf dröhnt und mein Mund ist todtrocken. Aber ich lecke mir über die Lippen und spreche meine trüben Gedanken aus. Warum zerstören wir es dann nicht einfach? Mit einer Atombombe oder was auch immer. Das ist doch sicher kostengünstiger und weniger gefährlich als das, was jetzt gerade gemacht wird, richtig? Es geht nicht um die Entität selbst, Rack, sagte Terry links von mir. Wie meinst du das? Wie kann es nicht um das scheiß Monster gehen? Das riesige, sich ausbreitende... Die Informationen deuten darauf hin, Rack, dass die Entität auf etwas sitzt. Es schlummert über ihm. Etwas Wichtiges. Etwas Wichtiges, das wir nicht verstehen können. Die derzeitige Annahme ist, dass sich das Wesen über dem befindet, was wir für ein Tor halten. Auf welche Weise genau, wissen wir nicht. Aber die Befürchtung ist, dass wenn das Wesen verschwindet, wenn es uns tatsächlich gelingen würde, es zu zerstören, dann würde das, was darunter liegt, das Tor, es wäre weit offen. Ich gucke ihn an und sage nur, es wäre dann unbewacht, oder? Terry nickt. Und wir wissen nicht, was von der anderen Seite kommen könnte. Sagt er leise. Schatten tanzen in den Ecken meines Blickfeldes. Eine tiefe und schreckliche kosmische Angst durchströmt mich. Ich habe noch nie zuvor eine so plötzlich und starke Welle bösartiger Erkenntnis gespürt. Des Verstehens, des Erkennens, wie winzig ich wirklich bin. Wie komisch, unbedeutend. Ich bin kaum vergleichbar mit dem kleinsten Funken im kürzesten Draht in der zwecklosen Maschine auf der ganzen Anlage. Galle steigt in meinem Hals auf und ich würge sie hinunter. Mein Magen zieht sich zusammen, meine Atemzüge kommen scharf und flach im Takt der plötzlichen Pieptöne des Sonars. Und ich bin mir vagebewusst, dass alle zurück auf ihre Station eilen. Ich spüre, wie das U-Boot seinen Kurs weiter anpasst. Der Kaplan murmelt etwas vor sich hin, ein leises und gleichmäßiges Gedicht. Und die sich verschiebenen grau-schwarzen Formen jenseits des U-Boots-Fensters leuchten mit der Verstärkung der Strahlen ein wenig heller auf. Die Strahlen reflektieren von massiven Ketten, die alle miteinander verwoben und verbunden sind und durch das Sichtfeld des U-Boots in die Tiefe gezogen werden. Sie sind riesig, unglaublich groß. Und das Wasser wird an einigen Stellen unter und um die Kette herum hart. Es schimmert auf eine Weise, die keinen Sinn ergibt. Es absorbiert das Licht wie die Schwärze des Weltraums und scheint es doch irgendwie in seltsamen neuen Muster über seine Form zurückzugeben. Es wechselt von grau zu grün und dann zu schwarz, wieder und wieder. Ich kann nicht wegsehen. Ich bin mir der schreienden Stimmen bewusst. Das Schiff schüttelt sich und feuert. Torpedos werden durch die Gewässer von uns abgeschossen. Und wenn sie ihr Ziel treffen, den Schrecken jenseits der Größe, blitzen sie auf, nur für eine Sekunde und geben nur einen kurzen Blick auf ihre Umgebung frei. Sie zeigen mir kolossale, sich windende, lange und verschlungene Gliedmassen. Gelenklos und wütend. Ein Blitz, weitere Kettenstücke, die sich umschlingen. Geleert, knirschend. Ein Aufblitzen. Große, schwarze und sich verschiebende, runenartige Linien und Markierungen über diesen titanischen Anhängesellen. Ich kann ein Lied hören. Es fließt mit dem Tosen in der Tiefe. Die Melodie, anfangs schrill, ändert sich schnell. Sie wird schnell beruhigend und der Klang gibt mir ein Gefühl von... ergibt mir ein Gefühl von Ruhe. Sie hat nichts von dem Schrecken, den ich bei den Worten des Kaplans empfand. Stattdessen fühle ich mich auf einmal ganz. Als wäre ich wichtig. Ich gehe einen Schritt näher an das Glas heran. Das U-Boot bahnt sich seinen Weg durch die Ketten. Ein Blitz. Ich sehe das Material der großen gewundenen Gliedmassen, die über etwas Skelettartiges von der Größe eines Berges gespannt sind. Ein Blitz. Ich sehe eines der Glieder durch das dunkle Wasser donnern, direkt vor dem Glas. Das U-Boot bekommt einen Schlag und ich stolpere zu Boden. Eine Sirene heult, aber ich schaue trotzdem nicht weg. Ein Blitz. Und ich sehe ein Auge. Dort draußen in der Dunkelheit. Ich schaue hinein und es schaut in mich zurück. Die Membran schält sich zurück und ein helleres Auge schiebt sich hindurch. Die Pupille ist lang und rechteckig. Die Pupille zerfällt in unendlich viele kleine Kreise, während ich fasziniert zuschaue und öffnet sich weiter. Die Oberfläche des Auges rollt zurück und offenbart nur Dunkelheit. Totenstille. Nichts. Und die Welt wird schwarz. Ich träume nur von dem Lied. Seine Melodie verklingt nicht, als ich erwache. Ich befinde mich in einer Art Krankenstation. Ich bin mir nicht sicher wo. Die Anwesenheit des Commanders auf der anderen Seite des Raumes lässt vermuten, dass ich mich wieder auf der Plattform befinde. Im Korridor hinter der offenen Tür ist ein Fenster zu sehen. Das fahle Licht, das hindurch scheint, deutet darauf hin, dass die Plattform die Nacht überlebt hat. Einen Moment lang wechseln wir kein Wort. Dann unterbreche ich die Spannung. Sie haben also die Plattform gerettet? Ei, antwortet der Commander. In meinem Kopf dreht sich alles. Meine Gelenke tun höllisch weh und das Lied läuft immer noch in meinem Kopf. Sie haben einen Weg gefunden, es zu beruhigen, oder? Die Entität? Es gibt immer einen Weg, antwortet der Commander grimmig. Seine Augen weichen nicht von meinen. Er presst sein Kiefer zusammen. Dann eine weitere Pause. Danke, flüstere ich. Die Augenbrauen des Mannes schießen in die Höhe. Seine Überraschung über diese Worte ist deutlich. Danke, wiederholt er. Und warum zum Teufel sollten Sie sich bei mir bedanken? Sie wussten doch, dass ich antworten wollte, oder? Antwortete ich mit einem schwachen Grinsen. Aber du warst nicht in der Lage, es mir direkt zu sagen. Deshalb hast du mich zum U-Boot geschickt, damit ich die Antworten finden kann, oder? Der Commander kaut auf seiner Zunge. Er erwidert mein Grinsen nicht. Glauben Sie das? Antwortet er leise. Seine Stimme ist angespannt. Ein Auflackern von Emotionen geht über sein Gesicht. Bedauern? Mitleid? Oder vielleicht? Schuldgefühle? Er wendet sich ab. Du scheinst ein anständiger Kerl zu sein, Rack, sagt er zu mir. Es tut mir leid, dass man dich hierher geschickt hat. Ganz ehrlich. Und es tut mir leid, dass ich dich in das U-Boot geschickt habe. In dem Zustand, in dem du gestern Abend warst, hättest du nichts für die Bohrinsel getan, sondern nur weitere Panik geschürt. Und obwohl das Versagen der Hydraulikabteilung nicht ausschließlich auf ihre Abweisenheit zurückzuführen ist, wissen wir nicht, wie die Nacht verlaufen wäre, wenn sie auf ihrem Posten geblieben wären. Ich schlucke. Die Klänge des Liedes verstummt für einen Moment. Ist jemand... Sie wissen schon. Ist irgendjemand gestorben letzte Nacht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Antwort überhaupt wissen will, aber mein Drang nach Informationen zwingt mich trotzdem zu fragen. Der Commander seufzt. 14 auf der Plattform. Und wir haben einen Zerstörer verloren. Die Hubschrauber sind immer noch dabei, Überlebende aus dem Meer zu bergen. Ein Zerstörer. Sie haben einen ganzen Zerstörer verloren. Ich versuche mir das Chaos vorzustellen, das sich auf dem Wasser abspielte, während ich in dem U-Boot unter der Oberfläche war. Wie ist es untergegangen? Hat die Entität die Oberfläche durchbrochen? Wurde das Kriegsschiff wie ein Spielzeug in zwei Hälften gerissen? Wurde es von einer Kette in Stücke gerissen? Wurde es unter dem Trommelwirbel des hämmernden Donners zu Schrapnel zermalmt? Ich frage mich, ob es der Zerstörer von Captain Iron gewesen war. Ich frage mich, ob er es lebend rausgeschafft hat. Auf keinen Fall war meine Abwesenheit für die Zerstörung des Turmes verantwortlich. Für den Schaden, den die Kette angerichtet hat. Auf keinen Fall. Ich gehöre zu einem Team von etwa zehn, zehn anderen. Ich kann nicht so viel Einfluss gehabt haben. Auf gar keinen Fall. Aber trotzdem. Diese Rationalisierungen helfen nicht, die Schuldgefühle zu lindern. Das Lied hilft. Es kommt zurück. Es besänftigt mich. Der Commander neigt seine Mütze mit grimmigem Gesichtsausdruck und macht sich auf den Weg. Doch an der Tür hält er inne und dreht sich ein letztes Mal zu mir um. Wreck, sagt er. Tun Sie sich selbst ein Gefallen. Behalten Sie den Kopf unten, machen Sie Ihre Arbeit und fahren Sie in drei Tagen mit dem Schiff zur Einsatzbesprechung nach Norwegen. Sein gutes Auge glänzt vor Kummer, bevor er sich zum Gehen wendet. Und hör auf, herumzuschnüffeln. Ich weiß, dass du in den Hinterzimmer schränken warst. Wenn ich dich dann noch einmal erwische, werfe ich dich über Bord. Ein Versuch, einen Witz zu machen, denke ich. Er kichert unbeholfen und ich kichere zurück. Aber es liegt eine gewisse Traurigkeit in der Luft. Das Lied hilft aber. Es besänftigt mich. Ich höre es in meinem Kopf, als der Commander geht und seine Schritte den Korridor hinunterheilen. Und in den nächsten zwei Tagen folge ich dem Rat des Kommandanten. Ich tue mein Bestes. Die Kette wird allmählich wieder eingezogen, die pneumatischen Rollen sind angebracht und ächzen unter der Belastung. Vermutlich, hoffentlich tun sie ihre Arbeit. Hubschrauber bringen Teile und Metallgitter für Reparaturen zu uns. Die Plattformen werden von Trümmern befreit, die Arbeit geht weiter. Aber ich bin nur mit meinem Körper anwesend. Mein Geist dreht und wendet sich und wirbelt ständig herum. Ich denke über die mysteriösen Kratzer nach, die Fix an die Bibliothekswand hinterlassen hatte. Über die wahre Natur der Entität. Über die Dinge, die ich in der Dunkelheit unter den eisigen Wellen gehört und gesehen habe. Ich denke über die Akten nach, die weggeschlossen sind. Ich kenne die Kombination. Ich könnte zurückgehen. Ich könnte versuchen, mehr zu erfahren. Das Tor. Ich könnte versuchen, herauszufinden, was unter dem Tor liegt. Ich frage mich, wie sie es geschafft haben, die Entität aufzuhalten. Ob es wirklich wach ist und das Lied spielt einfach weiter. Ich ertappe mich dabei, wie ich seine eindringliche Melodie mitsumme. Andere Arbeiter werfen mir im Laufe der Tage Blicke zu. Ich muss mich immer wieder selbst überprüfen. Das Lied regt meine Gedanken und Theorien an und treibt sie in den Wahnsinn. Ich beginne mich zu fragen, ob es Wege zurück auf das U-Boot gibt. Nur für einen weiteren Blick. Ein weiterer Blick auf die Entität. Das ist alles, was ich brauche. Nur noch ein Blick. Ein weiterer. Ich denke an dieses Auge. Es war schrecklich. Und doch unglaublich. Die folgenden Nächte sind ereignisreich, wie ich erwartet hatte. Aber keine ist so wild und chaotisch, wie die Nacht, in der die Kette vom Turm gerissen wurde. Die Stürme wüten weiter, aber die Kriegsschiffe werden nicht zum Einsatz gerufen. Sie schauen vorsichtig von der Seite zu, während die Wellen unaufhörlich gegen ihre Rümpfe schlagen. Und am fünften Tag finde ich mich hier im Pausenraum wieder. Ich genieße einen seltenen und nicht ganz regelkonformen Ausbruch von WiFi. Ich tippe meine Erfahrungen in diese E-Mail an Sie, Fex. Ich entschuldige mich für die Formatierung. Ich wollte, dass die Worte so fließen, wie meine Gedanken zu dem Zeitpunkt waren, als die Ereignisse stattfanden. Ich verstoße hier gegen das Geheimhaltungsgesetz. Also verarschen Sie mich nicht. Außerdem bricht die Verbindung ständig ab. Ich bin mir nicht sicher, ob diese E-Mail überhaupt jemals bei Ihnen ankommt. Wenn ja, ist das vielleicht der Zeitpunkt, an dem ich endlich Antworten kriege von dir. Ich hoffe, es geht dir gut, Kumpel, wo auch immer du gerade bist. Ein Fenster in der Wand neben mir zeigt den herannahenden Sturm, der sich in der Ferne zusammenbraut. Blitze zucken leise gegen den Horizont und die Härchen auf meinen Unterarm stellen sich auf. Ich bin ein Risiko eingegangen und habe mich dem Rat des Kommandors widersetzt. Es hat sich eine Gelegenheit gegeben, verstehen Sie? Der Hodder, der kleine Bohrer, von dem Terry mir erzählt hat, wird heute Abend auf dem Meeresboden herunterfahren, um Proben zu sammeln. Es passen etwa ein Dutzend Leute hinein. Ich habe darum gebeten, mit ihnen hinunter auf den Meeresgrund zu gehen, nur um die Chance zu haben, einen weiteren Blick zu haschen. Einen Blick auf die Entität. Nicht, dass ich Ihnen das gesagt hätte, natürlich. Ich wurde abgewiesen, aber ich wurde von einem der Offiziere informiert, dass der pneumatisch betriebene Tiefenbohrer etwas später in der Nacht ebenfalls hinuntergehen wird. Für den gleichen Zweck nehme ich an. Ich habe ihn mir ein wenig angesehen. Es ist ein seltsam aussehendes Ding, wie ein großes Metallviereck. Nun, nicht so groß. Groß genug für vielleicht sechs oder sieben Leute. Es ist über Rohre, Schläuche und Kabel mit der Anlage verbunden. Der Boden besteht aus zwei verschiedenen Metallen mit einem Rissen in der Mitte. Und sie brauchen Freiwillige. Sie sind jetzt mit mir hier im Pausenraum und warten darauf, an Bord gelassen zu werden. Sie plaudern aufgeregt und stellen alle möglichen Fragen und raten, was sie dort unten im Dunkeln wohl finden oder sehen können. Und ich werde mit ihnen gehen. Ich muss es wissen. Ich muss einfach. Ich muss es unbedingt wissen. Ich wünschte, du könntest das Lied hören, Fix. Es ist wie nichts, was ich je zuvor gehört hatte. Es ist wunderschön. So schön. Egal. Ich mache jetzt besser Schluss. Ich glaube, sie rufen nach uns. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder, Kumpel. Ich wünsche dir alles Gute. Liebe Grüße. Rack Ich wünsch en uninter没事. Also, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünschen, dudal bist du panel währendd viewers. Ich wünsche dir alles Gute dabei. Bis zum nächsten Mal. Du hast vermutlich schon vom Tourismus in der Sperrzone von Tschernobyl gehört. Ich war selbst mehrere Male dort und es ist nicht so, wie man es in Spielen oder Horrorfilmen sieht. Es gibt keine Geister, Mutanten oder radioaktive Anomalien und der Tod wartet nicht an jeder Ecke auf dich. Ich finde, es ist einer der friedlichsten und schönsten Orte der Welt. Ein Beispiel für die Kraft der Natur und dafür, wie sie den Schaden, den wir ihr zugefügt haben, wieder rückgängig machen kann. Als mein Freund Alexey beschloss, dort hinzufahren, wusste er, an wen er sich wenden musste. Er ist Physikstudent und forscht derzeit in irgendeiner Form über nuklearem Fallout. Und er sagte, er wolle einige direkte Messungen und Proben nehmen. Aber wir wussten beide, dass dies nur ein Vorwand war, um ein Abenteuer zu erleben. Wir besuchten das alte Kernkraftwerk. Die verlassene Stadt Pripyat und die umliegende Sperrzone. Es war schön, aber ich würde euch wahrscheinlich nur mit weiteren Details langweilen. Dieser Teil ist sowieso nicht wichtig. Wir fuhren auf unbefestigten Wegen in einem Wald östlich von Pripyat, als wir es fanden. Ein alter, rostiger Zaun und ein angekettetes Tor versperrten uns den weiteren Weg. Es gab ein großes Schild mit einem Strahlenschutzsymbol und der Aufschrift Sperrgebiet, nur autorisiertes Personal. Nicht weit hinter dem Zaun befanden sich an der Seite eines künstlich angelegten Hügels zwei massive Metalltüren, auf die ein großes, weißes O-13 und No-Entry aufgesprüht waren. Was glaubst du, was das ist? Fragte Alexei mich. Ich weiß nicht. Sieht aus wie eine Art Bunker, antwortete ich. Und es sieht aus, als wäre es schon seit einiger Zeit verschlossen, fügte ich hinzu, nachdem ich mir die Türen genauer angesehen hatte. Die beiden Hälften waren in der Mitte zugeschweißt. Alexei nahm seine Proben und Messwerte, aber wir waren zu verwirrt, um jetzt schon zu gehen. Glaubst du, wir können da rein? Fragte ich ihn. Nun, so sicher nicht. Selbst wenn es nicht verschweißt wäre, könnten wir es sicher nicht entriegeln, erwiderte Alex und untersuchte die massive Tür. Es sieht wie ein unterirdischer Bunker aus. Sie müssen eine Möglichkeit gehabt haben, Luft ins Innere zu pumpen, und ich glaube nicht, dass dies die richtige ist. Es muss einen anderen Weg geben, um hineinzukommen, sagte ich. Wir umrundeten den Haupteingang und versuchten, irgendeinen anderen Zugang zu finden. Der Tag neigte sich bereits dem Ende zu und es wurde langsam dunkel. Während wir suchten, kam mir ein Gedanke in den Sinn. Warum sollten sie die Türen verschweißen? Was ist im Inneren so wichtig, dass sie so weit gegangen sind, um die Leute fernzuhalten? Schau, da ist was, riss Alex mich aus meinen Gedanken. Es war ein paar Meter großer Betonblock mit etwas, das wie Lüftungsschächte an den Seiten aussah. Als ich in die Schächte hineinschaute, stellte ich fest, dass sie ebenfalls mit schwer aussehenden Stahlkappen versiegelt waren und sich nicht öffnen ließen. Allerdings gab es auch eine etwas kleinere Tür mit der Aufschrift Servicetunnel und einem großen Rad an der Außenseite. Ich war nervös. Soll ich sie öffnen? Fragte ich. Ja. Ich frage mich wirklich, was das ist. Jedenfalls müssen wir da nicht rein. Wenigstens werden wir sehen, ob die Tür noch funktioniert. Zuerst ließ sich das Rad wegen des Rosts und des Schmutzes nicht drehen. Aber schließlich ließ es sich doch bewegen. Die Tür entriegelte sich. Ich zog dran und sie öffnete sich langsam. Sie war sehr schwer und erforderte eine extreme Menge an Kraft. Hinter der Tür befand sich eine kleine Plattform und ein enger vertikaler Tunnel mit einer Leiter. Was mir sofort auffiel war, dass es auf der Innenseite einen identischen Schließmechanismus gab. Das bedeutete, dass sie die Tür von beiden Seiten verriegeln konnten. Aber warum? Wir hatten Glück, denn wenn sie auch von innen verriegelt hätten, gäbe es wahrscheinlich für uns keine Möglichkeit, hineinzukommen. Ich trat ein und leuchtete mit dem Licht meines Handys in den Schacht hinein. Es war nicht stark genug, um den Boden zu treffen. Die Luft war feucht und rochalt und da war etwas, das ich nicht identifizieren konnte. Ein sehr schwacher, chemisch ähnlicher Geruch. Es gab weder Strahlung noch Anzeichen für andere Gefahren. Das soll wohl ein Scherz sein. Das ist so cool. Wir müssen später noch einmal herkommen und es uns ansehen, sagte Alex und ich konnte ihm ansehen, wie glücklich er war. Ich konnte nicht mehr zustimmen. Es war schon fast dunkel, also verschlossen wir die Tür wieder und machten Schluss für heute. Aber wir versprachen, uns wiederzukommen. Als ich nach Hause kam, versuchte ich sofort, einige Nachforschungen anzustellen, leider ohne Erfolg. Ich versuchte sogar, Pavel anzurufen, ein Freund von mir, der die Gegend besser kennt als ich. Eigentlich war er es, der mich zum ersten Mal dorthin gebracht hatte. Er konnte mir auch nicht weiterhelfen, versprach aber, sich umzuhören. Ich erzählte ihm von unserem Plan und fragte ihn, ob er nicht mitkommen wolle, aber er war leider für eine Weile außerhalb des Landes und musste deswegen verneinen. Eine Woche später packten wir unsere Ausrüstung und machten uns auf den Weg. Wir hatten Seile, schwere Taschenlampen, Leuchtstäbe, Geigerzähler, wasserdichte Schutzkleidung, ein Sauerstoffmessgerät und eine kleine Notfalltauchflasche dabei, nur für den Fall der Fälle. Und ja, wir sind nicht dumm, also erzählten wir unseren Verwandten und Freunden von unserer Reise und wann wir voraussichtlich zurückkehren würden. Wir schlossen die Tür hinter uns ab, als wir den Zugangsschacht hinunterstiegen. Wir konnten nicht wissen, was sich dort unten befand und wir wollten kein Strahlungsleck oder etwas ähnliches verursachen. Schließlich stiegen wir in einen Betontunnel hinab, der die Lüftungsschächte und einige kleine Rohr rumschloss. Es gab offensichtlich keinen Strom und somit auch kein Licht da unten. Gut, dass wir unser eigenes mitgebracht hatten. Wir folgten dem Tunnel und erreichten eine weitere Tür. Aber diesmal war es eine normale Tür, nicht die schwere Bunkertür vom Anfang. Wir gingen hindurch und betraten einen Raum mit vier großen Luftpumpen und einigen elektrischen Geräten und Steuerung. Die Lüftungsschächte teilten sich hier in zwei größere, die direkt in den Boden führten, und zwei kleinere, die quer durch den Raum verliefen, wo sich ein weiterer Satz Türen befand. Hinter den Türen befand sich eine große Halle, in der zahlreiche Kisten, Verschläge und andere Frachtstücke herumlagen. Dort befand sich auch ein Sicherheitskontrollpunkt. Hinter dem Kontrollpunkt fanden wir eine Haupttür, die wir von außen gesehen hatten. Gleich daneben befand sich ein schweres Hebezeug. Wir kehrten durch den Kontrollpunkt zurück und warfen einen Blick auf eine Reihe von Aufzügen. Es gab eine einfache Karte mit dem Grundriss der Anlage. Stockwerk für Stockwerk. Wir befanden uns derzeit auf Etage 0, der Haupteingangshalle, und unter uns befanden sich weitere vier Stockwerke. Stockwerk 1, Büroräume, Sicherheit und Freizeiteinrichtung. Etage 2, sichere Laboratorien. Stockwerk 3, Beschleuniger, Reinraum, Dekontaminationskammer. Und letztendlich Stockwerk 4, Experimentierfeld. Die Karte trug den Titel Objekt 13. Es handelte sich hierbei ja nicht um einen Militärbunker. Es war ein Forschungsgelände. Wir nahmen eine Treppe, da die Aufzüge ohne Strom nicht zu gebrauchen waren. Ein beunruhigender Gedanke schoss mir sofort durch den Kopf, als wir hinunterstiegen. Wahrscheinlich transportieren sie einige Vorräte, ließen sie dann dort zurück und brachten die Ausrüstung zum Haupteingang. Hatten sie vielleicht irgendwie versucht zu fliehen? Ich trat auf eine weitere Treppenstufe, aber etwas rollte unter meinem Fuß weg. Ich verlor das Gleichgewicht und fiel auf den Rücken. Mein Rucksack federte den Aufprall glücklicherweise ab. Ich schaute unter meine Füße, um zu sehen, was mein Sturz verursacht hatte. Und es waren leere Patronenhülsen, die verteilt auf dem Boden lagen. Das war nicht der einzige Grund, warum ich mich an diesem Ort seltsam fühlte. Sobald wir auf Ebene 1 angekommen waren, bemerkte ich, dass jede einzelne Tür offen war. Jede einzelne. Am Anfang eines langen, rechteckigen Korridors befand sich eine Kantine und eine Küche. Der Korridor war von verschiedenen Büros umgeben. Es gab den üblichen Kram, Papierkram, alte Computer, persönliche Gegenstände. Alles genau dort, wo sie es zurückgelassen hatten. Ich fragte mich die ganze Zeit, ob sie es eilig hatten, hier zu verschwinden. Weil warum würde man die ganzen Sachen sonst liegen lassen? Dimitri rief Alex aus der Kantine auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges zu mir. Was ist, war alles, was ich sagen konnte, als ich ihm in die Kantine folgte. Das Essen stand dort noch ordentlich auf den Tischen, aber es war nicht verdorben. Es war auch nicht frisch, aber es war nicht irgendwie vergammelt und voller Schimmel. Es war nicht so, wie es sein müsste nach 30 Jahren. Ich sah das Ganze fasziniert an. Wie ist das möglich, fragte ich. Und Alex antwortete nur, ich weiß nicht. Vielleicht war es bestrahlt oder so. Aber das ist es nicht mehr. Ich habe das überprüft. Ich weiß es wirklich nicht, Mann. Wir beide waren extrem verwirrt von dem Anblick, der sich vor uns ereilte. Oh, warum haben wir nicht einfach in diesem Moment umgedreht und sind einfach gegangen? Jetzt, wo ich das hier sage, gab es schon so viele rote Fahnen. Irgendetwas ist da unten wirklich falsch gelaufen, aber ich schätze, wir waren zu aufgeregt und zu neugierig. Aber genau an diesem Punkt begann meine Aufregung zu schwinden und wurde durch ein unheimliches Gefühl ersetzt. Nichtsdestotrotz gingen wir weiter und stiegen hinunter zur nächsten Ebene. Das Treppenhaus endete hier und um tiefer zu gehen, mussten wir das gesamte Stockwerk durchqueren, um ein weiteres auf der gegenüberliegenden Seite dann zu erreichen. Dort gab es einen Sicherheitskontrollpunkt und eine große Explosionstür, die wir passieren mussten, um in die Labore zu gelangen. Auch hier war jede Tür weit offen. Allerdings waren die Dinge, die die Leute hier zurückgelassen hatten, nicht ordentlich an den richtigen Stellen abgelegt worden. Überall herrschte ein absolutes Durcheinander. Es war ein regelrechtes Chaos. Es gab alle möglichen Räume mit allen möglichen Geräten, die ich nicht verstand. Ab und zu lagen noch mehr leere Patronenhülsen auf dem Boden. Es gab immer noch den einen zentralen, rechtlichen Korridor wie oben, aber die Räume drumherum waren wie ein kleines, undurchschaubares Labyrinth. Fast auf der anderen Seite des Flurs angekommen, fanden wir das Büro des leitenden Wissenschaftlers. Wie ich schon sagte, es herrschte überall Chaos, aber ich fand ein Logbuch auf dem Schreibtisch. Es bestand nur aus einer Handvoll Seiten, der Rest war scheinbar schnell hinausgerissen worden. Ich las mir etwas durch, was ich da drinnen so fand. 5. Oktober 1984 Heute ist es uns gelungen, mehrere Atome ohne Veränderung der physikalischen Eigenschaften zu verlagern. Es wird noch ein langer Weg sein, bis wir feste Objekte transportieren können, aber wir leisten hier gute Arbeit. 17. Januar 1985 Wir haben es heute geschafft, einen Apfel zu transportieren. Allerdings konnte ich nicht umhin zu bemerken, dass das Muster der roten und grünen Schale auf der Oberseite etwas anders war. Aber es war immer noch derselbe Apfel mit derselben Struktur, Form und allem drumherum. Wir haben auch versucht, einige elektronische Geräte zu transportieren. Sie waren unversehrt und funktionstüchtig. Ich denke, dass wir noch viel über diese Technologie lernen und sie perfektionieren müssen, aber wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Das Land verlässt sich auf uns. 21. Februar 1985 Nach den Tierversuchen haben wir heute unseren ersten Menschen transluziert. Er ist lebendig und gesund, ein tapferer Held unserer Nation. Wir haben nun bewiesen, dass diese Technologie funktioniert, aber die Praxistauglichkeit ist aufgrund des festen Translokalisationsverhältnisses noch sehr begrenzt. Wir können immer noch keine Materie verschicken. Wir können nur die Position von zwei gleichmassiven Objekten austauschen. Ich habe einen neuen Gerätetyp vorgeschlagen, der möglicherweise die einseitige Verlagerung eines einzigen Objektes ermöglichen könnte, aber er würde eine immense Menge an Energie benötigen. 1. Mai 1985 Unsere Vorgesetzten akzeptierten meinen Vorschlag. Sie werden einen neuen, viel größeren Translokator hier im Kraftwerk bauen, damit wir einen Kernreaktor als direkte Energiequelle nutzen können. Es gibt noch eine weitere Sache. Wir haben jetzt Dutzende von Testpersonen umgesiedelt. Alle sind gesund und munter, aber manchmal sind sie ein wenig... Nun ja, anders. Manchmal behaupten sie, dass verschiedene Ereignisse in der Vergangenheit anders verlaufen sind, als sie tatsächlich waren. Manchmal behaupten sie, Menschen zu kennen, die gar nicht existieren. Oder was noch alarmierender ist, sie kennen Menschen, die sie nicht kennen sollten. Das folgende wurde mit einem Bleistift von Hand geschrieben. Es stand einfach drunter gekritzelt, Versuchsperson 28 sprach eine unbekannte Sprache und konnte nach dem Experiment keine normale Sprache mehr verstehen. Nach diesem Eintrag fehlten enorm viele Seiten. Der nächste Eintrag kam erst vom 25. April 1986, also fast ein Jahr später. Wir werden versuchen, unseren Ansatz zu ändern. Es ist mehr als ein Jahr her und wir sind immer noch nicht in der Lage, die Anomalie der Translokalisationssymmetrie zu beseitigen. Wir wissen zwar immer noch nicht, was die Ursache dafür ist, aber wir werden auf diese Weise keine Fortschritte machen. Heute werden wir stattdessen versuchen, auf die Conduit-Realität zuzugreifen. Obwohl die Einheit 2, die wir im Kraftwerk gebaut haben, noch neu ist, werden wir sie für dieses Experiment verwenden. Wer weiß, welche Wunder auf der anderen Seite auf uns warten. Es gab noch eine allerletzte Seite in dem Logbuch, das ich gefunden hatte. Aber auf dieser letzten Seite stand nur ein einziger Satz, der immer und immer wieder wiederholt wurde. In großen Buchstaben stand dort geschrieben, Wir haben sie reingelassen. Immer und immer wieder diese vier Worte. Wir haben sie reingelassen. Alex, ich glaube, wir sollten gehen, sagte ich zu ihm. Mann, komm und sieh dir das erst mal an, antwortete er mir. In seiner Sprache, in seiner Stimme war immer noch Euphorie zu hören. Ich trat aus dem Labor und zurück auf den Flur. Überall im Korridor lagen Klamotten. Nun ja, was von ihnen übrig war. Sie waren entfetzend zerrissen. Keine Leichen, kein Blut, nur Stoffstreifen und ab und zu ein Schuh oder eine Uhr. Ich blickte auf und starrte den dunklen Korridor vor uns hinunter. Ich stand eine Weile einfach nur so da. Es war, ich weiß nicht, als hätten etwas all diese Menschen in Stücke gerissen und dann alles danach aufgeräumt und sauber gemacht. Bis auf die Kleidung und andere nicht organische Materialien. Eine Welle von reinem, instinktiven Grauen überkam mich. Ich konnte mich für einen Moment nicht bewegen. Ich konnte nicht mal atmen. Lass uns einfach hier verschwinden, sagte Alex. Er schien das gleiche, wie ich zu spüren. Wir drehten uns um und gingen weg. Zuerst langsam, aber dann wurden wir immer schneller. Unsere Schritte heilten in dem unterirdischen Bauwerk wieder. Ich will nur noch weg von hier, Mann. Wir hätten das nicht tun sollen, sagte Alex zu mir. Ich habe ihm nicht von dem Logbuch erzählt, aber... Meine Gedanken wurden in diesem Moment durch eine plötzliche Erkenntnis unterbrochen. Seine Stimme heilte nicht wieder. Es waren nur unsere Schritte. Ich glaube, er hatte es auch gemerkt, denn wir blieben beide stehen und lauschten. Und nichts. Wir hörten nichts außer Stille. Ich trat einen Schritt hervor. Klack. Ich trat noch einen Schritt hervor. Erneut das gleiche Geräusch meines Schrittes. Da war diese Tür. Direkt vor uns. Und ich zwang mich, etwas zu versuchen. Ich schloss sie hinter uns und als wir sie passierten, und dann stellte ich einen Glasbecher, den ich auf dem Boden gefunden hatte, drauf. Ich machte einen Schritt nach vorne. Und dann war Stille. Es war also doch nur ein Echo, dachte ich. Wir gingen weiter, erst vorsichtig, aber dann beschleunigten wir unser Tempo. Wir bogen um eine Ecke, und dann geschah es. Wir hörten ein lautes Krachen. Wir hörten, wie das Glas zersplitterte. Irgendjemand oder irgendetwas hatte gerade die Tür geöffnet. Wir ließen alle unsere Sachen fallen, außer unseren Lichtern, und rannten so schnell wir konnten. Ich wusste nicht einmal, dass ich so schnell rennen konnte, wie ich in diesem Moment gerannt war. Ich habe immer versucht, ein harter Kerl zu sein, aber ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst gehabt. Unsere Schritte halten nicht mehr, oder besser gesagt, sie waren nicht mehr im Einklang mit unseren. Irgendetwas rannte hinter uns her. Jede einzelne Sekunde kam es näher und näher an uns heran. Sobald wir den Sicherheitskontrollpunkt erreichten, begannen wir, die Tür zu schließen. Das rostige Gelenk der Tür quietschte unter Protest, aber wir zogen mit aller Kraft. Wir hatten sie fast geschlossen, als wir ein lautes, gurgelndes, brutales und unnatürliches Knurren hinter uns hörten. Die Tür schlug zu, und ich warf das Lenkrad in die Steuerung und verriegelte es. Mein Herz klopfte so heftig, dass ich eine Zeit lang nichts anderes hören könnte. Es piepte in meinen Ohren. Aber nein, es war nicht mein Herz, was ich hörte. Das Schlagen war dieses Ding, das gegen die verschlossene Tür immer und immer wieder hämmerte. Wir rannten wieder. Wir erreichten das Treppenhaus und rannten hoch, wobei wir nur zwei bis drei Stufen auf einmal nahmen. Endlich erreichten wir den Luftpumpenraum. Der Aufstieg hat uns wirklich erschöpft und obwohl ich eine scheiß Angst hatte, hatte ich das Gefühl, dass ich ohnmächtig werde, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe. Außerdem hatten wir dort unten abgeschlossen. Alex setzte sich hin und lehnte sich mit einem Knall mit dem Rücken an einen der großen vertikalen Schächter. Wir hörten weiterhin die Schläge. Oh scheiße. Wir haben es da unten abgeschlossen, aber wir haben die Luftschlitze vergessen. Alex und ich sahen uns an, unsere Blicke trafen sich und dann platzte der Lüftungsschacht und er war weg. Ich hörte Alex noch schreien, als er wieder nach unten geschliffen wurde. Ich fühle mich schrecklich, weil ich das getan habe. Aber als dies passierte, als dieses Monster durch den Lüftungsschacht kletterte und ihn schnappte, rannte ich einfach nur los. Ich kletterte den Wartungsschacht hoch und schloss die Wartungstür ab, als ich endlich aus dieser Hölle heraus war. Sobald ich wieder Telefonempfang hatte, piepte mein Telefon mit einer Unmengen von verpassten Anrufen und Nachrichten von Pavel. Hey Dimitri, ich habe diesen Typen gefunden. Er sagt, er weiß, was O13 ist. Bitte nimm so schnell wie möglich ab. Er sagt, es ist gefährlich und du solltest dich davon fernhalten. Dieser Typ ruft mich jetzt an. Es klingt ernst. Bitte ruf mich sofort zurück. Ich weiß nicht, was los ist, aber er fährt dorthin. Bitte. Ich hoffe, du hörst das, bevor du runter gehst. Pass auf dich auf, mein Freund. Das waren die Nachrichten, die ich von Pavel gekriegt hatte. Aber es gab auch eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Dimitri, hier ist Anatoly Moros. Ich weiß, was du gefunden hast und ich bin jetzt auf dem Weg von Kiew. Geh nicht weiter hinunter. Wenn du es doch getan hast und es geschafft hast, wieder rauszukommen, schließ die Tür ab, durch die du gekommen bist und sorge bitte dafür, dass sie verschlossen bleibt. Ich werde versuchen, dich anzurufen, wenn ich da bin. Und hier sitze ich also. Ich sitze und warte. Ich tue dies, um sicherzustellen, dass niemand sonst unsere Fehler wiederholt. Deswegen nehme ich auf, was ich erlebt habe. Ich weiß nicht, ob ich lang genug lebe, um es noch jemandem persönlich zu sagen. Aber ich kann Alex einfach nicht zurücklassen. Wir sind so lange befreundet. Ich muss zurückgehen. Verdammte College Kids. Was steht auf dem Schild am Zaun? Zutritt verboten. Und was steht hier? Er deutete auf den Text, der über der Eingangstür gesprüht war. No fucking entry. Bobby, glaubst du, wir haben das nur aufgehangen, weil wir nichts Besseres zu tun hatten, so wie du? Du hast wirklich nichts anderes zu tun, als in Dingen herumzuschnüffeln, in denen du nichts zu suchen hast, seufzte er. Jetzt sieh dir das an. Sieh dir an, was passiert ist. Sieh dir an, was du getan hast. Was dir deine geniale Idee gebracht hat. Moros schrie mich an, nachdem ich ihm erklärt hatte, was passiert war. Das erste, was er tat, als er ankam, war, den Servicetunnel zu überprüfen, um sicherzustellen, dass er geschlossen ist. Er sprach nicht einmal mit mir. Er rannte einfach hin und vergewisserte sich, dass er versiegelt und verriegelt war. Er war ein durchschnittlich aussehender Mann, wahrscheinlich Mitte 50, aber ich glaube, die Leute würden sagen, dass er älter aussah, als er wirklich war. Was ist das für ein Ort? Fragte ich ihn. Du hast ja gar keine Ahnung, sagte er, stand auf und ging zu seinem Auto. Was machst du da? Ich werde deinen Freund retten und du kommst mit mir. Du wirst alles genauso machen, wie ich es sage und nichts anderes. Bleib ruhig, versuche dich nicht zu erschöpfen. Die Luft zirkuliert nicht und du verbrauchst den ganzen Sauerstoff und erstickst. Du wirst mit dieser Leine an mir festgebunden bleiben. Er hob etwas hoch, das wie eine kleine, einziehbare Winde aussah. Wenn ich mein Licht ausschalte, wirst du das Gleiche tun und dich nicht mehr bewegen. Verstehst du mich? Er fuhr fort und zog eine Schrotflinte aus dem Kofferraum des Wagens. Wird die uns helfen? Fragte ich ihn. Bis zu einem gewissen Grad ja. Aber benutze ihn nicht, es sei denn, ich sage es dir. Sagte er und reichte mir eine Pistole. Letzte Sache. Weißt du, wie Ozon riecht? Fragte er und ich nickte. Gut, wenn du Ozon riechst, lauf weg. Ich begann zu überlegen, ob das eine gute Idee war, als er die Tür von innen mit einem massiven Vorhängeschloss ankettete und abschloss. Nur so können wir verhindern, dass sie rauskommen, sagte er, als er bemerkte, dass ich ihn dabei beobachtete. Verdammt. Natürlich war das eine schlechte Idee gewesen. Die schlimmste, die ich je hatte. Lassen Sie mich es so ausdrücken. Ich überlegte, ob ich dieses Vorhängeschloss jemals wieder offen sehen würde, als er es schloss. Ich war mir sicher, dass wir uns selber einfach nur in dieser Hölle gerade einsperrten und nie wieder einen Blick nach draußen werfen könnten. Bekomme ich einen Schlüssel? Fragte ich und sah zu, wie er es mit einem lauten Klicken zumachte. Tut mir leid, ich habe nur einen Schlüssel. Aber keine Sorge, ich bin bei dir, sagte er und ließ seine Hand über das Seil gleiten, mit dem wir verbunden waren. Die Leine pendelte zwischen uns hin und her, während wir durch den Servicetunnel gingen. Das gab mir ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Ich konnte sicher sein, dass ich mich nicht verlaufen und von der einzigen anderen Person in der Nähe getrennt werden würde. Der Dieselkraftstoff, der in den großen Kanistern, die wir bei uns trugen, umherschwappte, erzeugte eine Art seltsamen Rhythmus. Unser erster Halt war der Generatorraum auf der anderen Seite des Haupteingangs. Der Generator ratterte und brummte, als er sich langsam hochdrehte. Habt ihr es gesehen? Fragte mich Moros. Was? Wir haben etwas Zeit zum Reden, bis er sich hier einschaltet. Konntest du sehen, wie dein Freund entführt wurde, als es passierte? Nein, antwortete ich. Was ist das hier für ein Ort, Moros? Fragte ich ihn. Er starrte in die Luft, seufzte und erklärte, es war ursprünglich ein Militärlager in den 50er Jahren. In den späten 70er Jahren wurde es dann zu einer Forschungsstätte umfunktioniert. Alles, was zu verrückt war, als dass die Öffentlichkeit davon erfahren sollte, wurde hier gemacht. Und das war manchmal ganz schön abgefahrenes Zeug. Dann hatten sie dieses Projekt über Teleportation. Sie haben sogar die Hälfte der Anlage umgebaut, um es unterzubringen. Und dann ging alles so schnell den Bach runter. Woher weißt du das alles? Fragte ich ihn. Ich habe hier mal gearbeitet, sagte er mir. Also, was sind das für Dinge? Das sind... Begann er zu reden, brach dann aber wieder ab. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich war nur ein Assistent. Gibt es denn jemanden, der es weiß? Nicht mehr. Alle, die es wussten, nun sagen wir, sie haben diesen Ort nie verlassen. Und wie bist du rausgekommen? Die Motorkupplung rastete mit einem Klicken ein und der Generator erwachte endlich zum Leben. Bin ich nicht. Ich habe mich krank gemeldet, als es passiert ist. Die Lichter gingen für einen kurzen Moment an und schalteten sich dann wieder aus, als sein Stromkreisunterbrecher knackte. Das ist in Ordnung. Wir können den Strom für die Lichter nicht entbehren. Wir werden ihn woanders brauchen. Du wirst es schon sehen, sagte Moros zu mir. Was auch immer hier passiert ist, was auch immer all die Menschen hier unten getötet hat und Gott weiß, wie das alles mit der Katastrophe von Tschernobyl zusammenhängt, er war nicht hier. Er hatte sich krank gemeldet. Er hat sich einen verdammten Tag krank gemeldet, als alles den Bach runtergegangen war. Komm, Kleiner, lass uns runtergehen. Wir waren an der Sicherheitskontrollpunkt des Labors, den Alex und ich vorhin bei unserer Flucht geschlossen hatten. Denk dran, so leise wie möglich zu sein, ist jetzt das Allerwichtigste, sagte Moros zu mir und wir öffneten langsam die Tür vor uns. Zu unserer Überraschung wurden wir sofort von einem Licht geblendet, das uns direkt anstrahlte. Ich wich einen Schritt zurück, während sich meine Augen an das Licht gewöhnten. Und dann sah ich endlich die Quelle des Lichts. Es war Alexeys Taschenlampe. Ich wollte sie aufheben, aber Moros hielt mich schnell mit seinem Arm auf und deutete in die Schwärze des Korridors vor uns. Einen Moment lang standen wir schweigend da und dann glaubte ich in der Ferne etwas zu hören. Moros schaltete sofort seine Stirnlampe aus und gab mir ein Zeichen, es ihm gleich zu tun, während er sich in die Ecke kauerte. Ich folgte ihn und schaltete auch mein Licht aus. Aber wir waren immer noch erleuchtet. Alexeys Licht war immer noch an und erhellte den Raum. Moros fluchte leise, griff schnell nach der Taschenlampe und dann war es dunkel. Und zwar völlig stockdunkel. Man sagt, wenn man unter Stress steht und einen seiner Sinne verliert, verstärken sich die anderen, um das zu kompensieren. Und das ist tatsächlich wahr. Oder vielleicht kam es mir nur so vor. Das spielt keine Rolle. Ich konnte auf einmal besser hören. Ich hörte, wie etwas mit einem dumpfen Aufprall auf dem Boden fiel. Dann ein paar unregelmäßige Schritte. Nicht wie die Schritte von jemandem, der mit Schuhen läuft. Es war, als würde jemand barfuß laufen. Fleisch auf Beton. Und sie kamen immer näher. Instinktiv griff ich nach der Pistole, die Moros mir gegeben hatte, in der Hoffnung, sie nicht benutzen zu müssen. Sie waren jetzt so nah, dass ich ein langsames, rasselndes Atmen hören konnte. Ich glaube, ich spürte sogar einen kalten Luftzug auf meinem Gesicht. Einatmen und ausatmen. Ein und aus. Ich will gar nicht daran denken, wie nah es war. Dann prallte etwas gegen eine Wand in der Richtung, aus der wir kamen. Mit einem Krachen und dem Geräusch von splitterndem Glas und Plastik. Das Ding, das bei uns war, drehte sich um und folgte ihm schnell. Ich dachte, dass es weg ist und ich in Sicherheit bin. Wie aus dem Nichts berührte mich plötzlich eine Hand. Ich wäre fast aufgesprungen und hätte geschrien, aber die Hand bewegte sich schnell und hielt mir den Mund zu, sodass ich kein Laut von mir geben konnte. Eine andere Hand griff nach meiner Waffe. Ich bin's. Folgt mir langsam, flüsterte eine Stimme in mein Ohr. Wir betraten einen Raum an der Seite und ich hörte, wie sich eine Tür leise schloss. Wir warteten eine Weile, dann schalteten wir das Licht wieder an. Scheiße, mach das nie wieder, sagte ich ihm. Aber er hörte nicht zu. Er starrte auf Tröpfchen einer dicken, schwarzen Flüssigkeit auf dem Boden am anderen Ende des Raumes. Was, was ist das? Fragte ich ihn. Blut. Zumindest war es das einmal, antwortete Moros und folgte der Spur. Wir verfolgten sie durch ein paar Räume, bis wir in einem großen Chemielabor stehen blieben. Dort lag etwas auf dem Boden, in einer Pfütze mit der schwarzen Flüssigkeit. Es war das Messer von Alex. Da war auch eine rote Flüssigkeit. Ich konnte ohne Zweifel erkennen, was es war. Es musste sich dabei um frisches Blut handeln. Eine Spur von ein paar Tröpfchen lief in die entgegengesetzte Richtung der schwarzen Flüssigkeit. Sieh mal, er muss entkommen sein, flüsterte ich. Das bezweifle ich. Wenn wir ihn finden wollen, müssen wir auf Ebene 4 gehen. Er warf nur einen Blick auf das Messer und tat dann so, als ob er nichts gesehen hatte. Schau, das ist sein Messer. Sie müssen hier gekämpft haben und er ist in die Richtung gegangen. Ich zeigte ihm die Richtung, in der die Blutspur verlief. Er muss verletzt sein. Ein Grund mehr für uns, keine Zeit zu verlieren. Lass uns jetzt gehen. Er ging zurück in den zentralen Korridor. Ich wollte hierbleiben und nach Alex suchen, aber das Band, das uns zusammenhielt, ließ das nicht zu. Also fügte ich mich und folgte ihm. Zumindest anfänglich. Moros, bitte sag mir, was hier los ist. Woher weißt du, dass er nicht hier ist? Weil ich es eben weiß. Halt einfach den Mund. Wir haben keine Zeit zum Streiten. Wir haben nicht mehr geflüstert. Ich gehe nirgendwo hin, bis du mir nichts sagst, warum du dir da so sicher bist. Ich beharrte darauf. Ich war mir einfach sicher, dass wir jetzt gerade Alex im Stich ließen. Weil er tot ist, sagte Moros mir mit einem ernsten Blick ins Gesicht. Was? Aber du hast gesagt. Komm schon, lass uns gehen. Das ist kein Ort, an dem wir bleiben wollen. Wir müssen runter auf Ebene 4. Nein. Ich habe ihm zuerst vertraut, weil er der Einzige war, der mir und Alex helfen konnte. Das war das Einzige, worauf ich mich konzentrierte. Alex zu retten. Erst jetzt wurde mir klar, worauf ich mich hier eingelassen hatte. Wie blind, wie dumm ich war. Er war nicht nur ein Assistent, wie er behauptet hatte. Und wir waren nicht hier, um Alex zu retten. Ich begann mein Ende der Leine abzuschneiden. Was zum Teufel machst du da? Fragte er und erhob seine Stimme. Ich gehe raus. Gib mir den Schlüssel für das Vorhängeschloss, forderte ich. Nein, das kann ich nicht tun, sagte er mit Erregung in seiner Stimme. Ich hatte keine andere Wahl in diesem Moment. Ich richtete meine Pistole auf ihn. Gib mir den Schlüssel, forderte ich ihn erneut auf. Glaubst du wirklich, ich würde dir eine funktionierende Waffe geben? Du gehst nirgendwo hin, sagte er und richtete seine Schrotflinte auf mich. Ich drückte in dem Moment ab. Aber es gab nur ein Klicken. Mist. Warum sind wir hier? Warum hast du nicht deine Freunde, deine Vorgesetzten oder was auch immer angerufen, um dich darum zu kümmern? Aber mich musst du mit vorgehaltener Waffe festhalten? Sagen wir es so. Wir haben ab jetzt nicht mehr die gleichen Ziele. Aber habt keinen Zweifel. Sie kommen hierher. Aber nicht mit Waffen. Sie kommen mit Beton. Sie werden diesen Ort für immer versiegeln. Und wir müssen schnell sein, wenn wir bis dahin wieder draußen sein wollen. Warum können Sie mich nicht einfach gehen lassen? fragte ich ihn mit zitternder Stimme. Weil es ein Zwei-Mann-Job ist, sagte er und sah mir in die Augen. Es gibt Dinge, die viel wichtiger sind als du, ich oder dein Freund. Und das konnte ich nicht leugnen. Vielleicht hatte er recht, aber ich konnte das nicht tun. Ich verstand nichts. Wer bist du? fragte ich ihn und erwiderte seinen Blick. Doch dann wandte ich den Blick ab. Etwas erregte meine Aufmerksamkeit. Eine Bewegung, die direkt hinter Moros war. Es war eine Kreatur, die über die Decke zu uns kroch. Ihr Körper sah vage wie ein Mensch aus, aber ihre Haut war blass und spannte sich eng über die dünnen Knochen. Die Adern waren durch die Haut hindurch sichtbar und mit derselben schwarzen Flüssigkeit gefüllt, die wir vorhin gefunden hatten. Es hatte keine Haare und nur Löcher an den Stellen, an denen früher Nase und Ohren waren. Seine Augen waren blutunterlaufen und starrten ins Leere. Wir waren ihm schon einmal entkommen, aber unser Streit hatte es zurückgebracht. Jetzt war es zu spät, um wegzulaufen. Moros bemerkte meinen Blick, aber er war nicht schnell genug. Die Kreatur stürzte sich auf ihn. Gleichzeitig drehte er sich um und feuerte einen Schuss ab, verfehlte ihn aber und das Ding warf ihn zu Boden. Der Schuss war uhrenbetäubend auf so engem Raum gewesen. Ich hörte nur noch ein Rauschen in meinen Ohren. Meine Augen waren durch das Mündungsfeuer leicht geblendet gewesen. In der Verwirrung drehte ich mich um, um zu rennen, aber ich vergaß, dass ich immer noch an Moros angebunden war. Nachdem ich die Leine vollständig ausgerollt hatte, verklemmte sie sich und ließ mich auf der Stelle stehen und auf den Boden fallen. Ich drehte mich um und sah, dass die Kreatur mich jetzt anblickte. Moros lag dort auf dem Boden. Ich musste es irgendwie von ihm weggezogen haben, indem ich an der Leine riss und nun würde es kommen, um sicherzustellen, dass dies nicht noch einmal passieren würde. Schließlich gelang es mir, die Leine irgendwie zu lösen und ich warf die nutzlose Pistole nach der Kreatur und traf sie am Kopf. Es stolperte kurz und ich rannte zu dem einzigen Ort, der mir auf Anhieb einfiel. Ich verbarrikadierte mich in einem Lagerraum neben dem großen Chemielabor und versperrte die Tür mit einem Regal. Die Kreatur versuchte, eine Minute lang hereinzukommen, gab dann aber auf und ging vermutlich Moros erledigen und ich blieb dort in der Ecke sitzen, zu verängstigt, um etwas zu tun. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, aber das Atmen fiel mir langsam schwer. Eine Zeit lang dachte ich, ich würde einfach dort bleiben und alles friedlich beenden, anstatt eines gewaltsamen Todes, der mich wahrscheinlich auf der anderen Seite der Tür erwartete. Aber dann hörte ich eine Stimme, die meinen Namen rief. Es war die Stimme von Alex. Alex, bist du das? rief ich zurück. Oh Gott sei Dank. Ich dachte, ich würde hier sterben. Du bist zurückgekommen, antwortete er mir. Ich wollte die Tür öffnen, aber überlegte es mir dann nochmal anders. Wie hast du mich gefunden? fragte ich ihn. Ich hatte mich auch versteckt, aber dann hörte ich Schüsse und kam hierher, um nachzusehen. Dimitri, komm bitte raus, und wir müssen von ihr unbedingt verschwinden. Ich setzte mich wieder hin. Vielleicht war es Wirklichkeit, aber was, wenn er es nicht war? Das wollte ich eigentlich nicht herausfinden. Nein, er hat gesagt, du wärst tot. Ich habe auch Blut gesehen. Nein, du kannst nicht Alex sein. Das kann nicht wahr sein. Was? Ich weiß nicht, wovon du redest, Dimitri. Eins von den Dingern hat mich ganz schön erwischt, aber ich lebe noch. Dimitri, komm bitte raus und lass uns von hier verschwinden, flehte er mich an. Ich habe mich entschieden. Ich würde die Tür nicht öffnen. Aber dann änderte ich meine Meinung noch einmal, nach dem, was er gesagt hatte. Dimitri, erinnerst du dich an den Kirschbaum? Ich wusste, dass du zurückkommen würdest. Als Kinder haben wir immer an diesem riesigen Kirschbaum gespielt. Wir kletterten immer drauf herum, aber eines Tages hatte ich die Idee, eine Wette abzuschließen. Wer am höchsten kommt, hat gewonnen. Ich war fast ganz oben, aber dann merkte ich, wie schlecht die Idee gewesen war. Die Äste unter mir waren zu dünn und ich wusste, dass sie unter meinem Gewicht jederzeit brechen konnten. Aber Alex wollte nicht verlieren. Er versuchte, noch höher zu klettern als ich. Und dann brach der Zweig, auf dem er stand und er fiel. Zum Glück landete er in einem Haufen gefallener Blätter und brach sich nur das Bein. Er hätte sich umbringen können, wenn er auf festem Boden gefallen wäre und es war meine Schuld. Wegen einer dummen Wette hätte ich ihn fast umgebracht. Wir beschlossen, niemanden davon zu erzählen, wie es passiert war, weil wir beide Angst hatten, in Schwierigkeiten zu geraten. Aber ich fühlte mich für den Rest meines Lebens schuldig. Es gab keine Möglichkeit, wie er von dem Kirschbaum wissen konnte, wenn er nicht er selbst war. Ich öffnete die Tür und da war er. Er sah schrecklich aus, überall blaue Flecken und Schramm und er hatte ein blutverschmiertes, zerrissenes Stück Hemd und seine linke Hand war eingewickelt darin. Geht es dir gut? fragte ich ihn. Es ging mir schon mal besser. Lass uns einfach von hier verschwinden, antwortete er mir. Das wird nicht so einfach sein. Ich erzählte ihm, was bis jetzt passiert war und dass die Tür oben verschlossen gewesen ist. Nur Moros hatte den Schlüssel und der war entweder tot oder verschwunden. Da oben gab es doch Werkzeug und Vorräte, oder? Vielleicht können wir irgendwas finden, um die Kette zu zerschneiden, sagte Alex und wir beschlossen, es zu versuchen. Das war immer noch besser als die Suche nach Moros Schlüssel. Wir fanden seine Schrotflinte, die mit Blut befleckt war, sowohl mit seinem als auch mit dem der Kreatur und wir fühlten uns danach sofort sicherer. Wir hoben auch unsere Rucksäcke auf, die wir zuvor fallen gelassen hatten. Zum Glück war unsere gesamte Ausrüstung noch da gewesen. Wir gingen vorsichtig zurück in die Haupthalle, aber ich hatte das Gefühl, dass uns etwas die ganze Zeit dabei beobachtete. Wir sahen ein paar alte Sägen und Pfeilen neben der Haupttür. Wir sterbten uns alles, was wir konnten, aber wir waren definitiv nicht allein. Die Bewohner dieser Anlage beschlossen schließlich sich zu bewegen. Eine der dünnen Kreaturen kroch aus dem Treppenhaus. Ich zielte sofort mit meiner Waffe auf ihn und schoss. Es fiel von der Decke herab und zuckte wie ein sterbendes Insekt am Boden. Aber das spielte keine Rolle, denn es war nicht alleine gewesen. Ein weiteres kroch heraus und dann noch eins und dann noch eins. Wir rannten zum Luftpumpenraum und blockierten die Tür, indem wir eine große Säge zwischen die Griffe klemmten. Wir arbeiteten schnell, denn wir wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie durchkamen oder durch die Lüftungsschächte kamen. Alex konnte die Schrotflinte mit seiner verletzten Hand nicht bedienen, also bot er sich an, das Schneiden zu übernehmen, während ich wache stand, bereit, alles zu töten, was aus den Lüftungsschächten kommen würde. Es funktionierte, aber es war zu langsam, viel zu langsam. Kaum war Alex ein paar Millimeter vorgedrungen, dachte ich schon, dass die Tür zerbrechen würde. Sie hämmerten dagegen, schlugen sie zu und ich sah, wie sie in den Angeln klapperte. Ich dachte, dass sie jeden Moment durch die Tür durchkommen würden und dann blieben sie stehen. Ich hörte, wie sie auf einmal wegliefen. Ich hustete, als mir auf einmal ein scharfer Geruch in die Nase stieg. Scheiße, was ist das? fragte mich Alex. Ozon, antwortete ich. Oh nein, 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 sagte ich ängstlich. Mir wurde sofort klar, dass der Geruch dem sehr ähnlich war, den wir beim ersten Betreten des Bunkers wahrgenommen hatten. Nur viel, viel stärker. Auch mein Geigerzähler begann auf einmal zu klicken. Was ist denn auf einmal los? fragte mich Alex. Dieser Typ, Moros, er hat mir davon erzählt. Er sagte mir, ich solle weglaufen, sagte ich. Gerade als er geendet hatte, schlug die Tür mit einem gewaltigen Knall zu, sodass Staub durch die Luft flog und sich leicht nach außen bog. Wir konnten nirgends hinlaufen. Wir hatten eine schwere Stahltür auf der einen Seite und Gott weiß was auf der anderen. Ich hatte keine Ahnung, wie wir überleben sollten. Aber zum Glück hatte Alex eine. Habt ihr noch das Seil? fragte er mich. Ohne zu zögern banden wir es um eine der Pumpen. Am Anfang war es nicht leicht, mit dem Seil zu arbeiten, weil meine Hände heftig zitterten. Doch dann hallte ein weiterer lauter Knall durch den Raum. Einer der Bolzen, die die Tür hielten, wurde quer durch den Raum geschleudert. Ich spürte, wie mir ein kalter Schauer über den Rücken lief und plötzlich hatte ich nur noch dieses eine Ziel vor Augen, den Knoten zu binden. Alles andere schaltete sich um meinen Kopf herum einfach ab. Ich war fertig und wir ließen ihn in den kaputten Lüftungsschacht fallen, in den Alex zuvor damals hineingezogen worden war. Wir stiegen hinein und begannen das Seil hinunter zu gleiten. Dann hörte ich ein weiteres Zuschlagen und dann das, was ich für die Tür hielt, die auf den Boden schlug. Sie war durch. Ich rutschte schneller, aber das Seil fing an, meine Hände zu verbrennen. Ich verlor den Halt und fiel ein paar Meter hinunter und landete auf einem anderen Lüftungsschacht. Er brach und ich fiel in einen anderen Gang. Alex landete dann auf mir. Es dauerte ein paar Augenblicke, bis wir wieder auf den Beinen waren. Ich schaute mich um und sah eine orangefarbene Tür mit der Aufschrift Dekontamination. Wir befanden uns also definitiv auf Ebene 3. Es gab keinen Griff, nur einen Knopf an der Wand daneben. Ich drückte ihn vorsichtig und die Tür öffnete sich nach ein paar Sekunden. Wir betraten einen kleinen Raum mit einer Schalltafel. Damit schloss sich die Tür hinter uns. Mehrere Düsen fingen plötzlich an, uns Luft zuzupusten. Ein grünes Licht erschien und dann öffnete sich eine weitere Tür vor uns, die uns tiefer in die Anlage einlud. Ich bemerkte, dass die Schalltafel mit einem Fleck frischen Blutes befleckt war. War Moros noch am Leben gewesen und ging hier durch? Wir konnten nicht zurückgehen. Unsere einzige Möglichkeit war es zu sehen, wie tief dieses Loch, wie tief dieser Bunker überhaupt noch ging. Es sollte ein Reihenraum sein, aber der Ort war noch mehr verwüstet als die oberen Ebenen. Nach einigem Laufen und Suchen fanden wir einen Raum, der wie eine behelfsmäßige Krankenstation aussah. Ein paar Dutzend mit Plastikvorhängen abgetrennten Betten, einige medizinische Geräte, aber wirklich mehr war in diesem Raum nicht zu finden. An einigen der Betten waren noch Klemmbretter mit Informationen angebracht. Ich las mir einige davon durch. Patient 2 Quarantäne Untersuchungsteam C Patient im Koma Nur Beobachtung nicht eingreifen Verstorben 7.28 Uhr Ursache unbekannt Patient 6 Quarantäne Untersuchungsteam C Patient im Koma Nur Beobachtung nicht eingreifen Verstorben 7.52 Uhr Ursache unbekannt Patient 19 Quarantäne Operationsassistent vor Ort erster Kontakt mit dem Vermessungsteam C Massives Trauma durch stumpfe Gewalteinwirkung Brustkorb Verdacht auf innere Verletzungen Gehirnerschütterung Verdacht auf Verletzungen der Halswirbelsäule Disluziierte linke Schulterfraktur linker Oberarmknochen mehrere Risswunden im Brustkorb Verstorben 4.4 Uhr Innere Blutung Patient 7 Quarantäne Untersuchungsteam C Der Patient ist psychotisch und nicht ansprechbar Leichte bis mittelschwere Erfrierung Nur Beobachtung nicht eingreifen Abbruchanordnung Unterschrieben von A.Moros Auf der anderen Seite des Raumes standen einige Leichensäcke Sie waren leer Wir durchsuchten die Gegend und landeten schließlich in den unteren Etagen der Einrichtung Überall war ein fauliger Geruch Wir betraten einen Raum und Nun ja Überall war diese Substanz An den Wänden dem Boden der Decke Überall Sie sah aus wie Fleisch mit Ranken oder Adern wie in einem Dead Space Spiel Dann fanden wir Leichen die daran hingen Dutzende zusammengeschrumpft wie tote Insekten in einem Spinnennetz Ich glaube wir sollten zurückgehen sagte Alex besorgt Wir drehten uns um und gingen zurück aber dann hörte ich wie sich in der Ferne in dem Korridor aus dem wir kamen Trümmer bewegten Bald darauf kroch eines dieser Dinger in das Licht meiner Taschenlampe Es stand eine Weile einfach nur da und starrte uns mit seinen leeren Augen an und dann sprang es vorwärts Dann fiel es tot zu Boden und eine leere Schrotflintenpatrone tat es bald darauf auch Ich hörte wie sich in der Ferne weitere von ihnen auf uns zubewegten also rannten wir tiefer in die Anlage hinein Unterwegs schoss ich noch ein paar Mal aber dann ging mir irgendwann die Munition aus Schließlich fanden wir einen langen dunklen Tunnel der mit Wasser geflutet war Die Dinger waren fast an uns dran Ich konnte sehen wie sie hinter uns an den Wänden entlang krabbelten Wir betraten den Tunnel Das Wasser verlangsamte uns beträchtlich und ich erwartete das Schlimmste Aber dann bemerkte ich dass wir nicht mehr verfolgt wurden Sie wollten scheinbar nicht in den Tunnel gehen Wir liefen ich weiß nicht eine Stunde lang zwei Das Wasser war eiskalt Zum Glück war es nur etwa knietief also war es nicht ganz so tragisch Ich hatte schon gesagt dass Alex nicht gut aussah seit ich ihn gefunden hatte aber als wir durch den Tunnel liefen schien es ihm immer schlechter zu gehen Er beklagte sich dass ihm der Kopf wehtat und ihm schwindelig wurde Seine Haut wurde blass und er sah sehr sehr schwach aus Nach einiger Zeit musste ich ihn stützen und später brach er völlig zusammen und wurde sogar bewusstlos Wir konnten nicht zurückgehen also blieb mir nichts anderes übrig als einen Weg zu finden ihn durch das Wasser zu ziehen So ging es eine ganze Zeit lang aber dann hörte ich etwas weit entfernt in der Richtung aus der wir kamen Ein Platschen Ich drehte mich um und leuchtete mit meinem Licht in den schwarzen Tunnel hinein Nichts Ich wollte weitergehen aber dann hörte ich es wieder Hallo? rief ich in der Hoffnung eine Antwort zu hören Vielleicht war ja Moros hier oder sind uns die Kreaturen doch gefolgt? Nichts Ich beschleunigte mein Tempo Aber es war nicht leicht eine weitere Person zu schleppen und durch knietiefes Wasser zu gehen Die Geräusche hielten an Sie kamen nicht näher oder weiter Sie waren einfach nur da Und dann erreichte ich das Ende Der Tunnel war mit einer weiteren massiven Stahltür verschlossen und es war nicht zu erkennen wie man sie öffnen konnte Es war eine Sackgasse Ich blieb stehen und lauschte Diese Geräusche das war nicht nur ein Plätschern Es war mehr wie als ob jemand oder etwas durch das Wasser wartete Ich geriet in Panik und fing an gegen die Tür zu hämmern um um Hilfe zu rufen Ich konnte ja nirgendwo hin Die Geräusche kamen immer näher Ich sah Wellen im Wasser Es war jetzt ganz nah dran was auch immer es war Langsam drehte ich mich wieder um und schaute in den Tunnel hinein Ich sah nichts und hörte nichts Nur Stille und Dunkelheit Dann stieg mir der vertraute Geruch wieder in die Nase Erneut roch ich Ozon Dann hörte ich wie sich Metall hinter mir bewegte und die Tür sich öffnete Dimitri Eine vertraute Stimme rief nach mir Moros? Was? Wer ist? Oh nein Du hast es hergebracht Er zog mich und Alex durch die Tür und schloss sie dann so schnell er konnte wieder Das ist dein Freund Wie? Was ist mit ihm passiert? fragte er während er den immer noch bewusstlosen Alex ansah Ich weiß es nicht Geht es dir gut? fragte ich zurück Er hatte eine große Wunde quer über sein Gesicht und sein rechtes Auge Nein Dank dir antwortete er Er bemerkte den behelfsmäßigen Verband an Alex' Arm und wickelte ihn ab Was er an seinem Arm hatte war keine normale Wunde Es war eine Bisswunde gewesen Das sagte Moros und zeigte auf die Stelle Tritt zurück Er stand auf und zog seine Pistole Nein Warte Sag mir wenigstens was hier los ist Er wird in ein paar Minuten tot sein Das wird es einfacher machen Für ihn auch aber vor allem für uns Was? Ich bitte dich Gibt es wirklich nichts anderes was wir tun können? Flehte ich ihn an Er sah mich an sah Alex an und stand dann einen Moment lang nachdenklich da Ich war sofort erleichtert als er seine Waffe wieder einsteckte Ok Das könnte ihm helfen sagte er und grabte ein E-Tree mit einer Spritze aus seinem Rucksack hervor Sie sah aus als wäre sie erst kürzlich benutzt worden und war nur etwa zur Hälfte mit irgendeiner klaren Flüssigkeit gefüllt worden Er injizierte Alex den Rest der Flüssigkeit Es wird sowieso nichts bringen sagte er Was meinst du damit? Folg mir Nimm ihn mit wenn du willst Ich trage ihn definitiv nicht Ich nehme an du hast jetzt schon herausgefunden dass das alles etwas mit der Katastrophe von vor 30 Jahren zu tun hat erklärte er während wir durch die Anlage gingen Die erste Maschine die wir für die Teleportationsexperimente benutzt haben war weder leistungsstark noch zuverlässig genug Wir fanden heraus dass die ganze Sache nicht so einfach war wie es schien Wir teleportierten nicht nur eine Sache an einen anderen Ort sondern wir transferierten sie zwischen mehreren parallelen Realitäten Aber das war begrenzt Wir konnten nur zwei Objekte mit gleicher Masse zwischen zwei identischen Orten in zwei verschiedenen Realitäten austauschen Also haben sie hier eine neue Maschine gebaut und sie mit einem Kernreaktor betrieben in der Hoffnung dass wir alles an jeden beliebigen Ort zwischen zwei gegebenen Realitäten bringen könnten Wir begannen ganz neue Universen zu erforschen Wir sahen Welten in denen die Deutschen den Zweiten Weltkrieg gewonnen hatten Welten in denen wir uns alle gegenseitig vernichtet hatten und sogar Welten in denen sich nie Leben auf der Erde entwickelt hatte Aber dann hatte jemand diese Idee Wenn es diese Paralleluniversen gibt Was liegt dann zwischen ihnen Es gab nur einen Weg das herauszufinden Und dann ging es schief wie ich schon sagte Wir hätten mit dem zufrieden sein sollen was wir hatten Aber wir wollten immer mehr nicht wahr Wir versuchten auf diese Conduit Realität wie sie es nannten zuzugreifen Aber als sie die Maschine aktivierten blieb sie offen Irgendetwas geschah und es entstand eine Art Portal Unabhängig von unserer Maschine Es hat sich selbst erhalten können Also schickten wir ein Erkundungsteam dorthin Sie kamen nach ein paar Minuten zurück und berichteten von allerlei seltsamen Dingen Davon dass sie ein seltsames Gefühl diesen Ort erfüllte Dass sich Raum und Zeit selbst seltsam anfühlten Und dass einige von ihnen sogar behaupteten Sie hätten sich an verschiedenen Orten gleichzeitig gesehen Sie wollten nie mehr dahin zurück Auch wenn ihnen alle möglichen Strafen angedroht wurden Wir schickten später ein zweites Erkundungsteam Dieses kam dann überhaupt nicht mehr zurück Also schickten wir ein drittes Team um sie zu finden Sie kamen zurück Aber irgendetwas stimmte nicht mit ihnen als sie zurückkam Ihre Gedanken waren wie ausgelöscht gewesen Ich stellte mir die leeren Blicken der Kreatur vor die wir unterwegs bekämpft hatten Kurz nachdem sie zurückgekehrt waren strömte ein gewaltiger Energiestoß aus dem Portal nach oben in den Reaktor Aber das war noch nicht alles Und du weißt das alles weil du dich krankschreiben lassen hast, richtig? Fragte ich ihn Ich war an einem anderen Ort in der Anlage als es passierte Ich werde nie vergessen wie sie zu mir kamen und sagten dass etwas durchgekommen war in unsere Welt Was war es? Fragte ich ihn Ich weiß es nicht Niemand weiß es Es war anders als alles, was wir je gesehen hatten Und es hat fast jeden hier getötet Es hat nicht nur getötet Es hat den Leuten etwas angetan Du hast es ja selbst gesehen Wir sind da Wir betraten einen Kontrollraum der mit Computern und verschiedenen Kontrollen und Anzeigen gefüllt war Moros schloss eine weitere Panzertür und versiegelte uns im Kontrollraum Wir müssen das Portal schließen Wir haben es schon einmal versucht aber diese Dinger haben uns nicht gelassen Und wo sind sie jetzt? Als ich hörte, dass du in die Anlage gegangen und zurückgekommen bist wusste ich, dass etwas nicht stimmt Dieser Ort war früher voll von ihnen Wenigstens einer ist noch da Der Geruch von Ozon Aber vor ein paar Jahren kam niemand lebend über Stufe 1 hinaus Aber wir sind so weit gekommen und ich weiß nicht warum Das ist es, was mir Angst macht Irgendetwas stimmt hier nicht Ich weiß, dass ich viel verlange Aber wir müssen durch das Portal gehen und das hier benutzen Er lehrte seinen Rucksack vor mir und holte eine grobschlächtige Vorrichtung heraus an der alle möglichen Drähte, Spuren und andere Teile hingen Wir müssen ein Ende in der anderen Realität platzieren und dann mit dem zweiten Ende in unsere zurückkehren Wenn es funktioniert, könnte es das Portal zum Einsturz bringen Und woher weißt du das alles? Woher weißt du, was mit dem dritten Team passiert ist? Nicht auch uns passieren wird? Fragte ich ihn Das ist es ja Ich weiß es nicht Aber ich sage dir eines Weißt du, wie sie den Betonschild über dem Reaktor gebaut haben? Sie haben nicht versucht, den Reaktor zu versiegeln Sie haben versucht, diesen Ort zu versiegeln um zu verhindern, dass das, was auch immer in unsere Welt gekommen ist, wieder herauskommt Und vor ein paar Jahren geschah das, was wir am meisten befürchteten Der Schild bekam Risse Sie versuchten zu entkommen Wie du weißt, haben sie vor kurzem ein neues Eindämmungsgebäude gebaut Aber wie lange wird das so weitergehen? Früher oder später wird etwas versagen und sie werden entkommen können Das könnte unsere einzige Chance sein, die ganze Sache hier endgültig zu beenden Wie zum Teufel bin ich hier nur reingeraten, dachte ich mir in dem Moment Ich war doch nur irgendein zufälliger Kerl, der zur falschen Zeit am falschen Ort war Aber Moros redete, als hinge das Schicksal unserer Welt von mir ab Aber vielleicht hatte er recht Welche Zufälle uns auch immer hierher gebracht hatten Mich hierher gebracht hatten Vielleicht waren Moros und ich die einzigen Menschen, die tun konnten, was getan werden musste Schwere Herzens sagte ich Also gut, tun wir es Wir zogen so etwas wie eine modifizierte Raumkleidung an Ließen alles außer dem Gerät im Kontrollraum zurück Und betraten die Maschine vor uns Wir befanden uns in einer kuppelförmigen Kammer Voller komplizierter Maschinen In der Mitte befand sich eine Kugel aus weißem Licht Darüber befand sich ein schwarzer, hohler Schacht Der gerade nach oben führte Mit Rissen und Trümmern rund um die Öffnung Wir banden uns an einer Stahlschiene fest Und Moros ging vorwärts in die Kugel hinein und verschwand Nach einigem Zögern tat ich dann dasselbe Ich fand mich an einem Ort wieder, den ich nicht beschreiben kann Es gab kein Oben und Unten Und ich konnte in jede Richtung gehen Es sah leer aus, aber ich konnte unzählige, unendlich große Formen Mit Milliarden winziger, glänzender Punkte auf der Oberfläche erkennen Hier, rief eine Stimme Ich suchte Moros, aber ich konnte ihn nicht finden Wo bist du? Rief ich ihm zu Komm, sagte er und packte mich am Arm, scheinbar aus dem Nichts Ich sah hunderte oder tausende anderer weißer Kugeln in der Ferne um uns herum Sind das? Ja Portale aus anderen parallelen Realitäten Werden wir sie alle schließen? Nein, nur unsere Die anderen sind nicht unser Problem Sie müssen ihren eigenen Weg finden, damit umzugehen Wir gingen auf eine bestimmte Form zu und wie bei allem hier fällt es mir schwer, sie zu beschreiben Es war wie ein Fraktal Dieselbe Form wiederholte sich immer und immer wieder Ich glaube das ist es, sagte Moros und begann etwas mit dem Gerät zu machen Es piepte mehrere Male und begann dann ein hohes Summen zu erzeugen Oh nein, nein, das ist nicht gut, fuhr er fort Was ist los? Hör zu, du musst das andere Ende nehmen und zurückkehren Sobald du zurück bist, ziehst du diesen Schalter und hältst ihn gedrückt, bis er sich aktiviert Ich muss hier bleiben Ich nahm mein anderes Ende der Maschine in die Hand und sah zu, wie sich ein Draht zwischen den beiden abwickelte Was ist mit dem Schlüssel für die Tür nach draußen? Fragte ich Es gibt keinen Schlüssel Was? Aber du hast gesagt, das war nicht der Plan Das war immer der Plan, Dimitri Ich konnte nicht riskieren Er beendete seinen Satz nicht Ich sah etwas in meinem Augenwinkel Eine Bewegung Verdammt, sie ist nicht an Geh jetzt Lauf Sagte Moros Und ich hörte zu Ich rannte zurück Folgte der Linie zurück in unser Portal Mit fast geschlossenen Augen Ich ging hindurch, stellte das Gerät auf den Boden Legte den Schalter um Und das Gerät begann ein ähnlich hohes Geräusch zu erzeugen Ich drückte den Knopf Ein oder zwei Sekunden lang passierte nichts Und dann gab das Gerät oder das Portal Plötzlich ein ohrenbetäubendes Heulen Einen intensiven Blitz und eine Hitzewelle von sich Und dann war es weg Abgetrennte Drähte und eine Leine lagen auf dem Boden, wo das Portal gewesen war In der Zwischenzeit wachte Alex auf Er sah viel besser aus und ich erzählte ihm, was passiert war, während er bewusstlos gewesen ist Wir wussten nicht, was wir jetzt tun sollten Wir überlegten, ob wir noch einmal zurückgehen und versuchen sollten, die Kette an der Tür draußen zu zerschneiden Aber nachdem, was beim letzten Mal passiert war, bezweifelten wir ehrlich gesagt, dass das funktionieren würde Wahrscheinlich würden wir nicht einmal lebend ankommen Aber dann hatte Alex diese eine Idee Was ist, wenn wir die Maschine benutzen können, um uns hier rauszuteleportieren Es dauerte mehrere Stunden, bis wir herausfanden, wie die Steuerung funktionierte Sie war schwer beschädigt und der Reaktor kam offensichtlich nicht in Frage Aber die Generatoren darüber lieferten genug Strom für eine einfache Translokation, wie sie es sehr nannten Alles, was wir tun mussten, war ein Zielvektor einzugeben Und dann kam das vertraute Klicken und der Geruch von Ozon Ein kräftiger Knall erschütterte den ganzen Raum und hinterließ eine große Delle in der Stahltür, die den Kontrollraum mit dem Rest der Anlage verbannt Scheiße, nicht schon wieder, brüllte ich Ich glaube, ich hab's Sie haben hier einige Vektoren aufgeschrieben Wir müssen nur noch etwas Höhe gewinnen Dann kommen wir über den Boden, erklärte Alex Mach schnell, sagte ich, als die Tür erneut zuschlug Er tat etwas und die Kontrollen leuchteten auf und Alarme ertönten Wir rannten zur Kernkammer und schlossen sie hinter uns, gerade als wir hörten, wie die Tür des Kontrollraums nachgab Wir stellten uns in die Mitte und warteten Funken und Rauch erfüllten den Raum, als die Maschine ihre Arbeit tat Bitte funktioniere Ich hörte ein weiteres Zuschlagen und die Tür zur Kamera brach aus der Wand und fiel zu Boden Ich schaute hinüber und dann blieb die Zeit stehen Ich fühlte für einen Moment keine Angst, sondern Frieden Ich hatte das Gefühl, als wäre ich nur einen Schritt davon entfernt, alles zu verstehen Ich hatte auf einmal das Gefühl, ich wolle hier bleiben Für immer Ein Blitz blendete mich plötzlich und dann stieß ich mir dem Kopf gegen etwas Ich öffnete meine Augen und atmete frische Luft ein Wir lagen kopfüber in einem kraterähnlichen Erdloch in einem Wald Wir waren draußen Nach ein paar Minuten Suche fanden wir sogar unser Auto Wir sahen mehrere Militärhubschrauber in die entgegengesetzte Richtung fliegen, als wir nach Hause fuhren Alex wurde mit einer erfundenen Geschichte über einen Tierangriff in ein Krankenhaus eingeliefert Am Ende ging es ihm gut und wir sprachen nicht mehr darüber Es war vorbei und ich dachte, dass unsere Welt von dem, was auf der anderen Seite des Portals war, nun gerettet wurde Aber als ich an diesem Tag endlich nach Hause kam, bemerkte ich, dass irgendetwas ganz und gar nicht stimmte Der alte Kirschbaum, unter dem wir als Kinder immer gespielt hatten, war nicht mehr da Stattdessen stand dort ein Apfelbaum Wir haben es heute geschafft, einen Apfel zu transportieren Aber mir ist aufgefallen, dass das Muster aus roter und grüner Schale auf der Oberseite etwas anders war Wir haben sie zwischen mehreren parallelen Realitäten transportiert Portale aus anderen parallelen Realitäten Werden wir sie alle schließen? Nein, nur unsere Die anderen sind nicht unser Problem Sie werden ihren eigenen Weg finden müssen, damit umzugehen Als ich diese Sätze wieder in meinem Kopf hörte, wurde mir eins klar Ich glaube, ich befinde mich derzeit nicht in der Realität, in der ich vorher gelebt hatte Ich glaube, als wir uns hinaus teleportiert hatten, sind wir in einer gänzlich anderen Realität gelandet Ich kann nicht aufhören daran zu denken, dass das Portal in dieser Realität, in der wir uns jetzt gerade befinden, noch offen sein könnte Ich glaube, wir sind nicht sicher Ich hoffe, dass dasєgern Vielen Dank.